Herzlich willkommen Leute zum Elite-League-Livestream-Event mit mir. Über das ganze Wochenende werden wir uns dieses 1-Millionen-Dollar-Preispool-Turnier reinballern. Und heute beginnen wir direkt mit drei großen Serien. Ihr seht schon die Brackets und hört mich doppelt. Perfekt. Alles läuft nach Plan. Morgen geht es dann nochmal mit drei weiter und dann zum Sonntag wartet das große Finale und das Lower-Bracket-Finale auf uns. Also, es fängt mit Lower-Bracket an. Tundra und Quest. Ich sehe gerade, dass da mittlerweile auch die Gegner feststehen. Das wurde noch in Tie-Breakern entschieden. Fülle ich mal kurz ein. Also Tundra, Quest und am Ende das Schmankerli des Abends. Azuray gegen Liquid. Azuray ist also weitergekommen. Beziehungsweise ins Upper-Bracket eingezogen, nicht ins Lower-Bracket. Und zwar ein ziemlich ausgeglichenes Turnier bisher. Also, ich habe nicht so viel davon gesehen, aber in den Gruppenphasen, es gab zwei, waren die Teams auf Augenhöhe. Es gab spannende, intensive, krasse Matches. Der Patch gibt also, was Prodota und Unterhaltung angeht, noch einiges her. Aber ich freue mich trotzdem auf den sehr großen neuen Patch. Das Crownfall-Update oder wie das Ding heißt. Mit neuen Helden, ganz vielen neuen Sachen und so. An dem sie schon eine Weile arbeiten. Und dieses Update wird nach dem Turnier rauskommen. Also, wir haben jetzt hier drei Tage am Stück richtig, richtig, richtig viel Prodota, was ihr auch live bei mir verfolgen könnt. Und danach direkt das neue Update mit entsprechendem Content dazu. Wird nice. Grüßt euch. Ich war schon eine ganze Weile nicht mehr live. Vor allen Dingen nicht mehr so lang. Noch nicht so regelmäßig. Also, es ist hier der Beginn von was ganz Großem. Und falls ihr noch dabei seid, dann vielen Dank dafür. Finde ich nice. Konstantin zum Beispiel sehe ich schon. Grüß dich. Herzlich willkommen. Nubert. Snoopy. Hey ho. Pilzchen mal wieder da. Finde ich sehr cool. Kleider auch. Schön, dass du vor der Arbeit kurz reinschaltest. Und ich hoffe, dein Arbeitstag geht nicht so lange wie meiner. Denn, wie gerade schon erwähnt, wir haben noch was vor uns und dir gönne ich den Feierabend. Die Lobby ist schon aufscheinbar. Ich klicke da mal rauf. Mal gucken, ob es klappt. Und wir müssen auf jeden Fall checken, wie groß der Delay in-game ist zum Hauptstream. Wenn der nur 5 Minuten betragen sollte, dann werde ich manuell noch einen Delay einstellen müssen von 10 Minuten. Das heißt, ich pausiere das jetzt hier. Ich zeige es euch schon mal in der Draftansicht. Also, so sieht das jetzt aus. Aber es kann gut sein, wie gesagt, dass ich pausieren muss. Ich muss erst mal schauen, die sind im Hauptstream noch nicht mal drin im Game. Die reden noch irgendeinen anderen, unwichtigeren Kram. Genau. Wenn das so ist, dann bin ich trotzdem mit euch live und synchronisiert. Ich schaue es halt in-game ein bisschen verzögert, damit wir den typischen Delay haben, den wir sonst auch immer haben. Aber ich habe halt Angst, dass dann dieser Bug eintritt, dass das Spiel abbricht, bevor es vorbei ist. Hat oft geklappt, hat manchmal auch nicht geklappt. Je nachdem, was der Valve-Spaghetti-Code gerade so macht. Und da lassen wir uns überraschen. Falls wir merken, es gibt diesen Fehler und wir fliegen zu früh raus, dann werde ich es ganz normal anschauen. Weil da sehe ich dann nicht ein, Kulanz walten zu lassen, weil ich ja Opfer dieses Bugs werde. Ja, ich war auch sehr lange nicht mehr live, nur Bertus. Nur ein bisschen auf Twitch, ein Neu-Bertus. Also, dementsprechend jetzt das erste Mal seit langer Zeit wieder. Und die beiden Streams, die es zwischen dem TI und jetzt gab, oder drei, waren noch nicht wirklich lang. Und im Regelfall auch recht spontan. Ah, dementsprechend, ja. Jetzt das erste Mal wieder. Das hast du eigentlich ganz gut gemacht, vorbei zu snipen. Servus, lange Zahl. Hey, Big Daddy. Ah, dankeschön. Ah, freut mich. Ja, ist natürlich nicht so meine Position, ne? Also, ich bin es nicht gewöhnt, Support zu spielen. Aber hat mir natürlich Spaß gemacht, weil ich Witch-Doktor gern mag. Und manchmal ist es auch gut, das Schlachtfeld aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich gehe jetzt trotzdem... Ah, warte mal, ich warte noch, was die zeigen. Okay, wir sinken mal kurz mit dem Hauptfilm und ich schaue, wie weit wir sind. Ist jetzt hier noch schwer einzuschätzen. Aber ich würde sagen, das sind nur fünf Minuten. Genau, okay. Also, wir müssen es pausieren. Und dann testen wir, ob es alles gut funktioniert. Ich bin da optimistisch, was das Thema angeht. Wir sind jetzt bei... Ah, das kann ich ingame machen. Sobald die ingame sind, gehe ich in den Draft. Und sobald ich ingame bin, checke ich es nochmal mit der ingame Uhr. Und dann sollte alles passen. Das heißt, wir behalten die Sicht hier noch. Aber was schön ist, wir wissen schon mal, das Spiel ist pünktlich gestartet. Ich habe schon Elder Titan gesehen. Das ist ja momentan beliebt. Hat jemand von euch Ahnung vom aktuellen Meta? Von den Pics, die so gewählt werden? Ich würde es gerne wissen. Aber ich lerne es natürlich auch. Innerhalb von zwei, drei Spielen habe ich den Shit drauf. Wisst ihr, wie es läuft? Ich habe auch ein bisschen geguckt. Aber immer nur so nebenbei. Ich habe nicht so auf das Drafting geachtet. Ja, absolut. Also, ich denke mal, der ist sehr bracketabhängig, Neubertus. Oder wie siehst du das? Also, wäre ich ein Support-Spieler in niedrigerem MMR-Bereich, würde ich auf jeden Fall Witch Doctor üben. Weil der halt abhängig davon ist, dass Gegner seine Schwächen ausnutzen, um ein Spiel zu verlieren. Beziehungsweise, um keinen Impact zu haben. Wenn du alles halbwegs richtig machst, hast du gigantischen Impact, solange du nicht aufgehalten wirst. Und es ist auch nicht so schwer, da alles richtig zu machen. Zumindest die wichtigsten Sachen sind einfach nur rein in den Kampf. Ein bisschen auf Positioning achten und Death Squad stellen. Ich meine, ich habe den jetzt einmal gespielt. Würde ich den zwei, dreimal mehr spielen, hätte ich direkt viel, viel mehr Routine. Und das, ich glaube, der Held lernt sich recht schnell. Könnt ihr aufhören zu schreiben, Neubertus und Nubart? Ihr habt ein N und ein M. Ihr seid beide grün im Avatar. Und es ist sich sehr ähnlich, aber beim einen ist es nur U und beim anderen EU. Das macht mich total fertig. Ihr habt euch doch da zusammengetan für so einen kleinen Angriff. Ist aber süß von dir. Ja, ich will natürlich, dass du noch Kohle verdienst. Ganz uneigennützig. Suche ich die Zuschauer immer noch arbeiten zu gehen. Nein, weiß ich natürlich zu schätzen. Ich werde versuchen, dich demnächst ein bisschen mehr von der Arbeit und deinem Alltag abzuhalten. Jetzt, die letzten Gameplays haben mir Spaß gemacht. Allgemein ist meine Laune gerade gut. Die Casts stehen jetzt alle an. Die kann man ja auch noch nachschauen, wenn man möchte. Und mit dem großen Patch wird es natürlich auch mehr Content wieder geben. Kommen weiter Gameplays. Das ist zumindest geplant. Vieles zum Patch. Hoffentlich gefällt er mir. Am Montag will ich noch einen Patch-Waterraum machen, falls er bis dahin nicht rausgekommen ist. Und ich streame ja eigentlich am Montag immer Twitch Classics Monday. Das heißt, da dachte ich mir, weil es jetzt Patch-Zeit ist, machen wir einen kleinen Patch-Waterraum. Ich will nach dem Stream-Marathon hier am Wochenende sowieso dann nicht was anderes auf Twitch zocken. Ja, quatschen ein bisschen über Loda. Chillen und gucken, ob er rauskommt auf einen Abend, auf die Nacht. Ja, glaube ich. Wird bestimmt auch oft gebannt, Twitch-Doktor Neubertus. Klar, Victor, die ist auch ein geiler Held. Ist auch saugeil synchronisiert, ne? Seine Voice-Lines und seine Stimme sind super. Ja, glaube ich dir, Tom. Ich würde auch sagen, das geht bis ziemlich weit nach oben. Weil es ist halt nicht so schwer, sehr viel Schaden zu machen. Und der Death-Word macht auch ein bisschen zu viel, oder? Also, ich habe den Eindruck, es ist einfach dieser Müt zu viel an Damage. Du kannst damit selbst im Late mehr Schaden als Kurs machen in den Teamfights, wenn du drei, vier Sekunden nicht aufgehalten wirst. Aber wollen wir ihn nicht zu sehr loben. Es kommt ja jetzt bald der Patch. Ja, und Gaben hört wie immer zu. Also, beschützt euren Witch-Doktor vor seiner strengen Patch-Hand. Sonst gibt es die Rückhand-Nerf-Schelle. Auf jeden Fall, Nubart, ähm, Nubart, nicht Neubertus, Nubart. So, Nubart, auf jeden Fall. Äh, ich plane die Kampagne, StarCraft II Brood War zu spielen. Schon länger. Ich habe ja bereits auf schwer, beziehungsweise die letzte, schwierigste Mission sogar auf sehr schwer, ähm, die Terraner-Mission gespielt. Die Terraner-Kampagne fand ich sehr geil. Will jetzt die, die Brood-War-Kampagne noch zocken demnächst. Äh, und Diablo II habe ich auch Lust drauf. Muss ich aber noch gucken, wie genau ich das einbinde. Ähm, ja. So eine Sachen plane ich. Ich wollte auch gerne Dota 1 spielen, aber das ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dafür muss ich mittlerweile Reforged kaufen. Das kostet 50 Euro, was eine Frechheit ist. Und nur, um es dann wieder auf die alte Grafik umzustellen. Weiß ich nicht. Ich habe auch noch einen alten Frozen Throne Key, aber es ist ziemlich kompliziert, das alles einzurichten, habe ich gelesen, und das zu umgehen. Und ich glaube, online kann man dann eh nicht spielen. Also, das wird vielleicht nichts werden. Aber ja, solche Spiele sind geplant. Dungeon Keeper 2 wollte ich demnächst nochmal zocken. Irgendwie sowas. Jetzt haben wir ja Stronghold gespielt, das ist beendet. Ach so, ja, warte mal. Ich kann ja eigentlich mal jetzt gleich gucken. Ne, sind noch nicht ingame. Ich will mir die Pics nicht so sehr spoilern, deshalb schaue ich immer nur kurz vorbei. Es freut mich wieder bei euch zu sein. Wollen wir eine Gruppenumarmung machen? Ich habe meine Brusthaare extra wachsen lassen. Kommt her. Kommt her. Ja. Einfach rein. Ist die Musik zu leise? Für mich ist die gerade relativ leise, aber meine Settings sind ein bisschen anders. Gerade ist sie auch sehr subtil. Ich mache mal einen anderen Track. Können wir es testen. So. Ist okay, ne? Ist im Hintergrund. Passt schon. Torben, bester Smiley. Wenn man sich ein bisschen... Sind es drei? Es sind tatsächlich drei. Ich wollte gerade sagen, ich bild mir eins, es sind drei oder vier. Es sind sogar vier. Entweder es sind vier, oder es sollen Haare sein hinter den Köpfen. Ich glaube, es sind vier. Es sind dann auch andere Armfarben. Ja, ja. Sehr gut. Prince of Persia, Science of Time. Ich kenne es halt kaum. Ich habe es, glaube ich, als Kind mal kurz in den Fingern gehabt. Bin nicht sehr weit gekommen. Und fand es trotzdem cool, weil ich alle Spiele cool fand als Kind. Alles, was ich in die Finger bekommen habe. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Das ist irgendwie ein Klassiker, ne? Welche Konsole war denn das? Ja, wer ist denn da? Der einzig wahre. Ey, du beérst mich mal wieder, der Strader. Sau nice. Moin, moin. Guck mal, der Alert kam vor deinem Teil in der Mitgliedschaft. Normalerweise haben die ja hier immer eine Verzögerung. Dankeschön. Dankeschön für die Goldmitschleifung. Lasshaft. 40 Monate. 40 Monate. Ich muss unbedingt mal ab zwei Jahren den König austauschen. Oder ab vier Jahren zumindest oder so. Kommt der auch schon bald hin. Und irgendwas anderes hin machen. Einen kleinen Cäsar, einen kleinen Heiligenscheinengel. Was weiß ich. Danke für den Support, ey. Was macht das Leben des Rader? Ich habe dich eine Weile nicht mehr gesehen. War auch natürlich auf YouTube lange nicht mehr live. Ich hoffe, du hast dich über die Dota-Gameplays ein bisschen gefreut. Ich habe gesehen, du hast auf Discord ein bisschen reagiert. Gruppenumarmung remote. Direkt Pandemie-Flashbacks. Also, das ist jetzt hier auf jeden Fall eine kleine Hommage an unsere junge Vergangenheit gewesen. Bliss. Ja. In der wir alle immer auf großem Abstand waren. Es ist krass, wie schnell Menschen adaptieren und sich umgewöhnen. Das ist noch nicht lang her und ich habe es schon wieder völlig ausgeblendet, diese Zeit. Und wie krass die für viele und auch für mich war. Und was da alles so abging oder nicht abging. Es geht so schnell. Man hat sich schnell daran gewöhnt. Und jetzt bin ich auch schnell wieder abgewöhnt. Und habe es überhaupt nicht mehr präsent. Ja, sehr schön, der Shredder. Habt ihr nochmal ein bisschen auf die Musik geachtet? Ich brauche da einmal euer Feedback. Sonst ist es den ganzen Stream falsch justiert. Ist vielleicht auch schwer zu beurteilen. Aber jetzt läuft was etwas Imposanteres. Ist es störend? Ist es zu leise? Hört man es? Ich denke, der ist auf allen Plattformen erschienen. Würde ich den schon als Klassiker bezeichnen. Prince of Persia. Aber Stream hast du am besten findest. Ja, ja. Also ich bin da relativ offen für Ideen tatsächlich. Meistens gibt es ja so ein bisschen auch Twist. Also Community-Einbindung. Bei Stronghold konnte man so Schikane-Sachen machen. Für Münzen konnte man was kaufen. Also für so eine Zuschauer-Währung, die man beim Zuschauen generiert. Und da musste ich dann Löcher in meine Mauer machen. Oder halt Bogenschützen abziehen oder sowas. Aber das war schon sehr lustig. Davor haben wir einen Spore mit Gartic for und das Monster gemalt. Was ich danach erstellen musste. Und bei Prince of Persia müsste ich mal schauen, ob ich dahingehend eine Idee habe. Ist aber auch kein Must. Also muss nicht sein. Die Starcraft-Kampagne spiele ich zum Beispiel vielleicht ganz normal. Noch nicht sicher. Mir geht das soweit gut. Weil gerade eine Woche in Südspanien. Nice. Alleine oder mit Marika und Freunden? Death Raider und zehn Jugendliche. Ein Traum. Wahrscheinlich mit der Frau, ne? Südspanien ist geil. War ich auch mal. Wo warst du denn da? So, wir gehen jetzt mal rein. Danke fürs Feedback, Pilzchen. Ihr seid da noch nicht erlöst, auch wenn sich schon jemand erbarmt hat. Ich werde nämlich Ingame nochmal fragen dann. Die Settings behalten wir bei für die nächsten Tage. So, wir gehen rein. Wir spulen direkt zurück. Nicht spoilern lassen. Augen zu. Ich versuche es euch zu verdecken. Ah, ihr seht die Helden noch nicht perfekt. Oh, warte mal. Ah, ich muss hier pausieren. Okay, wir müssen so über den Draft reden. Da werde ich noch eine bessere Lösung finden. Da werden wir im Draft davor pausieren, das nächste Mal. Und nicht danach. Ich wusste nicht, dass es nicht geht, dass man zurückkommt. Ich zeige euch gleich die Helden. Aber zuerst ändere ich kurz was in meiner Sicht. Also, wir sind bei 0,15. Und der Haupt-Stream war, ich gehe mal auf 0. Ab nächstem Spiel sehen wir es dann von ganz vor, am Anfang. Aber wir verpassen ja nicht wirklich was. So, okay, wir sind bei 0. Ach, krass, wisst ihr was? Die sind erst bei 0,30. Das heißt, die haben kein Dota-TV-Delay eingestellt. Was richtig krass ist, das habe ich noch nie erlebt. Wir werden jetzt 10 Minuten warten. Nicht 15, wir werden 10 warten. In den Anforderungen steht, dass es 5 Minuten Delay per se gibt in Dota-TV. Und man dann noch 10 Minuten selber drauflegen soll. Ich werde aber nicht den Delay manuell im Stream einstellen, weil das bedeutet, wir hätten Delay miteinander. Das möchte ich nicht, deshalb pausieren wir das Spiel. Wir machen 10 Minuten, auch wenn die keinen Delay im Stream haben, weil das ist das, was ich machen soll. Da halte ich mich auch gern dran. Solange das in Dota-TV funktioniert und wir es trotzdem zu Ende schauen können. Also 10 Minuten, wenn die Ingame bei 10 sind, spielen wir. Spielen tun wir nicht, aber gucken wir. Ich zeige euch jetzt den Draft und über den werden wir ein bisschen reden. Kleinen Text noch dazu, für alle, die reinschalten. Ähm. Und dann geht's gleich los. Ah, klingt saugeil, das Felder. Mabella war ich nie, das kenne ich nicht. Aber es klingt schön. Allemoi, herzlich willkommen. So. Danke, Turb. Und äh, das Felder wegen der Musik. Was haben wir denn hier? Also, Quest hat Tiny, Rubik, Elder Titan, Darkseer, Luna. Ich hoffe, dass wir Vakuum into Earth Splitter sehen. Also die ET-Ulti. Alles zusammenziehen und dann vernichten. Wenn da noch die Wall drin steht, ne? Ist schon mächtig. Dann haben wir Luna mit den Gläfen, plus die Aura von Elder Titan und so. Also, ziemlich starkes Teamfight, Burst, Combo-Lineup. Ist den Repositioning noch dazu. Und bei Tundra gibt's als Haupt-Carry ne Drow. Drow will halt nicht angehüpft werden. Davon hat, muss man ehrlich sagen, Quest nicht so viel. Sie haben halt Tiny. Tiny mit Dagger ist gefährlich für ne Drow. Weil der kann die ins eigene Team werfen. Der kann die auch weg, ähm. Der kann die auch von 100 auf 0 bringen, situativ. Mit Avalanche Toss. Und kommt halt vor allem ran. Ähm, ansonsten geht's so. Sie haben Surge von Darkseer. Sie haben vielleicht einen Dagger auf Rubix. Äh, äh. Äh, Elder Titan könnte recht schnell sein, je nach Item-Build. Vielleicht kauft er dieses, dass er sich in seinen Klon teleportieren kann. Er hätte auch einen krassen Gap-Close gegen die Drow. Aber das sind jetzt alles nicht die heftigsten Drow-Jäger. Ähm, die könnte hier also gut funktionieren. Ich denke, die könnte hier ziemlich gut funktionieren. Vorne die dicken Jungs, Sand und Dragon Knight. Ich glaub, die werden Probleme kriegen gegen das Land-Up von Quest. Einfach wegen Darkseer und Elder Titan. Ja, und dann haben wir Techies. Das Raptor. Techies zurzeit sehr starker, beliebter Support. Und das Raptor ist das Raptor. Und er ist auch einer der stärksten Supports momentan. Super, super beliebt. Sehr, sehr mächtig. Das weiß ich. So vom Sehen. Und macht Disrupta-Sachen. Geil. Ähm, ich find, Quest-Sign-Up ist ziemlich solide. Aber die Drow macht mir Sorgen. Wär es ein anderer Hard-Carry bei Quest, äh, bei Tundra, würde ich Quest den Vorteil geben, glaub ich. Aber mit der Drow muss man mal sehen. Könnt ich mir auch vorstellen, dass Tundra das holt. Das ist so mein, mein, ja, meine Analyse zum Draft. Äh, natürlich wird das mit den Picks auch noch wachsen mit den nächsten Spielen. Und dann werden wir auch die Buns anschauen und alles. Ähm, ja, bisher ist auch noch kein First Blood gefallen. Wir werden sehen, was passiert. Ähm, Tiny Axe plus Elder Titans Passive ist doch auch mega. Naja, schon, aber, ähm, das ist hier wahrscheinlich ein Tiny, der, ist der überhaupt Core? Der wird Core sein, ne? Ich denke, der gibt Dagger, vielleicht Echo-Saver. Ja, der ist schon, ist ein Mitte-Tiny. Es kann schon sein, dass der Aga geht. Ich seh Aga irgendwie nicht mehr oft auf Tiny, deshalb wehre ich mich gegen den Gedanken. Es kann schon sein, sie haben jetzt auch nicht so viel Lockdown. Eigentlich willst du mit Treevolley was kombinieren, was Leute eine Weile auf einem Fleck hält. Also Stomp von Elder Titans, die wachen ja auf, wenn du anfängst zu werfen. Und, ähm, so eine Chronosphere oder so wäre eine nice Sache. Das haben sie nicht wirklich, ne? Sie haben Vakuum, wenn sie das gut spielen, mit Vakuum, Wall und, ähm, das hier, was bitte? Und dann dazu die Bäume schon so reinwerfen, weil der Tiny weiß, was Sache ist. Und die früh channelt. Kann schon geil sein. Kann schon, kann schön schallern. Aber bin nicht ganz sicher, wie gut sie das hinkriegen. Weißt du? Potenziell macht die mit Natural Order schon Schaden. Aber die Rüstungsreduzierung ist, denke ich, primär gut für die Luna. Das ist auch nice für Tiny, ne? Wenn der Chor geht, Echo Saber, Aga, irgend so ein Kram hat, ähm, und dann die Bäume wirft, das haut schon ordentlich zu. Ja, ich denke mal, er wird erstmal Dagger holen und dann immer auf die Duo hüpfen. Das zumindest versuchen. Queasy Paul, ich danke dir für, äh, 5 Euro. Das Huhn kehrt ein. Man sieht's nicht mal im Sellout Spendenziel. Weil da noch die Münzen davor sind. Ich hab ihn richtig betrogen. Aber, ja, das ist die, äh, Queasy Tradition, die ja Knallert scheinbar wieder durchzieht, obwohl, äh, ich so lange mal wieder nicht live war. Ähm, ähm, äh, so sehr tüchtig. Ich verneige meinen Haupt vor deiner Spendabilität. Das ist eins meiner Lieblingsworte, dass es garantiert gibt und so im Duden steht. Mh, da ist es die Drow. Die hat ja ein interessantes Item-Build, ne? Blades und drei Branches. Das ist nice. Wenn du Frost-Aro-Bonus-Damage addierst, dann hast du schon gutes Last-Hit-Potenzial dafür, dass eine Drow eigentlich nicht so viel Last-Hit-Damage macht. Gerade bevor sie Ulti hat, Schwierigkeiten hat bei dem Thema. Und sie steht auch gegen einen Darkseer. Kein Quelling-Blade, aber Melee, äh, relativ gute Attack-Animation, solider Damage. Ist schwierig mit einer Drow, oder? Äh, also sie kann ihn wahrscheinlich mit den Blades rausharressen und so. Sie kann Tangos kaufen von den Bounties. Ist echt nicht so schlecht, aber ein bisschen wenig Stats vielleicht. Sie ist dadurch eher squishy, wenn sie erwischt werden sollte, wird's knackig. Rubik, Darkseer strahlen aber nicht so viel Kill-Gefahr aus. Sie sind nicht schwach zusammen, sind relativ starke Lane, aber jetzt nicht, dass sie Burst haben oder so Kombos, die dich töten. So, wir sind bei 6.30, also 2-3 Minuten noch, dann standen wir. Hey, Nobert, ja. Aber was, warum? Hey, der ist schon eine Weile da. Aber ja, ist ein geiler Song. Ich dachte übrigens erst der Threader, weil ich den Punkt überlesen hab, dass deine Frau Marbella heißt. Was mich irgendwie beeindruckt hat. Wie sind die Bounties verteilt worden? Es sind erst drei genommen. Hier ist noch übrig, da. Okay, also eine geht noch an Quest, das heißt, sie werden ausgeglichen verteilt. Mal sehen, ob der Dragon Knight Agar Manta kauft. Der wurde ein bisschen genervt neulich, aber nicht zu schlimm. Der wird auf jeden Fall sowas machen. Ich denke, das wird ein Agar Manta Dragon Knight schön aus der Mitte. Da der gegen einen Tiny steht und Tiny ein klassischer Roamer ist, der die Mitte garantiert verlässt, gehe ich davon aus, dass Tundra diesen Tower über Corrosive Breath Attacken des Dragon Knight relativ schnell bekommt. Und aus der Mitte heraus Momentum kriegt. Und wann Quest dann mit ihrem Kombo-Lineup die ersten Kämpfe nehmen will, wahrscheinlich deutlich später. Die werden erst mit Tiny viel ganken, kleine Kills machen, ein bisschen farmen und die Luna AFK farmen lassen. Bis die Stacks farmt, einige Items hat und wenn sie, weiß ich nicht, so Mom-Manta-BKB hat, irgendwas in die Richtung, dann kann es gut sein, dass Quest losmarschiert, je nachdem, wie es dem Tiny in der Zeit geht und die großen Teamfights sucht. Aber ich denke, der Draw-Pick ist gut und ich denke, Tundra hat allgemein ganz okay gedwarftet. Quests sind gefährlich, aber sie sind nicht so mobil und sie haben, abgesehen vom Tiny, echt ein bisschen wenig Lockdown, finde ich. Ist so eine Frage, ne? Also Vakuum ist Repositioning und Sloat und Seat in the Wall, das kann sehr nervig sein. Dann natürlich Elderteid mit seiner Art von Kontrolle. Es kann schon auch klappen, du kannst mit Rubik auch was klauen, ne? Rubik kann auch Stomp hier klauen und Dragontail, also vielleicht ist es mehr als ich denke. Gast, Glimpse, so ein bisschen was, er kann sogar Blastoff klauen. Ein bisschen was haben sie vielleicht schon, es ist nur etwas indirekter. Ja, es ist halt ein bisschen lang, Nubat, weißt du? Ocarina of Time, habe ich auch überlegt, aber es ist sehr, sehr lang. Das ist das Problem dahinter. Eine Minute noch, dann können wir rein. Ich hatte mir jetzt schon gedacht, dass er es extra so vorbereitet, dass ich nur die In-Game-Zeit vom Hauptschwimt sehe und nicht was passiert. Erstmal noch kurz einen Löffel. Okay, wir können starten. Endlich. Dann können wir gucken, ob das geht hier. Alles klar, und darin beginnt das erste Spiel der Playoffs in der Elite League, zumindest bei den Spielen, die wir angucken. Heute lief halt eine Serie schon morgens. Nicht ganz so episch jetzt irgendwie gewesen, wie ich geplant hatte, scheiße. Das sieht ja geil aus, das Icon hier. Ich habe noch nie so richtig darauf geachtet. Also die Dragon Knight-Skin kenne ich natürlich. Tiny wird den nicht töten können und Dragon Knight wird sein Ding machen, Tiny aber auch. Also die kriegen beide in der Mitte, was sie wollen. Last Hits, XP, keine Kills, aber okay. Und dann cooler Rhyme. Und dann geht der Tiny roam. Wenn er die Drow erwischt, ist Traumszenario für Quest. Wahrscheinlich ein bisschen runenabhängig. Wenn er zum Beispiel sechs Minuten eine Haste-Rune findet oben und dann da hochlatscht, sollte die Drow sterben. Sie wird, denke ich, hier früh Gast skillen. Zumindest in dem Moment, wo der Tiny rotieren könnte, hat sie Gast. Das ist eine starke Antwort, bevor er Dagger hat gegen ihn. Und der Rest unten sitzt schon mal. Ich meine, disrupt das Sand. Haut schon rein. Und Sand ist zur Zeit auch ziemlich stark. Also, der wurde ein bisschen genervt, aber ist immer noch ziemlich stark. Luna, ähm, Elder Titan kann ich nicht so richtig einschätzen. Die sind schon heftig. Also die Auto-Tags von Elder Titan sind ja immer mächtig. Und Lunas Aura amplifiziert das noch. Die buffen sich da gegenseitig sozusagen. Da hast du Lucent Beams, selbst ein Sand muss aufpassen. Da hat man ganz gut gesehen, wie viel Schaden er direkt genommen hat in dem Trade-Off durch die Elder Titan-Schläge. Aber es gibt immer den Glimpse für die Sicherheit da unten. Und er selber macht mit Double-Edge-Hoof-Stomp plus ein paar Thunder Strikes auch ordentlich Schaden. Kann in der Elder Titan also nicht ewig stehen. Ich glaube, das sind allgemein recht spannende Lanes, die in beide Richtungen gehen können. Dorotekis kann auch Kills machen. Darkseer Rubik kann aber voller Gegen halten. Also, wollen wir mal schauen, wie sie sich schlagen. Der Lift war gut und Pure hat auch nicht ganz so gut aufgepasst. Jetzt kommt der Blast-Off. Was für eine Pause. Der Blast-Off wird beide treffen. Also, ha, knappe Kiste. Shell macht viel Schaden und er hat vor allem noch Vakuum. Das Ding ist, durch die Pause könnte es sein, dass der Vakuum abbricht. Obwohl, ich glaube nicht, er zieht die jetzt rein. Da muss sie am Shell noch vorbeilaufen. Der Stun sitzt aber. Warte mal. Hä? Was hast du gesehen? Ach, das Vakuum hat ihn abgebrochen. Ah, scheiße. In der Pause. Was für ein Play. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass das Vakuum sein Blast-Off unterbricht. Ja klar, das ist ein garantiertes First Blood, wenn der Stun nicht durchgeht. Ne, du hast sogar noch einen Tick schneller gestorben, als ich dachte. Also, mega guter Lift. Leichtes Misspositioning von der Draw. Da kann sie mit rechnen, dass sie da hochgehoben wird. Ich stand sehr gefährlich und hatte halt auch schon wenig Leben. Das ist diese Squishiness, ne? Die sie mit dem Item-Bild hatte. Jetzt die Antwort mit Fluffy-Head. Ah, sie macht ein Falcon-Blade daraus. Verstehe. Hm. Tja, tja, tja. Ich glaube aber nicht, dass sie die Sequenz überlebt hätte. Hätte sie etwas mehr Stats gehabt. Sie hätte etwas mehr AP gebraucht oder hätte etwas weiter hinten stehen müssen. Also, guter Versuch vom Techies. Aber dadurch, dass Blast-Off mit Vakuum abgebrochen werden kann und die das auf dem Level auch hinkriegen, ist die Lane natürlich nachteilhaft für Quest. Hi, Baba. Herzlich willkommen. Und Skeletor, moin moin an euch beide. Du kannst nicht vorspulen. Hörst du mich gerade? Schreib mal in den Chat eine Eins, wenn du mich hörst, Lemoy. Mal sehen, ob jetzt eine Eins kommt oder nie oder irgendwann. Vielleicht gibt uns das mehr Infos über sein Problem. Ah ja, jetzt kann ich mal fragen. In-Game-Sounds. Zu leise? Zu laut? In Ordnung? Eher ein bisschen zu leise tippe ich mal, oder? Obwohl, in meinen Balken sieht es eigentlich okay aus. Zwei. Ne, dann bist du live, Lemoy. Also, wenn du bei mir im Stream vorspulen willst, geht das nicht mehr. Falls du das überhaupt meintest. Also, bist in Echtzeit unterwegs hier. Oh, okay, verpasst. Jetzt gucken wir uns nochmal an. Ah ja, hier stirbt er. Also, er hat sich zu viel getraut. Dann kommt der Glimpse. Und dann holen sie ihn sich. Das sind wirklich sehr, sehr knappe Lanes einfach. So kann man das gut zusammenfassen. Sehr knappe Lanes. 1-1 jetzt also insgesamt. Gold und XP komplett ausgeglichen. Mitte läuft auch. Wie erwartet, dass beide so mehr oder weniger aneinander vorbeilastet. Und der Tiny hat etwas mehr als der Dragon Knight. Hat auch mehr Damage. Aber Dragon Knight hat dafür Breeze Fire. Hätte, glaube ich, auch minimal ausgeglichener werden können. Ich glaube, wenn beide genau gleich gut spielen, ist mein Tipp, dass Tiny vielleicht drei Last Hits mehr hat. Oder so bei fünf Minuten. Vielleicht fünf. Er hat auch Party Nice. Mehr als das Minimal. Also, der Last-Ununterschied ist da relevanter. 2-1 jetzt. Pure hat oben nochmal zurückgeschlagen. Hat noch einen Kill gesammelt. Ja, Vermögen. Und wir sehen, die Draw ist zwar beim First Blood verreckt. Aber danach und auch beim Last Hitten allgemein hat sie gut dagegen gehalten. Entsprechend führt sie tatsächlich die Net Worth Spitze an. Gefolgt vom Cent, der ja auch schon gestorben ist. Also, Drundra holt... Ah, ne, jetzt hat er einen Kill gemacht. So rum war es. Genau nach dem Glimpse. Drundra holt viel Gold aus den Lanes aktuell. Tiny hat durch das leichte Lasted-Miss-Verhältnis ein Hunderter mehr als der Decay. Alles keine großen Dinger. Jetzt kommt gleich die erste Power-Rune und die wird wichtig. Weil Pure bleibt Primärziel für den Tiny. Aber er muss natürlich auch gucken, wie es so läuft. Er hat aktuell nicht mal Vision in der Mitte. Auch untypisch. Hey, Black Marvin. Danke, Tom. Ah ja, danke. Ich hab den Text vergessen, Skeletter. Sorry. Weg ist er. Hey, Dodo. Ja, kommst pünktlich. Herzlich willkommen an dich. Cool, dass du da bist. Hast du Bock auf ein bisschen Pro-Dota dieses Wochenende? Hoffe ich doch. Ich werde dich damit beglücken. Und danach auf deiner Geburtstagsparty flüstere ich dir sexy Dota-Dialoge und Zitate ins Ohr. Wie klingt das für dich? Was ist das für eine Rune? Eine Illu. Die bringt schon mal nicht so viel. Und die hat sowieso der Support geholt. Also ist Tiny nicht rangekommen. Tundra zu wach. Ist auch schlau von ihnen hier, um die Rune ein bisschen zu kämpfen. Der Dragon Knight ist nicht so mobil. Sie haben sehr gute Rune-Spot-Vision. Es ist typisch, dass Support sowas contesten. Und es sichert die Drow. Und natürlich auch alle anderen Tundra-Helden vor dem Tiny. Malik mit Problemen. Die Slows kommen durch. Blastoff auch. Mit der Mine und allem machen sie hier echt noch einen zweiten Kill. Der diesmal nicht an Pure gegangen ist, aber trotzdem super für sie ist. Und Rubik war auch gar nicht da. Ich glaub, der Geier hat auf die XP-Rune schon. Läuft da irgendwo in der Pampa. Und hat eventuell gestackt. Guck ich mal. Ja, da ist ein Stack. Da ist keiner. Nur eins gestackt. Hat vielleicht ein Doppel-Stack versaut? Ich weiß es nicht. Da kommt noch ein Stack. Für die Luna sind Stacks sehr, sehr wichtig. Aber der Drow, so eine freie Lane zu geben, ist hart. Schaut euch den Net-Wars-Unterschied zwischen ihr und den Helden von Questern. Und sie ist eben der Faktor, der Tundra dieses Spiel gewinnt oder verliert. Meiner Meinung nach. Weil sie ist der Held, der gut gegen Quests Line-Up aufgeht und der nicht zu stark werden darf. Luna wird aber später vom Farm aufholen, weil die extrem krassen Farmspeed hat. Ihre Lane war deutlich schlechter als die von der Drow, aber sie hat immerhin 45 Last Hits. Also komplett unterfarmt ist sie nicht. Ich weiß auch nicht, warum die Differenz so gigantisch ist, ehrlich gesagt. Das wundert mich. Weil die Luna hat gleich viele CS. Bisschen verrückt. Double-Kill für Noob. Da ist er, ey. Da kommt er wie aus dem Nichts und schnappt sich zwei Supports. Easy für ihn. Ist aber nicht die Drow gewesen. Bringt ihn goldtechnisch sehr weit. Gibt ihm auch XP. Er geht ganz schnell Dagger nach Powertrits und Bottle. Auf jeden Fall ist es richtig. Er braucht den Gap Close. Er muss die Drow fangen. Hi Benji und Stitzelfest. Willkommen. Cool, dass ihr da seid. Nee, zu deinem Geburtstag ist doch erst in tausend Monaten, Dodo. Achso, du meinst das beim Zugucken. Schade, schade. Das ist bitter. Hey Lennart, mir geht's gut. Wie geht's dir? Also ziemlich gut sogar momentan. Ist alles fit bei mir. Ja, das stimmt, Tom. Fand ich auch. Das war irgendwie, als hätte das verhängt. Das ist die richtige Lebenseinstellung, Dodo. Ach, farmt sogar der Darkseer die? Ne, guck mal, jetzt kommt Hundra mit dem Smoke vorbei. Die Wall soll es noch abhalten, aber sie haben Sand-Ulti aktiviert. Kommen also direkt an den Darkseer, töten ihn. Und warum dreht Pure ab? Weil er weiß, die Ancients sterben schon ganz schnell ohne ihn. Ja, das ist der Grund. Voll genial, ne? Die Wall-Illus versuchen jetzt, die Lasts of the Ancients zu klauen. Und kriegen sogar welche. Also der Darkseer hat den Stack noch ein bisschen teurer verkauft, als ich erwartet hätte. Zwingen Pure zum TP, was er wahrscheinlich eh gemacht hätte. Coercive Breath-Illus auch stark. Also die Wall-Illus haben schon Potenzial, gerade Dragonform zu klauen. Starkes Manöver von Tundra auf diesen Stack zu gehen. Haben sie gewusst, dass sie das vorhaben. Wahrscheinlich auch ein bisschen studiert und so. Und sind direkt dran. Wurde mit einem Kill und einigem an Gold belohnt. Aber war auch Zeit, in der er Quest gefarmt hat. Also ich bin gar nicht so sicher, wie nice das jetzt für sie war. Es sah gut aus. Und es hat sie auf keinen Fall geschwächt. Ne, sieht man ja auch ganz gut. Aber es lief davor schon ordentlich für Tundra. Sie haben Gold, sie haben XP-Vorteil. Die Drow farmt fleißig. Der DK ist mittlerweile auch ziemlich reich. Und ja, ich glaube Quests, Gank-Versuche bleiben noch so ein bisschen aus. Oder sagen wir mal, sie bleiben eher erfolglos. Der Double-Kill auf die Support zwar nice, aber das ist halt nicht das, was der Tiny hier schaffen muss. Er muss die Drow erwischen. Und bald hat er seinen Dagger. Dann wird es nochmal gefährlicher. Aber bis dahin wird Pure noch mehr Items akkumuliert haben. Das sind nicht nur Threads und ein Falkenblade. Da kommt schon noch was anderes. Und zwar, die Spannung steigt. Eine Dragonlance. Dragonlance ist der Standard danach. Also das baust du eigentlich immer als erstes kleineres Mid-Game-Item auf Drow. Und das macht sie tanky. Es gibt ihr noch mehr Positioning-Möglichkeiten. Es ist einfach saunices Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ich mag auch Yasha oder sowas, weil du dann einfach schneller farmst. Aber mit gutem Multi-Shot, der jetzt auch weniger Cooldown hat. Gerade auch zum Farmen verwendet. Und Dragonlance farmt man eben auch relativ schnell. Also es hat sich so etabliert als der Way to go. So, der Kampf unten lief ganz gut für sie. Ich wollte nochmal was gucken kurz. Hier, ne? Der tolle Farm. Sie hat auch den Lasted bekommen, okay. Sonst wäre es nicht so lustig gewesen. Kriegt sie auch den Tower, habe ich irgendwie nicht drauf geachtet. Ne. Ha, ich hab's doch gewusst, ey. Der Cent klaut ihr den? Hätte ihr ihr easy lassen können, der Drow. Aber kennt Tobi nix. Möchte sein Eternal Shroud. Eternal Shroud first. Ja, der Tiny kann ihn dann nicht mehr killen, ne? Und auch allgemein hat Quest ganz schön guten Magic-Damage. Im Line-Up. Oh, Lift. Tops in den Bedrängnis. Kommt auf keinen Fall mehr raus. Ist geslowt. Wird kontrolliert. Ist noch schön dem Stomp ausgewicht. Und das war kein schlechtes Movement. Aber, ähm, das ist nicht möglich gegen den Tiny. Sogar noch Wall investiert, die nicht nötig gewesen wäre. Haben sie keine perfekte Cooldown-Absprache gehabt. Oh, oh. Er ist, äh, crumbled by Quest. Der Kill war wichtig, aber sie haben unten den Tower verloren. Sie haben nochmal den Darksteer verloren. Sie haben sehr viel investiert für den Dragon Knight-Kill. Der sein Dagger fertig hat. Also kein Goldverlust oder so. Es hängt echt jetzt alles am Tiny. Am seidenen, steinernen Faden. Der muss weiter genauso machen, wie er es bisher tut. Kills sammeln darf nicht sterben. Mit dem Dagger jetzt halt, wie gesagt, nochmal gefährlicher. Aber einen Disruptor-Kill, das ist fast schon geschenkt. Also, den kriegt er eh. Tundras Spielplan wird dadurch nicht vereitelt. Vielleicht in der Mitte die Draw, aber die wird vorsichtig sein. Steht auch jetzt schon der Disruptor dahinter. Ich glaube nicht, dass er sie retten kann, wenn der Tiny rankommt und sie komplett combo-t. Oh, die Kamera stört mich. Da musst du hin. Der wird gelauert. Zeigen wir mal. Ah. 1000 2, nein. Das überlebt sie auf gar keinen Fall. Und da reicht dein Glimpse nicht. Außer er ist ultra schnell mit Static Storm, den er aber noch nicht hat. Dann kann er sich vielleicht retten. Aber es ist fast unmöglich. Also, die Spells kommen so schnell durch. Was kauft denn Tiny als nächstes? Er kauft für Lactory. Ja, ich habe vergessen. Er kauft natürlich Kanda für Tree Grab. Also, Tree Toss danach. Kanda ist sau nice. Er wirft halt einzelne Bäume anstatt Tree Volleys. Passt hier auch besser rein. Tree Volleys so Channeling, lange. Ich habe ja darüber geredet vorhin, wie vielleicht das Line-Up Probleme kriegt, dass die dann immer ordentlich treffen. Die Tree Volleys. Aber so einzelne Bäume, die du wirfst, die dann slowen und kritzen und richtig viel Schaden machen. Das ist schon sehr, sehr nice mit Quests, restlichen Spells zusammen. Und auch im Allgemeinen verstärkt es natürlich die Avalanche-Toss-Twee-Toss-Kombo. Hey, Vlogs. Moin, moin. Ein Mann, ein Wort. Da ist er. Wie war deine Woche? Wahrscheinlich anstrengend. Wie wird dein Wochenende? Hast du schon Pläne? Freust du dich auf ein bisschen Entspannung? Ich freue mich sehr aufs Turnier mit euch gemeinsam. Wird, denke ich, eine geile Zeit. Und das ist ja auch lange her. Juno noch da. Hallöchen. Grüß dich. Onlyfans. Genau, Leon. Nee, ich mache tatsächlich nur sowas. Solange es klappt, weißt du. Und sehe es als Privileg und genieße es. Und wenn es nicht mehr funktioniert, rein finanziell, damit so halbwegs über die Runden zu kommen, dann wird es wahrscheinlich so werden, dass ich mir einen Job im IT-Bereich nehme. Habe ich nicht so Bock drauf, bin ich ehrlich. Aber wird dann so sein. Ich habe ja ein Informatikstudium. Genau. Ich denke mir dann jedes Jahr so, hm, wird mal Zeit, vielleicht was anderes zu machen. Und dann kommt es die Ei. Ich bin für zwei Monate reich. Danach bin ich normalsterblich und arm. Aber in den zwei Monaten denke ich mir, ach, das ist eigentlich schon sehr schön. Die Woche war anstrengend, heute frei und natürlich dein Stream-Schauen. Sehr schön, das freut mich. Morgen nochmal früh und dann wahrscheinlich abends irgendwas Mildes. Also du musst morgen nochmal arbeiten, oder was? Und dann danach irgendwas Entspanntes machen, habe ich es richtig verstanden. Dann Sonntag wahrscheinlich komplett frei, ne? Sonntag auch Grand Final hier vom Turnier. Luna kommt noch nicht so richtig ran, aber sie müsste die Draw noch einholen können. Ihr Farmspeed ist halt gewaltig. Das Ding ist, Luna ist so, ich würde sagen, der schnellste Farmer im ganzen Spiel. Aber, vielleicht mit Alchi. Aber, sie will auch etwas mehr Gold haben als eine Draw. Und 1000 runter zu sein, ist echt kein gutes Zeichen für Quest. Kleiner Kill von Tundra. Nicht schlecht, aber auch nicht wichtig. Kein Objective. In der Nähe, nur ein Support. Sie haben viele runtergezogen. Und die Luna-Farm. Nur das Ding ist, Quest ist, glaube ich, nicht in der Bringschuld, die Luna aufzuhalten. Das ist natürlich unangenehm für sie, dass sie viel Gold generiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie komplett am Snowballen ist. Und es ist auch für sie nicht so schlimm, wenn die Luna full equipped ist, können sie das Spiel trotzdem gewinnen mit der Draw. Und die hat echt einen Tick zu viel. Mit dem Shadow Blade hätte ich übrigens nicht gerechnet, was sie hier gekauft hat. Da hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich dachte, sie kauft was, was hier entweder Sustain gibt gegen den Tiny. Oder, ja, sowas wie eine Pike oder ein Manta. Ich hätte mit Manta gerechnet. Irgendwas in die Richtung. Manta fände ich auch nicht schlecht gegen Quests im Allgemeinen. Naja. Es ist also Shadow Blade. Und dann die Pike. Die Pike für Mobility und die Shadow Blade auch für Positioning. Sie geht voll auf Positioning. Sie sagt, wenn der Tiny rankommt, bin ich down. Dann ist es so. Aber ich mache es ihm besonders schwer. Ja, ich habe einen Shadow Blade, also ich habe Invis. Ich stelle mich gut hin, positioniere mich, warte vielleicht, bis er auf jemand anderen springt. Und mit der Pike wird es anderen Gegnern noch schwerer fallen, mir beizukommen, wenn sie auf mich zulaufen. Kann er sie zurückschieben. Fand vielleicht sogar, wenn er das Dagger vom Tiny kommen sieht, wenn er es erahnt, präventiv piken. Vielleicht ist Pryor so krass, dass wenn der Tiny randeggert, dass er ihn dann instant pikt. Aber das sollte nicht möglich sein. Avalanche ist mehr oder weniger instant. Er kann ihn davor anklicken. Das könnte gehen. Wenn er ihn anklickt mit Pike, bevor er springt. Jetzt kommt der große Jump von Tundra. Und der sitzt. Alles investiert, aber ziemlich tanky. Der Darkseer überlebt mit Mekka und so. Jetzt noch eine Mine. Endlich ist er down, aber Whitemon musste investieren und stirbt deshalb unterm Tower. Und auch die Drow ist nicht in diesem tollen Positioning, was ihr das Shadow Blade vielleicht ermöglichen könnte. Nach dem Multishot vorne geblieben, blieben in den Tower geliftet worden. Und Quest schlägt Tundra erfolgreich zurück. Primär, weil der Darkseer so lange gelebt hat. Das war echt wenig Damage. Tundras Line-Up müsste, finde ich, etwas mehr machen. Vielleicht war Multishot da falsch und er hätte einfach Maximanship-Hits setzen sollen. Ich weiß es nicht genau. Er hat jetzt natürlich auch kein Aghanims. Aghanims hätte er auch gut kaufen können. Also schon eigenes Item-Build, ey. Aghanims hätte ich auch sehr nice gefunden. Quest hat auch noch Wall-Illus und den ganzen Kram. Also, naja. Bisschen fragwürdig. Hat sich hier auf keinen Fall ausgezahlte Shadow Blade. Überhaupt nicht. Und vielleicht war es das, was Quest wollte. Finden jetzt weitere Jumps? Äh, okay. Ich glaube, das war ein Glimpse. Ja, der wurde zurückgeglimpst. Also, Techies ist vorne reingesprungen. Ist zwar dafür gestorben, dass Tundra sich um den Tiny kümmern kann. Aber das ist natürlich jedes Mal wert. Also, den Trade nimmt Tundra zu jeder Uhrzeit, an jedem Tag, mit Kusshand. Den Streak vom Tiny abgegrast. Kill ging auch noch an Topson. Also, ihre Mitte. Und der geht BKB. Also, Dagger, BKB. Nicht-Manta-Mage-Slayer. Womit ich eher gerechnet hätte. Aghanims und so. Aber das kann er auch noch machen. Also, Aghanims und Manta kann durchaus noch kommen. Und damit ist er natürlich ein geiler, starker Frontline-Initiator jetzt für die nächsten Spielminuten, in denen Tundra offenbar Action machen will. Den Angriff, da haben sie sich ja auch stark im Vorteil gewähnt. Ich fand den Angriff auch nicht schlecht. Also, der Go auf den Darkseer, der sah okay aus. Aber sie haben halt Ultis, wie zum Beispiel Static Storm investiert. Und er konnte dann trotzdem noch Dinge machen. Der Blastoff musste noch rauskommen. Cloak und Mecha und Raindrops, in Kombination mit Embracer, haben tatsächlich durch die Tower-Aura ausgereicht. Irgendwie ist die Kameraflug manchmal komisch. Kommt nur mir das so vor? Gebt mal Feedback. Das ist ja nicht meine gerade. Aber findet ihr auch ein bisschen seltsam? Der Cent war da so halb im Bildschirm nur, als er verreckt ist. Kleiner Gank, also von Quest an der Stelle. Noch ist die Drow über der Luna. Jetzt sind es nur noch 600 Gold. Aber alles noch okay für Pure. Der Kill hat halt wehgetan. Sein Ableben da in der Mitte war richtiger Scheiß. Hätte er da den Kampf... Ich würde mal nicht sagen gewonnen. Aber hätte er da ein, zwei Kills gemacht und der Kampf wäre okay ausgegangen für Tundra. Und sie hätten vielleicht sogar noch den T2 eingerissen. Dann wäre die Drow jetzt so unaufhaltbar stark. Ist sie aber nicht. Als nächstes gibt es das Aghanims. Ist auch stark hier. Ist wahrscheinlich das Beste, was jetzt gekauft werden kann. Aber Shadowblade Pike, irgendwie sieht das für mich nicht so nice aus. Rein optisch ist es irgendwie cool. Aber von dem, was die Drow damit macht... Vielleicht zahlt es sich ja gleich sehr aus. Das stimmt, Noobat. Da hast du völlig recht. So sehe ich es auch. Also lieber Spaß als viel Geld. Sonst könnte ich das hier ja gar nicht machen. Aber Jackpot ist natürlich, wenn man beides hat. Deshalb ist das Ziel größer zu werden. Bedeutet, ab jetzt gibt es immer richtig fetten Clickbait. Und wir machen auch nicht mehr Dota. Wir spielen LOL. Sonntag wird nur entspannt und streamgeschaut. Morgen Abend irgendwie Wetter genießen. Und vielleicht Papp oder einfach draußen Barbierchen. Klingt wie ein sehr, sehr guter Wochenendplan. Dann viel Spaß heute mit den Spielen auf jeden Fall. Und am Sonntag. Und eine geile Zeit auch am Samstag für dich. Dyer's Top Tower ist unter Attack. Yo, das Berlin Major. Das war echt ganz cool, wie viele von euch da vorbeigekommen sind. Fand ich auch. War cool, euch da mal gesehen zu haben. Also in der Bar danach. Fetter Kampf. Topson kriegt die BKB raus. Glimpse wird durch die BKB auch gedodged. Und jetzt geht Tobi nochmal rein. Hoofstomp rettet dann final sein Leben. So verliert Tundra nur den Tackies. Schön ist nicht, weil Quest jetzt Momentum hat. Tower einreißen kann. Und vielleicht sogar ein bisschen in die Base. Äh, in die Base. In die Seite von Tundra weitermarschieren. Ja, sieht ganz so aus. Könnte Omar die Möglichkeit geben zu warden. Das passiert scheinbar nicht. Die Luna farmt aber ein paar gegnerische Camps. Könnte ihnen das Momentum geben, in die Gegnerbase zu laufen, Leute. Vielleicht fällt der Throne in der nächsten Minute. Man weiß es nicht. Ey, man ist Pure nicht gestorben. Luna hat Manta. Bald BKB. Dann gibt's noch das Shard. Das ist, denke ich, sehr, sehr gut. Ist auch sehr Standard, was sie kauft. Force anstatt Dagger auf Rubik. Absolut gut hier. Ja, ist ziemlich in Ordnung. Und, ähm, Shard als nächstes für die Lifts. Die Lifts könnten sich auch als sehr nice gegen Tundras Angriffe herausstellen. Du kannst zum Beispiel auch Leute aus dem Static Storm liften. Du kannst sie, wenn sie gedragontailed werden, äh, retten. Und diese Ghosts von Tundra, die werden sehr stark auf ein Ziel komprimiert sein. Also, ja, sie haben auch AOE mit Hufstomp und dem ganzen Kram. Aber sowohl Sand ist vom Design eher jemand, der auf einen geht mit Hufstomp Double Edge, als auch, äh, Dragon Knight vor allem mit Dragontail. Und das ist ihr Haupt-Dinitiator. Hufstomp ist auch okay für so AOE-Initiator jetzt. Aber der Main-Damage geht eben auf ein Ziel dann. Den haben sie. Und das ist genau das, was Tundra erreichen wollte, ne? Aber das ist auch beeindruckend, dass sie es schaffen, dass der Tiny so ungefährlich für die Drow bleibt. Also, es ist, ist schon mächtig. Er lauert ja, er wartet ja selber, er will pure. Und da sieht man, das Invest zahlt sich hier schon aus, ne? Und das Positioning. Kommt easy raus, kann sich positionieren, trifft mit dem Multishot die ganze Creepwave, gastet danach direkt den Tiny. Natürlich war es topstens Jump primär und der Umstand, dass sich Tiny gezeigt hat, äh, was Tundra hier die Möglichkeit für den Kill gegeben hat. Aber trotzdem ist es sehr, sehr nice. Und, äh, hier hat mir auch das Positioning von der Drow gut gefallen. Es ist halt genau das Gegenteil von dem, was, was passieren sollte. Und deshalb sehr, 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 sehr gut für Tundra. Die, finde ich, auch schon das ganze Spiel so ein bisschen vorne sind. Und man sieht es auch ganz gut in diesen Graphen. Ja, die XP sind ausgeglichen. Ja, das Gold ist ausgeglichen. Aber die Siegwahrscheinlichkeit nach Algorithmus ist bei 70% für Tundra. Und mir kommt es auch so vor. Also ich gehe da mit. Das liegt einfach daran, dass die Drow zu viel bekommt. Äh, gerade im Lineup-Verhältnis. Und auch topsen geht es ziemlich gut. Wie sieht es mit Philectory aus? Er hat sie. Also Philectory ist zumindest da. Aber Tiny war eine Weile lang der reichste von Quest und der zweitreichste im Game. Jetzt ist er der Letzte der Kurs. Der Ärmste der Reichen. Hey, Hager. Mua. Hobby Pole. Hallöchen. Mua. Ich fühle mich angesprochen von deiner Begrüßung. Nehme ich mit, das wird. Andere werden da bescheidener. Ich finde es einfach geil. Philectory in Aktion. War schon nicht schlechter. Ist der Pit geklaut von Rubik? Ist nicht schlecht, ey. Schon geil, der Spell. Vielleicht kann Quest also noch mehr machen. Bisher läuft es ein bisschen so, dass Quest immer Erfolg hat, wenn Tundra so zu viel will. Und sich ein bisschen zu weit vortraut. Aber ansonsten ist eigentlich alles nach Plan für Tundra. Den Roche wollen sie nicht unbedingt verlieren, aber es ist der erste Roche. So schlimm ist er nicht. Ist relativ spät. Nicht ultra spät, aber dahingehend spät, dass sie mit dem Aegis schon die Luna richtig in Szene setzen können. Weil sie hat PKB Manta fertig. Und gleich auch das Shard. Also das Timing für sie ist ganz nice als Aegis-Träger. Damit könnten sie schon so einen fetten Teamfight vom Zaun brechen. Eigentlich ist zweites und drittes Aegis deutlich mächtiger. Ist auch hier der Fall. Aber es ist zumindest kein erstes, was einfach verpuffen wird. Gehe davon aus, dass Quest damit einen Angriff starten kann. Vielleicht warten sie noch ein, zwei gute Timings ab, damit sie genau den Moment finden. Aber wir haben Crystalis auf... Oh, sieh, wir haben sogar Kanda. Wir haben Kanda auf Tiny. Gerade fertig. Elder Titan will einen Gem, aber passt auch ohne. Hier wäre fast ein Dagger da bei Rubik. Aber ich weiß nicht, ob wir das abwarten wollen. Grief sind da, Pipe ist da. Also Darks hier komplett im Teamfight-Modus. Und Luna, haben wir gerade drüber geredet. Jetzt kommt das Shard. Sie sind bereit. Also an ihrer Stelle würde ich was probieren. Jetzt. Klar, Tundra ist stark. Die haben Doppeldecker. Die haben Tanki-Sand. Die haben einen ziemlich, ziemlich krassen Dragon Knight. Die haben eine Aganem-Straw. Ist auch schon fertig. Aber dennoch ist es der Moment. Ist es die Zeit jetzt für Quest, was zu probieren. Und der Lift war ja perfekt getimt. Hebelt die halbe Stampede aus. Der Baum fliegt in den Rücken. Vom Zentaurin. Und bricht ihm alle Knochen. Das war's. So, 40 Sekunden Zeit. Ist aber noch nicht das große Manöver. Jetzt kommt es. Da unten pushen sie nämlich. Sie setzen dieses Mal den Kill in den Push um. Die Luna steht am Tower. Und Tundra denkt gar nicht dran, was zu verhindern. Sie spielen sogar bei Quests ziemlich effizient, finde ich. Weil der Darkseer zeitgleich noch Wald farmt. Und ein Überraschungssmoke in Richtung Mitte stattfindet. Weil sie schon wissen, dass sie, weil Tundra nicht weiß, wo der Rest ist, sie nicht auf die Aegis-tragende Luna gehen. Die denken natürlich, die stehen dahinter. Tun sie aber nicht. Ziemlich spannendes, taktisches Ding. Werden sie belohnt? Kriegen sie sogar Pure? Hm, Shadowblade rettet. Vielleicht hat er auch Ohna's geschafft, daraus zu kommen. Ja, und der Tipet. Also, tatsächlich hat Quest hier keinen Kill gekriegt. Und Tundra hat den Braten gerochen. Aber, sie kriegt doch noch die Drow. Wow. Stark gefunden, ey. Jetzt möchte ich mir nochmal angucken, wie sie die da so gut entdeckt haben. Heftig. Habt ihr schon, ähm... Habt ihr schon weggewandt? Da sieht alles noch gut aus. Ich seh keinen Scan. So krass, oder? Er daggert hoch und dustet, ich glaube, blind. Ich glaube, er dustet blind. Wow, was ist das für ein Play? Sie scannen nicht. Es wurde davor vielleicht gescannt. Hat der gerade auf der Minimap sie gesehen, oder war das ein Anzeigefehler davor? Ich glaube, das war ein Blind Dust. Vielleicht hat er auch irgendwas gesehen oder so kurz. Das fand ich gerade richtig, richtig verrückt und beeindruckend. Sehr, 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 sehr kranker Kill. Wow. Ah, es kann sein. Ah, yeah. Er hat den Smoke gebrochen und dadurch hat er ihn kurz auf der Minimap gesehen. Ist das eine Mechanik? Die existent ist, obwohl sie im Shadowblade war? Ich will es mir jetzt nicht nochmal ansehen. Könnte man es vielleicht nochmal genauer anschauen. Aber, wow. Warte mal. Ist auch doof, dass man das nicht anders einstellen kann. Ja, das hat natürlich jetzt Quest richtig viel gegeben. Es war genau der Kill, den sie brauchten. Und wie erwartet hat das Aegis sich extrem ausgezahlt. Sie haben viele Tower eingerissen. Sie haben keine eigenen Verluste. Und Tundra muss sich die ganze Zeit zurückziehen. Ist die ganze Zeit im Hintertreffen. Und schaut mal die Graphen an. Gerade die Windwahrscheinlichkeit hat sich extrem steil zurück in Richtung Ausgeglichenheit justiert. Weil Tundra einfach wie gelähmt ist momentan. Und nicht viel tun kann gegen die Macht von Quest. Das Aegis läuft jetzt noch eine Minute und 30 Sekunden. Kanda ist in Arbeit für die Luna. Der Tiny geht als nächstes BKB. Was, glaube ich, die richtige Entscheidung ist. Ich denke, sein Item-Bild ist absolut korrekt. Nur sein Farm ist zu niedrig. Tops kriegt BKB raus vor dem Glimpse. Und flattert von dann. Ein kleines Hühnchen. Hühnchen. Ups. Blast off. Trifft nicht. Wollte, glaube ich, auch nur auf den Highground. Ah, und hier kommt ein 9-Class raus. Der Aesthetic Storm war echt nicht schlecht. Die BKB hat die Luna nicht... Der hat der Luna nicht mehr den Kill eingebracht. War es überhaupt eine BKB? Ich glaube nicht. Sah irgendwie so aus für mich. Ah, ist eine Schildruhe gewesen. Weil mit BKB hätte sie vielleicht Lucent Beam machen können. Aber wollte sie wohl nicht für ein Swap da investieren. Tobi stirbt noch. Quest voll am Formasch. Hat sich durch dieses Aegis alles gewendet, ne? Die Rennen hinterher. Sind nicht zu töten. Und Tundra zählt die Sekunden, ey. Bald ist zumindest das weg. Aber jetzt hat sie endlich mal mehr Farm als die Duo. Schon über 1000 Gold mehr. Duo selber. Geht BKB als nächstes. Kriegt da und hier 3-Item hier rein. Ah, Elven Tunic ist ziemlich gut. Und... Ja, mit der BKB und dem Auslaufen von Aegis zusammen kommt dann für Tundra wahrscheinlich die Option, sich wieder ordentlich mit Quest anzulegen. Es wird dann noch eine Pipe geben. Die hat ja der Darkseer schon länger auf anderer Seite. Deckies Klima Force. Okay, Pure. Ein bisschen. Ich wollte gerade sagen in Bedrängnis, aber es ist eher das Gegenteil der Fall. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Da kommt halt gerade das TP vom Dragon Knight. Der kommt erst dazu. Ja, und stunnt den Darkseer. Bevor der Elder Titan helfen kann. Also, Pure's Damage ist dann doch zu hoch gewesen. Jetzt ist Quest aber da. Und Topsons Jump bestraft ihn. Da war Tundra sehr weit hinten. Haben ihn einfach sterben lassen vorne. Ist vielleicht okay gewesen, aber es gibt eben... Es gibt kein Aegis mehr. Also, eventuell war es auch ein Moment, wo sie was hätten machen können. Ich sehe natürlich auch mehr als sie. Schwierig einzuschätzen. Und Pure ist vorsichtig. Der ist wie so ein kleines Häschen. Der hat noch keine BKB. Muss ultra aufpassen. Mit dem Item-Bild ist und bleibt er sehr, sehr squishy. Bis diese BKB fertig ist. Also, auch das wieder ein guter Trade für Quest im Endeffekt. Die es schon geschafft haben, dann noch mehr zu reißen, als ich dachte. Ich dachte, sie kommen so spät, dass der Dick herauskommt. Aber war nicht so. Halten sie den Tower? Ja. Ich hätte nämlich gedacht, dass Quest den Tower jetzt pusht. Bleiben etwas respektvoller, seit Aegis weg ist. Echt absolut ausgeglichen, was Gold und XP angeht. Nach 30 Minuten. Schon geil zu sehen. Könnte eine längere Runde werden. Kommt drauf an, ob Quest jetzt erfolgreich mit der Luna weiterpushen. Weil, wenn sie das machen, dann wird die Base von Tundra recht schnell fallen. Die Gläfen machen kurz einen Prozess, sobald die T3 Tower down sind. Aber es ist noch ein Stück bis dahin. Tundra hat noch sehr viel entgegenzusetzen. Zum Beispiel diesen Smoke. Tops in vorne. Sucht sein Ziel. Findet Omar. Also kein schlechtes Ziel. Macht aber keine BKB an. Jetzt ist Tobi drin. Hoofstomp. Zwar getroffen, aber durch 4-Step ist Omar weg. Und das sieht nicht so gut aus von dem Initiativator. Die Drow macht viel Schaden. Haut übelst rein. Es klappt wohl doch. Pure einfach zu mächtig. T82000 probiert es ganz alleine. In der BKB. Merk 2 sind schon down. Wird sogar noch zurückgeglimpst. Aber Pure in der Kombo. Kann nicht mehr auf die Luna schlagen. Die sich jetzt einfach mit dem Cent an. Ja, trotzdem stirbt. Zwar ziemlich knapp da oben. Pure konnte nicht mehr helfen. Trotzdem kriegt sie... Äh, kriegt der Cent den Kill. Er selber stirbt. Krasser Baum schon wieder. Der hat sogar gekrittet. Das war ein 700er Crit. Hätte ihn auch ohne getrittet. Durch den Phylactory Kanda Proc. Ja, okay. Also Quest gewinnt den Kampf. Verlieren aber ihre Luna. Sehr spannend, weil, ähm... Der Initiator sah erst ziemlich gut aus von Tundra. Dann hat aber der Rubik überlebt. Dadurch dachte ich, oh Gott, das geht komplett in die Binsen. Und dann hat die Drowse fast gedreht. Durch ihren ganzen Damage Output. Nur ist sie dann im Earth... Im Split Earth, im Earth Splitter da. Gefangen worden von Elder Titan. Hier, ne? Der Schaden... Ups. War sehr, sehr, sehr beeindruckend. Dann noch Multishot. Alles verreckt. Bisschen Hilfe vom Techies bekommen. Muss Highground schlagen. Aber ist okay. Schaden stimmt immer noch. Schaden stimmt immer noch. TL2000 geht fast auf halbe HP runter. Wird da sogar nochmal gehittet. Und jetzt... Kommt der Moment. Topson und Tobi können nicht mehr so viel machen. Avalan strift auch den DK. Ne? Pure wird komplett weggekommen. Wurz zu BKB gezwungen. Zum Gast gezwungen. Kommt gerade so noch raus. Und sie machen trotzdem eine Kill. Ah, weil der Disrupt dann noch geholfen hat. Hat es für den Cent gereicht. Im direkten Duell. Sie machen trotzdem noch den Kill. Aber jetzt gehen sie jetzt so ein bisschen unter. Das Buyback von Rubik war ja auch schlau. Ist trotzdem insgesamt alles gut für Quest. Weil sie einfach den Kill hier kriegen. Ne? Batz. Das war nur ein 590er. Hab ich mich verlesen. Oder sowas in der Art 560. Weil sie den Kill kriegen. Und Whitemon auch nicht mehr rauskommt. Also es sind zwar 3 Verluste mit Buyback bei Quest. Aber sie kriegen Droh. Und sie kriegen Dragon Knight. Ich glaube hätte die Luna das irgendwie gerade so überlebt. Dann hätten sie jetzt sogar noch einen Tower und vielleicht sogar Highground Druck ausüben können. Ein Tower einreißen können und Highground Druck ausüben können. So ist es vielleicht nicht ganz so gut wie ich dachte für Quest. Sie haben halt leichten XP und Gold Vorteil rausgeschlagen. Aber ich glaube es war doch ziemlich, ziemlich ausgeglichen. Vor allem weil jetzt kein Objective eingerissen werden kann. Diese 3 gegen 2 Überzahlposition bringt ihnen nicht so viel. Oder hat ihnen nicht so viel gebracht. Wenn Luna respawnt. Und Shadowblade fertig hat. Für Raceband schätze ich sie als nicht viel stärker als jetzt ein ehrlich gesagt. Braucht sie Silver Age für Break? Vielleicht ne? Gegen Cent. Und Decay ist nicht schlecht. Zwingt natürlich auch dann Tundra immer Vision zu haben. Das Robbdart übrigens ein Agar. Der hat nicht mal ein Glimmer oder ein Force oder irgendwas gekauft. Der hat direkt Agar gerusht. Und jetzt wo er es hat, ist das schon nice für Tundra. Also Agar ist hier sehr, sehr geil in dem Game. Die Luna könnte davon komplett zerstört werden, wenn sie BKB nicht vorher rausbekommt. Gleiches gilt für den Tiny. Ah, du meinst sein Smoke. Ah, ja, ja. Stimmt, das war sein Smoke. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass sie gesmogt waren mehr. Ich dachte irgendwie, der wäre abgelaufen schon an dem Punkt. Aber der ist mit dem Smoke hochgedeckert. Und da war er dann instant abgebrochen. Und dann hat er geschaltet und gecheckt, das könnte die Drow sein. Dann hat er Glück gehabt, weil er nach oben gelaufen ist. Die Drow sich aber unten versteckt hat. Und noch so ein ganz kurz sie gesehen hat. So ein Glimpse bekommen hat. Dann ist er wieder runter in die Bäume. Also knapper, guter Kill. Ich habe irgendwie, du hast völlig recht, es war ein bisschen geradliniger als ich dachte. Irgendwie habe ich nicht gecheckt, dass die selber gesmogt waren. Aber trotzdem nice gemacht. Also nicest Play. Allein das Dagger da hoch war schon geil. Und dann schnell noch das zu aktivieren. Wurde mit etwas Glück dafür belohnt. Doppel Smoke. Es geht um Roche. Und da treffen sie aufeinander. Noob springt auf Tobi, der Stampede rausbekommt. Ah, und da ist das Shard. Da ist der Save gegen die Arganims Disruptor Static Storm Ulti. Nuna wurde nicht mal wirklich angegriffen. Ich glaube, Quest hat noch überlegt und noch ein bisschen gezögert. Und jetzt hat Tundra keine Ulti mehr. Und Quest hat besseres Positioning am Roche Pit. Sie haben einfach ihre Luna gerettet. Sind nicht wirklich rein. Ich meine, Tundra hat auch gezögert. Die sind ja nicht komplett raufgesprungen. Werden aber bestraft worden, weil die Luna gerettet worden wäre. Durch den Lift. Dann BKB machen hätte können und so. Sie verteidigen heroisch Roche. Der in 20 Sekunden respawnt. Und ich glaube, Tundra hat langsam keinen Bock mehr. Ja, die ziehen sich hier schon zurück. Und denken sich, ach komm ey. Irgendwann ist auch mal gut. Geben wir ihnen den Scheiß, wenn sie es so unbedingt wollen. Die hoffen jetzt natürlich, dass Roche spät respawnt. Damit sie farmen können. In der Zeit, in der Tundra da unten rumchillt. Aber er ist jetzt gleich da. Das bedeutet, der zweite Aegis geht an Quest. Und wir haben schon gesehen, wie krass das erste für sie war mit der Luna. Das wird jetzt nicht weniger gefährlich. Wir kommen bald in diese Late-Game-Situation. Wo es bei Tundra echt auf den Schultern vom Damage-Output der Droh liegt. Während Sand und Dragon Knight vorne aushalten. Und bei Quest, ob die Luna eben genau das... Das gleiche gilt bei Quest für die Luna. Mit ihrem Damage. Und mit ihren Leuten, die Space machen. Tiny, Elder, Titan, Darks hier. Und ich glaube, das wird wirklich einfach so ein Kopf an Kopf drücken. Zwischen den Carries. Wer tötet schneller? Wer ist mächtiger? Wer steht plötzlich zwischen drei übrig gebliebenen Gegnerinnen und stirbt? Und wer hat alle anderen ausgelöscht? Um dieses Missverhältnis zu kreieren. Ja, den kriegt er nicht. Aber Malik ist mit Problemen unterwegs. Kriegt noch Search raus. Noch niemand gestorben. Nine Class oben. Leicht geschützt von der Pipe, aber reicht nicht. Nicht gegen diese Ulti. Allerdings viel investiert von TL2000 für den Support. PKB und Eclipse. Und das war's, ne? Ja, viel mehr passiert hier scheinbar nicht. Ist okay, glaube ich, noch für Quest. Also, ich weiß jetzt nicht, ob der Disrupt da BKB und Ulti wert war. Vor allem BKB ist schwierig einzuschätzen. Aber sie hat halt Aegis, die Luna. Und, ähm, sie drängen Tundra zurück. Sie können die Lanes jetzt bequem stabilisieren. Und in den nächsten Minuten dann den wahrscheinlich von ihnen geplanten Push umsetzen. Ohne, dass Tundra da einen Keil reinschieben konnte. Und der Farmspeed von der Luna lässt auch nicht nach. Obwohl Dwar immer noch gut dagegen hält. Aga, Pyke ist fertig, BKB. Okay, Dedalus. Also, sie will einfach Output. Das ist schon schlau hier. Also, das Dedalus finde ich jetzt tatsächlich ziemlich okay. Ich fand ihr Item-Bild eher nicht so geil. Gerade das Shadowblade. Aber, ähm, das Dedalus gefällt mir. Weil es geht wirklich darum, jetzt einfach maximalen Damage zu machen. Mhm. Und damit kitzelst du nochmal alles raus. Und damit kitzelst du nochmal alles raus. Shard für Dragon Knight. Kann ein bisschen Feuer spucken. Ist jetzt auch nicht der, das allergeilste. Ist nice, aber ist jetzt nicht das beste Shard, was man so haben kann. Ich glaube, Techies Shard kann ich nicht so gut einschätzen. Aber könnte hier ganz geil sein. Mit der Entwaffnung. Ähm. Und, ähm, du kannst es halt dann auf Dragon Knight oder Sand machen. Ich springe auf die Luna. Sowas in die Richtung. Der hat schon Shard. Er auch tatsächlich. Na gut, so viel gab es da auch nicht mehr. Hey, Tux. Schönster Zuschauer der Welt. Hm. Es ist etwas ruhiger, als ich erwartet habe jetzt die Phase. Eventuell wartet Quest auf was Bestimmtes. Sieht so aus, als würden sie jetzt gleich losmarschieren. Ja, es geht nach oben. Oh, die Dwarme ist aufpassen. Itemtechnisch sieht das solide aus bei ihnen. Er wurde gescannt. Das ist nur der Disruptor. Vielleicht erwischt er aber Dejan mit seiner Haste. Sieht nicht so aus. Zieht sich gerade so noch rechtzeitig in die Basis zurück. Wir haben schon viel Gold auf einigen Helden. Also sie könnten vielleicht demnächst noch ein paar größere Items zusammenbasteln. Aber so viel Zeit ist auch nicht mehr auf dem Aegis. Schaut mal, auch der Darkseer steht ganz kurz vor der BKW. Das erklärt wahrscheinlich, warum sie zögerlich sind. Aber es sind nur zwei Minuten auf dem Aegis. Nutzen sie es? Oder nicht? Er hat die BKW gleich. Also BKW wäre schon sehr nice. Boots of Bearing. Sind noch zu weit entfernt. Das schaffen sie nicht. Timing technisch. Der 3K. Lotus Orb kostet ein bisschen mehr. 3,8. Das schaffen sie auch nicht mehr. Oh, aber sie schaffen es Topson zu töten. Die Damage. Mein Gott. Mit dem Schad und allem. Hat auch noch die Ulti investiert. Schön, schön solide. Ist auch richtig gewesen. Sicher ist sicher. Er wusste ja nicht genau, wo Tundra sind und so. Ja. Tiny könnt ihr hier kaufen. Aber ein kompletter Sylvage natürlich nicht. Shadow Blade wäre drin. Hat er seine BKW? Er hat seine BKW. Sie kommt an. Ist jetzt da und Quest marschiert. Das haben sie noch hinbekommen. Eine Minute auf Aegis. Dragon Knight Kill ist natürlich auch geil. 50 Sekunden ohne Buyback-Tot. Das könnte es sein, dass sie damit den T3 bekommen. Und wie schon vorhin erwähnt. Wenn Luna den T3 kriegt, dann kriegt sie auch in der Regel direkt die Lane. Weil dann bouncen die Gläfen und dann geht da keiner mehr hin. So. Fortify. Zur Zeit ist High Gorn ziemlich heftig. Schwer hochzukommen. Die Fortifies sind extrem stark. Werden immer refreshed und so. Hier sollte es nicht reichen. Backdoor ist nicht an. Tower fällt. Und die Gläfen bouncen. Nächste Wave kommt. Nächstes Fortify. 20 Sekunden auf dem Dragon Knight. Da sind die Creeps. Alles fliegt durch die Gegnerbasis. Wer soll da noch ran? Niemand. Weidmon verliert schon Leben. Oh, Tobi traut sich. Jumpt einmal. Zögert es etwas heraus. Noch 10 Sekunden. Ey, vielleicht schaffen sie es doch. Pure ist dran. Luna will unbedingt die Wax. Tundra ist mit dem Aegis. Noch 20 Sekunden auf dem Aegis. Sie bekommen sie. Ziehen sich zurück. Noch 3 Sekunden auf dem Dragon Knight. Fast hätte Tundras geschafft, noch irgendeinen kleinen Kampf vom Zaun zu brechen. Zu 5 zu sein. Zu verteidigen. Aber im Endeffekt eben doch nicht. Und das heißt auch, sie haben in der Zeit, wo gepusht wurde, nicht die Lanes rausgepusht. Sie haben nicht gefarmt. Sondern sie haben verteidigt, ohne dass es was gebracht hat. Sehr, sehr kalkuliert runtergespielt. Der Push. Lange ging es echt gut für Tundra in dem Spiel. So ungefähr bis hier, würde ich sagen. Dann hat Quest das erste Aegis bekommen. Hat sich gut ins Spiel zurückgekämpft. Und jetzt sind sie das erste Mal, was zumindest die Siegwahrscheinlichkeit angeht, bei über 50%. Und im Spiel fühlt sich sogar noch als mehr an. Ist es aber tatsächlich nicht. Also es ist ein ziemliches 50-50 Game. So die Frage, ob Tundra auch das Mindset hat und sich auch so fühlen. Zatenik auf der Luna. Die nächste große Itemwelle bei Quest ist am Start. BKB natürlich auf dem Darkseer. Boots sind gleich fertig. Für Elder Titan. Lotus Orb ist da, bei Rubik. Und Tiny hat noch nicht gekauft. Also ja, das meiste ist am Start. Dragon Knight geht Octa-Core. Geht Aga-Octa-Core. Interessant. Ich habe eher mit Aga-Manta gerechnet. Finde ich auch eigentlich stärker. Aber gut. Hat er halt zumindest immer seine coole Dragonform, die man hier nicht mehr sieht, weil sie zu lang ist. Ja, und es ist Dedalus auf Pure Star. Also das natürlich auch eine Komponente, die für Tundra viel entscheiden kann. Die macht richtig Schaden jetzt, die Duo. Bisschen Attack-Speed könnt ihr noch gebrauchen. Bisschen Agi oder so, finde ich. Hat sehr wenig. Aber sie hat halt Mark Swinship 3. Das könnte schon reichen. 50% Agi-Bonus. Wenn sie noch Base-Agi haben würde, würde das sehr viel schneller noch sehr, sehr viel mehr Schaden machen. Eine Butterfly zum Beispiel. Oder irgendwas wäre das Shadowblade einfach ein Stats-Item mit Agi. Ach, ich fände es geil. Okay, naja. Sie hat krassen Output und Silver Edge würde den noch erhöhen. Natürlich, Tux. Natürlich die schönste Community. Alle bis auf V-Logs. Ich meine, alle sind toll, toll. Superschön. Nochmal Ruhe. Nächster Roche. In frühestens anderthalb Minuten. Also korrekt wäre jetzt von Quest, glaube ich, auf Pick-Offs zu hoffen und wenn sie den nicht bekommen oder Kämpfer außerhalb der Gegnerbasis, dann Roche zu machen. Und für Tundra nicht erwischen lassen. Oh Gott. Und dann Roche Contest. Oh, 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 oh. Denk ich zu staunen. Ich habe doch gesagt, nicht erwischen lassen. Noch alles okay. Noch nur der Support. Oh, Tobis BKB ist auch weg. Woher ich dafür investiert? Nur 50 Sekunden Cooldown. Hey, weh doch. Alles gut, alles gut. Du hast nichts gehört. Ich glaube, das muss der Wind gewesen sein. Ja, also Quest macht bisher genau das. Sie haben ein bisschen gelauert, ein bisschen gejagt, haben halt einen Support erwischt und konzentrieren sich jetzt zum erstmöglichen Respawn-Zeitpunkt in Richtung Roche. Weil der wird Radiant-Seite spawnen. Das sind jetzt noch 4, 3,5 Minuten, die er da unten spawnt und in der Zeit ist er dann auch da. Das tatsächliche Timing beträgt 30 Sekunden. Sehr früher war Spawn, das ist gut für Quest. Aber Tundra sind schnell. Schnell genug, um es trotzdem zu contesten. Und ich weiß gar nicht, wer auf offenem Feld 5 gegen 5 gewinnt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich glaube Quest. Aber ich bin mir nicht sicher. Das kann auch in Richtung Tundra gehen. Das wird echt so, so krass von der Draw abhängen und wie sehr die zum Zuschlagen kommt. Wir können ein bisschen vorspulen, das ist kein Problem. Das klingt aber nicht wie ein allzu glaubwürdiger und sympathischer Wind. Da musst du dich verhört haben. Support, Henry. Ist ja ein ähnliches Wort wie Boykott. Das muss es gewesen sein. Könnte der spielentscheidende Teamfight werden am Roche Pit. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eins der beiden Teams nicht drum kämpft. Nicht in der Spielsituation. Das geile für Quest ist, dass sie die Luna Illus die Mitte pushen lassen. Und da haben sie ja schon Mega Creeps. Super Creeps, Entschuldigung. Super Nahkampfdiener natürlich. So, ich mach mal selber, weil die Kamerafugung ist eher so mittel. Und das wird wichtig. Schaut mal, da ist der geile Smog. Und der andere Smog. Wer hätte es gedacht? Dragon Knight. Alle drei. Alle drei in der Avalanche. Die Überbäume gehen rein. Aber der Schaden bleibt noch halbwegs aus. Doppel BKB von Tundra. Doppel BKB von Quest. Es ist ein Schlagabtausch ohne gleichen Wallen. Nicht so viel Cooldown, aber relevant. Weil Roche ist da. Und 50 Sekunden könnten schon schmerzen. Dragon Knight hat gleich wieder Elder Dragon Form. Also beide Teams noch kampffähig. Aber beide Teams jetzt weniger BKB. Spell Damage wird relevanter. Magic im Allgemeinen wird jetzt relevanter. Der Disable. Und so. Der Burst. Ich glaube, beide Teams wissen, dass Roche da ist. Quest ziemlich zurückgezogen. Ohne Wall am Roche-Bit ist halt hart. Es sind jetzt noch 24 Sekunden. Was machen sie da? Warum sind sie so weit hinten? Ich bin irritiert. Ich glaube nicht, dass sie den aufgeben sollten. Nicht nach dem Kampf gerade. Sie pingen. Sie machen. Sie planen. Sie tun. Sie stehen. Sie unterhalten sich. Und wie geht's dir so? Ach, mir geht's gut. Kennst du noch Roche? Ja, da haben wir noch Zeit. Lass uns einen Kaffee trinken. Tatsächlich traut sich aber auch Tundra nicht. Ich glaube, das Problem ist, wenn ein Team reingeht, schafft das andere das noch. Da hinzurennen. Bei dem Abstand, den sie gerade haben. Und jetzt ist auch die Wall wieder da. Das ist ein geiles Stand-Off. Jetzt trauen sie sich. Tundra geht ins Pit. Der große Angriff. Und sind sie schnell genug? Sie haben ja die Vision. Sie sehen, was passiert. Aber die Droh macht kurzen Prozess mit einem Roche. Smoke? Irgendwas? Nee, Shadow Blade. Ey, sie machen irgendwie nicht. Sie warten. Sie warten. Sie timen das. Ey, kriegen sie es echt hin? Sie sehen es nicht, aber sie timen, sie timen, sie timen, sie timen. Sie verkacken es. Er springt rein nach dem Aegis. Steht in der Mitte. Static Storm voll gesessen. Wird rausgeliftet. Kriegt dadurch die PKB raus. Und Tobi vorne drin. Komplett am Untergehen. Droh, abgebrochenes TP mit Lucent Beam. Stirbt einmal. Stirbt wahrscheinlich auch zweimal. Ey, Wall im Pit zusammen mit solchen Lifts, die vor Static Storm retten, ist einfach zu krass. Pure kommt nicht mehr raus. Keine Chance, da wegzukommen. Und Quest geben Aegis auf. Hätten es fast noch gesnatcht, aber sind ja nicht der hinderische Storm Spirit. Und, ähm, ja, verlieren dann, äh, gewinnen dann trotzdem den Kampf, obwohl sie das Aegis aufgeben. Und haben da keine Chance gehabt. Der Save war einfach zu nice. Und ich glaube, dass der Sand gejukt wurde davon. Ich glaube, der Sand dachte, das läuft besser, weil der Tiny vorne den Jump versaut hat. Ich meine, er hat das natürlich geplant, aber es sieht für sie so aus, ne? Also er springt rein. Wird Static Storm vor der BKB. Sand wird motiviert. Denkt, ey, das läuft gut. Hier sieht man das, ne? Er hat BKB sogar schon hier rausbekommen. Habe ich gar nicht gesehen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist er am Arsch da irgendwie, ne? Wird rausgeliftet und da springt der Sand rein. Und ich glaube, wenn wir nochmal drauf gucken, das war auch ein bisschen unglücklich für ihn. Hier. Hier will er jumpen. Und er wird direkt gestunnt. Ich weiß gar nicht genau, was das war. Ich glaube, ein Stomp vom Elder Titan. Ist auch egal. Er wird direkt gestunnt, kriegt keinen Hufstomp raus. Aber der Jump war auch sehr... Es ist sein Job. Aber, ja, der Kampf war von Anfang an einfach schwierig. Und das ist natürlich auch in so einer halben Sekunde unmöglich, es genau zu erkennen. Die Wall stand perfekt. Dass sie sogar noch das TP abbrechen danach. Einfach, ähm, übermächtig. In so einem Kampfszenario. Und Aegis hat halt leider Tundra da gar nichts gebracht, ne? Weil die Drow nicht dazu kam, ihren Damage zu utilisieren. Sie hat jetzt kein Buyback. Sie hat kein Buyback. Sie hat Silver Edge gekauft. Das könnte sein, dass die gar nicht mehr respawnt und das Spiel davor vorbei ist. Ich meine, die Luna... Schau euch die Items an. Ja. Ist praktisch full-equipped. Sie macht nicht so viel Schaden wie andere Items built mit Luna, aber sie macht immer noch sehr, sehr viel auf Gebäude. Avalanche, Toss, Vacuum, Wall erst danach. Die Stun, beziehungsweise Disable Chain hat ihn lang zurückgehalten und trotzdem kommt er noch raus. Selbst die Illu von der Wall hat da nicht geholfen. Er wurde ja nicht gestorrt, weil BKB noch aktiv ist. Quests kriegen die Lane, aber das war stark von Topsen, tatsächlich. So komisch das jetzt klingt. Er hat ein bisschen Zeit geschunden. Er hat ein paar Sekunden gut gemacht. Er ist nicht gestorben. In 30 Sekunden ist die Drow wieder da. Gehen sie trotzdem auf die Fountain. Nochmal Avalanche, Toss. Nochmal die BKB als Antwort und nochmal kommt ihr Tanky Melee Strength Score raus. Topsen drin mit seinem Manta, mit allem, was er so zu bieten hat. Aber es ist nicht genug. Er kann noch Buybacken, deshalb hat das auch gemacht. Also die beiden Frontliner von Tundra zögern es echt gut raus. Den Kill müssen wir uns angucken. Wie ist denn jetzt gerade bitte der Tiny gestorben, bevor es hier weiter geht? Was ist das denn? Woher kommt der Kill? Hier. Kriegt da viel Schaden. Wird rausgeforst. Ah. Aha. Zurückgeglimpst und die Illus vom DK. Gerade so. Er schleicht sich zurück. Er hat noch Thunderstrike drauf. Er hat noch Corrosive Breast drauf. Nur noch Thunderstrike. Es ist Thunderstrike mit Schad. Sie konnten ihn nicht retten. Keine Chance. Ha. Was für ein verrückter Kill. Dass der Tiny stirbt und jetzt wahrscheinlich nicht Buyback, weil er dann nicht mehr rechtzeitig hinkommt, bedeutet, dass Tundra die letzte Lane halten. Weil die wäre garantiert sonst gefallen. Malig TP raus, wird abgebrochen. Ducalis hat noch einen guten Stomp gesetzt. Blastoff hat, glaube ich, gar nicht getroffen. Und TP einfach raus. Das ist ja auch unfassbar. Sie verteidigen. Throne wäre fast down gegangen, aber sie verteidigen. Guck mal, während hier gekämpft wird, reißt die riesige Creepwave den Drachenthron fast ein. Aber dann kommt Multishot von Pure. Sie halten diese beiden Racks, womit ich echt nicht gerechnet habe. Ich dachte, es sind mindestens Mega-Creeps. Und es hätten es auch sein sollen. Stark gespielt von Tundra, aber mit dem Rücken zur Wand. Und deshalb vielleicht auch nur noch eine Herauszögerung vom eminenten Ende, welches dann in dem Sieg von Quest münden sollte. Jetzt sind sie bestimmt so 80, 85 Prozent vorne. Ja, 82. Noch gibt es die Möglichkeit für Tundra. Es bleibt dabei, dass theoretisch die Drow gigantischen Damage-Output landen kann. Und der Space, den Cent und Dragon Knight auf dem Papier machen können, der ist schon vorhanden. Dazu noch Disrupt-Dagger und so. Es kann noch klappen, aber es wird immer schwieriger, immer schwieriger. Sie haben ein großes Land-Equilibrium, ein Nachteil. Sie haben einen großen Land-Equilibrium-Nachteil. Sie haben auch einen nackten Throne, was immer sehr, sehr schlecht ist. Da sind keine T4s mehr. Sie haben kein Fortify für den. Noch drei Minuten lang nicht. Gehen wir mal auf die Buybacks. Kaum welche bei Tundra. Natürlich, eins wurde investiert. Drow fehlt immer noch Geld. Und Techies ebenfalls. Drow braucht unbedingt Buyback. Einen Ausfall finde ich gut von ihnen. Einen Angriff finde ich sehr, sehr gut. Gerade wenn sie kurzzeitig die Lanes unter Kontrolle haben. Die Luna-Ellus auf der Bot-Lane brauchen noch ein bisschen. Sie wirklich gefährlich werden. Aber demnächst müssen sie zurückzippen, tatsächlich. Reicht's für den Tower? Eventuell. Das Manta hat sich echt ausgezahlt, ne? Also Manta fand ich viel besser als Octa-Core. Aber Octa-Core und Manta zusammen sind eine Hammer-Kombination. Nur die Reihenfolge hätte ich gern andersrum gesehen. Und jetzt, wo er Manta hat, sieht man, glaube ich, auch warum. Tau in der Mitte, fällt er durch Creeps? Ja, fast, fast, fast. Du schaffst es, du schaffst es, kommt schon. Nein. Ich bin ein bisschen dafür, dass Tundra es gewinnt. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich freue ich mich auch für Quest. Aber, na gut. Tundra ist ein europäisches Team. Vielleicht ein bisschen deshalb. Ich bin jetzt nicht der größte Pure-Fanatiker aller Zeiten. Aber es ist auch die Underdog-Story, weil sie im Spiel jetzt mittlerweile so weit hinten liegen. Dann macht's Spaß, was zu sehen, was in Richtung Comeback geht. Oh, Scan entdeckt sie schon mal. Quest ihm Smoke nah dran. Ein Lucent-Beam. Später weiß Tobi, wo seine Gegner sind. Zieht sich verschreckt zurück. Oh, Glimpse auf die Luna. Dodged es mit Manta nicht. Was ein Lappen. Macht aber auch gar nichts. Haben sie gar nicht erst probiert, da weiter Follow-Up zu landen. Unten ist die Lane wieder rausgepusht durch die Decay Illus. Also, das macht Tundra gerade ganz gut, dass sie außerhalb der Base stehen können. Popsen in Dragonform. Macht Manta an. Geht raus. Hittet ein paar Creeps. Will eigentlich nur rauspushen. Trifft so mehr oder weniger auf Questliner. Beide wissen, wo die jeweils anderen sind. Trauen sich aber nicht, den ersten Schritt zu machen. Es ist wirklich ein richtig, richtig, richtig knappes Spiel, ey. Es geht jetzt 50 Minuten. Und ich fand fast immer waren die Kämpfer, auch wenn sie in eine oder andere Richtung irgendwann gekippt sind, ziemlich ausgelistet, ziemlich knapp. Ich denke auch, Relax. Ich hatte bestimmt recht, ja. Ah, hab ich übersehen. Hatte Manta davor. Na, dann finde ich es richtig gut. Ich hatte doch geguckt und er hat Octa-Core gebaut, oder? Hatte er das Manta schon fertig? Kann sein. War vielleicht oben in der Ecke versteckt. Overwhelming Blink. Damit ist er jetzt eigentlich fertig. Da kann man noch Moonshots und so machen. Das ist ganz nice für Dragonite mit Attack Speed. Aber, ja. Das hier ist das, was du ungefähr im Late einfach haben willst mit dem Dragonite. Ich werde immer noch nicht so ganz mit der Draw warm, aber das Divine finde ich so nice. Es hat eine geile Kombination mit Crits, die Divine, weil der Damage so, der reine Schaden so erhöht wird, dass die Crits dann prozentual nochmal mehr machen. Und, äh, er muss einfach dieses, dieses Damage-Glaskinnen-Ding sein. Und sie sind weit hinten. Also Divine richtige Entscheidung. Hat's aber noch nicht. Kommt ein bisschen zum Hitten, muss aber schnell rausforsten. Entkommt dem Darkseer. Kann nochmal zuschlagen. Ich glaub, der Schaden von ihm reicht bisher noch nicht. Aber Pure steht echt gut. Und Elder Titan-Ulti hat nicht so viel gemacht. Quest ziehen sich zurück. Gefällt ihnen langsam nicht mehr. Das Ganze kippt. Kommt Hund rein daher. Topsen schon mal. Ja. Overwhelming Blink. BKB noch. Slows Blastoff hinterher. TA-2000. Unpure dran. Zoned ihn raus. Daher kommen die Draw-Hits nicht. Tiny kriegen sie trotzdem. Und der Darkseer. TP'd. Kann nicht abgebrochen werden. Noch ein Crit, noch ein Crit. Reicht nicht ganz an Lucky für Pure. Hätte er töten müssen. Jetzt dafür auf die Luna. Ah, wird gestunnt. Rubik liftet ihn nochmal. Loose und Beam. Alles dran. Wird reingezogen und getötet. Und TA-2000 mit den Gläfen der Könige haut alles zur Preise. Gewinnen den Kampf. Müssen aber trotzdem wegen der Buybacks rennen. Draw gleich dran. Topsen. Will sie nochmal klein halten. Will sie dran halten. Tobi Stomp war richtig nice, um sie irgendwie im Game hier zu halten, damit die Draw rankommt. Jetzt noch der Glimpse. Draw ist dran. Wird nicht gestunnt. Nein, das war nur ein Glacier von ihrem Chart. Also, nach dem Buyback bekommen sie die Luna und den Elder Titan. Einfach, weil der Cent das überragend gemacht hat. Und auch Topsens Idee, obwohl er selber keinen Buyback hat, reinzuspringen, noch dran zu bleiben, sie dort zu halten, sie dazu zu zwingen, da zu bleiben, nicht TP'n zu können, nicht weglaufen zu können. War, glaube ich, die richtige Wahl. Auch wenn der Preis hoch ist mit 100 Sekunden Respawn-Zeit. Und obwohl der Cent's vielleicht auch allein geschafft hätte. Also, so rückblickend, ne, hat sie schon, ja, hat sie schon als nicht so toll rausgestellt jetzt. Aber die Idee, der Gameplan war genau der richtige. Sie mussten auf Grundlage dieser Buybacks dann wirklich den Kampf an sich reißen, weil der war, der war dann doch knapp verloren. Quest hatte ihn gewonnen, in dem Moment, wo die Drow gefallen ist, in dem Moment, wo der Rubik sie nochmal am Ende kontrolliert hat. Geiler Kampf gewesen. Eine Weile sah es aus, als würde Tunras es gerade so schaffen. Und dann ist es ganz, ganz knapp am Ende gekippt. So, jetzt der große Damage. Von Pure's Drow an den Towern. Zwingen sie Quest's Luna zum Buyback. Und dann ist das Ding, Drow selber hat ihr's committed. Das heißt, wenn Quest buybackt und die Drow dadurch stirbt, dann ist das Spiel vorbei. Die Wein kommt bald. Natürlich haben die Kills nach dem Buyback ihr auch nochmal Kohle eingebracht. Das ist jetzt nicht so schlimm finanziell für sie. Nur der Buyback-Cooldown, der ist wirklich schlimm. Der ist wirklich relevant. Und scheinbar nicht. Quest committen nicht und Tundra wird die Nummer zu heiß. Kann ich auch verstehen, weil wenn der Tiny da ist und die Drow undergut und irgendwie schafft, sie auf den Darkseer zu werfen, der hier bereitsteht. Und zeitgleich buybacken die. Das kriegen die schon choreografiert. Zeitgleich buybacken die. Ich glaub nicht, dass die Drow dann unbedingt rauskommt. Ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß, sie hat BKB und Silvege und Pyke, aber ne. Ist halt knifflig. Und wenn sie nicht rauskommt, wenn sie stirbt, dann ist das Game durch. So hat jetzt zumindest mal Tundra ein bisschen Schaden an der Base gemacht. Und Drow kommt eben die Wein näher. Deshalb ziehen sie sich da zurück. Quest ganz klar ein Buyback-Vorteil. Weil die Luna eben zurückkaufen kann und die Drow nicht. Die geht jetzt auch noch Travels 2. Hat die aber nur im Backpack, um es aus der Base heraus zu verwenden und so. Vor Moonshart interessanterweise. Kann ich aber gut verstehen. Swiftblink ist eine sehr geile Wahl hier. Ist, glaub ich, genau das Richtige, was sie jetzt noch braucht. Ja. Und für Tundra ist es einfach dieses Divine. An was sie kommen müssen für den nächsten Kampf. Hätte die Drow da Divine gehabt, bin ich relativ sicher, dass Tundra den Kampf deutlich gewonnen hätte. Sie hätte auch den Darksear garantiert getötet bei seinem TP-Versuch. Hallo, Max. Ja, ja, genau, Benji. Ist halt super schwer. Im Rückblick hätte es, glaub ich, der Cent geschafft. Aber ich denke, was er da gemacht hat, war absolut gut und nachvollziehbar. Schaut seine mächtigen Schwingen an. Ein Albatross. So, wir können ein bisschen vorspulen. Vielleicht nicht mehr. Warte mal. Nein, ich will mich nicht spoilern. Ich will nicht gucken. Okay, hier geht's weiter. Und zurück zur Sicherheit. Sollte passen. Rorschel ist in 20 Sekunden da. Abermals unten, ne? Ist immer schön bei Radiant-Seite. Ziemlich gut für Quest. Okay, Tundra übernehmen. Bounties und ein bisschen Jungle. Rorschel ist da. Checkt mal nochmal die Items. Könnt ihr euch ne kleine Übersicht machen. Moonshot of Tiny. Grad mit der BKB und seinen Cleaves. Na. Fünf Hits. Sie gehen rein. Quest steht schon drin. Was macht Tundra? Sie warten noch ein bisschen. Gucken sich den Spaß nicht an, weil sie nichts sehen. Lanes gehen aber klar. Das mit den Lanes machen sie echt gut. Rorschel ist fast down. Sind sie zu langsam? Sieht so aus. Ich glaub, sie sind zu langsam. Da kommt die Ulti von Sand. Vielleicht doch noch. Static Storm auf alle. Aber danach wird er sofort in Lockdown genommen. Tiny steht vorne. Eges geht an die Luna. Sie kriegen den Rorsch. Wombo-Kombo. Luna fällt. Verliert direkt. Eges. Quest hat einen Respawn. Aber Tiny ist ebenfalls down. Unten um Mar. Ebenfalls mit Problemen. Jetzt schließt sich Tobi den Illus von Dragon Knight an. Und der Rubik wird auf jeden Fall stehen. TP von Whitemond. Der ist raus. Oh, voll. Der verteilte Kampffund ist Divine von Pure. Ist tatsächlich. Wow, ey. Was für ein Ding von Tundra. Der Static Storm hier allein schon, ne? Wow. Wir gucken uns gleich die Dorn nochmal an. Der Static Storm. Perfekt. Ich dachte, sie schaffen es nicht mehr. Aber die Ulti von Sand war echt geistesgegenwärtig. Und dann noch das Dagger. Alles rauf. Richtig nice getimed. Luna kriegt zwar das Eges. Aber dann kommen sie rein. Die Wall kann sie irgendwie nicht so richtig retten. Elder Titan Ulti ist zu mächtig. Er ist nicht mächtig genug. Und Luna fällt einfach. Weil sie zusammen raufspringen. Und genug Damage machen. Doppel Buyback von Quest. Aber jetzt schauen wir mal auf Pure. Das Doppel Buyback, da dachte ich noch. Tundra sieht trotzdem gut aus. Alles geil. Mega Static Storm. Und dann erwischen sie da irgendwie random Pure. An der Seite zu zweit. Utilisieren ihre ganze Power. Und killen ihn. Ich dachte echt, das läuft richtig gut für sie. Ein spannender Kampf für mich. Weil, ich gucke mir das noch einmal an. Weil der Kampf hier. Der sieht so gut aus für Tundra. Nach dem Dagger vom Swapta. Und nach dem Jump. Aber es ist halt auch. Eges ist schon krass. Gerade im Late. Hier kommt der Static Storm. Ich meine, okay. Doch, doch eigentlich schon. Der Swapta überlebt. Das. Tynies Jump ist mehr oder weniger umsonst. Er steht entblößt. Sie haben hier ihre Kombo. Es sieht echt nicht schlecht aus. Es stirbt ja nicht nur die Luna. Auch der Darkseer. Aber das Buyback halt direkt. Direkt das Buyback. Und auch dieser Fokus auf Pure da. Mit dem Divine macht er trotzdem genug Schaden, um den Tiny zu töten. Und da dachte ich echt, wow. Tundra stabilisieren das. Tundra kriegen das hin. Kein Problem. Doppel Buyback. Respawn. Plötzlich sind sie alle wieder da. Und der Swiftblick ist halt auch mächtig in der Situation. Kommt direkt raus. Malik dran. Und sie killen Pure. Zu zweit. Eigentlich total, ja, unerwartet. Nicht mal ein Pro kann das so erwarten. Triple Buyback von Quest. Aber insgesamt ein absolut gewonnener Kampf. Trotz allem. Ja, sie haben kein Aegis. Ja, sie haben viel investiert. Und ja, eigentlich hat Tundra den Kampf gewonnen. So auf dem Papier. Aber in der Realität, was die Spielsituation angeht, überhaupt nicht. Mitnichten. Ganz und gar nicht. Sieht jetzt aus, als würden sie direkt verlieren. Auf Grundlage dieses Kampfes. Das müsste es sein. Weil die Dora hat kein Buyback. Und sie hat natürlich die Wein verloren. Wir hatten das genommen. Ja, die Luna. Luna kriegt die Wein. Popsen versucht schon irgendwie zu Splitpushen. Probiert Waves einzureißen. Damit er rauszögern kann. Was gleich mit seiner Basis passieren würde. Buyback sofort. Absolut richtig gespielt von ihm. Aber das sind die ganzen Opfer auf dem Schachbrett, die jetzt gemacht werden müssen. Weil halt Quest eine Spielsituation hat. In der sie direkt gewinnen. Wenn Tundra sowas nicht gelingt. Es wird eine Vier-Mann-Verteidigung gegen eine Luna, die die Wein geschenkt bekommen hat. Ohne ihren Hard-Carry. Nur noch ein Buyback auf dem Cent zur Verfügung. Ihr seht hier nochmal das Vermögen kurz. Die Luna. Alles klar, Bro. Ja, da kommen die Verteidigungsallüre. Dragonite ist schon mal ohne Buybackdown. Garantiert. Und im Static-Storm eine Luna zu fangen, ist zwar schön gedacht. Aber da fehlt eine Drow, die raufsteckt. Trotzdem solider Schaden mit den Minen und allem. Nicht genug. Satanic Kills, Divine GG. Selbst hätten sie die Luna da gerade so mit Ach und Krach getötet, wäre das Spiel vorbei gewesen. Aber schöner Versuch von ihnen. Mit den Techies, Minen und allem. Drache denkt sich, wo ist mein Haus? Scheiße, ey. Ah, das hatten sie fast noch. Das hatten sie fast noch. Aber da war das Problem eben, dass es wieder Radiant-Seite war. Die Buybacken, die TPen zurück, schließen sich ihr Respawn in Hard-Carry an und Ding ist durch. Also Respawn durchs Aegis. Starkes Spiel und kein Problem gewesen mit dem Delay, was mich sehr freut. Erstmal kurz entspannen. Kann aber sein, dass wir relativ schnell schon mal in den Draft gehen und da dann das Spiel anhalten. Ja, Draft läuft nämlich schon. Ich brauche eine ganz kurze Pause, aber nur kurz. Zwei Minuten. Und dann schauen wir uns an, wie es weitergeht. War geil, oder? Geiles Game. Kann man echt nichts sagen. Moin Maxi, du sagst das. Auf ein geiles Wochenende. Cool, dass du dich uns anschließt. Gerne den Stream liken, wenn es euch Spaß macht. Da wäre ich euch verbunden. Ja, oder? Paya, richtig gutes Spiel. Sehr viele, sehr, sehr, sehr knappe Entscheidungen. Ich fand es ganz schwer zu erkennen, was passiert. Vielleicht, weil ich lange nicht mehr gestreamt habe. Aber ich glaube, es lag eher daran, dass einfach die Sachen immer so knappe Nuancen hatten und die Kämpfe sehr verteilt waren. Das ist übrigens einer, finde ich, der Nachteil der neuen Map. Seit ihr so groß ist, sind die Kämpfe echt sehr verteilt. Und sehr chaotisch. Selbst wenn man selber spielt, habe ich das Problem oft, dass ich gar nicht so richtig sehe, was passiert. Die Kamera ist einfach zu nah herangesoomt für die Größe der Map. Aber ja, ey. Super coole Aktion. Sehr ebenbürtige Teams. Macht Lust auf mehr. Ich drücke die Daumen, Torben. Vier bis fünf Stunden bin ich garantiert noch live. Also, warte mal. Naja, easy. Da wirst du noch eine schöne Zeit mit mir heute Abend haben. Es wird erotisch und geil. Ach, Mann, Umi. Nur bei liken. Picks liken. Ist halt. Na, der Mann von Welt macht das schon. Aber reden wir nicht drüber, weil liken wird gerade nicht gepickt. Also, erste Runde ging an. Quest. Inset prof Lucien. Okay. Und um. Okay. uarged. As Bosene. Wir machen das jetzt so. Ich denke, es ist die beste Lösung. Und reden ein bisschen über den Durhaft. Also, was haben wir denn da? Wir haben Cent, wieder die Luna bei Tundra dieses Mal. Hat ihnen nicht gefallen, die gegnerische Luna. Wollen sie selber machen. Rubik, auch bei ihnen. Und Clock. Die Lineups drehen sich also so ein bisschen um. Cent hatten sie davor schon. Aber der Rest ist jetzt das Team von Quest geklaut und ein Clock dazu. Und was macht Quest? Quest spielen Darkseer. Der ist also auch wieder am Start. Wisp, Gyro und Tiny. Tiny war irgendwie so ein Ding. Also, Tiny hat am Anfang sehr gut geklappt in Noob's Händen. Dann war mein Eindruck, dass er echt Probleme gekriegt hat. Und dann später ging es. Sein Burst war sehr mächtig. Sein Damage Output war sehr mächtig. Aber manchmal stand da auch etwas verloren, weil Draw auch gut gegen sowas ist, wenn der Tiny mal falsch steht. Also, ich glaube, man kann den schlagen, den Tiny von Quest. Aber ich glaube auch nicht, dass er schlecht ist. Und sie fühlen sich offensichtlich mit ihm wohl. Darkseer Tiny ist einfach schon nice. So, ne? Zusammen. Ist schon ganz geil. Also, das werden sie wieder machen. Und Gyro ist jetzt ihr neuer Carry. Gyro ist zur Zeit durchaus gut. Und gerade mit Wisp zusammen eine krasse Kombination. Also, mir gefällt Quests Lineup. Ich fand Tundra fast... Ach, ich weiß nicht. Ich fand sie irgendwie einen Tick stärker letztes Mal. Aber sie haben trotzdem verloren. Insofern mal sehen, ob ihre Luna jetzt einen Sieg davon tragen kann. Noch sehr viele, Maxi. Das ist das erste von drei Best of Threes. Wie viele genau an der Zahl, weiß ich nicht. Weil Best of Threes können zwei oder drei Spiele haben. Aber noch sehr viel. Wir werden noch bis spät abends streamen. Jo, bis gleich, Tux. Hol dir was. Moin, Flauschi. Hau rein, Bliss. Schade, schade, dass du schon gehst. Danke. Dir auch noch einen schönen Tag. Direkt Stimmbruch bekommen bei der Verabschiedung. Also Disruptor ist, glaube ich, der einzige Bann, der jetzt direkt in der ersten Phase was rausgeballert hat, was vorhin gespielt wurde. Und das ist schon spannend, weil ja, der Disruptor war mächtig, aber Rubik hat es schon ordentlich mit dem Schad gekontert. Mehrfach. Also finde ich sehr interessant. Hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet, dass sie den Disruptor spezifisch bannen. Vielleicht war es auch einfach so ein Komfort-Bann, wo sie jetzt keinen Bock drauf hatten, gegen sich den zu haben. Auch eine Sache, Morphling-Bann von Quest. Nachdem Gyro und Tiny schon gepickt sind und Darkseer. Ich ging jetzt davon aus, dass Tiny-Mitte spielt, Gyro-Hardcarry und Darkseer-Offline. Vielleicht ist das ein Support-Gyro. Vielleicht erwarten sie ein Support-Gyro. Ich bin aber nicht sicher, woher der Morphling-Bann kommt. Oder ein Support-Tiny und Morph-Mitte, aber das sieht man eigentlich nicht. Der Marcy-Bann macht auch sehr viel Sinn. Achso, Quatsch. Warte mal. Sie haben... Nee, Moment. Quest hat hier Morph gebannt. Nee, ja trotzdem. Nee, es ist trotzdem komisch. Ich habe es nur falsch gesagt. Es ist trotzdem komisch, weil sie haben ja schon Luna bei Tundra. Also warum bannen sie Morph, wenn Luna schon da ist? Weil sie erwarten, dass der Morph-Mitte gespielt wird. Wie gesagt, das ist eigentlich unwahrscheinlich und offline steht der Sand. Also eigentlich ein noch seltsamerer Bann. Es sieht fast aus wie ein toter Bann, als würden sie bewusst einfach nichts bannen wollen oder so, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Vielleicht kann mir ja einer von euch den Morph-Bann erklären. Den checke ich nicht. Und bei Tundra haben sie aber Marcy gebannt. Und Marcy ist schlau zu bannen, weil Marcy und Wisp ist eine der stärksten Lanes im ganzen Spiel momentan. Und das kann man offline stellen. Da würde aber der Darkseer wahrscheinlich dann seine Position verlieren. Aber dann würden sie den Jairo einfach Support spielen und die Marcy mit dem Wisp zusammen packen. Ich denke, dass es bei Quest tatsächlich ein Jairo Hard Carry wird. Mal sehen. Ach ja, fünf Banns vor Second Pick. Ach, das ist immer so verrückt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du hast recht. Fünf Banns vor Second Pick. Deshalb, sie haben den Morph gebannt, bevor die Luna gepickt wurde. Ah, ja, ja. Das hätte sonst gar keinen Sinn gemacht. Ja, ja, stimmt. Wann diese Pick-Phase am Anfang, ne? Ist so verrückt mittlerweile. Du hast ja den im ersten Draft, nachdem eh schon ganz viel gebannt wird, hast du nur einen Pick auf jeder Seite. Irritierend. Ähm, ne, dann macht's Sinn. Sie bannen den Morph, dann wird die Luna gepickt. Ja, dann macht's Sinn. Ja, eigentlich dann nix Spannendes. Der Marcy-Bann war auch der fünfte. Das heißt, sie haben den gebannt und sie haben Marcy gebannt, natürlich, weil Risp gepickt wurde. Da war bisher nur ein nackter Risp. Und dann kam der Jai, wobei dann festgemerkt hat, okay, sie haben die Marcy schon weggehauen, wir nehmen jetzt eine gute Kombo. Ja, hast du recht, hast du gut gesehen. Das heißt, äh, ich glaub, das wird vom Prinzip ähnlich wie letzte Runde, so vom allgemeinen Spielstil. Fast schon Standard-Dota, wenn man so will. Ein paar Teamfighter, einen starken Hard-Carry, der Flash farmt. Alles reinwerfen und gucken, was passiert. Relativ viel Sustain. Ne, Quest hat wahrscheinlich wieder ein paar Heilungs-Item auf Darkseer. Vielleicht übernimmt aber auch Wisp einen größeren Teil. Zumindest haben sie mit Wisp und Darkseer Potenzial, ziemlich viel Heal und Aura-Kram zu haben. Toner ist ein bisschen, also ich, ich weiß nicht so richtig, Clock ist eigentlich schon ganz nice, ne, gerade gegen Wisp und so, aber, wenn er reinhuckt, gibt's bisher nur Stampede, was hilft, um Follow-Up zu landen und ich mag's immer, wenn man Clock mit irgendwas kombiniert, was so ein bisschen zusammenhüpft. Stormsworld oder so. Sowas find ich immer ziemlich stark und hier hab ich den Eindruck, da fehlt noch was, aber sie haben auch noch einen letzten Pick und der wird ihre Mitte sein und genau eine Mitte macht sowas in der Regel. Ja, geht gleich los. Ich muss einen Delay haben, Flauschi. Da kommen wir leider nicht drum herum. Wir werden jetzt aber die Buns zu Ende sehen. Kurz. Und dann ingame nochmal Pause machen. Das ist mein Plan. Also wir gucken die gemutet, ingame gemutet an und wenn's dann ins Spiel geht, pausier ich nochmal ein paar Minuten. Nicht so lang. Und dann geht's los. Genau, deshalb ist es Flauschi. Ah, ich freu mich drauf. Das hat natürlich Lust auf mehr gemacht, die erste Partie. Lassen sich halt relativ viel Zeit bei dem Bann. Pugna, ja. Was will denn Tundra überhaupt noch bannen? Mitten, ne? Obwohl der Tiny ist wahrscheinlich Mitte. Du kannst fast schon Supports bannen, finde ich. Oder du bannst andere Helden, auf die du weniger Bock als auf einen Gyro-Carry hast. Aber ich denke mal, Quest ist schon core-technisch gut aufgestellt. Ja, Kotl. Also ich meine, Kotl könnte auch Mitte sein und dann ist halt Tiny mit Wisp Support. Das ist durchaus Praxis, in der Praxis möglich. Tiny und Darkseer zusammen auf der Lane gegen eine Luna. Ah, schlecht ist es nicht. Es kann schon auch klappen. Iron Shell, Avalanche und so. Gibt eben Lift gegen zwei Milis. Trotzdem, es ist spielbar. Kann gut funktionieren. Ah, schwer einzuschätzen. Also sie bannen Kotl. Und bin echt relativ neugierig, was Quest noch picken wird als letztes. Und ob der Tiny Support ist oder nicht. Hallo, Florian. Du kannst jetzt gehen, du kannst später gehen, Tux. Ich bin den ganzen Tag da. Ich bin morgen den ganzen Tag da und ich bin übermorgen den ganzen Tag da. Ich bin jetzt immer hier. Ja. Pack. Ach, CK. CK, okay. CK. Also sie haben sich tatsächlich noch ne Wisp-Partner gebannt. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob der Zeus oder der Tiny Mitte sind. Ich glaub eher der Zeus als der Tiny. Ich glaub nicht, dass sie Zeus Support spielen. Ist aber auch nicht unmöglich. Und ja, Pack weg für Tundra. Die können keinen Pack mehr picken. Der wär nice gewesen hier. Also Pack hätte mir gut gefallen. Wahrscheinlich ein schlauer Mann. Was würd ich denn gern sehen? Gern sehen würd ich einen Storm Spirit, aber den werden sie nicht picken. Der ist momentan zu schwach. Also es ist ein Earth Spirit. Also sowas haben sie gebraucht, ne? Boyd Spirit ist zu schwach grad. Storm Spirit ist auch nicht so mega nice. Deshalb ist, denke ich, Toppsons Special Earth Spirit angebracht. Den spielt er auch ziemlich gut. Er kann rollen, er ist mobil, das ist das Wichtige. Kann hinter dem Clock herjumpen, er hat einen Silence, er kann den Zeus ein bisschen jagen, er kann Leute wegkicken. Aber ob der jetzt perfekt aufgeht, weiß ich noch nicht. Ich glaube, er ist keine schlechte Wahl. Und er macht Spaß beim Zusehen. Ja, ey, die Musik ist auch geil. Also Subnautica krieg ich, ich krieg auch immer Lust auf zu spielen. Jetzt mal ein Beispiel dafür, wie gelungen so ein Soundtrack sein kann. Es fängt echt das Feeling von Subnautica so genial ein, der Soundtrack. Leg dich nicht mit Flausch her, Florian. Das war die weise Wahl, einen Rückzieher zu machen. Guck mal, nächster Nostalgie-Knaller mit Final Fantasy. Das kickt mich direkt zurück in meine Schulzeit an der Playstation 2 mit FF9 in der Konsole bei einem Kumpel, jeder ein Kinder-Country in der Hand und dann gegen irgendwelche Bestia kämpfen und wahrscheinlich verlieren. Die Grafik in den Zwischensequenzen unglaublich krass finden, dieses schwarzhaarige Mädel mit dem orangenen, eng anliegenden Latex sexy finden und mit Vivi Magie wirken. So, ich muss pausieren. Check mal, wie weit wir schon sind. Ey, wir können gleich starten. Ja, ich mag die Playlist auch echt gern. Ey, da muss ich mal wieder was rausnehmen wegen Copyright und so, aber wir haben immer noch 164 Lieder drin. Die ist langsam gereift und gewachsen. Ja, man, FF10 und FF9 war auch genau meine Final Fantasy Zeit und Genatio. Und 8 kannte ich noch ein bisschen, fand ich auch gut. Und 9 und 10, mit denen bin ich so aufgewachsen. Ich fand Auron immer so geil, der war der übelste Edge-Lord, hab ich geliebt. Oh oh, Florian bereitet sich jetzt vor. Nimm dich in 8, Klauschi. Ja. Ich hab FF9, glaube ich, mehr als einmal gespielt. Ach so, Subnautica, ja. Naja, es kommt auch an, was du daran genießt. Wenn du dieses Build-Up genießt und dieses rollenspielmäßige Aufbau-Ding, dann kannst du es durchaus mehrfach spielen, oder? Ich würde sagen, es hat schon einen soliden Wiederspielwert für einige. Okay, doch 3 Minuten. Dann sind wir drin. In 3 Minuten geht es los. Ich weiß, es ist nicht perfekt mit dem Pausieren am Anfang, aber ich glaube, es ist eine gute Lösung. Und ja. Stimmt, echt, Maxi. Ich freue mich auch, den Zeus zu sehen. Ich hoffe natürlich auf einen Core-Zeus. Ich guck mal, wie die Spieler verteilt sind. Ja, ist ein Mitte. Ist ein Mitte-Zeus. Geil. Weil der wird wahrscheinlich Manta-Shard gehen. Also das wird ein Auto-Attack-Zeus, bin ich relativ sicher. Vor allem gegen das, was Tundra hat. Und auch allgemein ist es gerade sehr legit. Also es ist dann so ein Hybrid-Ding, der macht auch Spales, der geht für Lactory und so, aber er Auto-Attackt auch. Also Auto-Attack-Core-Zeus für uns dann der erwartete Gyro-Hard-Carry zusammen mit Wisp in der Kombo und die Tiny-Dark-Sea-Lane wird stattfinden. Ja, und hier natürlich keine Überraschungen bei Tundra. Na ja, das stimmt schon, das geht natürlich ein bisschen verloren. Aber vielleicht, gerade beim zweiten Mal spielen, fallen einem auch neue Dinge auf und so. Und man entdeckt noch neue Hints oder versteht Sachen besser, hört mal mehr zu, wenn die dich da irgendwie volllabern. eins der wenigen Spiele, wo ich keine Orientierungsprobleme habe. Irgendwie komme ich in St. Nautica echt mit der Orientierung ganz okay, klar. Bis auf diesen Schneeinseln in St. Nautica 2 kannst du völlig vergessen. Sobald es über Tage geht, bin ich verloren. Aber im Wasser passt es. Wahrscheinlich einfach gutes Weltendesign, aber in so einem Wasser, in so einem Umfeld kann ich mich irgendwie besser orientieren. Ich weiß nicht, warum. Noch eine Minute. Ja, Schreck und Horror inklusive, Flauschi. Da kickt das Fisch und ist echt so. Ist echt so, oh, was bin ich? Wo bin ich? Ich muss schwimmen? Perfekt. Also auch nicht, dass ich dann da überragend mich orientiere, sondern eher, es funktioniert halt etwas besser, als man bei mir erwarten könnte. Ja, so Marker, genau. Wo ich Probleme gekriegt habe, war manchmal, wenn man sehr tief taucht und dann irgendwie unten irgendwo ist, weißt du, in so etwas verklüfteteren Gegenden und du suchst was, was in einem Stein eingelassen versteckt ist, eine Höhle oder so. Da bin ich ein paar Mal hin und her geschwommen, hab's nicht gefunden. Dann noch das Sauerstoffproblem. Es ist schon ein krass gut designtes Spiel. Also Subnautica, gerade der erste Teil. Ich bin immer auch traurig, dass ich dem zweiten viel mehr Plattformen gegeben habe als dem ersten. Den zweiten hab ich viel mehr gespielt und der erste ist viel besser, finde ich tatsächlich. Aber beide sind gut. Na, hab ich gelogen? Müssen wir doch noch eine Minute mehr warten? Nee, gleich geht er los. So, wir werden jetzt gleich entspannt starten. Diesmal denke ich auch dran, den Text wegzumachen. Versprochen. Nochmal eine letzte Frage zu denen, die vorhin schon zugeschaut haben. War es vom Sound okay, auch in den größeren Kämpfen später? Ich nerv euch damit bald nicht mehr, aber ich will es gerade am Anfang einmal halbwegs kommuniziert haben. Das ist ein bisschen schwierig für mich manchmal einzuschätzen. Fandet ihr es angenehm? Habt ihr was gehört? War es zu laut? Hallo Toronda, moin moin. War okay. Gut, danke. Sieht aktuell nicht aus, als hätte ein Team das Ziel First Blood zu geiern. Keine Smokes. Relativ verteilt. Wahrscheinlich wird das Ziel von beiden Teams zwei Bounties zu kriegen. Interessant wird, was der Tiny und der Darksear da unten machen. Weil die stehen zu zweit gegen drei und probieren trotzdem etwas aggressiver nach vorne zu laufen Richtung Roomspot. Haben die jetzt auch gesichert? Ja, Toronda lässt ab. Stellen sie sich nicht dazu. Wissen ja auch nicht genau, wo Quest ist. Voll nervig, Dodo. Das wird dieses Mal anders sein. Zeit zum Schweigen. Ja, zwei Bounties an jedes Team. Nichts Großes passiert. Vielleicht auch so ein stilles Übereinkommen. Heute Morgen beim Frühstück haben sie sich die Hände geschüttelt und gesagt, komm, lass mal nicht so stressen am Anfang vom Game. Ich weiß noch früher, da gab es keine Objectives am Anfang auf der Map. Man konnte einfach in der Base chillen, sich ein bisschen umgucken und dann ist man auf die Lane gegangen. Da hat man vorne gewartet und geblockt. Und ganz ehrlich, ich mochte es, weil es ein bisschen lockerer war. Heutetage hast du immer irgendeinen Scheiß zu tun. Fängt schon an am Anfang mit kleinen Wards einnehmen und Bounty Runen umkämpfen. Es muss halt immer Action sein, immer Spaß machen. Die ganze Zeit. Ich mochte, dass man sich ausruhen konnte. Topsen kann sich auch gleich ausruhen, wenn er so weit da macht. Oh Gott, kriegt das A-Kleid nicht mehr raus. Aber der Sven hätte, glaube ich, gerade so zu viel Leben noch gehabt. Auf dem Espirit. So viel Damage genommen direkt. Autotecks von einem Zeus darf man nicht unterschätzen. Die sind nicht so schwach. 64 Damage. Die wurden mal gebackt vor einer Weile. Schon länger her, aber seitdem hat er mehr Attack Range und auch mehr Schaden. Und dann natürlich die Arclighting Spam. Wow! Der Jump ist in die falsche Richtung gegangen. Er wird gestunnt. Er wird vom Tower gettet, ein bisschen Body blockt. Oh mein Gott. XD aber berechtigt. Richtig scheiße gelaufen. Für Noob. Richtig, richtig, richtig bitter. Der Kick und dann der Jump in die falsche Richtung. Das sah fast ein bisschen glitchy aus. Wahrscheinlich zu schnell gedrückt oder so. Geiles Duell in der Mitte auf jeden Fall. Wenn die Lane von Quest ein paar Level bekommt, wird die nicht ungefährlich. Aber bis dahin hat die Luna relativ viel Space. Mit Clock zusammen Doppelmelee fast. Luna hat ja auch nicht so viel Range gegen tatsächliches Doppelmelee. Clock kann halt Cox machen, um sie zu schützen. Aber nicht viel mehr. Wenn die da dran sind an der und einen ordentlichen Toss setzen und alles. Ein Shell. Sollte sie sterben. Sie hat viel Movement Speed. Ich glaube aber nicht, dass sie das immer rettet. No, Blood Grenade, Rocket, Flag Cannons und noch ein paar Auto-Attacks. Später wird dann der Gyro gestunt und dreht ab. Guter Trade für Quest. Viel Last ist jetzt auf Topsen. Ich glaube, die Aktion in der Mitte mit dem Jump hat ihm einiges gerettet. Weil davor sah es nicht so gut aus und jetzt hat er sich da in eine ordentliche Position arbeiten können. Noch kein Kill gefallen. Auch letztes Spiel war relativ killarm dafür, dass so viel gekämpft wurde, weil die sich immer wieder neutralisiert haben. Die einzelnen Spieler. Ah, du hast gleich Feierabend, oder? Bist noch am Arbeiten. Wie viel ist es? Ah, 16 Uhr ist das Schluss. Dann genießt dein Wochenende. Ey, woher kenne ich denn den Schweigefuchs, Flauschi? Ich kenne noch den Schweigefuchs. Das habe ich schon mal gehört. Na ja, ich meine, sie sind im Lower Bracket von einem Tier 1 Turnier, wo alle Top-Teams dabei waren. Nach einer harten, langen Gruppenphase. Das ist, glaube ich, die perfekte Einschätzung zu ihrem aktuellen Skill. Sie sind gut. Sie sind absolutes Tier 1 Niveau. Sie gehören zu den besten Teams der Welt. Sind sie die allerbesten? Nicht ganz, aber sie gehören schon mal zu den besten 8. Ich würde sagen, die stärksten sind so Liquid und Falcons aktuell. Zumindest bei denen, die ich besser kenne. Und darunter kommen dann halt so Teams wie Quest und 100 direkt. Ich habe vergessen zu essen in der Pause, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Voll gut. Ja, ich kenne es irgendwo auch. Außer Juh, Schauschi. Keine Ahnung, was das war. Ui, 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 ui. First Blood für Tundra. Und ich dachte noch, das wird gefährlich für sie, aber es ist auch erst Level 3. Also, ich bin echt der Meinung, dass Quest da unten Level braucht. Die brauchen ein Level, bevor sie gefährlich werden können. Und davor hat die Luna Freiheit. Und wenn sie dir nicht geben wollen, die Freiheit, dann passiert das. Denk ich mal. Haben sie sich beim Iron Shell irgendwie verdrückt? Sollte das auf die Luna gehen, um den Clock zu töten? Man weiß es nicht. Double Kill war das, ne? Ja. Beide an Pure, ey. Was für ein abartiger Start für die Luna. Und der Luna snowboilt so schnell, was Farmspeed angeht. Jetzt hat sie ein Double Kill auf der Lane gemacht. Hat übelstes Gold. Wir sind bei 4 Minuten 50. Sie führt mit Abstand die Net Worth Distanz. Sie hat fast 1000 Gold mehr als der Jibo. Gigantischer Ultrastart. Habe ich selten gesehen, sowas. Wird jetzt ganz, ganz, ganz schwierig für Quest da unten. Mit 2 Milis gegen den Schaden, den in der High Level viel GPM Luna ihnen reindrückt. Guckt euch das an. Wie die immer schon von den Gläfen und so rausgesäunt werden. Die hat auch interessant geskillt, dass sie Gläfen und Aura hat. Aber Moonglaves auf 1 in der Lane ist gut. Eigentlich ist es schlecht, weil du reinpuschst, aber gegen Doppel-Milis ist echt gut. Tier 2000 im Lift und Down. Erfolgreiche Rotation von Tunda und damit 3-0. Die sehen hier echt stark aus in der Laning-Stage bisher. Ich glaube auch nicht, dass die Luna jetzt noch aufgehalten werden kann. Zumindest nicht von einem Darkseer und einem Tiny. Da kommt die Kombo. Nix gesagt. Doppel-Einschale und die Zeus-Ult. Die stimmt, der wäre nämlich rausgekommen. Die Luna hätte überlebt, aber sie drehen es über die Zeus-Ult, an die ich nicht gedacht habe. Sie haben ja die Option der globalen Präsenz. Schon jetzt Level 6, ey. Ich hatte das Gefühl es ein bisschen früh, obwohl es 6,5. Vielleicht auch nicht. Vielleicht vertue ich mich. Ich dachte, das wäre eher so eine Minute später, aber nee. In der Mitte levelt man natürlich sehr schnell. Ja, die Cox hätten ihn gerettet. Luna hätte überlebt. Clock wäre einmal kurz gestorben. Wäre kein Problem gewesen. Volle Mana, voller AP. Wie Spawned hin-TP'd. Hätte der Luna ihre Items mitgebracht. Und die Lane da unten wäre komplett durch gewesen. Aber Zeus vereitelt genau das. Und die Kombo mit Toss und Einschale, gerade mit ein paar Leveln, selbst wenn sie davor gestorben sind, ist stark. Und auch nochmal ganz gut gesehen. Auch wenn es knapp nicht gereicht hätte ohne Zeus. Darkseer unten gestorben. Nächster Kill für Pure. Super für ihn. Daran anzuknüpfen, nachdem es einmal gerade schief ging. Ha! Die große Rolle der Motivation. Topsin aufmüpfig. Wird bestraft. 4-3 jetzt. Viele kleine Kills gefallen. Zeus hat viel Kohle. Dem geht es richtig gut. Gerade nach dem Kill. Aber auch dem Earthspirit immer noch. Topsin hat oft nicht so geile Laning-Stages und auch nicht so viel Farmen. Macht aber damit sehr viel. Sowohl von den Helden her, die er spielt, als auch von seinem Spielstil. Vielleicht ist das ein Schadenflecken? Das ist ausgelaufen. Ich glaube, Tobi ist zu tanky. Also Sand ist echt sehr, sehr, sehr tanky. Gerade mit Bracern und so. Was kauft die nun der Bomben? Bestimmt, ja. Mask of Madness als nächstes. Aber was ist denn das? Band of Elvinskin? Was kommt denn da? Broadsword hat sie schon. Sie hat Disband einfach eingeschoben für Value. Die kauft eh später Jascha und hat damit schon mal die 6 RG für relativ wenig Gold. Und ja, trotzdem. Band of Elvinskin, Treads, Moon, Raindrops und Wand. Und sie hat schon halbe Morbid Mask und ein Broadsword fertig. Wir sind bei siebeneinhalb Minuten. Das ist echt, echt krass schnell. Weil sie auch 50 Last Hits hat schon. Plus 2,0. Hä, was? 3,1 meine ich. Und 52 Last Hits. Yikes. Was kann Quest gegen die Duna machen? Wahrscheinlich einfach nix und farmen und hoffen, dass sie sie in den Teamfights töten. Würde ich mal tippen. Sie haben jetzt nicht so das Line-Up, was sie aktiv überall jagen kann. Außer der Tiny hat mega Bock, aber es ist ein Support-Tiny. Bis der Dagger hat, muss der gar nicht erst versuchen, die im Wald aufzusuchen. Und wenn er Dagger hat, ist er wahrscheinlich zu stark für sowas. Also es gefällt mir alles sehr gut für Tundra. Ist praktisch schon vorbei. Ja, das ist korrekt, Tux. Kann sein, Umi. Kann sein. Wir sind alle alt, ich weiß sowas nicht mehr. Guter Initiate. Guter Jump. Das sollte reichen. Hat noch eine Weile gegen gehalten. Den Clock noch in den Tod gerissen und jetzt mit der Double Avalanche könnte noch mehr kommen. Oh, Stampede. Und Tundra benutzt sie so aggressiv. Wieso? Ich dachte, die rennen weg. Nö, machen sie einfach nicht. Irgendwie noch Topsons Roller auf einen Risp, der garantiert überlebt. Ein Kick auf drei bringt alles nicht. Er ist jetzt in der falschen Position, nachdem er da hingewandert ist. Seltsames Play. Die Stampede nicht einfach zum Fliehen zu benutzen, finde ich. Tundra hat da ein wenig zu viel Mut bewiesen. Was für eine geile Avalanche-Toss-Kombo. Wirft ihn da von der Brücke, während er selber unten steht. Ins eigene Team. White Mons Corks sperren ihn auf fieseste Art und Weise ein. Aber hilft nichts mehr. Also Tundra verliert drei Helden mit Clock noch. Drei Helden für diesen Kill auf den Jaiwun. Ich glaube, es hätte nur einer sein müssen und zwar nur der Clockwork. Was absolut gut für sie gewesen wäre. Sie hatten ja die Rotation auch schon in großen Teilen geforst von Quest. Aber wir berichten unser Augenmerk, auch wenn man jetzt hier sagen kann, ey, ein bisschen besser für Quest und so. Auf die Luna. Die farmt unbehelligt weiter. Gerade auf der Bot-Lane zugegen. Mom ist schon eine Weile fertig. Yasha kommt dann als nächstes. Nur der Zeus hat überhaupt noch, ja, ähnliche Finanzen, was die Gegner angeht. Dementsprechend ist sein Phillectorie fertig. Arcboot's Phillectorie sind da. Was auch kein schlechtes Timing ist. Absolut nicht. Aber Luna macht mir wirklich Sorgen für Quest. Was meinst du, Hobbypol? Die Tage der Stream? Ah, ja, ähm, die Streams starten heute um 14 Uhr. Ist jetzt auch egal. Morgen um 14 Uhr und Sonntag um 15 Uhr. Also, morgen auch wieder 14 Uhr und dann 15 Uhr. Und wir gucken, bis auf noch ein einziges Spiel morgen, gucken wir alles vom ganzen Turnier. Und die gehen dann immer bis spät nachts. Morgen wieder drei Best of Threes hier im Stream und dann am Sonntag Lower Bracket Finale und Grand Final ab 15 Uhr. Fängt's an. Tiny Down ist nur ein Support dieses Mal, ne. Aber schlecht ist nicht, weil der soll keinen Decker bekommen. Und der Weg wird damit erschwert und verlängert. Luna, Luna, gleich ist Yasha fertig. Aber noch hält der Zeus ganz gut mit. Das wird sich bald ändern. Lasst uns mal gemeinsam die Stack-Situation betrachten. Oh, hier wurde gerade gepinkt. Hat der Clock Bock? Ich meine, er hat keinen Hookshot, aber fast. Hier wird jetzt gestackt. Hier ist keiner und hier sind, glaube ich, auch keine. Ne. Also, sie werden einfach hier die Doppelstacks genießen mit der Luna. Und so viel mehr braucht sie natürlich nicht. Sie hat eh ein Mega-Game, aber das wird's nochmal in die Höhe heben und das brauchst du auch mit einer Luna auf dem Level. Also, du möchtest dann Stacks fahren. Was macht er denn? Die Stacks von der Luna. Wir wollen doch, dass die Luna 20.000 Gold mehr als jeder andere hat. Ach, Tobi, Tobi, Tobi. Was willst du denn haben? Eine Blade-Mail. Lächerlich. Smoke von Quest. Stehen am Rubik dran. Nehmen sie wahrscheinlich. Besser als nüscht. Das ist eine Gang von zwei Leuten, die sich weiteren zwei anschließen, was vier auf der Top-Lane bedeutet. Sie haben einen Cutter, können also noch Tower-Damage machen. Sie hätten gerne einen anderen Helden getötet. Cent wäre aber auch schwieriger geworden und wie gesagt, sie können es in den Push umwandeln, wenn sie wollen. Trauen sich nicht mal. Respektieren Tundra da relativ hart. Vor allem will der Zeus wahrscheinlich auch in der Mitte einfach jetzt weiter farmen. Was geht denn Topsen so? Kauft er was tolles? Wessel hat er ja. Macht Sinn. Hat er auch schon fertig. Ist super gut gegen Wisp. Kann er auf den Jibo machen und wenn der im Tether ist, kann er natürlich auch auf den Wisp selber machen. Und ein gutes Item auf ihm. Nun, er hat ihr Yasha, farmt da unten natürlich ihre klassische Rotation. Immer die Lane und zwei, drei Camps, je nachdem, was gerade möglich ist. Ich will immer Melk sagen. Kennt ihr noch Melk? Meet your Makers Melk. Ist aber natürlich Malik. Hey, ein Haier, Ma? Was machen die Gains? Ich hoffe, du hast den Blattsalat weiter abgeschworen und bist auch ein Jünger von Angelika Mager-Querkel. Ah, Ward aufgedeckt. Das heißt, sie laufen von dann. Habe sie gar keinen Bock. Schlaues Play, da nicht dem Reflex zu erliegen, den Ward schnell zu vernichten. Na, jetzt hat er ihn geholt. Ja, das Gefühl, sie waren da relativ vorsichtig mit dem Sentry. Ich meine, sie haben ja auch eigene Vision. Und Tundra stand bereit. Ah, Wall, alles, aber ist voll abgelassen mit Stampede weggerannt. Zu viele Leute. Dadurch, dass Tukalis dabei ist, kriegen sie den Gyro nicht so leicht down und wären sie da geblieben, wären sie gestorben. Irgendwie habe ich das Gefühl, Tundra hat diesen Megastart auf der Luna und die macht auch weiter. Die ist völlig am Snowballen, nach wie vor. Farmt und farmt, aber der Rest von ihren Projekten verpufft. Ihre eigenen Verluste sind allerdings auch nicht so hoch und Quest, ja, Quest, ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, sie, sie machen auch nicht so viel. Also sie spielen halt so ihr Ding. Sie haben jetzt keinen ganz krassen Gameplan. Sie farmen, sie akzeptieren, dass die Luna schneller farmt als der Gyro, farmen aber trotzdem. Entkommen manchmal, wehren sich natürlich, wenn Quest an, äh, wenn Tundra angreift, dann TP'n sie, spielen es reaktiv runter, aber sonst passiert nicht viel von ihrer Seite und das Resultat, alle Tower stehen noch auf Seiten Tundras. Äh, vielleicht gibt's ein gewisses Timing, auf was sie warten. Vielleicht wollen sie das, ähm, Holy Locket, vielleicht wollen sie unbedingt das Dagger auf dem Support Tiny. Kann auch sein, dass sie auf Zeus, Shard und Manta warten. Der hat ja ganz guten Farm und so lange braucht das nicht mehr. Vielleicht die Gyro-BKB, Crystalis-BKB ist schon sehr nice, früh zu haben in Kombination. Also da gibt's schon einiges, was sie demnächst stärker machen wird, so ist es nicht. Demnächst ist auch, ähm, hier ne Pipe fertig, das dauert noch ein bisschen. Aber Mecca hat da schon mal. Es wird in so ne Richtung gehen, Gyro einfach auch farmen lassen, akzeptieren, dass sie nur ein Item mehr hat und, äh, irgendwann geht's los. Sind jetzt noch nicht bereit, fühlen sich zumindest nicht bereit, anzugreifen. und die Tier 1 einzureißen. Aber die Uhr tickt. Ich glaube nicht, dass Tundra unbedingt angreifen möchte. Obwohl, wenn sie St. Dagger haben eventuell, aber davor garantiert nicht und danach ist der Weg zur BKB von Earth-Bird noch ziemlich weit und der von der Luna-BKB eben auch. Wenn die Luna und Earth-Bird BKB haben, dann würde ich sagen, ist Tundra das erste Mal so richtig ready to go und die Luna-BKB wird nicht so lang auf sich warten lassen, wie es sie den Anschein macht, wenn sie so weiterfarmt, wie bisher. Und ich denke, das wird Pure machen. Das ist ein absolutes Goldschwein, der liebt Kohle. Wieder Uni am Laufen und ich ertrink den Referaten. Zumindest jetzt mal Wochenende. Vielleicht musst du da nicht ganz so viel lernen. Kannst ein bisschen runtergucken. Viel Erfolg bei den, ähm, Referaten, bei den Vorträgen. Oh, Twingate-Aktion. Ah, nee. Nee, die wollen nur den Tower pushen. Da sind ja schon zwei unten. Da sind auch gleichzeitig entkommen. Tundra findet da niemanden. Man tauscht hier eins. Wenn keiner kämpfen will, nicht so richtig zumindest, tauscht man eben die Gebäude. Fair and Square. Ja, BKB ist da. Quests, BKB auf, Jairo ist am Start. Und Oma hat gleich seinen Dagger, nicht schlecht. Zeus braucht noch ein bisschen für Manta und Shard. Er kauft gerade auch nur Manta vor Shard, weil er so viel Kohle hat und weil Shard, ähm, bis zu diesem Punkt Cooldown hatte. Ich glaube, er wird jetzt erst Shard kaufen, bevor er das Manta beendet, nach dem Jascha. So, BKB da und Dagger da ab. Das ist es. Quest hätte die Option anzugreifen, bevor die Luna ihre BKB bekommt. Mitri Lama ist allerdings schon fertig gefarmt. So viel Zeit haben sie nicht. Auch Eursbeult hat keine. Eigentlich der Moment für sie. Sieht aber nicht so aus, als würde viel passieren. 6, 7, kaum Kills. 16 Minuten sind vergangen. Beide Teams bleiben in ihrer Spielfeldhälfte oder zumindest in ihrem Gebiet, das ihnen gerade gehört und farmen, farmen, farmen. Und eigentlich ist es ein aggressives Item-Bild. Also eigentlich eine schnelle BKB bedeutet, los geht. Schnelles Dagger auf dem Tiny, direkt gerusht als Support, absolut richtige Wahl. Relativ gutes, aber auch aggressiv spielbares Item-Bild auf Zeus. Mecha, Teamfight, Griefs sind auch da. Griefs kommen jetzt auch noch. Also war gar keine Pipe. Hat er dazwischen geschoben, die Griefs. Das ist super krass, was die jetzt gerade zu bieten haben auf Quest-Seite. Ich denke, das macht dann Aga, der Gyro, Blade of Reliquity. Sie sammeln alles ein. Holy Locket ist da. Sie sammeln alles ein. Da kommt ein Jump auf Topsen. Mit Ulti und allem reicht es nicht. Er wird nochmal geheilt. Magic Wand oder so. Jetzt in der Wall. Stirbt er dann doch. Und sein Support schließt sich direkt an, weil da war der Gyro schon die ganze Zeit dran. Tundra hatte nicht schnell genug alle Leute da. War ja auch weit in der Gegnerhälfte. Und deshalb war es egal, dass Topsen ein bisschen dagegen tanken konnte. Hat den Braten nicht mehr fett machen können. Es ist gerade absolut Quest-Timing. Und Tundra läuft ihn so ein bisschen rein, habe ich den Eindruck. Aber ich würde mich echt freuen zu sehen, dass Quest jetzt weiter aggressiv spielt. Ich glaube, das wäre richtig und gut und wichtig. Machen sie auch. Versuchen den Clock oben zu töten. Sand fast auch noch gesehen, aber Clock ist das leichtere Ziel. Ein paar Auto-Attacks vom Zeus. Ding, ding, ding. Und noch ein Art Lightning. Mega-Kill jetzt auf Nu. Nunas BKB ist gleich da. Noch 380 Gold. Dann ist sie ready. Der Tower müsste noch drin sein, wollen sie aber scheinbar nicht. Und sind auch wieder relativ verteilt. Verkeilt, ey. Verteilt. Der Jaiwo farmt sein Aga weiter. Schließt sich nicht an. Möchte unbedingt einen Side-Gunner. Und so langsam läuft das Ganze aus, weil jetzt hat die Luna BKB und damit kann Tundra antworten, wenn sie denn möchten. Center Dagger. Schauen wir mal. Natürlich weiß ich auch immer sowas, weil ich alle sehe. Quest weiß jetzt nicht genau, wie die Timings sind von Tundra, aber wenn sie sich auf Land zeigen, gucken sie schon auf die Items. Der Gegner. Und ich denke mal, dass sie jetzt einfach warten, bis sie Aga Nims haben. Das wird den Jaiwo richtig, richtig stark machen. BKB, Crystalis und Aga Nims ist krass. Sehr krass. Oft kauft man auch Aga Nims vor der BKB. Schneller BKB bedeutet, du kannst halt etwas früher solide Teamfight nehmen. Schneller Aga bedeutet, du farmst etwas schneller für die BKB danach und hast mehr Damage-Output im Allgemeinen. So, 5-Mann-Smog von Tundra. Die haben ja jetzt gerade ihre Items fertig bekommen. Marschieren also los, erforschen mal die Gegend, frische Luft schnappen auf der Dyer-Seite, riecht wahrscheinlich nach Sumpf und Pestilenz. Und da unten sieht man ein Doppel-Hoof-Stomp. Er ist den Wisp, nein, er ist den Jaiwo. Okay, der macht BKB, Wisp still trotzdem und alles ist gut. Fast egal, was du da machst. Solange jeder seine Knöpfe drückt, sterben beide. Der Innistie etwa zu gut vom Cent, um auf Quest-Seiten noch zu scheitern beziehungsweise, äh, um auf Quest-Seiten es verhindern zu können. Beziehungsweise bei Tundra, um noch zu scheitern. Malik, stimmt auch, der Kampf ist ein riesen Erfolg für Tundra. Der Smog hat sich so ausgezahlt. Doppelter Huf-Stomp, weil Wisp eben auch an seinem Jaiwo dran steht. Der kann sich doch kurz verstecken, aber ist egal. Alter, ist nicht egal. Wie hat er das denn gemacht? Mit den Illus und so. Irre, wie viel Space er noch rausgeholt hat. Dass er stirbt, ist klar, aber er hat echt nochmal ein paar Sekunden an Zeit gewonnen. Zumindest ein Camp mehr für den Zeus, welches gefarmt wird. Nicht mal Thundergirls Rast benutzt hier. So total einseitiges Ding. Sehr, sehr erfolgreicher Gang von Tundra. Und Quest wirkt halt auch schon das ganze Spiel eher defensiv, eher ein bisschen zurückhaltend. Selber bringen sie sowas selten, werden bestimmt auch Roche nicht contesten. Und den letzten Roche hat Quest mit Luna bekommen. Jetzt schickt sich Tundra an den ersten, habe ich hoffentlich gesagt, den ersten Roche mit Aegis für die Luna zu bekommen. Und wir haben ja gesehen, wie krass das schon bei Quest lief für sie. Als die Luna das erste Aegis im Spiel ergattern konnte, hat sich einiges gedreht und zu ihren Gunsten gewendet. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass es hier genauso läuft. Der Kampf hat ihnen eh Selbstvertrauen gegeben und natürlich auch Kohle und XP. Jetzt noch zwei Leben auf der Luna. Kommen raus, keiner stirbt am Pit, Quest kann nicht mehr contesten. Luna direkt wieder am Farm. Keine Ahnung, was ihre nächste Wahl wird. Schad hat sie schon. Also es ist alles da, was sie möchte. Jetzt geht es eigentlich schon so in Luxus-Items, in Late-Game-Item-Projekte. Da wäre jetzt, ja okay, Kanda, das hatten wir letztes Mal glaube ich genauso, eine gute Wahl, macht sie auch. Alles wird wieder ein sehr ähnliches Item-Bild. Das ist gerade Meta, so zu spielen. Hallo Sebastian. YouTube grüßt zurück. Nächster Smog. Wenn es einmal klappt, warum nicht nochmal? Jetzt sogar ihr ist dabei. Oh Gott, der Risp und der Jairo stehen da schon wieder. Gleicher Spot, die gleichen Leute. Send am Lauern, er trifft diesmal nur einen, war aber knapp. Er trifft nur einen, er kriegt nur einen und der Kick von Topsen hätte fast noch den Jairo geslouht, aber eben nicht und ganz im Notfall hätte er wahrscheinlich BKB gemacht und wäre trotzdem rausgekommen. Mein Gott, ich habe schon ein Déjà-vu gehabt fast, aber zumindest der Jairo überlebt. Quest bleiben im Spiel, aber Luna kriegt einen gegnerischen Ancient Stack und wahrscheinlich kriegen sie jetzt auch den Tormenter. Ohne Risp kann Quest nicht kämpfen. Sie spielen eh so vorsichtig die ganze Zeit und als ob sie das jetzt probieren. Wäre auch Quatsch. Shard geht an den Rubik. Super gutes Shard. Sehr, sehr geil für ihn. Mecha, bald Greaves. Die Greaves von Darkseeker bleiben weitgehend ungenutzt. Bald hat er Pipe. Das wird noch gut in den Teamfights, aber in der ersten Phase dieses Item-Builds bleibt es sehr ungenutzt. Ja, und der Jairo geht jetzt auf Butterfly. Bleibt noch halbwegs dran. Ich meine, Jairo farmt auch nicht so langsam. Und Luna hat ja jetzt auch ein paar Mal sich bei so Gang-Projekten beteiligt. Ja, das stimmt. Du hast recht. Ähm, hast du recht. Das ist interessant, ne? Weil es ja sehr, sehr viel Value für sehr wenig Gold auf dem Papier ist. Crystalis ist echt nice. Ich meine, Windranger fällt mir noch ein. Die profitiert auch sehr von einem Crystalis. Kann man auch mal früh kaufen. Die meisten kaufen Mildström. Aber ich finde, Crystalis ist ein bisschen underrated. Ein schnelles auf Windranger. Das haben wir natürlich was anderes als im Jairo. Ich glaube auch sehr viele Echo-Saber-Helden, bei denen es ein bisschen unterschätzt, wie gut Crystalis danach ist. Weil es billig ist, viel Schaden gibt und der Doppelschlag mit Crit schon nice ist. Zum Beispiel Echo-Saber auf Tiny oder so. Slug passt nicht so ganz. Wer kauft denn noch gerne Echo-Saber? Ich meine, ich habe gerade noch einen vergessen, der mit sowas echt gut funktioniert. Drei Leute TPen. Die müssen das natürlich verteidigen, aber das Problem ist, dass Aegis vier Leute Darkseer und auch Boxygon sie jumpen. Sie müssen den Lockdown halten vor der BKB. Schaffen sie nicht. Die hätte sich fast umdrehen können, die Luna. Ich sage es euch, da war eine Drei-Mann-Avalanche. Tundra stand bereit. Sie hat Aegis, ich glaube wirklich, sie hätte BKB-Gläfen machen können. Und Topsen sieht es auch, sie geht mit der BKB rein, silenced alle. Macht super viel Schaden, kommt auch noch weg. Das Team stießt sich einfach nicht an. Die helfen dem nicht. Avalanche noch gedodged. Ey, ey, ich schwöre euch, Tundra hätte den Kampf auf jeden Fall gewonnen. Aber wirklich easy, oder? Vielleicht nicht gegen Bybacks oder so noch, vielleicht wollten sie irgendwas nicht riskieren, aber Topsen hatte ja Bock. Er ist alleine rein. Alle anderen sind umgedreht, also das war auch was, wo sie sich selber unsicher waren. Topsens Call war rein. Der Rest von Tundra hat gesagt, nee, nicht so Bock. Aber allein, dass Pure mit der BKB da nicht reingeht. Mit der Avalanche zusammen, ey. Mask of Madness, Gläfen. Danach noch Respawn. Stellt euch vor, der Gläf da rein, der Tiny committed dadurch und dann rollt EarthBud hinterher. Da sind sie echt unter ihrem Potenzial geblieben. Glück für Quest, dass sie das zu fünft so halten konnten. Ja, danke, Inhaja. Das freut mich. Ich fand die letzten Gameplays allgemein ganz gut, oder? Wie geht's euch da? Das Omni-Gameplay, das Witch-Doctor-Gameplay und auch das Storm-Ding. Ja, Monkey King zum Beispiel. Gute Idee, Manu. Monkey King, glaube ich, wird Questus auch nie gebaut am Anfang. Finde ich echt nice mit Echo Saber zusammen auf ihm. Zumindest in der Theorie. Wahrscheinlich brauchst du halt schnell eine BKB oder so oft. Aber in Spielen, wo du damit durchkommst, ist es echt krasser Schaden. Ah, Breaker will ein bisschen noch was anderes machen, weißt du? Ähm, Hobby Pole. Das funktioniert nicht so ganz, weil er nach Echo Saber ziemlich schnell meistens so Sachen, wenn er Core spielt, wie Aghanims, BKB, Octa-Core will, um dann dieser Tanki-Bruiser zu werden, der immer wieder reinchargt, alles Stunt, mit Bulldoze rauskommt. Da willst du auch vor allen Dingen eher Attack-Speed als für die Bashes, als Crit für die einzelnen Schläge später. Ja, du meinst wegen dem Leaf oder was, Benji? Aber ich meine, das haben wir ja ganz gut gemacht, weil ich ihn einfach nicht angegriffen habe in der Zeit. Und er kam ja dann zurück. Wäre er nicht zurückgekommen, hätte ich es nicht veröffentlicht. Aber so fand ich das Spiel echt ganz nice. Ich mag es halt auch mal, Spiele hochzuladen, wo nicht alles so perfekt läuft und auch wo ich nicht derjenige bin, der die ganzen Kills macht oder der auch mal sich opfern muss und so, weil sonst ist es immer das Gleiche. Ich will nicht nur Spiele hochladen, wo ich total glänze. Wisst ihr? Weil das ist überhaupt nicht die Natur von Dota. Ich lade auch nicht hoch, wenn ich mal weggestompt werde, weil das macht ja keinen Bock. Aber ich möchte zumindest auch Niederlagen hochladen oder Sachen, wo es mal nicht perfekt läuft oder wo was schiefläuft. Ich lade auch nicht hochladen, ich lade auch nicht hochladen, ich lade auch nicht hochladen. Ich lade vorhin, um die zu stunnen. Ja, auch schon hier gerade. Also, er hat die immer noch vielleicht. Ja, jetzt kommt doch noch der große Kampf, aber Tundra immer wieder vorsichtig mit den Kommits und irgendwie werden sie jetzt komplett vernichtet, weil sie echt lang gewartet haben. Also, seltsam, ne? Die sehen da irgendwas, was ich nicht sehe. So, anders kann ich es mir nicht erklären, aber Topsen sieht es halt auch nicht. So, er geht hier rein, ist schon komisch, ne? Da muss man gucken, jetzt sagen sie raus, dann sagen sie aber wieder rein, dann sagen sie doch wieder raus und das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Jetzt sind sie so halb wieder drin, jetzt gehen sie alle und jetzt sagen sie doch wieder rein. Jetzt geht Topsen wieder nach vorne. Lift, initiate, Hufstorm von Tobi, pure von der Seite, probiert es irgendwie. Grieves stabilisieren, sie sterben sofort durch die ganzen Svelts und einfach die Kombination aus Quest. Die sind halt im Zickzack vor ihnen weggelaufen, nur um dann hier oben zu kämpfen, wo Quest am Outpost mit Highground-Vorteil steht. Ja, und werden entsprechend vernichtet. Also als würden sie es nicht gewinnen wollen in letzter Zeit. Aber das hier fand ich noch krasser. Das war einfach, glaube ich, schwierige Absprach und so ein bisschen ein Hin und Teher und da hast die Quest das gut geschlossen runtergespielt. Aber das hier, das sah nicht gut aus für mich und da war auch mehr drin für sie. Die Luna ist echt stark, äh, die Luna ist echt stark. Die geht jetzt Skadi, interessante Wahl, wahrscheinlich noch ein bisschen wegen dem Heal von Quest und so, aber allgemein weiß ich nicht, ob es mir so gut gefällt. Naja, geht auf jeden Fall Skadi. hat auch Glass Cannon mit Nemesis Curse, das gibt ihr noch ein bisschen Sustain und so. Hat sich eigentlich gut angeschlichen, ne? Hier hoch, aber da war die Position, hier hoch, aber da war die Position schon so schlecht für Tundra. Zeug hat Mantas Shard, der macht ganz gut Damage. Ha, Force, Dagger, Glimmer of Tiny, das wird sehr viel so Escape, Utility und dann natürlich die Burst Kombination. Und der Jairo hat einfach Butterfly, Daedalus, Aghanims, der hat so viel Gold wie die Luna mittlerweile. Wo sind die alten Zeiten hin? Heiliger, das ist ein krankes Itembild, jetzt schon so früh, finde ich. Dann kommt noch Satanic, das ist auch so basic, aber strong, was der gekauft hat, der Jairo. Kein Wunder, dass die Down gehen gegen den Sidegunner. Das ist ein gigantischer Schaden. Also jetzt ist es Daedalus halt fertig. Ah ne, Butterfly ist als letztes gegangen. Daedalus, glaube ich, weiß nicht, ob er es davor gefinisht hat, aber egal, er hat auf jeden Fall beide großen Items jetzt. Sorry, dass es gerade so kleine Lags gab, ich weiß nicht, woran das lag. Ähm, naja, ich habe länger wieder nicht viel gemacht, Hobby Pole, aber die letzten Gameplays haben sich okay geklickt. Das Doorsworld-Gameplay nicht so gut bisher, aber da hat sich auch kein gutes Thumbnail, glaube ich, am Anfang. Und die anderen beiden, vor allem das Omni, haben sich sehr gut geklickt, was mich gefreut hat. Die Streams nicht so, die aber, rede ich gleich nochmal drüber. Ich will den Kampf gucken. Äh, wie, ah ja, okay, so, jetzt kommt das hier. Die Ulti gibt Vision, Finden in Isthii, Tobi macht noch seine Ulti, rennt mit Stampede weg, stirbt trotzdem gerade so, oder auch nicht. Ganz, ganz knapp überlebt, ey. Jetzt ist er down, oder? Ne, Lucent Beam. Wow, nicht mal den kriegen sie. Bitter für sie. Quest verliert Tiny, Tundra verliert Earthworld, also ihre Mitte. Ist immer noch alles ganz gut für Quest. Ich dachte aber, sie töten mehr. Gerade das Cent überlebt, überrascht mich. Rubik ist zumindest noch gestorben. Also es bleibt das Erfolgserlebnis von Quest, die Erfolgsgeschichte. Seit Tundra beim Top Tower nicht committed hat und mit Aegis weggelaufen ist, haben sie keine Chance mehr gefühlt. Genau, die Streams, eigentlich läuft es echt gut dafür, sagen wir es so, eigentlich läuft es echt gut auf YouTube, dafür, dass ich so sporadisch Content gemacht habe in letzter Zeit und immer mal wieder Unterbrechungen hatte. Da bin ich sehr dankbar. Selbst hier sind gerade knapp 100 Leute, werden vielleicht sogar noch mehr, zumindest am Sonntag oder heute später am Abend. Mal gucken, ich hoffe drauf, ich drücke die Daumen. Das ist geil, aber es war auch schon mal deutlich mehr. Muss man nicht lügen, lief auch schon mal besser. Trotzdem, ich bin sehr zufrieden, dass gerade mit den letzten Gameplays die Zahlen wieder ganz gut waren von den Klicks, dass die Leute dranbleiben, obwohl, sie kennen mich wahrscheinlich auch schon, immer mal wieder eine Weile nix kommt. und ja, auf Twitch ganz wenig Zuschauer, das wusste ich aber, ist ja ein Nischenformat. Spenden ganz wenige, das liegt aber, glaube ich, auch an der allgemeinen Wirtschaftslage, an der Zeit so ein bisschen. Ich glaube, vielen geht es selber nicht ganz so gut und, und, das ist eben auch was, was, bei mir eher so ein Mindsetting ist, dass ich das nicht erwarte oder unbedingt brauche, um weiter Content zu machen. Ich habe auch so super viel Spaß und, und deshalb insgesamt echt eigentlich eine geile Zeit, dafür, dass eine Weile so wenig kam, echt geil. Zahlen sind dafür in Ordnung, Zuschauer sind noch am Start, Leute, die ich lange kenne, gucken immer noch zu. Das freut mich sehr und ich habe wieder richtig Spaß bei der Sache. Ich habe gerade auch sehr viel Spaß an Dota, was einfach ein schönes Gefühl ist. Ich freue mich total auf den Patch, der rauskommt jetzt nach dem Turnier. Ich freue mich darauf, endlich mal wieder drei Tage mit euch durchzustreamen. Ich habe privat auch einiges dazwischen erlebt und gemacht und es hat sich ein bisschen was geändert bei mir und so. Und es hat jetzt ein schönes Timing, weil ich da so angekommen bin, mir es gut geht und Dota sich mir neu öffnet. So ein dritter Frühling irgendwie gerade. Wenn der Patch gut ist, dann habe ich echt Bock, ordentlich weiterzumachen, was das Thema angeht und Content und Dota. Aber wenn er schlecht ist, bin ich vielleicht frustriert. Wir sehen. Wir werden sehen. Ich glaube, er wird ganz gut. Ich habe ein solides Gefühl. Radiant or Scanning. Ja, alles, das ist völlig klar, Florian. Finde ich aber nice, dass du mal wieder reinschaust. Radiant or Scanning. Gerade, weil es eben bei mir nicht immer regelmäßig ist und so. Ja, der Jump war okay, ne? Pure kommt raus mit der BKB, zwei Leute in den Koks, kommen beide ganz gut weg beziehungsweise befreien sich, um dann Tundra zu verfolgen und der Jump war ganz okay, aber Quest ist einfach too strong. Die sind zu stark. Der Sustain ist zu mächtig. Die Items sind zu viele. Die Luna kann nicht lang genug stehen, muss schnell wegrennen, kann nicht wirklich ihren Schaden aussetzen und tatsächlich verlieren sie die auch noch. Also ich habe jetzt eigentlich nur gedacht, dass Rubik und Earthspirit für die Aktion sterben, aber nein, auch die Luna fällt, beißt ins Gras und Quest gewinnen das wahrscheinlich einfach. Aber es ist wirklich ein Trauerspiel gewesen, weil Tundra in einer so guten Position war und es richtig spannend hätte werden können, war noch nicht entschieden oder so, aber alle Zeichen waren auf knappe lange Runde wie letztes Mal und dann haben sie diese seltsamen Absprachen, diese Misskommunikation in den Kämpfen. Ziehen nicht alle gemeinsam an einem Strang, verfolgen nicht den gleichen Gameplan und das ist einfach ein Niveau, wo du dafür total zerrissen wirst, wenn du das nicht machst. Das sieht man hier in Farbe und Bunt. Quest an der zweiten Lane und wird vielleicht noch einen großen Teamfight mit vielen Farben und tollen Momenten geben. Würde ich uns wünschen, weil bis auf den hier fand ich die alle ziemlich langweilig und selbst der war eher irritierend beim Ansehen als alles andere. Los jetzt, Tundra. Noch 20 Sekunden, ey, das ist auch gemein vom Timing. Quest kann direkt zwei Lanes einreißen und gehen, bevor die Luna respawnt. Ohne Probleme, ohne es knapp werden lassen zu müssen. Sie wissen auch, den Tier 3 kriegen sie nicht mehr oben, da steht ja noch ein Tier 2 davor. Deshalb ist es ein klarer, strukturierter Rückzug. Keine Chance, mit Tundra hinterher zu kommen, keine Chance, was zu machen. Sie verlieren alles auf Grundlage dieses Angriffs. Ich hätte nicht gedacht, dass die Strafe so groß ausfällt, aber Luna ist eben noch erwischt worden. Könnte ich mir mal vorstellen, aber wir haben echt gar keinen Kontakt mehr mittlerweile und man lebt sich auch auseinander. Also lange Zeit waren wir, glaube ich, zwar nicht mehr in Kontakt, aber hatten noch durchaus so vor, mal wieder zu quatschen oder was zu machen und das hat sich so ein bisschen geändert. Also Jonas und ich, ich weiß gar nicht, ob wir uns jetzt noch so gut verstehen würden wie früher, aber vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie er so drauf ist, ob er sich auch ein bisschen verändert hat oder nicht. Deshalb der Kontakt ist nicht mehr so groß, falls er immer wieder aufblüht, eventuell, aber Jonas macht ja auch, steht ja auch in Witte. Was habe ich da gesagt, Benji? Auf was beziehst du? Ich war bestimmt ein toller Witz, den ich jetzt versau, weil ich es nicht mehr zugeordnet bekomme. Ja, Zeus ist mächtig. Geht hier gut auf, der Pick. Kann man nix sagen. Find den sowohl in Teamfates stark als auch in den Scharmützeln. Thunder God's Wars war auch durchgängig nice hier, das Game. Ah, danke, das ist lieb von dir. Ja, aber wenn du dir das anguckst, merkst du wahrscheinlich auch, ich bin ja auch anders als früher, weißt du. Also, vielleicht gefällt dir der Content sogar besser als der aktuelle, das kann gut sein, aber mein Charakter ist anders, meine Art. Ich bin voll ein anderer Mensch als vor 5, 6 Jahren. Ähm, also gleich wäre das auf keinen Fall mehr, aber ich denke schon, dass wir immer noch eine gute Synergie hätten und, äh, coole Videos machen könnten. So theoretisch. EGIS für Quest. Tundra hat eigentlich ganz cute da versucht, den Zeus zu töten, während sie darum wussten, dass Quest EGIS holt. Also starker Game Reat, starker Aktion. Zeus ist auch kein so guter Roche-Töter, deshalb stand er da und hat gefarmt, aber nicht mal das hat funktioniert. Es geht irgendwie gar nichts mehr für sie, habe ich das Gefühl, in dem Game. 98 zu 2%. Skadi ist da, Luna probiert noch Divine zu bekommen. Letztes Mal hat die Droge Divine sehr, sehr schnell verloren. Dieses Mal wird sie es vielleicht nicht mehr fertig bekommen, der gleiche Spieler nur auf anderem Helden. Ich würde mich aber freuen. Ich fände es geil, wenn die Luna noch Divine hätte. Damit können sie noch was reißen, aber ich glaube, die Kohle reicht nicht. Die Maske verkaufen, darauf verzichten einfach, egal, und dann immer noch zu wenig Gold haben. Sie hat es verkauft, die Luna. 500 Gold sind es jetzt noch für Sacred Relic. Ich glaube, es ist nicht schnell genug. Oh, eine Double Damage. Da ist es Divine. Direkt gesammelt, nicht gewartet. Okay, ich glaube, ich hätte gewartet. Oder sofort TP'd und einen Kampf gesucht. Es reicht nicht. Ich denke nicht, dass die DD reicht, aber hey, besser als nüscht. Wird da der Plan, geschmiedet rumzulaufen? Nee. Wird rausgepusht, hier gefahren. Vorsicht. Vorsicht, Bro. Oh nein, Avalanche. Toss. Hex. Normal Punch. Sie lebt. Pure hat PKB, hat Ulti und alles rausbekommen. Team ist da. Malik kommt nicht raus, stirbt an Pures. Double Damage und Kram, aber danach eben auch die Luna. Sie verliert keinen Divine, aber wahrscheinlich das Spiel, denn ohne Luna, nur mit einem toten Darkseer, inklusive Aegis auf dem Gyro, wird Quest das jetzt höchstwahrscheinlich gewinnen. Und das war's. Luna gibt direkt auf. Keine Chance mehr. Schade. Hat sie sich blöd erwischen lassen beim Reinlaufen. Tiny war wach, ist direkt rüber, wurde auch wie wild auf der Minimap davor eingezeichnet, der Plan. Und Quest gewinnt tatsächlich 2-0. Eine härtere Runde und eine, die ihnen doch eher leicht gemacht wurde, war so mein Eindruck. Hm. Staub legt sich und wir sehen noch nix. Ich upgrade gleich die Layouts. Lass uns was machen. Hm. So. Naja. Schade. Aber das ist ja nur der Anfang des Tages gewesen. Jetzt steht's also 2-0 für Gladiators und sie werden dann gegen den Verlierer von Falcons und Extreme antreten im Quarterfinal morgen. Tragen wir hier noch das 2-0 ein. Falcons gegen Extreme ist glaube ich unser nächstes Game. Ja, Falcons gegen Extreme spielen jetzt. Genau, heute Morgen hat schon Tundra gegen Quest gespielt. Der hat Quest gewonnen. Warte mal, hä? Stimmt doch gar nicht. Ah ne, das haben wir gerade geguckt. So rum, sorry. Ja, das ist totaler Quatsch. Weil davor hat IG gegen Gladiators gespielt. Der hat Gladiators gewonnen. Das meinte ich. Ähm. Das heißt, Quest spielt glaube ich dann gegen Liquid oder Azuray. So, worum war's? Genau. So oder so haben wir jetzt Falcons gegen Extreme im Upper Bracket Semifinal. Also der ersten Upper Bracket Runde. Davor waren Gruppenphasen. Und dann heute auch noch Liquid gegen Azuray. Falcons sind halt mega nice. Den gucke ich gerne zu. Die sind irgendwie total gut. Das ist einfach krass. Extreme bin ich gespannt drauf. Die kenne ich noch nicht so gut. Sind aber hier im Upper Bracket gelandet. Also scheinbar können die was. Ähm. Aber ich glaube Falcons war Gruppenerster in ihrer Gruppe. Und Liquid war Gruppenerster in ihrer Gruppe. Also hier ist Falcons Favorit und dann Liquid gegen Azuray. Äh. Azuray bin ich ähnlich wie Extreme Gaming einfach gespannt drauf. Muss ich mir mal ansehen was die so drauf haben. Und Liquid ist Liquid. Die sind zur Zeit sehr erfolgreich. Und Liquid gucken wir ja allgemein ganz gerne. Ich zumindest. Ähm. Das ist so finde ich das geilste Spiel heute. Liquid gegen Azuray. Falcons und Extreme ist die Aufwärmung dafür. Ja, ja. Na klar Tux. Stimmt Benji. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich vergesse das immer dass du das bist. Aber Level 20 ist Zeus ziemlich gut im Roche töten. Der kriegt da 6%. Ja, aber er war ja nicht Level 20 oder? An dem Punkt. Aber du hast recht. Damit ist er tatsächlich relativ gut darin. War er da schon 20? Vielleicht war er da schon 20. Will nicht mehr aufstehen aber ich bleib heute bis zum bitteren Ende hier. da muss Essen sein. Mach's lieber. Hol dir was zu Futter und Tux. Du wirst es nicht bereuen. Apropos es wird auch Zeit für mich jetzt mal ein bisschen zu essen. Ähm. Sagt mir wenn es zu laut ist. Mh. Werbe. Mal gucken wann die nächste Serie beginnt. Na die reden noch. Dauert. Wir haben eine kleine Pause. So ungefähr 6300 Wiley. Aber ich spiele fast nie. Wängt. Ich erspare euch das mal. Sieht ja widerlich aus. Ja wo ist denn der Scheiß? Boah ist nervig. Ah hier. No. Ich bin kurz auf Toilette. Bis gleich. Ich bin kurz auf Toilette. Das ist da. Ich bin kurz auf Toilette. Ich bin kurz auf Toilette. Ja wo ist denn der Scheiß? Ja wo ist denn der Scheiß? Ja wo ist denn der Scheiß? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, interessant, das klingt echt doof. Und wie hoch ist die Chance bei sowas, dass man dann abgerufen wird? Könnte ja auch sein, dass du gar nichts machen musst im Endeffekt. Kriegst du dafür dann Geld, wenn du niemand dich anruft, aber du immer auf Abruf bist? Müsstest du da was für bekommen, oder? Nicht gesehen? Mein Homeworld kann ich da ja nicht mitreden. Ja Leute, guckt es mal an, Fallout ist echt gut. Gerade so nach Rings of Power und Wheel of Time, dachte ich mir, boah, ich habe nicht so erwartet, dass die den Fallout-Ton treffen. Aber haben sie, finde ich. Ist echt ziemlich nice. Hmm, okay, okay, verstehe. Nein, ich bin voll ein Idiot, Tux. Du kleiner, nein, 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 Moment. Fallout ist gar nicht so gut. Ist wirklich nicht so gut. Hat mir nicht gefallen. Also wenn du echt frustriert sein willst, geh da hin, sonst bleib bei mir im Stream. Scheiße, fuck. Hmm. Hey, das ist ja absolute Scheiße für hier. Was für ein Müllmann. Das stinkt fies. Na, das klingt nicht schlecht, Sebastian. Ne, aber wirklich Tux. Gönn dir die Mal bei Gelegenheit, wenn du gerade Lust hast. Eine Empfehlung von mir. Mir hat es zumindest gefallen. Natürlich, ich weiß schon. Ich kenne Gasstrot auch ein bisschen. Ich weiß genau, was du meinst, Sophia. Das Problem ist die Nachfrage. Im Endeffekt findest du einen dummen, der es macht. Also, kannst du schön am Gesetzeslimit arbeiten. Nennen wir es mal so. Aber es ist trotzdem scheiße. Ich hätte dich eingeladen, mit uns Blödsinn zu labern. Na ja. Lass dich einfach von Ophelia leiten. Mein Dota to go. Ey, oder? Danke, dass du es mal sagst. Bei mir ging es auch so. Aber ich habe lange nicht gestreamt. Und lange kein Prolog da mehr kommentiert. Und dachte zeitgleich, ich bin wahrscheinlich einfach noch ein bisschen irritiert. Und ein bisschen verpeilt und so. Aber ich glaube, das war vielleicht auch so. Trotzdem hat sich dem angeschlossen, dass die Spiele seltsam waren. Gerade das zweite habe ich manche Moves von Tundra gar nicht verstanden. Das wirkte fast, als wären die ein Pappteam. Und das aus der Position heraus. Klingt jetzt zu kritisch. Ich fand das Niveau gar nicht so schlecht. Aber. Das war einfach sehr seltsam. Ich fand auch manche Kämpfe einfach allgemein, selbst zum ersten Mal, sehr seltsam. Kein Druckaufel, ja, aber enttäuscht uns nicht. Hallo Sander. Wenn übrigens steckt. Wenn ich den Quark gegessen habe, dann bin ich fertig. Bin ich zwar auch, aber ich habe mir später hier noch mehr vorbereitet. Oh, sie ist richtig eklig im Greenscreen. Naja, in echt sieht das besser aus. Das ist keine schwarze Suppe darauf, sondern Salat. Und den werde ich mir ja auch zu Gemüte führen. Also, jetzt in längeren Streams finde ich ganz gut, Essen vorzubereiten und es dann in den Pausen zu verspeisen. Machst du Fahrzeug, naja. Habe ich gar nicht. Ich esse eigentlich immer gleich viel. Ich esse einfach und mache Sport und gucke, was passiert. Muss man mal machen, Sander. Wo sind denn sonst so viele Proteine drin wie in einem schwarzen Loch? Nicht so gut in Haya. Ich habe Schwierigkeiten, einen Verein zu finden. Das ist echt blöd. Und es ist viel teurer, als ich dachte. Man zahlt echt viel. Also trainiere ich alleine. Was ich zu einem Grad auch kann, weil ich Kampfsport-Hintergrund habe. Aber eben wirklich nur zu einem Grad. Und ich bin jetzt schon an einem Punkt, was schneller ging, weil ich es nicht so drauf habe. Wo ich merke, ich brauche einen Trainer. Und ja. Das ist ein bisschen demotivierend. Ja, ist mir nicht wichtig genug. Ich halte es auch nicht für gesund, voll auf Muskelmasse nur zu gehen. Mein Hauptziel ist da echt so eine Balance. Also ich will einfach ein gesundes, gutes Körpergefühl. Und das habe ich. Wenn ich halbwegs gut esse, nicht immer, aber halbwegs auf achte, ordentlich Proteine esse, Kampfsport und Cardio mache und ein bisschen Fußballspiele und Fahrrad fahre, dann geht es mir gut. Und da muss ich auch nicht katten und biken oder so einen Scheiß. Dann mache ich einfach und Resultat, ich habe trotzdem eine ganz gute Figur. Ich glaube, wenn man da mehr will, extrem breit werden oder sehr aufgeblasene Supermuskeln, dann müsstest du auch deutlich mehr machen als ich. Oder müsstest es ein bisschen anders angehen. Aber das ist für mich halt persönlich, sei mal eine eigene Geschmackssache, nicht die Idee von einem ästhetischen, gesunden Körper, der in vielen Bereichen leistungsfähig ist. Wo ich ein bisschen Foul bin, ist dehnen und so. Ich mache das, aber ich mache es nicht genug. Also meine Mobility ist nicht gut genug. Und ich mache wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig Kraftfot für die Beine. Ich mache lieber so Cardio für die Beine immer. Also so ein bisschen Kraftkardio. Fußball, Fahrradfahren, Joggen. Aber richtig Resistenztraining für Beine wäre vielleicht mal ganz nice. Mag ich aber nicht so gern wie die anderen Sachen. Mache ich manchmal, aber nicht genug, glaube ich. Ich finde so isolierte Beinübungen nicht so geil. Aber da gibt es ja Alternativen. So. Wir sind fertig. Na ja, Radzug, da habe ich, habe ich das gesagt? Da habe ich mich versprochen. Also ich meinte Rad, Rad und Fußball, Fahrrad und Fußball und sowas. Also ich fahre einfach ein Sportrad. Da mache ich jetzt nicht, mache ich mal eine kleine Tour oder so. Fahr von A nach B, auch mal länger. So was, ey. Ist mir auch kein Begriff in Haier. Weiß nicht, was ich schon wieder gelabert habe. Ich labere immer nur scheiße. Eigentlich sitze ich hier vorm Rechner in meinem Zockerkeller und gammel rum. Ja, das ist mein Leben. So. Habe jetzt mit Radzugsport mit meinem Husky angefangen. Der feiert das richtig und das ist viel anstrengender als erwartet. Ja, das kann ich auch nicht. Ja, ich dachte, er redet mit mir. Ich bin egozentrisch. Hör auf jetzt. Jetzt will ich aber auch wissen, was Radzugsport ist. Ich werde es für uns googeln. Radzugsport. Ah, es gibt es nicht. Es ist eine Wortneuschöpfung von Ophelia. Sie hat ja versprochen, sie redet Unsinn. Und du bist auch noch richtig reingetappt. Du hast gesagt, enttäusch uns nicht und dann fallen wir sogar rein. Sie ist einfach absoluter Gott da drin. Absolute Göttin. So. Ah ja, guck mal. Countdown ist jetzt schon runder auf knapp 10 Minuten. So schnell vergeht die Zeit. Das heißt eigentlich nur, dass der Hund vorne am Rad geschnallt ist. Das ist ein Ding. Ach, das ist doch kein Ding. Erzähl mir doch keine Scheiße. Radzugsport wird bei Google nicht vorgeschlagen, wenn man Radzug eingibt. Also ist es kein Ding. Radzugsport beim Wort findet man noch nicht. Da steht, da steht, erhält auch Ergebnisse für Rad-Sport. Nix ist das. Da gibt es Vereine. Ach, Quatsch, ey. Rad-Zug-Sport-Verein. Rad-Zug-Sport-Verein. BRC-Zug-Vogel. Der Berliner Radfahrer-Club. Ne, ein traditioneller Rad-Sport-Club. Kein Rad-Zug-Club. Kein Rad-Zug-Sport-Club. Ne. Der Jugend-Filter. Google weiß, dass ich solche neumodischen Wörter nicht kenne. Guten Tag, Shai. Dir auch? Ich suche es raus. Ich hoffe, du kannst dir Links posten als Mitglied. Ich glaube aber nicht. Ich suche es raus, ey. Radzugsport. Komm, bitte. Was es nicht auf Google gibt, gibt es nicht. Es heißt Zug-Hund-Sport. Da ist es. Da ist es raus. Zug-Hund-Sport. Zug-Hund-Sport gibt es. Hundefreunde, Elbmann zum Beispiel machen das gerne. Aha. Ah, warte mal. Okay. Jetzt habe ich verstanden, was du da machst. Du hast deinen Hund. Du hast übrigens einen sehr süßen Hund, finde ich. Ich mag den. Ich habe den auf Insta gesehen. Du hast deinen Hund an dein Rad gekettet. Und dann hast du ihn das ziehen lassen. Oder so ähnlich. Wie so ein Schlittenhund. Oder was. Und das ist anstrengend, weil du auch fährst. Oder wie. Oder was. Oder hä? Ich checke es noch nicht so ganz, weil ich frage mich, wie viel der Hund von dem Rad zieht. Und ob er es überhaupt macht. Oder ob man... Hm. Vielleicht ist er auch ein bisschen anders, als ich denke. Hm. Vielleicht habe ich eine falsche Vorstellung. Hast du mich am Handy, Tux? Habe ich es richtig verstanden? Begleite ich dich gerade beim Shoppen? Ey, lass mal Tux ein bisschen was suggerieren, was er einkaufen soll. Willst du Snacks? Lass mal ein paar gute Snacks für Tux raussuchen. Sag mal das Geschäft, was es ist. Lidl, Rewe, sowas. Und, äh, ob du Snacks willst. Genau davon ging ich nämlich auch aus, Ophelia. Dass dich der Hund jetzt nicht alleine ziehen kann. Ich bin sogar irritiert, dass ein normaler Haushund... ...überhaupt zieht. Ich hätte jetzt gedacht, da hat er keinen Bock drauf, weißt du. Aber vielleicht rennen die da und es gefällt denen irgendwie, da so einen Widerstand zu haben. Kenn mich nicht aus. Rewe. Oh, Rewe, Tux. Das ist natürlich edel. Also, Rewe. Kennt jemand geile Rewe-Snacks? Ich mag ja persönlich die Naturales-Salz- und Pfeffernchips. Aber die sind ein bisschen teurer und sind nicht so viele drin. Aber ich mag die gerne. Ich find die lecker. Eine Snack-Empfehlung. Milchschnitte. Weiß ich nicht. Milchschnitte. Hm. Also diese Milchsnacks sind manchmal geil, find ich. So, was das da alles gibt. Kinder-Pingui, Milchschnitte und so. Ich find die sind manchmal geil. Manchmal sind die genau das Richtige, aber nicht so oft. Ist ein Risiko, aber eine gute Idee. Popcorn-Schogetten. Das klingt total abartig, Skeletor. Raus! Ach, ist ein Husky. Ah, das kann gut sein. Der sieht echt aus wie ein Husky. Warum das? Das ist ein Husky. Er sieht aus wie ein Husky. Ich weiß nicht, warum ich nicht dachte, dass es ein Husky ist. Und Huskys machen das so automatisch, oder was? Also ich kenn ja Huskys als Schlittenhunde. Deshalb vielleicht haben die das im Instinkt. Sind die so gezüchtet. Aber ja, ein Husky. Wie viel leichter ist es denn? Oh ja, Schokofresh ist natürlich geil, aber teuer. Kinder-Profrino wurde ja zu Schokofresh. Seitdem trau ich dem Frieden nicht mehr so ganz. Happy Hippo kenn ich schon gar nicht mehr. Hab ich ewig nicht gesehen, glaub ich. Was war denn nochmal? Happy Hippo? Waren das diese kleinen Dinger? Ja, ja, die. Ja, ja. Ja, die sind, glaub ich, auch ganz geil. Mit den Kügelchen unten dran. Also ich würde gerne wissen, das interessiert mich tatsächlich, wie sehr so ein Hund dann zieht, so ein Husky. Zieht der dann die Hälfte des Rads und dir? Oder zieht der 20% oder fast alles? Du hast ja gesagt, du musst richtig reintreten. Ich esse keine Chips, Schokolade oder Gummibären. Oh. Okay. Keine, das ist ja, warte mal, das ist ja voll schwer. Also, keine Chips, keine, hm, ich hab ne Idee, Tux. Was hältst du von Hummus mit Gurken, Paprika und Möhrenstückchen, die du so reindippst? Du warst Testkind für die Hippos. Das ist ja ein unfassbares Glück, was du im Leben erfahren durftest. Ist nicht Raffaello ohne Schokolade, Tux? Ha. Maiswaffeln, hm? Maiswaffeln, ist vielleicht nicht ganz so, ist eher auch herb, aber ist schon geil. Er hat alles dafür getan, dass du die probieren kannst, Tux. Ich wäre auf ewig dankbar. Interessanter Opa, würde mich irgendwie ein bisschen interessieren, die Geschichte von dem. Ein Freund von mir hat letztens Ananas-Ketchup ins Markt entdeckt. Bah. Ist das ekelhaft. Ich hab auch was Ekliges entdeckt, Florian, das kann fast mithalten. Und zwar hab ich gesehen, dass bei McDonalds an irgendeinem Tag, die hatten so eine Osteraktion, wo jeden Tag was anderes angeboten wurde im Angebot. Oder irgendwie, weiß ich nicht. Ich kaufe da eigentlich nie, aber da gab es dann, glaube ich, so Chicken Nuggets für drei Euro oder weiß ich nicht. Und es gab einen Tag, da durfte man, da konnte man was geschenkt bekommen. Und zwar, und zwar ein Shampoo oder ein Duschgel. Ein Duschgel. Ein Duschgel für die Dusche mit der Sorte Ketchup. Ketchup-Duschgel von McDonalds. Ist so ziemlich das Ekligste, was ich mir in der Dusche vorstellen kann. Also wenn ich mich mit was nicht einreiben will, dann ist es das Ketchup-Duschgel von McDonalds. Ja, das gab's da. Der Husky zieht so 20 bis 30 Prozent, aber hier gibt's ja auch Berge und so. Und wir machen das Offroad auf dem Mountainbike, also viel auf und ab. Ah, ja, ja, das ist natürlich dann nochmal anstrengender. Das ist dann für ihn auch richtig Sport. Ich finde das schon fast beeindruckend. Klar ist es nicht alles und du musst selber viel machen, aber es ist ein Hund. So ein Hund wiegt was? Was wiegt denn Husky? 20 Kilo? Und dann zieht er dieses Ding. Also das finde ich schon impressive. Kannst du dir vorstellen, schnallst du vier Stück da ran, trainierst die ein bisschen, dass die fit sind und dann fahren die dich. Okay, Uferia, hol dir was Geiles. Bis nachher, Shai. Warum hast du denn Sport in Anführungszeichen gepackt? Bis nachher. Ja, die sind echt stark, ne, Timo? Cool, dass er das gemacht hat. Boah, ist auch eklig, Florian, aber fast noch weniger eklig als Ketchup, dein Vorschlag mit Sourcreme. Aber es gibt richtige Radzug-Wettkämpfe. Das ist irgendwie schon cool, weil du nimmst halt einen Hund und dann musst du noch selber mittreten, ne? Dann ist so, Herrchen und Hund gemeinsam bemühen sich. Ja, okay. Why not? Ich hab auch nie drüber nachgedacht, dass es ja voll machbar ist, dass ein Fahrrad eigentlich wie ein Schlitten fungieren kann. Ah, zum Schach. Viel Erfolg beim Schachspielen. Cooler Sport, tatsächlich. Interessant für mich kann ich leider nicht, aber fand's immer faszinierend. Oder wenn man müsste, würde ich auch Sourcreme vorziehen. Zum Glück müssen wir nicht. Eine Minute, dann geht's offiziell weiter. Die Werra noch kurz quatschen. Dann wird der Draft starten. Wir werden den Draft direkt ansehen. Wir haben also bald einen In-Game-Draft. Und dann nach dem Draft 10 Minuten In-Game-Pause. Dann das Spiel angucken. So ist der Plan. Falcons gegen Extreme Gaming. Ich hatte vorhin schon mal gefragt. Vielleicht hab ich jetzt mehr Glück. Ich frag noch mal In-Game sonst, weil ich echt keine Ahnung von dem Team hab. Kann mir jemand ganz kurz einen kleinen Report zu Extreme geben? Falls jemand weiß. Ich denke, die Chance ist nicht so hoch. Weil nicht so viele Leute hier das Team richtig verfolgen. Und ich frage, ob grad jemand aktiv zusieht, der sich überhaupt die Gruppenphase ordentlich angesehen hat. Aber wenn dem so ist, ich wär dankbar für ein kleines Feedback zu denen. Falcons kenn ich halbwegs gut. Nicht aus dem Turnier, aber allgemein. Falcons weiß ich, was ich zu erwarten hab. Ich hab extrem poliertes, schlaues High-Level-Dota auf höchstem Niveau. Mit sehr gutem Drafting. Und ne krass ausbalancierten Spielerkomposition. Nennen wir's mal so. Wow, Philia. Impressive. So, geht weiter. Ja, Dota-Fan, ne? Ich vergesse immer, ob Ophelia jemals Dota gespielt hat. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaub, ich hab schon dreimal gefragt oder so. Hm. Sieht ja, das da ist ja richtig eklig. Sieht dann echt irgendwie nicht so eklig aus. Aber auch ein bisschen eklig. Üh. Hm. Da, wo ich trinke, ist es auch. Oh nein. Oh Gott, ey. Ist doch der letzte Stream. Wir nehmen gemeinsam Abschied. Oh, Payer kennt's hier mal gut aus. Ähm. Da krieg ich ne Info. Das ist nice. Deren Mitte spielt gern Sniper und die haben Armee. Genau, stimmt. Das war das Armee-Team. Oh, ich hätt einfach mal gucken sollen. Die kenn ich doch ein bisschen. Das war das Armee-Team. Geil. Ey, ich guck Armee voll gern zu. Der hat... Ist es noch so, Payer, weißt du das zufällig? Ist Armee noch, ähm... So, dass er manchmal diese Genius-Momente hat, wo du denkst, das ist der beste Carry aller Zeiten. Ein unfassbar krasser Typ. Äh, kommt so an, ja, Toro ran oder geht drüber. Und dann hat er Spiele, wo gar nichts läuft und wo er richtig failed. Hat er noch diesen Wechsel zwischen Genie und Wahnsinn? Oder ist er da ein bisschen konstanter jetzt auf einer Ebene? Das weiß ich nicht genau. Aber ja, Armee ist dabei. Einer der großen Spieler. Einer der bekanntesten und beliebtesten Carry-Spieler aller Zeiten in Dota. Und das mit Sniper Mitte fände ich auch ganz interessant. Wahrscheinlich dann für Lactary-Sniper, ne? Ich trinke Orangensaft, Timo. Hab ich vor zehn Jahren. Mein ganzes Wissen über modernes Dota. Ich finde es aber irgendwie geil, dass du vor zehn Jahren mal Dota gespielt hast. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich Dota 1 noch. Ja, ja. Ja, ja. Ich hatte mich beim Rasieren neulich... Ach, das sieht man nicht mehr so doll. Ich hatte mich beim Rasieren neulich, ähm... äh, bin ich verrutscht. Und hab hier so ne Ecke weggeschnitten. Und da dachte ich, na gut, dann hab ich das einfach alles wegrasiert. Und das auch. Dann hatte ich hier praktisch so ne Bartlinie. Jetzt wächst das langsam wieder hoch. Die ging einfach nur so gerade. So. Ohne, dass hier diese Spitzen nach oben waren. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es nicht sogar besser aussah. Ich glaub aber nicht. Vielleicht hab ich's mir auch nur eingebildet, um mich nicht so schlecht zu fühlen. Das sah echt so ein bisschen... Das sah ein bisschen komisch aus. Aber irgendwie fand ich's auch gut. Würstchen ist auch ein geiler Snack, Tux. Du hast immer noch die besten Ideen selber. Ist dir auch schon mal passiert, oder, TotoGo? Hast du genauso reagiert? Dann einfach hier ne kleine, gerade Linie gemacht. Weil das ist okay. Das wechselt dann so langsam wieder hoch. Das geht schon klar. Die wachsen hier scheinbar ein bisschen schneller als hier. Meine gehen auch nicht ganz durch. Also ich hab hier so ne kleine Lücke. Ich hab immer so Lücken im Bart. Ich hab ja hier den invertierten Hitler-Bart. Ich hab nämlich keinen. Ich bin praktisch der Anti-Adolf. Weil ich hier nix hab. Sondern nur hier. Und hier die Verbindung. Auch wenn die wieder alle nachwachsen. Das ist nicht ganz verbunden. Da ist ne Lücke. Hier geht's auch nicht durch. Ist auch nur so ein kleiner Fleck. Aber mein Bart ist zum Glück hier durchgängig. Der hatte nämlich mal ne kleine Lücke hier. Die ist weg. Und auf der anderen Seite auch. Also da hab ich Glück gehabt. Da bin ich ganz froh drum. Beschwer ich mich nicht. Und auch relativ dicht. Aber ja. Hab ja eh nur drei Tage weit. Ja Würstchen sind geil. Würstchen hat gereicht. Tux. Ich wusste direkt was du meinst. Auf jeden Fall Florian. Ich hab viele Weiße. Vor allen Dingen hier. Sieht man glaube ich sogar ganz bisschen. Hier sind viele. Hier. Hier. Und ich hab auch ein paar Rote. Also ich hab drei Bartfarben. Und Weiß ist neu. Und hat sich angeschlossen. Ich hab auch super viel graue Haare auf dem Kopf. Also richtig viele schon. Mit ordentlich Tageslicht. Von der Seite ist halbgrau. An den Schläfen. Genauso macht man's so. Der Dürger. Würde sagen, dass er schon konstanter geworden ist. Also Armee. Aber hat noch manchmal starke Schwankungen. Nach unten und oben. Aber gegen Falcons. Eher unten würde ich sagen. Ja kann sein. Weil Falcons so. Weiß wie man Schwächen ausnützt. Und alles abfordert. Einen Hardcarry. Einen gegnerischen. Und ich hab auch immer das Gefühl. Armee ist so ein bisschen. Sein eigener größter Feind. Weißt du was ich meine. In wichtigen, großen Spielen. Gegen sehr harte Gegner. Ist er. Bisschen mehr. Neigt er ein bisschen mehr dazu. Schwächer zu spielen. Aber. Naja. Mal gucken. Er hat natürlich das Potential. Auch gigantisch gut zu spielen. Bitter Ophelia. Aber so ist es. Ich meine ich bin ein Mann. Ich hab froh wenn ich noch. Ich bin froh wenn ich noch drei, vier Haare habe. Ja. Also ob die grau sind. Oder blond. Oder braun. Ist mir dann auch egal. Solange die wachsen. Beim Bart meinst du auch hier so an der Spitze ein bisschen. Ja das ging. Das hab ich schon seit zwei Jahren oder so. Das wurde ein bisschen mehr. Hier vor allem. Und dann hat es sich jetzt aber. Erstmal wieder zurückgezogen. Also weitere braune Haare wurden nicht grau. In letzter Zeit. Mal sehen. Kann aber noch passieren. Ist auch alles. Ganz ehrlich Leute. Das ist alles so. Ich glaube das sind alles so Dinge. Ob die Haare grau sind. Solange die da sind. Ist egal. Ich meine manche steht auch glatze. Aber mir nicht. Also über graue Haare muss man sich finde ich. Nicht wirklich Sorgen machen. Im Leben. Es kann einen schlechter treffen als graue Haare zu bekommen. Kennst du mich nicht ohne Mütze? Ophelia wahrscheinlich nicht. Noch nie gesehen. Ja stimmt natürlich. Halb glatze. Ich hab auf jeden Fall schon hier so. So Geheimatsecken. So. So Norwood 2 würde ich sagen. Und hier. Hier genau hier. Ist auch schon so. Da ist halt auch Wirbel ne. Aber ist auch so ein bisschen. So ein bisschen dünner. Ist so ein bisschen dünner. Also. Alles noch. Alles noch im sehr guten fluffigen Lockenrahmen. Ich finde grau auch tatsächlich. Sexy bei Männern. Ich stehe zwar nicht auf Männern. Aber ich finde es sieht gut aus bei Männern. Ich finde es sieht besser aus als bei Frauen. Muss ich ehrlich sagen. Graue Haare bei Männern. Aber. Ich mag das nicht. Dass die so verteilt sind. Also meine grauen Haare sind halt so vereinzelt. Überall. Was ich geil finde. Ist wenn man so eine graue Schläfe. Also eine graue Strähne bekommt. So eine Stelle. Oder wenn die so. Sehr weiß werden. Und nicht so grau meliert. Ähm. Ja. Ja. Ja siehst du Dr. Togo? Wir können das zusammen tun. Dann haben wir volle Haare. Das ging schnell Tux. Wo ist denn dein Rewe? Wohnst du in dem? Oberschenkelabrieb. Ihh. Aber warum? Aber. Oh Gott. Ich will glaube ich gar nicht wissen warum. Das suggeriert fast finde ich. Dass die so aussehen. Als hätten die noch so kleine Härchen. Wie bei einem Oberschenkel. Aber haben sie ja nicht. Die sind ja kahl. Ich check's nicht. Vielleicht weil die eine Oberschenkelform haben. Sozusagen. Gott. Ihr bringt mich dazu meine Haare zu zeigen. Das wollen wir doch alle nicht. Kann sein Dr. Togo. Kann sein. Ich find's meistens bei Frauen nicht so cool. Aber. Das ist halt auch. Ganz ehrlich. Das ist wie gesagt. Das ist halt einfach nur. Das ist so eine Komponente. Die ich jetzt nicht als so wichtig erachte. Also. Ähm. Wenn eine Frau. Ein attraktives Gesicht für mich hat. Und gut aussieht. Und graue Haare hat. Finde ich natürlich immer attraktiver. Als eine Frau. Die keine grauen Haare hat. Aber wo mir der Rest nicht gefällt. Ähm. So. Wir gehen schon mal rein. Wir gucken uns das an. Und dann pausieren wir Ingame. Ja. So machen wir es. Ähm. Seid bereit für tollste Dota-Unterhaltung. Zumindest einen kleinen Draft kann ich schon mal liefern. 70 Meter. Das ist nah. Da hast du dich ewig schwer getan hinzugehen. Tux. Alter. Ist neben deiner Haustür. Aber ich verstehe es. Ganz kalt. 10 Sekunden remaining. Vom Oralverkehr. Ach du Scheiße. Uah. Das ist. Irgendwie ist aber auch ganz lustig. Darauf wäre ich nie gekommen, Alter. Ich wusste nicht, dass es gang und gäbe ist. Bei Oralverkehr. So richtig von den Oberschenkeln eingequetscht zu werden. Vor allen Dingen nicht hier so. Das ist so. Aber ich sehe es schon. Ich sehe schon was gemein ist. Kann man schon machen. Kann man schon machen. Oralverkehr. Oralverkehr. Kommt auf die Frau an, ob ich es eklig finde. Weil, da bin ich auch, da bin ich schon ein bisschen pingelig. Kommt auf die Frau an. Aber, aber, die Vorstellung, dass die Beine so sind und so reiben, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und andersrum finde ich es auch komisch, wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Blowjob bekomme und die reiben mir und ich nehme meine Beine und packe sie an ihren Kopf so und klemme sie so ein. Und dann mache ich diese Bewege. Oder sie halt. Das ist wirklich, ich weiß nicht, irgendwas davon finde ich ein bisschen abgefuckt. Naja. Aber, dankeschön, Florian. Alles klar. Razor und Viper. Viper finde ich richtig lame. Oh, Viper, ey. Und Razor. Oh, Razor ist auch lame. Das ist ja langweilig. Das sind die langweiligsten Helden, die man first picken kann. Aber jetzt, Phoenix Online. Oh Gott, ey, lass uns das Spiel überspringen, Leute. Kein Bock. Gar kein Bock. Ey, könnt ihr nochmal ein Neu-Duo-Haften? Verstehe ich gut, Dota Doga. Aber das ist einfach auch, wir haben drei so eine fliegenden Langweiler, die nur rumdümpeln und Scheiße bauen und alle ihr Spiel mehr oder weniger durchziehen, ohne dass du viel machen kannst, dagegen. Razor kann noch für Unterhaltung sorgen, gerade in Teamfights später. Aber Laning Stage ist ja langweilig. Ich finde Link ist auch eher spielspaßhemmend. Es gibt noch keinen Stun außer Supernova. Das ist interessant, ne? Also Helden, die von wenig Lockdown profitieren, könnten hier durchaus gewählt werden und die eine gewisse Mobility auch haben, um aus dem Link rauszukommen und aus dem Break und dem Slow von der Viper und so. Auf Supernova. Irgendwas, was Supernova zerstört bei Falcons, wäre noch nicht schlecht. Wir wurden gerade von einem Dackel angegriffen, mal so als kleines Update von meiner Pennyreise. Ähm, dieses Hundeding, das ist glaube ich die eine Sache, die ich bei Hunden immer ein bisschen anstrengend finde. Ich wohne ja in Berlin und wenn ich mir jetzt, wenn ich hier einen Hund hätte, weil ich mag Hunde echt gerne, aber wenn ich einen hätte, oh ich müsste dann mit den ganzen Leuten reden, die auch Hunde haben, weil Hunde sich immer kennenlernen wollen. Und dann kommen die und schnüffeln dann, oh hallo, wie heißt Deiner? Rüdiger, lass mich in Ruhe. Ah, nee, ey. Ähm, also ja, die sind dann so kontaktfreudig, die Härchen. Und dann sind es auch Arschlochhunde, dann greifen die dich an. Also ich meine, Dackel ist vielleicht nicht ganz so gefährlich für einen Husky, aber trotzdem bestimmt nervig, wenn er da rumkläfft und schnappt und so einen Scheiß. Boah, weiß ich auch nicht. Und dann musst du da immer raus. Ich würde voll gern einen isolierten Emo-Hund mit Sozialphobie haben, der gar keinen Bock auf andere Hunde hat. Und dann hätte ich gern so einen privaten Spazierweg. Dann hätte ich richtig gern einen Hund. Shadow Demon Hoodwink Racer. Also Hoodwink finde ich immer ganz lustig. Shadow Demon finde ich auch super lame. Also es geht gerade so weiter. Eigentlich ist Hoodwink auch voll der kleine Krebsheld. Also die ist auch ein Assi. Die picken einfach beide so unsympathisch wie möglich. Das ist ein Wettkampf, wer am wenigsten ankommt bei den Zuschauern. Shadow Demon findest du geil? Ach nee, Shadow Demon finde ich auch nicht geil. Ich meine, Disruption kann in Teamfights für lustige, coole Momente sorgen. Das ist alles, was ich an ihm mag. Die ganzen anderen Spells sind einfach nur kompliziert. Schrägstrich langweilig. Poison Spam auf der Lane ist lame. Diese komische Schadens-Amp und sein Purge mit seinem Schad und so ist einfach nur kompliziert. Und man kennt nicht genau, was passiert in Kämpfen, obwohl es manchmal super relevant ist. Und sein Ulti ist ein Slow, der am Ende einmal ordentlich Schaden prockt, was auch einfach nur lahm ist. Ja, weg mit dir Todatogo. Raus hier. Klings finde ich ganz geil. Shaker macht auch Spaß. Kann zumindest Spaß machen. Ist okay. Und Klings ist echt ein lustiger Kollege. Der lauert und snackt sich was. Holt sich einen coolen Kill. Könnte es ein Armee Klings werden? Pajer, ich brauch dich. Spielt Armee manchmal Klings? Klings finde ich richtig cool. Dann geht er auf die Jagd und holt sich irgendwen. Hallo, Mionline. Oh, warte mal. Ophelia hat nach einem Date gefragt bei Penny. Daniel. Wer ist denn Daniel? Da. Radiant Team back. Wo ist ATF bei Falcons? Das müsste MMR-Hor sein. So was mache ich nicht. Ich rede nicht mit Hundemenschen. Das ist doch keine Wahl manchmal, oder? 10 Sekunden remaining. Was gehst du auch nach Penny? Ja, jetzt verstehe ich das. Ich glaube nicht, dass es Meta ist, Uncle Xoul. Will ich nicht sagen. Auf keinen Fall bei Penny. Sein zweiter Skill reflektiert Schaden zum Gegner zurück. Ja, stimmt. So war das. Mit X zum Beispiel mega gut. Ja, mega gut, aber subtil, schwer zu erkennen, nervig, kompliziert. Blademail und Skill, dann bekommt Gegner noch mehr Schaden. Ja, toll, toll. Ich bin nicht so der Shadow-Diven-Fan. Hallo, Detox. Na, du? Ne, ich komme ja auch, Ophelia. Es wird ein Dreier-Date. Aber nur Daniel und ich machen dann die ganze Zeit rum, weil er so süß ist. Und weil er Penny nicht mag. Ich mag Penny nämlich auch nicht so gern. Ich bin Lidl-Fan. Ich habe einen richtig guten Lidl. Ich bin voll überzeugt von dem. Hier um die Ecke bei mir gibt es einen. Ey, ganz ehrlich, würde ich neben dem Penny leben, würde ich jetzt genau das Gegenteil sagen. Insofern, ich verstehe dich da gut. Trotzdem mag ich Penny nicht. Amis Vorbild, ja, Toro, hat den mal gespielt. Aber ja, gut. Aber die spielen eher Clings 4. Mal schauen. Ah, schade. Wäre natürlich geil. Komm, die Hoffnung schubt zuletzt. Auch Payet gibt uns noch nicht auf. Könnte sein, dass Clings 4 0 wird. Aber so ein geiler, kleiner Hard-Carry-Clings. Ich bin Lidl-Ultra. Okay, jetzt hast du wieder bei mir gewonnen. Ophelia, jetzt hast du gewonnen. Oh, Daniel, gib mir deine Nummer. Es ist soweit. Du hast mich. Slada? Okay. Ich spiele den manchmal selber ganz gern. Damit meine ich einmal im Jahr wie jeden Helden. Aber ich mag ihn ganz gern. Ist er jetzt der Geilste beim Zusehen? Es ist okayisch, würde ich sagen. Durchschnitt. Kommt ein bisschen auf an. Meistens spielen die ja diesen Tanki, Sustain, Aghanims, BKB, Initiate Core, der ultra stark ist. Keine Frage. Aber nicht den Moonshart, Bash, Monsterslada. Wenn wir aber super hart ins Late Game in dem Spiel kommen sollten, dann könnte er lustig werden. Und Weaver, da trennen sich auch die Geister. Weaver kriegt nie Klicks, wenn ich sie spiele. Weaver ist aber voll der geile Held. Weaver macht voll Spaß, finde ich. Aber irgendwie guckt der keiner so gern zu. Ich gucke ihr gerne zu. Ich mag Weaver. Ihr seid halt Weaver-Bannausen. Du hast Lidl-Merch. Okay, okay. Dota2Go ist auch bei Lidl. Wir sind alle Lidl-Ultras. Nice, nice, nice. Es wird eine Orgie. Aber ohne Stirnreiben bei Oralverkehr. Okay, Leute? Wenn einer von euch mit seinem Oberschenkel meine Stirn abreibt, während ich irgendwo zu Gange bin, dann wird er sofort rausgeschickt. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich will meine letzten drei Haare behalten. Oh, Sander, Sander, Sander. Das ist auch wirklich ein finanzieller Unterschied, ja? Ein Statusunterschied. Tux und Sander sind beide Rewe- bzw. Edeka-Snobs. Das habe ich heute schon rausfinden dürfen. Was macht ihr denn mit eurem ganzen Geld? Ihr müsst ja so viel haben, dass ihr gar nicht mehr wisst, wohin damit. Jetzt kommt gleich, aber die Rewe-Eigenmarke kostet gar nicht so viel. Ich habe einen Rewe bei mir und der hat echt ein paar gute Produkte, die auch durchaus erschwinglich sein können. Aber ich weiß nicht, wie sie es machen bei Rewe, wenn ich da einkaufe. Auch wenn es nicht so viel ist, es kostet immer richtig viel. Auch wenn ich denke, ich kaufe nur die billigeren Sachen. Irgendwie kostet es viel. Getränkevorschläge. Mio Mio Bananenmate. Obwohl ich das selber gar nicht so gern mag. Viele mögen das. Oh, bist Student, Sander. Wie machst du denn das dann mit Rewe? Nicht konstant in Pups. Naja, gut. Konstant ist ja sowas anderes. Unterhaltsam meine ich eher. Findest du sie unterhaltsam, Timo? Und ein Pack. Da kann man sich auch nicht beschweren. Der Slada ist halt auch geil gegen Klings. Und es ist der Army-Klings. Wir haben Hard-Carry-Klings auf Army. Der Traum wird richtig anstrengend gegen Amars Slada für ihn. Das kann ich schon mal garantieren. Das wird kein schönes Erlebnis. Es geht, das Weaver ist legendär. Der spielt die echt gut, finde ich. Also richtig krass. Und ja, Marine Razor Mitte. Tatsächlich dann. Weil Amar ja offline geht. Also Mitte Razor steht gegen... Gegen wen steht denn der? Ist XXS ihr Mittelspieler? Dann wär's Viper. Ach nee, XM wird das sein. Also gegen Puck. Puck ist okay. Aber wenn sie Viper Mitte stellen, ist es egal, was sie da stellen. Der Razor wird sowieso ein Spiel bekommen. Ist ein Razor. Aber es ist jetzt kein Melee-Mitte-Gegner für ihn, den er die ganze Zeit mit Static Link behaken kann. Static Link wird in der Mitte nicht so relevant. Der Weg zum Tower ist zu gering. Das kann schnell gebrochen werden. Und seine Gegner sind ranged. Das heißt, vielleicht gilt er es gar nicht so doll. Könnte sein, dass der Razor hier in dem spezifischen Fall nicht Static Link am Anfang benutzt. Hm, verstehe Sander. Schlimmer Einfluss. Ganz furchtbar. Ich müsste 15 Minuten laufen für Netto. Die Zeit war es mir nicht wert. Du hast hier gewartet. So süß von dir, Tux. Mein Herz schlägt für deine Nettigkeit. Es ist praktisch wie eine Spende an mich gewesen, dass du jetzt mehr Geld für deine Würstchen in die Hand genommen hast. Henry, was soll dieser dumme Vorschlag? Hä, welcher Vorschlag? Was für ein dummer Vorschlag? Ich bin doch schon wieder woanders im Kopf. Über was haben wir geredet? Ich gehe meistens zum Spar. Den kenne ich gar nicht. Gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht so viel wie bei uns hier in Österreich. Ne, ich kenne Österreich. Also ich kenne Wien relativ gut. Und ein bisschen das Umfeld. Und das Voidviertel. Und da habe ich, glaube ich, keinen Spar gesehen. Aber vielleicht habe ich ihn auch gesehen und vergessen. Also sagt mir nichts. Spar gibt es nicht mehr in Deutschland. Edeka hat alles aufgekauft, okay. Ausbildung bei Spar gemacht, nice. Ich meine, ich kenne Spar noch von früher, ja. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich bei Lidl Gemüse kaufe, schimmelt das immer schon. Ja, ich habe Glück mit meinem Lidl. Der hat ganz gute Qualität. Und meistens habe ich da dann keine Probleme. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Und es ist mir auch schon passiert, dass man da Sachen kauft. Und die sind schnell, die sehen noch gut aus. Merkt man nicht so richtig. Zumindest ich nicht. Und dann plötzlich am nächsten Tag sind die schon schlecht. Ist bei mir, wie gesagt, selten. Aber kann passieren. So, wir müssen kurz pausieren. Ich mache uns ein bisschen Mucke an. Und wir starten dann in den gewohnten 10 Minuten ins Game rein. Eigentlich haben wir damit sogar weniger Delay als früher. Aber es ist mir zu heiß, das wirklich komplett live zu gucken, wenn die gar keinen Delay bei DotaDV haben. Ach, okay. Gibt es scheinbar doch noch einen. Vielleicht so ein Franchise-Ding, Tux. Ah. Dein Vorschlag war Miu Miu Miu. Ah, ja. Warum, was soll... Magst du die nicht oder was? Voll viele mögen die. Ich mag die auch nicht. Ich mag die auch nicht. Also, ich verstehe, dass er dumm ist. Aber ich dachte, jeder außer mir mag sie. Was soll dieser dumme Vorschlag? Richtig ischaufiert, dass ich helfen will. Ich muss pausieren. Ich muss ein Delay einbauen. Dazu bin ich verpflichtet. Eigentlich wollen die aber, um mich zu schikanieren, glaube ich, weiß ich nicht, dass ich das Delay in den Stream einbaue. Also, euch 10 Minuten verzögert lese. Dann könnten wir gar nicht reden. Und ihr werdet nicht live mit mir. Das wäre schade. Also, halte ich das Spiel an. Und wir starten in 10 Minuten. Damit halten wir den Delay ein, den sie vorgeben. Und offiziell soll es so sein, dass sie per DotaDV bereits 5 Minuten haben. Und ich nochmal 10 Minuten draufsetze. Aber die 5 Minuten existieren gar nicht in DotaDV. Und dadurch spare ich mir das. Halte mich einfach an die Vorgabe, dass ich 10 Minuten einrichten soll. Und wir gucken fast live. Mit nur 10 Minuten Verzögerung. Es gibt so Anforderungen, die ich einhalten muss, Sander. Auch der Streamtitel ist ein bisschen angeglichen, weil die Anforderungen das so erwarten. Ich habe den Bot nicht geholt. Ey, keiner hat mich drauf hingewiesen. Henry Bot hat eine ganze Serie verpasst, weil ihr ihn nicht vermisst habt. Eigentlich rettet mich da immer so ein Kandidat wie ein Hire. Aber heute nicht. Ich glaube, ich war lange nicht so enttäuscht von euch. Er hat 10 Minuten durcheinander. So, da ist er. Keiner wollte dich, Henry Bot. Henry Bot wurde verstoßen. Mal sehen, was er sagt. Er weint. Detox. Nochmal richtig grausam. Es tut so weh. Schreibt er. Ja, ja. Ist ein langes Thema, Dota Tuga. Wieso lese ich da wenig Mitleid und wenig Empathie aus deinen Zeilen, Detox? Du grausamer, harter Mann. Mann, ey. Es wird auch nicht besser mehr heute. Vergesst es. Hört einfach Musik und guckt ein bisschen Dota. Und irgendwer in der Ecke labert. Scheiße. Was kann Henry Bot alles? Er kann Sachen sagen. Er kann auf Befehle antworten. Er kann, wenn du Auswahlzeichen machst, Turnier machst, zum Beispiel dir den Liquidpedia-Link zur aktuellen Turnierübersicht schicken. Manchmal erwähnt er Dinge. Kann schon ein paar Sachen. Ja, mach ich, Dota Tuga. Auf jeden Fall. Moin, FXBO. Ja, ich freu mich auch schon auf Liquid. Kurz gucken. Also noch so sieben Minuten. Dann kann es losgehen. Können wir mal kurz was gucken? Na, ist okay. Ja. Auf Twitch ist er manchmal freizügiger liberiert. Ja, ist korrekt. Auf Twitch ist er noch ein bisschen krasser unterwegs. Aber auch hier gönnt er sich die ein oder andere Anspielung. Je nachdem, was so passiert. Ist auch ein bisschen davon abhängig, wie viel allgemein geschrieben wird, glaube ich, wie viel er schreibt. Das ist nur weil er erst eingerichtet habe. Aber er schreibt auf jeden Fall mit. Radiance Weaver, Defoe Weaver. Defoe Weaver kann schon Bock machen. Beide. Du hast schon... Ich hätte es erst gelesen, Timo. Also Radiance Weaver habe ich leider noch nie gespielt. Stell dich mir auch recht spaßig vor. Ist halt... Das Build-Up ist halt schwierig für eine Weaver. Die hat so wenig Stats. Die braucht eigentlich mehr Value fürs Gold am Anfang. Können sie hier schon mal ein bisschen umschauen. Ich finde, dass Extreme-E-Line-Up noch ein bisschen gerettet haben mit dem Klings-Hard-Carry. Aber ich kann nicht steuern. Okay. Aber ja, wir haben Klings-Hard-Carry. Das ist schon echt geil. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier der Beste hält. Wenn er Orchid kriegt, kann er halt die Weaver vielleicht mal legen. So, okay. Aber es gibt Disruption gegen seine Ghosts. Und es gibt einen Slada, der ihn die ganze Zeit jagen wird. Also ich mache mir echt Sorgen um Armee. Ich würde ihnen das mit dem Klings-Pick wirklich gönnen. Aber ich sehe Falcons hier vorne vom Draft. Ich glaube, die Weaver wird ganz gut funktionieren, solange sie den Lockdown und die Silence-Instanzen unter Kontrolle bekommt. Also es gibt Helden, die eine Weaver gut töten können bei Extreme. Puck, Klings, auch mal ein Shaker oder so. Aber sie ist gut gegen Supernova. Und sie wird BKB kaufen. Und sie hat ja Support, der sie schützen kann. Und es geht das Spiel in eine Superweaver. Das ist so das Problem. Ja, was ich hier sehe. Und dann haben wir Marines Grandmaster Giga Razor, den er in Pubs bis zum Erbrechen gezockt hat. Da weiß ich nicht. Ich könnte mir auch bessere Mitten in seinen Helden vorstellen. Das ist ein junger, sehr krasser, mechanisch auch guter Spieler, der mit einem Razor ein bisschen limitiert sein könnte. Und Static Link ist nicht so geil gegen Extreme. Aber schlecht ist er auf keinen Fall. Der drückt halt seine Ulti, drückt seinen Kuh, läuft in den Kampf, hittet ein paar Leute, macht einen Static Link und hat immer Impact. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, wie eine Hoodwink und ein Slada da mitmischen, dann sehe ich, dass das Extreme echt Probleme kriegen wird. Vor allem, wenn Falcons BKB-Timings hat. Wenn Razor, Slada und die Weaver BKB haben, dann weiß ich nicht so richtig, ob das Line-Up von Extreme in irgendeiner Form standhalten kann. Die Lanes werden aber spannend, weil theoretisch hat Extreme sehr starke Lanes. Beide Teams haben gute Lanes, aber ich glaube, Extremes Lanes mit der, ja, mit der Viper, wisst ihr? Also, Klings noch dazu, Klings, Phönix, Viper, Shaker, das ist schon nicht schwach. Die Supports sind halt nicht die allerkrassesten Laner, aber ist schon stark. Shokuchi werden sie damit aber niemals töten können, damit haben sie überhaupt nicht den Lockdown, um eine Weaver zu killen. Vielleicht kriegen sie mal einen Support oder so. Hoodwink ist auch ein krasser Laner. Ha, wird schwierig. Ich glaube echt, dass Falcons ein bisschen einen stärkeren Draft haben, aber ich drücke die Daumen für den Klings. Oh Gott, Dota to go. Aber ja, verstehe ich. Erstmal ist Falcons auch Allgemein-Favorit und dann ist der Draft gut für sie ausgegangen. Guck, da fragt schon Henry Bot ernsthaft, kann er gar nicht glauben. Noch drei Minuten? Nicht mal mehr. Ja, noch so zwei Minuten, gute zwei Minuten noch. Branches sind wirklich sehr beliebt, ne? Ist hier richtig auffällig, wie viele die kaufen. Das mache ich in Pubs selten, also mein Start-Item-Bild ist oft nicht so branchlastig, muss ich sagen. Das ist hier das Gleiche, was sie auch mit Droh schon gemacht haben vorhin. Ist auch ein ähnlicher Held. Nicht so viel Auto-Attack-Damage am Anfang, eine Weaver. Profitiert aber extrem von Auto-Attack-Damage und ist ziemlich nice. Man muss halt ein Falcon-Blade dann aus den Blades bauen, sonst geht's nicht. Und Falcon-Blade bin ich nicht der größte Fan von mehr. Das ist so der moderne Ring auf Aquila, aber schlechter. Auf einer Weaver und einer Droh funktioniert es wirklich gut. Also eine Weaver profitiert von allen drei Dingen, die das gibt, ziemlich. Deshalb kann ich schon verstehen, dass sie es machen. Vor allem mit dem Start-Item-Bild. 9, 10, 11, 12. Damage ist schon ordentlich. Ja, aber Anschluss von Kosten-Nutzen Verhältnis ist natürlich das stärkste, was du machen kannst. Es sind nur an Slot-Probleme gebunden und das ist am Anfang gar nicht so wichtig, weil du noch nicht genug Kohle hast, um deine Slots wichtiger und relevanter zu füllen. Und der andere Nachteil ist, du kannst halt aus Wands nichts machen, außer Magic Wand. Äh, aus Branches nichts machen, außer Magic Wand. Es gibt kein anderes Item, was du daraus bauen kannst. Das heißt, du musst diese verkaufen. Ist nicht ganz so perfekt, aber das Value, was du rauskriegst, die Stärke, die du rausholst damit auf der Lane, ist super. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, ein bisschen mehr Branches zu spielen. Bracer sind zur Zeit ziemlich stark, gerade nach dem Buff. Deshalb sieht man Stärkehelden oft Doppelbracer oder zumindest einen Bracer spielen. Aber Nullis und Race Bands sind nicht ganz so nice. Ich mag es ja sehr gerne, mindestens einen zu haben, auch wegen dem 25-Minuten-Update, was ich dann noch mitnehme und so. So, ich mache jetzt schon mal alles, alles schick. Ah, das ist noch an. Musik aus. Profis wissen jetzt, wird es spannend. Check nochmal. Hä? Okay, in 40 Sekunden gehen wir rein. Oh, mein Dings, bin ich noch live? Mein Dings ist verbuggt. Ist irgendwie buggy. Ich bin noch da, oder? Egal, ist irgendwie buggy, aber ich denke mal, alles funktioniert noch, was den Livestream angeht. Moin, Riddick. Genau, plus eins auf aller Tribute gibt Brunch. Falcons kann sich hier solche Smokes am Anfang durchaus nicht nur erlauben, um gute Awards zu stellen, Bounties zu bekommen, etc., sondern auch um Kills zu sammeln. Ist alles gut, ja. Danke. Okay. Ja, aber das ist, das ist zwar was, was man machen kann, Dr.2go, aber ihr werdet sehen, die werden nicht alle Branches für Tengos verwenden. Die verkaufen die irgendwann. Da bleiben welche übrig, wenn du die so spammst. Man macht das auf jeden Fall. Ist auch sehr gut. Ist eine gute Mechanik. Aber du benutzt nicht jeden. Du willst ja auch am Anfang nicht bei den ersten Tengos ausgeben, weil du sie ja dann nicht mehr im Inventar hast. Sondern du willst sie eher für die letzten Tengos ausgeben, wenn du merkst, dein Sustain hat, würde sonst nicht reichen. Also ich mag es auch immer, ein, zwei Branches übrig zu haben mit einem Päckchen Tengos, aber benutze dann meistens erst den letzten Tango mit einem Branch zusammen oder maximal den vorletzten, wenn ich sehr unter Druck bin. Trotzdem, ja. Ist auch noch eine Sache, die Tengos so gesehen können. Stimmt. Äh, Branches, Entschuldigung. Die Branches so gesehen können. Und natürlich das Build-Up mit Magic Wand, weil Magic Wand auch eines der besten Early-Game-Items ist. Wahrscheinlich das Beste. Das beste All-Round-Item. Macht man nie was falsch, wenn man es kauft, selbst wenn es kein perfektes Wand-Spiel ist. Baut ist ein Ausgleich noch gegangen. Die Reaver hat sie nicht ergattern können. Aber vielleicht kriegen sie ja dafür den Phönix-Blood-Grenade-Slot. Oh, Fischer wird achtmal abgebrochen, trifft jetzt. Aber Skeeter ist auf der richtigen Seite und die Illus machen es fast alleine. Sie machen es alleine. Snakeings Illus holen sich den Phönix. Was für ein First-Blood für Falcons. Es geht so los, wie wir ein bisschen erwartet haben, oder? Also, der Draft von ihm ist einfach sehr, sehr stark und macht sich direkt bezahlt. War auch natürlich gut gespielt. Bisschen Arras hier. Blood-Grenades fliegen, wie man es kennt. Shadow Demon OP. Ja, absolut. Also, das war schon krass. Banish ist auch einer der krankesten Level-1-Spells. Gerade mit den Illus gegen eine Viper ist das so nice. Schaut euch den Damage an. Skeeter hilft noch ein bisschen, kriegt auch viel Schaden. Er ist halt squishy mit dem Item-Bild, ne? Oh, warum geht die hoch, die Kamera? Das war doch total interessant. Naja, Pause. Nach oben hat die Harassed mit Shokuchi und sich wieder zurückgezogen. Shokuchi läuft jetzt gleich aus. Xing hat eine Fissure in einer Sekunde. Der braucht noch zwei Mana. Oh, Snaking hat Cooldown, aber eine Blood-Grenade. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, sie machen es nicht, aber ich glaube, sie könnten es ganz knapp schaffen. Skeeter hat nichts. Sie drehen ab. Aber er war noch dieser Millimeter weiter. Ich glaube, sie hätten es nicht geschafft. Es wäre zu langsam. Der Fissure-Stand reicht nicht auf Level 1. 0,8 Sekunden reicht nicht. Die Viper hätte keinen Hit rausbekommen oder maximal einen. Aber ich sag euch, das war eine heiße Kiste. Die Weaver muss aufpassen. Tengos müssten unterwegs sein. Ah, ja, hat schon, hat schon. Ja, ich finde es ganz nice, überdeckt das Razor-Arkana. Ist cool. Gerade diese Mechanik, dass er Melee, das Schwert, benutzt und es dann so zu einer Peitsche umformt bei Ranger-Attacks, ist edel. Das Void-Arkana und das Razor-Arkana, die sind schon beide gut. Die waren halt an so einen krassen Kosten, an so eine krassen Kostenmauer gebunden. Ist ein Sellout gewesen. Ich hab die auch nicht. Die Fissure möchte ich mir nochmal ansehen, die für diesen Kill sorgt. Die war echt schön. Ah, hier. Sehr, sehr schön platziert. Und hält nichts aus. Ist aber auch eine Weaver. Eine Weaver hält nicht viel aus. Stark gemacht von Extreme. Fast hätten sie noch die Viper verloren, weil die Weaver sich gut wehrt mit Händen und Beinen und Füßen und Klauen. Armee, unser Klings. Ich hoffe einfach, dass der ein gutes Spiel hat, egal wer hier gewinnt. Aber wie soll er das haben? Wenn er Slada 6 ist oder auch später in den Teamfights, wenn er mal Corrosive Face auf ihn macht, hinterher rennt, ein Dagger BKB hat. Maxi, du hast eine Serie verpasst und wir haben jetzt gerade die andere angefangen. Ich weiß nicht, wann du genau weggegangen bist. Also von der Serie jetzt hast du noch nichts verpasst. Er hat gerade erst angefangen. Snaking holt sich XXS. Der hat ja nach dem Kampf gegen die Weaver ziemlich wenig Leben gehabt. Wurde jetzt dafür einmal umgelegt. Also Weavers Lane ist immer noch in Ordnung. Ich glaube, die wären nur noch viel besser, wäre er da nicht gestorben. Es fing gut an. Shadow Demon kriegt echt viel und sorgt natürlich auch dadurch für eine starke Lane-Präsenz. Er hat schon zwei Kills gesammelt, kauft die ganze Zeit Blood-Grenades und Sustain nach. Wenn du als Support viel Gold am Anfang durch Kills bekommst und die Carries die Lastets nicht kriegen, ist es so nice, wenn du für ein bisschen Sustain sorgst und Value dahingehend bringst und auch dem Support, äh, dem Carry damit kosten und, ähm, Unkosten besser gesagt, ersparst. Also, das mag ich immer sehr gerne, wenn der Support dann nicht ultra greedy wird. Wenn ich first battle mit dem Support, werde ich halt immer greedy. Ich kauf dann einfach Boots und find's saugeil und werd's auch immer so weitermachen, weil's mir Spaß macht. Aber auf dem Level bietet sich's echt an. Blood-Grenades und Serves, das weiterzukaufen. Und natürlich, durch sein Gold wird er auch, äh, trotzdem das ein oder andere Item sich gönnen können. Er hat ja seine Boots, hat bald den Barsi, aber ihr seht, er investiert auch in Selfs, in Clarities, in Blood-Grenades und so weiter. Ah, das hast du ja gar nicht verpasst, Maxi. Alles gut. Ja, das Cop-Arcana find ich auch sehr nice. Das hab ich sogar. Find ich sehr geil. Ich mag das Rubik-Arcana, das Cop-Arcana. Ich glaub, das Windranger-Arcana find ich sogar noch besser. Das Windranger-Arcana find ich richtig, richtig gelungen. Ja, Viper kommt da nicht gegen an, gegen Disruption. Das ist auch ein nicer Konter. Also, da wird die immer Probleme haben auf der Lane gegen. Starker wäre es in Level 2 Disruption. Mitte läuft wie erwartet. Der Razor hat ein Game, der Puck auch. Der Razor hat, glaub ich, einen absolut grandiosen Razor, der Typ. Hält den in- und auswendig, Camp. Äh, ja. Der Puck allerdings auch, muss man sagen. Die haben sogar beide dieses krasse Wappen, dass sie in den Dauern zocken. Hm. Dennoch denke ich, dass Marine hier sehr zufrieden sein wird und jetzt ist es ungefähr vom Lasted-Verhältnis eh so, wie ich's erwartet hätte. Lanes treffen sich wieder in der Mitte. Davor gab's da noch was aufzuholen. Wie viel XP hat der Puck? Ah, fast genauso viel. Reining Rift ist ganz gut gegen, ähm, Static Link, aber Static Link funktioniert halt trotzdem ein bisschen, ne? Er hat's auch nur auf 1 geskillt. Ich hatte mir schon gedacht, dass er das jetzt hier nicht primär benutzt. Auf 1 ist wahrscheinlich nicht gut genug. Aber wirklich viel bringt's ihm nicht ein. Schlau, das Kuh hochzuskillen auf jeden Fall. Braucht er hier in der Mitte viel mehr. Der Klings farmt und das ist geil. Der Klings farmt sich in Lanes. Super nice. Hat sogar die meisten Assets aktuell im Spiel. Vermögenstechnisch ist er gleich auf mit dem Razer. Es geht da kurz dahinter. Herrest hier weiter mit Shukuchi und natürlich die Viper-Illus die ganze Zeit am Raufschlagen. Ah, wir sind bei 5 Minuten. Demnächst könnten wir erst die Rotation sehen. Die Power-Runen spawnen bald. Danach kommen die XP-Runen. Das wird jetzt langsam abgehen. Naya, willkommen zu Hause. Mach's dir bitte bequem. Fühl dich, fühl dich wohl. Du darfst dich heute auch auf die Couch setzen. Ja, du kannst dir was zu trinken aus dem Kühlschrank nehmen. Ist ein Tag, wo ich dir sowas gerne gewähre. Was macht denn das hier? Warum ist die so? Ha, okay. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe gerade schon, ich habe gelacht, weil man gerade schon gesehen hat, wie der Slada den Klings wie wild jagt und das ist vor Level 6. Ich hoffe, der geht trotzdem Orchid. Er macht jetzt erstmal Falcon Blade, das ist so Startkram, aber es ist ein relativ teures Start-Eintem-Build mit Trads, Falcon Blade und Wand. Ich finde es okay. Felken auch schon aufs Gitter fertig. Danach, die erste größere Item-Entscheidung. Ich hoffe irgendwie auf Orchid. Ich glaube, dass er dann ein paar Mal Gefahr läuft total zu verrecken, gerade gegen Slada, aber mit Orchid ist er echt gefährlich für den Shaman, für den Shadow Shaman. Ihn aus der Backline raus snipen wäre geil, für die Hoodwink auch, aber am besten eigentlich gegen den Shadow Shaman, weil der sonst mit Disruption retten kann. Und situativ, wenn er nicht in der Nähe ist, ist er auch super krass gegen die Weaver. Deshalb habe ich irgendwie Lust drauf. Ich möchte es gerne sehen. Es könnte auch sein, dass er was anderes macht. Weiß ich nicht, Dragonlance, PKB oder so. Voll reingelatscht geht er, aber hat nicht die Schelle bekommen. Shaker lastet it. Es tut mir leid, dass die Kamera ein bisschen schwächer ist. Das ist nicht meine Schuld. Phoenix ist hier da umgegangen gegen Amar. Amar hat ein gutes Spiel. Der hat den meisten Farm. Der hat Doppelgracer, Power Threads, Magic Wand und XXS wird unten jetzt reingedivt. Da kommt er nicht raus. Schildrunen, Razer, der vorrennt mit Ultra-Movement-Speed. Kurz vor der XP-Rune. Was ist denn das für eine Kamera, ey? So, das ist besser. XP-Rune gehen aber noch an Xing. Also der Shaker kriegt sie und überlebt den Razer-Angriff. Hat er sich zu viel getraut? Puck ist da, findet ihn. Noch hat der Razer-Ulti und macht viel Damage, aber zu dritt sollten sie es kontrolliert. Bekommen nix da. Er tötet den Shaker, bevor er selber fällt. Aua. Ich meine, sein Leben so teuer zu verkaufen, ist schon nice. Er hat halt die XP-Rune nicht bekommen. Sonst wäre es richtig bitter für Extreme. So kriegen sie zumindest die Mitte für den Shaker. Für ihre TP-Investition, aber Amar kann schalten und falten und walten, wie er möchte, während Klings bereits im Wald unterwegs ist, weil er weiß, dass Slada ist jetzt Level 6. Sobald er auf die Land geht, kriegt er Corouser Face rein und das möchte er nicht. Also steht er im Wald. Krit sucht ein bisschen. Schon wieder irgendwas komisch hier. Krit sucht ein bisschen. Slada sucht auch ein bisschen. Ihr seht es auf der Minimap. Wir schauen zeitgleich, ob er in der Mitte der Pack Probleme kriegt. Jetzt oben ist Corouser Face raus und selbst da hinten hat Armee Probleme durch den Counter-Pick. Farmt sehr, sehr sicher tief im eigenen Waldgebiet. Zumindest traut er sich da zu farmen, obwohl er gesehen wird. Was auch schon Eier erfordert. Ja, ich denke auch, dass die Viper hier richtig Probleme kriegen wird. Vor allen Dingen, weil ihre Lading Stage nicht gut lief und eine Viper muss die Lane gewinnen. Zumindest gleich ziehen. Der Break könnte interessant werden gegen Falcons. Ist aber auch nicht unabdingbar. Also ist jetzt nicht... Das war das falsche Wort dafür. Was ich meine, es ist nicht... Ist nicht so wichtig in dem Game Break zu haben. Ist nicht schlecht, aber ist auch nicht so wichtig. Es gibt auch Games, in denen eine Viper damit sehr, sehr viel mehr kontert. Oben ist der Überkampf. Scheiben wir schon wieder auseinandergegangen. Armee lebt noch. Das ist das einzig gute Zeichen hier gerade. Armee lebt noch. Die Kamera denkt sich, ey, der Shaker, der ist echt hübsch und knackig. Also die offiziellen Kameraführer hier sind mittel. Naja, das ist der Kill. Shadow Demon Fokus macht Sinn, aber sie haben Dream Curl investiert. Armee kriegt nicht den Last Hit. Der Puck ist auch nicht schlecht, aber er ist schon ganz gut, weil er halt vor allem weiterlebt. Der Slada kommt nicht ran, er findet den Kill nicht auf ihm. Aber er schafft es schon, ihn zu zonen und so. Ist halt ein Level in Bash aufgeladen. Wartet, wartet. Corroser Face Speed läuft vor. Geil von Crit gemacht, ey. Max Range auf dem Root und wenn ein Slada einmal an einem Klings dran ist und du einen Support neben dir hast, der keine Stunts besitzt, dann stirbt dein Hard Carry. Cooler Damage hier. Hätte ich nicht gedacht, dass die beiden vom Schaden so gefährlich für den Slada werden. Werden sie aber. Noch ein Pfeilchen? Ja, hat gereicht. Mit Corroser Face hat es gerade so gereicht. Double Kill also für Crit. Der hat mir schon letztens mit Falcons richtig gut gefallen. In der Mitte XM nach der Disruption in der Lage Waning Rift und Orb rauszubekommen und er muss hier drin bleiben und dann stirbt er wahrscheinlich. Haben sie gut gemacht. Meryn ist nach vorne gegangen, Snake King hat hier gewartet, Kill geht an den Support. Armies in die Mitte rotiert, will auch nochmal vorbeischauen, macht aber gar nichts. Steht da irgendwie. Ja, jetzt geht's, jetzt geht's. Jetzt kommt der Schaden von den Skeletten durch und vor allen Dingen hat sich der Razor zurückziehen müssen. Sie muss nur aufpassen wegen dem Slada. Slada traut sich glaube ich nicht rein. Der Dive tötet ihn mit ein bisschen Hilfe vom Team. Sie kriegen zumindest den Shadow Demon aber Razor kommt raus. Gutes Ding von Meryn da nicht auf den Klings zu committen weil ich glaube das war sehr verlockend aber er wäre dafür gestorben. Der Support der reinkam war zu mannigfaltig auf Seiten von Xtreme. Also Falcons spielen ihr gewohntes kontrolliertes gutes Dota Xtreme hält noch ganz okay dagegen aber mein Eindruck ist die Schlinge zieht sich zu und die wichtigen Komponenten von Falcons kriegen alle ihre Items. Der Razor ist fett der Slada ist fett und das ist kein Bodyshaming die haben einfach viel Gold. Hoodwing mit dem Double Kill auch ziemlich gut dabei jetzt extrem ziemlich unterfarmt hingegen gerade die Viper macht mir große Sorgen und der Klings geht Desolator also es ist aggressiv es ist sehr viel Damage aber es ist nicht das Orchid für die Solo Kills für die Nicen. Mit Desolator pushst du dafür extrem schnell Tower kann sehr gut Split pushen und du kannst auch mal ein Überraschungskill landen in Bindeseile weil lange kann da fast niemand gegenstehen gegen den Output gerade wenn er am Anfang mit Tarbomb und so aus dem Invis kommt aber wenn er erwischt wird ist er auch down das muss man klar sagen und ich glaube der Slada wird oh Gott ich wollte gerade sagen wird was kaufen um den Klings zu jagen und damit ging ich von dem Dagger aus einfach einem schnellen aber er macht es nochmal anders er geht Orchid into Dagger anstatt Dagger into BKB oder so das heißt er kauft wirklich jetzt erstmal ein Orchid um noch gefährlicher zu werden und dann mit Dagger Orchid den Klings jedes Mal zu vernichten braucht er nicht mal Dust trotzdem ist es ziemlich greedy Orchid zuerst zu gehen weil das heißt auch sein Dagger kommt erst spät und dadurch könnte der Klings mit dem Desolator vielleicht durchkommen naja Shadow Dream ist nochmal gestorben unten fällt ein Tower kleine Spirenzchen links und rechts Schlagabtausch aber Falcons führt weiter das Spielgeschehen an mit 11% Gold und 7% XP Vorteil vielleicht Hobbyfall aber ich glaube nicht Krit muss jetzt auf sein Leben aufpassen ja ich meine es ist eine Hoodwink der muss immer auf sein Leben aufpassen aber mit einem Desolator sollte er eigentlich nicht sterben gegen den Klings weil er hat ja Skurry und dafür fehlt dann das Orchid außer der Klings kriegt Hilfe dann ist die Hoodwink tot gegen ihn wenn sie erwischt wird ich glaube eher dass der Shadow Demon extrem aufpassen muss weil er will angegriffen werden damit er nicht Disruption auf das andere Ziel macht also Shadow Demon muss aufpassen dass er nicht von einem Reining Rift oder so geklippt wird ansonsten ist der Draft von Falcons einfach sehr 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 solide ich finde das Orchid ich werde nicht so ganz warm mit dem Sada Orchid er hat ein gutes Spiel Orchid ist auch ganz schön gut gegen Extreme kann man machen ist auch gut gegen Phoenix und so aber ich glaube so ein schnelles Dagger würde jetzt so eine geile Gefahr ausstrahlen und eine BKB wäre auch mega nice gegen Extreme gegen den Shaker und den Puck so ist er immer in Gefahr dass er ran muss dass er nicht den Gap Close hat sondern dass er ranlaufen muss und das ist schwierig gegen das Line Up von Extreme der Banished hatte gutes Timing sie probieren Spashwake trifft Skeeter ist dran Sharpshooter ordentlicher Damage einige Autotecks später geht er da und Skeeter sogar mit einem frühen Timelapse was aber hier Sinn gemacht hat zur Sicherheit kein Fokus auf die Supernova mit Geminate Attack auch richtig gespielt von ihnen weil Extreme dahinter stand und Dream Curl und so committed hat alles weggekited jetzt haben sie nichts mehr Marine kommt von der anderen Seite tötet erst den Shaker der zum Solo Echo Slam geforciert wird und dann noch den Rest boah hat der Felix dann auch Damage gemacht Racer hat es ein bisschen schwer gehabt als ich dachte aber der Kampf ist wie der Kampf ist absolutes Fiasko für Extreme Gaming und da sieht man warum Falcons so gut sind ich zeige euch das nochmal das war richtig Bilderbuch Teamfight Verhalten auf Pro Niveau deshalb sind sie zur Zeit das stärkste Team der Welt mit Fragezeichen im Kleinen aber gehören auf jeden Fall ganz oben dazu wahrscheinlich sind sie die Besten der Jump war gut und da das Timelapse schön schnell bevor irgendwas komisches passiert geht dann wieder ran alles sehr sehr safe gespielt dann gehen sie hier ran nehmen den Angriff gehen auf die Supernova aber forcieren sie nur und lassen sich jetzt nicht baiten wie leicht es für Skeeter wäre da stehen zu bleiben ein bisschen rauf zu hauen dadurch trifft ihn das Dream Coil nicht Amar kriegt noch ein Ding Marine Perfektes Positioning geht nicht hier rein was sehr intuitiv wäre sondern geht hier rum bricht den Shaker ab verhindert dass er rein kann mit seinem Echo Slam weil hat noch kein Decker er muss halt dran laufen macht den Solo Kill holt die Space von ihm raus und hier kriegt er noch mehr Schaden als ich dachte auch wegen dem Phönix aber er respektiert es Resettet wieder Amar da auch sehr kontrolliert an der Seite genau aufs richtige Ziel sorgt dafür dass der Puck nicht den Razor finishen kann was er nämlich easy gemacht hätte killt den Puck Marine überlebt knapp ist alles wirklich so gut dass man sich echt fast fragt wie sie das machen also vielleicht ist es stille Kommunikation dass einfach jeder hohe Spielverständnis hat und es so stumm ineinander greift weil das kriegst du sonst nicht kommuniziert glaube ich Resultat seht ihr hier muss man nicht mehr viel drüber reden Falcons hat das Spiel jetzt komplett im Griff es sah davor schon gut aus aber ja ihr Draft war schlau ihr Spielstil ist ziemlich perfekt und Extreme haben keine Chance in der Auseinandersetzung gehabt wie lang noch bis zum Desoletta noch ein Mithrilhammer ein guter Mithrilhammer richtig Marine spielt einen sehr sehr guten Razor absolut korrekt was ist denn so ein Armee Trademark Hard Carry für die nächste Runde gibt es irgendwas was so richtig gut in seinen Händen funktioniert wo er mit am stärksten ist Anti-Mage wird es nicht hier das Orchid ist gerade total aufgegangen gegen Shaker ist natürlich auch gut gerade bevor der Dagger hat aber also hier ist echt gut aufgegangen ich glaube trotzdem auch in dem letzten Kampf wäre das Dagger total gewesen es hätte richtig krass funktioniert nur haben sie den E gewonnen weil sie Extreme so ausgespielt haben dass man dann auch rückargumentieren kann ja haben sie wohl nicht gebraucht sie wussten halt sie schaffen es auch so naja wenn er Dagger dann hat ist schon nice also in der Combo ist es besonders mächtig weil er dann Dagger Slytherin Crash Silence vom Orchid machen kann und mit dem Attack Speed und den Bashes eigentlich alles tötet gegen Puck ist das Orchid auch gigakrass der geht sogar jetzt Jules nur wenn dann hätte ich halt die einen Folge glaube ich andersrum gemacht erst Dagger und dann Orchid naja ist eine nice Wahl hier also vor allem auch noch gegen den Puck und so dann gegen den Klinks und alles ist schon richtig easy äh ist schon richtig edel und wenn er die Kombination mit Dagger und Orchid hat was gleich der Fall ist dann weiß ich nicht was Extreme Gaming dagegen tun kann äh der Klinks stirbt daran der Puck stirbt daran selbst der Shaker stirbt daran der Phönix alles alles stirbt daran sie haben ja auch keine Antworten sie haben keine BKBs oder so Jules dauert auch noch auf dem Puck noch nicht mal dieser Desolator eine Veil ist bald auf Phönix fertig yay ich hab das Gefühl die haben noch kein Item guckt mal ein Witchblade haben sie auf Puck aber das war's sie haben kein anderes relevantes Item weil der Klinks halt bei 15-16 Minuten noch nicht mal sein erstes hat noch nicht mal den Desolator auf anderer Seite gibt's ein Manta auf Marine ein Orchid auf Sada mit gleich Dagger noch dazu alles absolut relevante Midgame-Items und Skeeter hat bald Meldström plus Dragonlands nicht nur eine einzelne Dragonlands wie die Viper gibt Gleipnir was ich auch für sehr schlau hier halte AOE Lockdown nächster Kill wir gucken uns das nochmal kurz selber an will das sehen ah ja 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 ist wieder hier zack sie sehen ihn sie binden ihn sie töten ihn eine Hoodwink sie alle zu knechten in die Wälder zu treiben ewig zu brechen äh der Kampf hier geht offenbar ohne großes Tohuwabu aus ist nichts passiert Army hol den Desolator wenigstens den Burst sie brauchen wenigstens den Burst sie haben dann nicht mal viel Setup aber sie haben einen Silence über Raining Rift und eine Dreamcoil vielleicht reicht's boah Glück gehabt kann das natürlich jetzt nicht farmen aber besser als sterben ist es allemal sich da noch erfolgreich zurückzuziehen oh Ham 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 wieder gegen den Rest der Welt da rennt er rein die Viper wird Opfer seiner Schläger Schläger Razor von der Seite sie haben einfach keine Items Extreme hat einfach keine Items das sind so Kämpfe da könnte der Sada auch sterben aber das tut er nicht weil sie haben nix sie haben ein bisschen Damage über Ridgeblade und Dragonlance aber sonst nischt und sein Dagger fliegt ich will das auch mal probieren mit Orchid es sieht echt nice aus es gibt ihm Mana Region es gibt ihm mit Tag Speed es gibt ihm krasses Killpotential ich würde halt wie gesagt eher das Dagger zuerst kaufen glaube ich um meinen Offlane Job in einem Pub dann mehr zu erledigen aber danach einfach ein Orchid muss man davor auch keinen Echo selber kaufen ist irgendwie ziemlich stark finde ich Smoke von Falcons ich steuere mal kurz selber für uns Extreme schafft es oft sich noch halbwegs zurückzuziehen aber hier könnte jetzt der Hammer auf den Armboss schlagen und der Armboss ist aus Holz der Hammer aus Titan Armboss lauert Armboss findet mit Dagger Orchid Slytherin Crush Orchid 4 Crush um Damage zu maximieren vielleicht interessant Supernova steht um Steam zu decken dieses Raps hat Amage rettet und so stirbt XXS die spielen das so kontrolliert ey es ist richtig krass wie es genau reicht vom Damage wie er noch rauskommt weil eigentlich hat es Extreme geschafft den Phoenix leben zu lassen und es durchzutanken was sehr beeindruckend war aber egal weil Falcons einfach so eine kranke Kontrolle haben dann nicht overcommiten aber auch nicht zu wenig commmiten nicht komplett disengagen sondern es einfach abspulen wie eine Matheformel gräbt mir weit deine Arbeit aber das ist hier echt die Slada-Partie finde ich der macht super gute Aktionen und Razors auch Marine und Amar zumindest aus Core-Sicht Krits Hoodwink gefällt mir auch extrem gut und der Shadow Demon sowieso also ist schon echt nice den zuzusehen Desolator ist da er geht als nächstes Shard was macht denn das nochmal Burning Barrage während einer Kandidaten schießt Klinks mehrere durchbohrene Pfeile in die Richtung die Pfeile fügen allen Gegnern einen prozentualen Anteil von Klinks angeschaden oh nice mit Desolator seine A-S-Mitte-Equivaturen sowie den Verlangsamungseffekt von Tarbomb hinzu ach das muss ja Ultra Core sein auf ihm oder immer Shard zu kaufen weil ja die Barrage einfach viel stärker dann ist ach ne Quatsch ich Idiot das ist ja Burning Barrage hat er gar nicht mehr im Basic Kit das ist Strafe und Tarbomb nur noch das war früher Basic er kriegt die Burning Barrage die alte ich dachte das würde dazukommen jetzt zu Burning Barrage dass es damit scaled aber es hat es schon immer getan also er bekommt Burning Barrage was auch mega nice mit Desolator ist und ein guter Spell ist auf ihm also es ist auf jeden Fall ein sehr starkes Chart die Fähigkeit zu kriegen oh oh Shaker ganz allein hat ne Fissure gezündet und danach 5 Leute entdeckt besser er als seine Coors genau es ist schon nice es gibt ihm halt kein Sustain weißt du es ist sehr viel Investition für kein Sustain aber er hat Doppelbracer er hat Power Threads mit Stärke und es gibt ihm auch keine Initiate und keine Mobility aber die hat er natürlich mit dem Dagger also das ist schon ein geil ausgewogenes Bild du brauchst danach aber BKB Schrägstrich Aga er entscheidet sich für Aga weil hier Statusresistenz einfach gut ist und Extreme nicht so ein Lineup hat wo du unbedingt BKB brauchst es ist gut gegen Shaker und es ist gut gegen Pack aber du musst es nicht unbedingt machen er ist am Snowballen wäre er nicht so am Snowballen würde er glaube ich BKB gehen aber ja Statusresistenz ist eben auch gut dann kannst du danach einfach solche Items holen wie Dagger äh wie BKB und Aga und dann hast du ne ordentliche Balance drin Supernova wurde rausgebaitet abgewartet wieder beweist Falcons Disziplin lassen sich dann nicht von der Natur von Extrems Lineup einlullen weil das ist ihre große Stärke unter der Supernova mit Shaker und Puck Dreamcoils Echo Slams und so weiter kämpfen das ist enormes Teamfight Potential aber nicht wenn Falcons immer im richtigen Moment Disengagen und dann Reengagen sieht ganz so aus mit ihrem Aegis mit ihrer DD auf der Weaver mit ihrem Smoke Klings 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 ich muss wieder führen ich kann es mir nicht angucken was der macht das geht nicht Klings kommt raus knapp sehr knapp wäre fast von der Hoodwink gebrochen worden aha oh ich hätte auch dem Phönix keine Chance zu überleben ich hatte das Gefühl er hätte einmal kurz diven können aber vielleicht auch nicht Shivas geht der? Ja, das macht Sinn. 7-1 auf dem Razor. 4-1-8 auf dem Slada. 0-1-8 auf der Weaver. Ey, das ist ja mein typisches Spiel als Hard-Carry. Acht Assists auf einer Weaver ist richtig undankbar. Aber wisst ihr was? Es ist völlig egal. Trotzdem ist Meister Gold, weil er ein verdammter Gott ist. Gleitnir fertig mit Dragonlance bei 21 Minuten. Kings geht... Äh, hä? Ja, Dragonlance. Ah, er geht Dragonlance und dann Forstaff. Also er geht Pyke direkt. Ja! Hm! Ich weiß nicht, ich glaube er braucht PKB. Aber er braucht auch so viel anderes. Insofern soll er mal machen. Es gibt ihm zumindest Attack-Range und Dragonlance synergiert auch hervorragend mit Burning Barrage. Dann ist sie auch länger. Nächster Kill. Weil wir Fans sind von Malwines Razor, gucken wir es uns sogar an. Das ist kein spannender, aber es ist ein Kill. Da kommt der Gleitnir. Alles auf dem Präsentierteller von den Supports. Und ja, Marine macht mal kurz mit. Holt sich jetzt wahrscheinlich auf Grundlage dessen durch seine Ulti auch den Tier 2. Also, Extreme wird hier ohnmächtig. Absolut deklassiert. Kann man schon von reden. Das ist auch ein Outdraft, aber trotzdem. Das ist so gemein, ne? Hat mit dem Orchid ein bisschen gewartet, beziehungsweise war einfach ein schnelles Jules vom Pack. Aber er kommt da nicht weg. Er kommt, er kommt. Ich verstehe auch nicht ganz, warum er nicht wegkommt. Ich muss mir das nochmal angucken. Warum kommt der nicht weg? So, hier ist noch alles entspannt. Jetzt kommt gleich der Slada. Aber er überlebt ja den Initial. Ah, hier benutzt er das Orb. Das ist es. Er benutzt hier das Orb. Mit dann gestunt. Tatsächlich versautes Amar. Macht sein Orchid zu spät. Macht es jetzt erst. Aber da war Illusion überhaupt noch eine halbe Sekunde auf Cooldown, bevor er gesilenced wurde. Und dadurch war es egal. Hätte er ihn direkt gesilenced, wäre der Kill noch cleaner gewesen. Ah, ne. Konnte er nicht, weil dann jult er sich selber, der Pack. Aber wenn er sich selber jult, ne, dann hätte er danach wieder Orb gehabt. Wäre aber noch gebasht worden. Ne, wäre auch nicht clean gewesen. Ne, er musste warten, bis der Pack jult. Also war es genau richtig gespielt. Es war ein bisschen fortune, ein bisschen glücklich, dass Illusion überhaupt nicht zeitgerechtfertigt wurde. Aber war auch, er hat es halt direkt davor benutzt. Also es war auch Whisky vom Pack, da so rein zu jumpen. So, naja. Kills fallen überall. Jetzt ist da noch der Fylix getötet worden. Das ist auch ziemlich irrelevant, weil das Game ein absoluter Stomp momentan ist. Das einzig Interessante ist noch der Klings und seine Burning Barrage, was Highground-Verteidigung angeht. Und eventuelles Kill-Potenzial. Oh, oh. Er hat sich gezeigt. Kommt Snaking ran? Er hat Dust, aber er kommt nicht ran. Er ist zu langsam. Stellt den Sentry und wartet. Klings zieht sich erfolgreich zurück. Rest von Extreme ist auf dem Highground und camped, weil sie nichts anderes mehr tun können. Nur Armee schafft es noch ein bisschen zu farmen. Ehrlich gesagt, ich finde Armee spielt die Runde echt gut. Aber er kann nichts machen mit dem Klings dagegen. Und nicht gegen den Falcons, was so gut spielt. Also muss ich ihm echt Credits geben. Ich finde, dass der Klings hier einen sehr soliden Job bisher gemacht hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber gehört schon was dazu, nicht die ganze Zeit zu verrecken. Ich weiß, er hat 0-2-3. Aber dennoch steht oft gut. Er farmt gut. Er farmt an der Grenze des Möglichen. Was echt schwer ist. Er wurde nie vom Slada erwischt, glaube ich. Nicht wirklich zumindest. Nicht so Solo-mäßig. Oh, das ist Spielerperspektive. Ja, Shard ist auch extrem gut. Vor allen Dingen für Farmspeed. Hast du recht, er hat es auch schon. Ich bin auch Fan davon. Auf Slada, habe ich nur vergessen vorhin zu erwähnen, relativ schnell einen Shard einzuschieben, weil das einfach den Farmspeed krank erhöht. Das ist auch ganz gut in Teamfights, aber wenn du es richtig machst und ein paar Waves bekommst, kriegst du damit mit einem Dagger und einem Shard zusammen sehr schnell der nächstes Item. Also Agar-Shard finde ich gerade in Kombination auch extrem geil auf Slada. Bin ich großer Fan. Und so Sension Yasha ist auch sehr stark auf ihm. Wird auch gerne mal gekauft. Und dann diese Kombo aus Statusresistenz von Agar und Sension Yasha macht ihn schwer zu töten. Und die Leute machen trotzdem alle Spells auf ihn, weil er keine BKB anmachen muss, sondern diese Art von Resistenz hat. Aber wenn es nicht reicht, bist du halt am Arsch. Da ist dann manchmal es besser, eine schnelle BKB zu kaufen und es dahingehend auszuhebeln. Das ist immer so ein bisschen Abwägungssache. Hier in dem Spiel ist es schon geil, weil er ist halt voll weit vorne und hat dominante, aggressive Items. Wenn sie alles auf ihn committen, dann wird sein Team die Gegner dafür bestrafen. Er tankt da so viel. Jetzt ist er mal erwischt worden. Jetzt ist es ihm mal passiert. Wie gesagt, ultra schwer. Das ist nie der Fall. Eher ist der, der rauspusht. Eher ist der, der noch Farm von der Map holt. Und wenn er es nicht tut, verlieren sie garantiert. Mh, Leibnir, Supports, alles da. Wollte noch den Shadow Demon töten, aber dafür reicht es dann doch nicht. Ich glaube, er sollte echt irgendwie, weiß ich nicht, Daedalus gehen. Oh, er hat es schon gecued. Vielleicht ist es richtig, die Pike zuerst zu kaufen, aber ich habe den Eindruck, das bringt alles nichts mehr. Du kommst eh nicht mehr weg, wenn du erwischt wirst. Nicht mehr, es ist alles so unausgeglichen. Einfach Daedalus und hoffen. Oh, oh, Snakey mit der Disruption forciert noch einen Dream Curl. Er überlebt das. Er überlebt das. Oh mein Gott. Ah ne, er ist gestorben. Immerhin das. Immerhin ist er noch irgendwie am Pack gestorben. Ist egal, er hat so lange überlebt, dass es alles egal ist. Drei sind gefallen. Nach dem Klings eben noch der Pack und die Viper jetzt in diesem Kampf. Der Kampf selber war ein 2 zu 1 für Falcons, wo sie nur einen Support gerade so verlieren. Sie haben noch alle Tier 1 außer den unteren. Also, Falcons hat erst ein Gebäude verloren. Ich weiß wirklich nicht, was das hier ist. Alter, Musiclight, vielen Dank mit der Kamera. Es tut mir sehr leid. Ja. Da habe ich ein bisschen erschreckt, ey. Es gibt ein Spendenziel, ja. 100 Euro, oben links in der Ecke. Aber kein sonderliches Ziel. Ich habe zur Zeit eher weniger Geld und dadurch wäre es jetzt auch falsch, irgendein cooles Ziel zu nennen, weil ich brauche das Geld für Miete. Das ist langweilig, ich weiß. Aber ich danke dir trotzdem für den Support. Voll nett. Viel Spaß heute im Stream. Ich hoffe, du wohnst mir ein bisschen bei. Und ja, das hier ist ein Stomp. Aber wir haben noch Liquid heute vor uns. Das, glaube ich, wird sehr geil. Und die Serie ist da noch nicht vorbei. Arme könnte auch noch mit einem anderen Carry auftrumpfen. Oh, Mann, Snacking. Die spielen, ey, Falconspiel zu gut, ey. Das ist so gemein. Guck dir das an. Er kontrolliert es genau. Er weiß genau, wie viel er tanken kann. Er slowt ihn, hat ihn im Poison. Und es ist, das ist so krass akribisch gut gespielt. Also mach das mal auf einem Shadow Demon gegen den Clings mit Desolator. Ich würde es niemals hinkriegen. Nicht mal annähern. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut von ihm. Wie lange er ihn da gehalten hat, bis die Reaver ihn holt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. Zeitgleich hier sind sie schon am Reindrücken. Triple Glaibnir. Aber er hat übertrieben Bock. Traut sich. Trifft aber nicht so ganz. Macht die Pütze, glaubt, nur für Statusresistenz. Oh, Viper tankt ein bisschen gegen den Razor. Heißt eigentlich nur, dass er sie länger aussaugen kann. Vielleicht hat er sie mit Absicht leben lassen. Phönix hat große Projekte gefahren. Supernova ist jetzt weg und er flattert in die Base. Bringt ihm alles nichts. Ein kleines, aufgeschrecktes Hühnchen. Mehr ist dieser Phönix nicht mehr für Falcons. Shaker down. Viper down. Clings davor gestorben. Und sie lauern am Highground, ne? Sie lagern einfach davor. Sie haben hier so eine kleine Basis aufgebaut. Und denken gar nicht dran, bereits hochzulaufen. Warum auch? Warum es nicht kontrolliert spielen? Die Gegner werden ausgeblutet, rausforciert. Und wenn sich jemand raustraut... Was für ein Angriff von Armee. Den verstehe ich nicht so ganz. Der war sehr risky, oder? Ich meine, er klappt noch ein bisschen besser, als ich dachte. Aber er hat sich erst erschreckt. Hat dann gesehen, die sehen ihn nicht. Und ist dann aber nicht weggegangen. Weil ich ging davon aus, dass Falcons vielleicht da Vision hat. Und er ihnen in die Arme läuft. Aber er hatte den gleichen Moment. Dachte, sie sehen ihn nicht. Ist trotzdem drin geblieben, hat committed. Vielleicht dachte er, er wird gleich aufgedeckt. Vielleicht war das so ein Oh Shit. Vielleicht war es auch der Gedanke, ich töte da schnell die Hoodwink oder so. Aber das war ja das, was Falcons wollte. Also sie kommen nicht raus. Wenn sie rausgehen, sterben sie. Es gibt keine Charges auf dem Desoletter. Null. Er hat 0,5. In letzter Zeit ist er dann doch am laufenden Mann verreckt. Ich hätte ihn nicht loben dürfen. Ja, habe ich. Aber das ist schon ziemlich lange her. Und OG ist nicht mal mehr im Turnier. Habe ich aber mitbekommen, ja. Ist richtig. Ist richtig, Musiclight. Ohne Bett und Haus ist nämlich doof. Das hast du ganz gut zusammengefasst. Ja, echt so, Lothar to go. Lass uns in die nächste Runde gehen, oder? Er hat nur die Hoodwink gesehen. Ja, aber trotzdem. Wenn die Hoodwink da so läuft, ich weiß nicht. Ich meine, guck mal. Die Hoodwink hat einen Glapenier. Die hat 1.600 Leben. Die bindet ihn, wie es auch passiert ist, und läuft weg. Die Chance, dass die allein ist, ist so utopisch gering. Vielleicht ist es High Risk, High Reward, weil man hinten ist. Aber ich fand das seltsam. Seine erste Reaktion war ja weg. Und dann hat er sich gedacht, oh, ich gehe doch rein. Auch wenn er nur sie gesehen hat und der Rest noch im Wald war. Ich hatte das Gefühl, er sieht schon mehr. Aber selbst wenn nicht, du könntest recht haben, habe ich den Angriff nicht so ganz verstanden. Egal, nächster Kill für Hoodwink. Ich denke, was es ein bisschen erklärt, ist dieses Wenn du hinten bist, musst du Whisky spielen, um noch eine Chance zu haben. Es gibt mittlerweile Waves, das finde ich ziemlich gut. Also sein Positioning ist oft auch sehr, sehr nice, muss man schon sagen. Cleart immer mal wieder Waves, steht zwischen den Towern, wird nicht immer dafür erwischt. Und das gegen so einen Jäger-Line-Up. Naja, jetzt kommt der Roche mit Cheese und Aegis und allem. Ein ganzes Buffet für Falcons. Es war die geilste Beschreibung davon, warum es wichtig ist, eine Wohnung zu haben, die ich je gelesen habe. Du triffst es gut, Daniel. Es ist wahr. Es ist wahr. Also, Shoutout an Music Light. Haben wir noch ein Dach über dem Kopf. Sonst wird es auch irgendwann schwierig mit dem Stream. Dann sitze ich hier in Wind und Wetter. Es gibt komische Hintergrundgeräusche. Ihr hört meine Pfandflaschen klimpern. Wurde nochmal abgewendet. Ja, es ist halt... Man kann immer wieder das Gleiche sagen. Extreme Gaming stirbt. Was mich interessieren würde, ist, wie viel Prozent wird ihnen noch gegeben? Eins. Ey, ist doch ganz nett. Ein Prozent nimmt man doch gerne an. Ich muss bei Malwine immer an Malwine denken. Malwine und das Käsebrötchen. Oder nee. Irgendwie hieß das Kinderbuch anders. Aber sie mochte gerne Käsebrötchen. So ein Monster, was immer größer wird, von einem Kind aufgezogen wird und Käsebrötchen liebt. Ich glaube, die hieß Malwine. Am Ende versteckt sie die in so einem Pool oder so. Das war der übelste Boomer-Talk wahrscheinlich. Keiner von euch weiß noch, wer Malwine und ihre Käsebrötchen waren. Schad für Crit. Falcons im Smoke. Die wollen da hin. Vielleicht wollten sie sogar am Tormenter kämpfen. Haben darauf gehofft, dass Falcons da minimal geschwächt sind. Aber Slada macht den alleine in Windeseile. Oh, dem willst du nicht begegnen. Oh, oh. Erste Corrosive ist raus. Was ist da? Lockdown auf Weaver hilft gar nicht. Sing ist schon mal down. Ja, und Flings wird auch nicht mehr rauskommen. Oder doch? Wow. Gerade so. Viper nicht so glücklich. Kann nicht mehr geil werden. Supernova. Nee. Nee, Bro. Nee, 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 nee. Absolut nicht drin. Meirine in der BKB. Shaker Fissure gegen die Weaver. Gut platziert. Aber die hat Eges. Dürfen wir nicht vergessen. Kommt sowieso raus. Hoodwink. Hat einfach Sing da weg. gesniped mit Sharpshooter. Das war absolute Degradierung. Ey, waren die gut. Mein Gott, hat Falcons das gut gespielt. Ist es so? Warte mal. Ist Falcons unfassbar krank gut gewesen? Oder ist Extreme Gaming einfach sehr schwach? Ich glaube ersteres. Ich glaube aber auch, dass noch eine Komponente Falcons dabei geholfen hat, so dominant zu sein. Und zwar der Draft. Aber wenn sie so kontrolliert spielen, ne, und so ein Spielverständnis in Game haben, haben sie auch oft so ein Spielverständnis als Team im Draft. Und genau das sieht man hier. Der Draft ist ja auch eine Leistung des Teams. Aber ich bin echt hin und weg von ihrem Spielstil gewesen. Ich habe keine Ahnung, was dagegen jetzt gemacht werden kann. Ehrlich gesagt von Extreme. Aber ich glaube, anderes Lineup ist das aller, aller mindeste, was sie jetzt brauchen. Anderes Lineup muss es sein. Ein besser Draften. Ich hatte vorhin gefragt, ob Armee irgendwelche Paradehelden hat, irgendwelche Standardhelden für ihn. Aber mir ist nichts eingefallen, was gerade im Meta ist. Ich habe es auch gerade einfach nur nicht im Kopf. Vielleicht hat jemand was dazu geschrieben vorhin. Ah, da. Ich glaube, ein Haier. Morphling oder Faces Void? Ja, Morphling und Faces sind beide stark. Du schreibst doch schon selber. Würde ich mitgehen. Also sowas wie ein Void, da bin ich Fan von. Oder Morphling jetzt aktuell in so einer Situation, weil das sind beide Helden, die das Spiel auf eine gewisse Art und Weise brechen können. Wisst ihr, was ich meine? Morphling ist ein sehr untypischer Held in Lothar. Und der kann das Spiel in eine Richtung lenken, die abseits der Norm ist. Und Faces Void im Late Game mit Kronos, aber auch allgemein mit Kronos, kann auch ganz viel aushebeln, was Gegner eigentlich an Skill haben. Weil wenn sie von der Krono erwischt werden, sterben sie halt, bevor sie irgendwas machen können. Also beide Helden fände ich deutlich besser als Klings, glaube ich. Ich denke nicht, dass es reicht, weil Falcons so eine Kontrolle hat, die wissen, wie sie gegen alles spielen, denke ich. Aber es sind gute Ansätze. Und gerade wenn sie in seinen Händen gut sind. Battle Pass, boah, vielleicht kommt mit dem Patch was Neues zu Battle Pass-Geschichten, Redrick. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gedacht, es kommen jetzt Battle Pass-Sachen übers Jahr und nicht übers TI. Aber Valve war, die Wahrheit ist, Valve plant da nichts. Valve war einfach wieder faul. Die hatten dann keinen Bock und fertig. Ich habe ein paar Ausreden gesucht. Jetzt kommt wieder was. Die arbeiten dann weiter an einem großen Update. Das kommt nach dem Turnier und dann schauen wir es uns gemeinsam an. Ich kann dir nur einen neuen Helden garantieren, Puppet Master und signifikante Änderungen im Spiel. Vielleicht kommt auch ein Battle Pass. Naja, High Ground ist zur Zeit sehr stark Music Light. Es war relativ früh im Spiel und Falcons weiß ganz genau, wie sie Spiele beenden. Das heißt, sie warten, lassen ausbluten, holen alles, was aus der Base will und gehen genau dann hoch, wenn es wirklich Sinn macht. Wenn sie Aegis haben, wenn die Gegner in einer Rückzugsaktion von einem verlorenen Kampf vor dem High Ground weglaufen müssen, wie es hier eben war, ist dann ein Optimalfall. Oder sie machen es mit der Brechstange, wenn sie gar nicht mehr rauskommen, nachdem sie noch mehr Gold und XP gescheffelt haben, weil Glyphen sind stark und High Ground ist stark. Barrage klinkst Desolator, Glyphe an und so weiter. Passt du nicht auf, kriegst eine Fischerei, ein Sterben, zwei. Warum? Unnötig Risiken eingehen. Deshalb, weil momentan es nicht so leicht ist, das Spiel zu beenden, haben sie sich einen Tick Zeit gelassen, dass es einfach akribisch runtergezockt worden von ihnen und ging ja dann doch noch relativ schnell, weil sie einfach so wahnsinnig dominant waren. Ich spiele fast nie Ranked, André, aber 6300 hatte ich, als ich das letzte Mal Ranked gespielt habe. Okay, maybe never mind. Werden die einfach der Base geblieben? Will zwar keiner sehen. Naja, aber dann kriegen sie halt keinen Farm. Du hast recht. Sondern dann bleiben sie da, dann halten sie noch ein bisschen länger durch, aber dann verlieren sie garantierter, nur dass es länger dauert. Erinnerst du dich noch an Yuragi? Also Yuragi, Yuragi Morphling, der 5 Mal einfach verreckt ist, weil er falsch gemorpht hatte? Henry rechnet erneut mit Walfes großem Kassenschlager. Enttäuschung. Ey, absolut, absolut. Ich glaube aber, das Update wird ganz interessant. Ich glaube, es wird interessant. Ich glaube nur, sie hatten einfach keinen Bock und haben wieder viel zu lange nichts gemacht. Wie immer. Mal gespannt, was da kommt. Kann natürlich alles sein. Kann auch doch mega lieblos hingekleppt sein. Kann mega geil sein. Kann aufwendig sein. Wisst ihr, auf was ich hoffe? Auf ein Game Event. Das hatten wir lange nicht mehr. Ein Spiel abseits vom regulären Dota, so Siltbreaker-Style. Sowas wäre doch ganz cool, oder? Okay, wenn es sowas gibt, wo man gemeinsam durch so eine Welt läuft. War nicht Siltbreaker so, dass man mit ein paar Helden rumläuft, durch die Welt und Sachen macht und Bosse besiegt? Dann spiele ich mit der Community. Ich weiß es nicht. Kennt jemand Puppet Master? Gab es den nicht schon kurz in Dota 1 oder so? Vielleicht ist er jetzt auch anders designt. Ich habe keine Ahnung. Er sieht für mich wie ein absolut nerviger, ekliger, lamer Held aus, der irgendwelche Fallen stellt und Leute manipuliert und steuert und so. Und das klingt für mich eher wie Utility, Schrägstrich Support, vielleicht Mitte oder sowas, aber jetzt nicht wie ein Hard Carry. Wissen tue ich es nicht, aber meine Vermutung wäre kein Hard Carry. Oh, ich muss in den Draft. Na, wie immer. Das geht ja hier jetzt schneller. Ja, habe ich mitbekommen, Einheier. Heftiges Thema. Ist bestimmt schon raus, oder? Also ich glaube nicht, dass Tiger nochmal Dota spielen wird auf Pro-Niveau. Hoffe ich doch, dass er es nicht wird. Geht gar nicht sowas. So, was haben wir denn hier feines? Sand, Dark Willow, Venomancer, Dash Prophet. Wir gucken mal, vor allem bei Xtreme Gaming, ganz anderer Draft. Kein einziger Held von vorne, von vorhin. Da merkt man schon, wie wenig ihnen der gefallen hat. Shadow Demon hat sogar Falcons gebannt. Xtreme Gaming hat irgendwas gebannt. Ja, Chen ist sehr gut, gegen Falcons zu bannen, würde ich sagen. Ich glaube, da ist auch verständlich, die krassen Supports halt weggehauen. Ey, ich finde schon wieder, der Draft ist irgendwie so semi, so ein bisschen lau. Also, ist starker AOE-Teamfight, okayer Sustain, aber wenig Lockdown, nur eine Bramble Maze und ein Sand Tooth Storm, vielleicht AOE-Silence von der Prophet noch. Falcons hat krassen Initiate, sehr gutes Setup für Arrow, Mirana ist auch stark momentan, wieder ihren Götter-Razor ausgepackt. Ein Timbersaw bestraft es auch bisher, was Xtreme hat, sehr. Der ist super gegen Sand, der hat genug Burst, um Death Prophets Favorit, nämlich lange Kämpfe zu vereiteln und sie schnell zu töten. Der leidet nicht so unter Slows, weil er Chain hat, also von Venomancer. Und ich finde schon wieder nicht, dass es sehr gut aussieht bei Xtreme Gaming. Die Helden für sich genommen sind okay, aber in der Kombo geht so, maximal geht so. Sie haben potenziell starke Lanes. Venoscent ist stark, wenn sie es so spielen und Dark Willow mit irgendeinem guten Carry auch. Was bandt Falcons jetzt? Army. Void haben sie schon weggebannt, ein Haier. Morphling gäbe es noch. Wie gut wäre Morphling gegen Falcons? Ich glaube, okay, ne? Link kann scheiße für ihn sein, aber er kann Razor auch klauen und selber linken, was richtig gut ist und er kann rausraven und so. Also eigentlich ist es ein gutes Matchup für den Morph. Gegen Arrow ist auch nicht so schlimm, er ist ziemlich mobil und Manta und so. Gegen Tiny kann unangenehm werden, weil Tiny hat Burst. Sehr viel Burst ist scheiße für Morphling, weil der hat Agi gemorphed am Anfang, dann springt der Tiny rauf, stimmt direkt. Aber ein Risiko muss man auch mal eingehen. Und im etwas späteren Spiel kommt er gut klar mit einem Tiny. Und Timbersaw ist das gleiche Thema, hat viel Burst, ist gefährlich, kann ihn aber dafür nicht stunnen. Dann müsste er halt einen guten Reet haben aufs Spiel, um es immer knapp zu überleben. Ist kein absolutes Easy Free Game, aber ich würde schon sagen, dass Morph spielbar ist. Könnte auch ein Skadi kaufen, was nicht schlecht ist gegen Falcons. Ich weiß aber nicht, ob das noch gut genug ist. Das Item ist momentan ziemlich schwach. Ja, Arc Warden und Klinks werden sie aber nicht spielen, glaube ich. Kein Techies gemannt, oder? Ne, kein Techies gemannt. Bei Falcons steht auch noch der Hard Carry aus. Also da wird Snake King gerade ganz viel weggenommen. Snake Kings Naga will keiner gegen sich. Interessant, dass er so spät erst kam der Bann. Sven immer noch relativ modern, immer noch sehr, sehr gut. Und ich denke, das sind schlaue Banns. Jetzt die Frage, Bann, Falcons, Morphling. Dann sind insgesamt schon echt viele Carries weg. Die werden eh noch ein Hard Carry bannen. Und beide müssen ihren noch picken. Der Pool ist klein. Vielleicht kriegen wir kreative Hard Carries. Ich fände tatsächlich Slug bei Falcons ziemlich gut, aber ich glaube nicht, dass sie den spielen werden. Okay, Monkey King. Ja, okay, okay. Ich glaube, Armin spielt auch gerne Monkey King. Ich meine, das habe ich schon gesehen. Ah ja, CK. CK gibt noch mehr Burst. Und sofort Snap Pick Luna. Ah, Luna war noch drin. Die habe ich vergessen. Also, ich glaube, mit dem CK war ganz klar, dass Luna der beste Held im Pool ist. Ich denke wirklich, dass sie jetzt gerade den besten Hard Carry gepickt haben, der noch ging mit der Luna. Ja, der Razor wird unangenehm für sie. Aber abgesehen davon ist es ein Spiel, was eine Luna gewinnen kann. Und sie steht auch okay gegen den Chaos Knight später. Sven wäre, glaube ich, noch besser gewesen, aber der war eh gebannt von ihnen selber. Also, gegen CK. Ja. So ein bisschen geben und nehmen. Die Luna Gläfen sind so nice gegen CK, aber wenn CK richtig rankommt mit Reality Rift, dann kann es sein, dass die Luna den Sustain nicht hat. Kommen ein bisschen auf an, in welcher Spielphase sie sind, ob sie Shard aktiv hat, ob sie Satanic hat und so weiter. Aber ich glaube, Luna, es war Luna oder Morphling und ich denke, gerade spätestens mit dem Chaos Knight war es klar Luna. Auch wenn ich lieber Morphling gesehen hätte. Jo, kannst du ruhig reinschreiben. Ich gehe jetzt nicht so aufs Thema ein, aber wenn euch das mit dem Match-Fixing-Skandal um Tiger interessiert, dann könnt ihr kurz lesen, was den Haya geschrieben hat oder YouTuben beziehungsweise googeln. Gleich geht's los. Aber wir gehen natürlich in die kleine Wartezeit. Ich erwarte, dass die gestompt werden. Ein bisschen. Aber die Luna gefällt mir zumindest. Also ich sehe schon den nächsten Stomp kommen. Meine Damen, meine Herren, ich lade Sie herzlich ein zur zweiten Runde zwischen Extreme Gaming und Falcons, welche in zehn Minuten das Licht der Welt erblicken wird. Bis dahin sitzen wir, hören Musik und langweilen uns. Aber dann wartet auf uns ein Spiel, welches in Spannung kaum zu überbieten sein wird. Denn, wie wir schon in der ersten Runde gesehen haben, sind diese beiden Teams praktisch gleichauf. Das war ein Witz und eine große Lüge. Wird schwierig. Wird sehr schwierig für Extreme. Aber der Draft gefällt mir etwas besser als letztes Mal. Es ist nicht so ein harter Outdraft. Ich halte es immer noch für einen leichten Outdraft vom sowieso stärkeren Team. Ja, Death Prophet hängt viel an der DP. Ja, nicht nur, aber auch auf jeden Fall. Ich glaube aber einfach nicht, dass... Ich glaube, es ist fast unmöglich, dass die Death Prophet ein richtig gutes Spiel hat. Sehe ich einfach nicht kommen. Ich glaube, die wird immer weggeburstet oder Falcons geht, wenn sie merken, sie schaffen es nicht. Vielleicht vertue ich mich da. Ich glaube, das Support-Duo wird ein bisschen leiden. Ich glaube, die haben krasse Lockdown-Probleme und Falcons hat Helden, die genau das ausnutzen mit Razor, Timber und Chaos Knight und zu einem Grad auch Tiny. Ja. Ich bin's doch nur, Clyde. Ein bisschen, glaube ich, für Drake mit Techies 2.0, was Puppet Master angeht. So stelle ich ihn mir vor. Achso, ich muss meinen tollen Text hier reinbauen. Zack. Checken wir schon mal. So, also in acht Minuten ungefähr starten wir. Ich werde die Gelegenheit nutzen und ein Brot essen und nach dieser kleinen, milden Mahlzeit freue ich mich drauf. Ich werde auch langsam warm. Ich werde wieder warm mit dem Stream und dem Kasten und so. Ich merke das gerade richtig. Freue ich mich drauf. Die wahrscheinlich letzte Auseinandersetzung zwischen den beiden Teams zu sehen. Dann würde es aber auch 2.0 bedeuten und wir müssten wieder länger warten. Also wenn Extreme jetzt gewinnt, haben wir wahrscheinlich so eine lange Wartezeit bis zur nächsten Serie. Die nächste Serie ist für mich das Highlight des heutigen Tages und auch die letzte Serie mit Liquid gegen Azuray wartet da noch ein großes Schmankerl hier auf uns. Hm, irgendwie sieht es fast grün aus. Achso, weil mein Hintergrund grün ist. Haha, ist ja geil. Endlich seht ihr mal, wie mein Salat eigentlich aussieht, auch wenn es das Gras von der Radiant Seite ist. Liebe Henry-Gemeinde, wir sind hier heute versammelt, um geeint mit unserem Herrn Henry von YouTube die heutigen Gaben des Prodota uns zu Gemüte zu führen. Amen. Wunderschön gesagt. Psalm 34 von Henry Bortosis Bis zum nächsten Mal. Besser ist, Daniel. Ah, schon lecker. Schon lecker. So ein bisschen schwarzes Loch. Ja, ist nur noch wenig davon übrig. Guck hier. Ungefähr. Aber so ein paar Krümel habe ich noch. Hast du dir was zu essen geholt? Einen geilen Snack? So ein paar Krümel. eine tomate muss noch sein ich dachte mir ich hole cocktailtomaten sind irgendwie ziemlich groß für cocktailtomaten sehen in der kamera klein aus als in echt aber sind geil snacks geholt und nebenbei stardew rallye girl gaming klingt aber richtig nice klingt wie ein sehr guter tag ich habe früher harvest moon gemocht stardew rallye ist ja so ähnlich was ist das für eine cocktailtomate noch vier minuten ist auch in game pause wach sehr nervig oh mist durch die pause stimmt es nicht durch die pause kann ich nicht mehr so richtig einschätzen lang wir noch warten müssen aber wir wir können uns einfach einen kleinen obolus von ein zwei minuten nachdem der timer wieder läuft starten dann ja auf jeden fall dann hier ist mir auch egal wie groß oder klein die sind die müssen frisch und knackig sein nur das mehlige das mag ich auch nicht so ich mag rohgemüse allgemein ganz gern karotten paprika tomaten weil und weil ich das so gern mag aber nicht so der größte fanatiker für warmes gemüse bin probiere ich damit meinen gemüse konsum ein wenig anzuheben dass ich rohkost esse ich esse auch anderes gemüse natürlich aber damit kann ich ein bisschen ausleiten dass nicht zu viel ist nicht so viel ist auf der anderen seite ist das eine scheiße ophelia was für ein müllmann ich habe seit drei wochen kein fleisch gegessen spart echt kohle ja das kann gut sein vor allen dem wenn du dafür gutes fleisch gekauft hast du kannst ja auch billiges fleisch holen das fleisch durch subventionierung und co erschreckend günstig und auch finde ich persönlich leider obwohl ich fleisch esse leider günstiger als vegetarische alternativen aber mit gutem fleisch zahlt man berechtigterweise auch gutes geld und das spart man sich wenn man es nicht tut wahrscheinlich schon sehr merkbar ein beim grillen meinst du so gemüse grillen oder was mir online oder redest du von was anderem so jetzt sind wir ihnen nach der pause bei so knapp fünf minuten ich würde sagen wir starten wir haben ja hier noch 1 2 25 bis es losgeht starten so in ein zwei minuten ins spiel ich denke in zwei aber okay verstehe mir alles gut naja ist es auch noch gut dann musste ja ein absoluter gott und stronghold sein glaube ich auch kann mir vorstellen ja also montag guck mal ich streame ja jetzt heute den ganzen tag dann ist für mich morgen dann ist für mich übermorgen den ganzen tag dann ist das turnier durch und dann kommt jede sekunde der große neue dota patch das heißt ich will am montag auf jeden fall auf twitch live sein weil mir wichtig ist das jetzt zumindest regelmäßig zu machen auch wenn wir wenn keiner da ist und deshalb werde ich live sein aber ich werde wahrscheinlich eine rede runde machen mit patch wartefunktion also eine art dota patch warteraum mit just chatting wo wir quatschen bisschen zeit verbringen und eventuell kommt der patch irgendwann nachts raus oder kommt halt nicht raus und dann gehe ich wieder offline damit war ich online aber es ist nicht der typische classics monday stronghold ist eh beendet und wenn dann so ein bisschen dieser stream marathon vorbei ist dann setze ich mich hin und überlege mir was wir als nächstes zum classics monday machen das übliche findest du wir haben doch jetzt die letzten fünf wochen oder so immer was gespielt wir müssen echt hoffen dass extreme irgendwie ein gutes spiel hinlegen es wäre saugeil würde mich sehr freuen aber ich habe wenig hoffnung eine sache die man sagen muss wenn ich mal so auf ihr line-up guck ist ihre lanes sind echt nicht so schlecht die picken scheinbar gerne gute lanes macht ja auch sinn momentan aber die sind echt ziemlich stark also wenn omancer send willow luna und eine death profit in der mitte timba ist ein kranker laner aber er muss auch in der landing stage momentum aufbauen sonst wird es schwierig für ihn und ironischerweise wäre viper jetzt richtig gut gemessen sind für extreme und ja also vielleicht gewinnen sie ihre lanes oder so und können mich danach überraschen mit guten aktionen vielleicht schaffen sie es dass die luna unaufhaltbar viel fahren weil keiner bei falcons farmt nur annähernd so viel wie eine luna aber die haben auch ein ganz anderes timing falcons hat einen ganz anderen spielplan wollen ein paar items zusammen basteln und dann loslatschen und unaufhaltbar werden genau so machen wir so viel das ist der plan ich wollte jetzt nur nicht direkt alles spoilern wir können in einer minute rein ich warte noch ganz kurz warte mal ja eigentlich schon früher eigentlich können wir jetzt ich mache schon mal immer schon mal vorbereitung musik aus da ist noch an so ich warte noch auf eine chatnachricht und dann starte ich das war's wehe ihr schweine lasst es jetzt ihr schreibt jetzt was oh gott hey bitte ihr seid so fies ich hasse euch so sehr danke fünfer smog erstmal aus der basis raus ey felcons kann auf jeden fall kämpfen damit ich glaube nicht dass die extreme gegen die kämpfen will die sind auch stark auf level 1 muss man dazu sagen aber ich glaube sie wollen sich nicht mit felcons anlegen obwohl die mirana nicht dabei ist ohne mirana können es gehen naja jetzt geht es erstmal um schnelles warding deshalb smoggen die raus für die vision und so dieser doppel ward sind ganz interessant auf beide treppen gelegt den alten venomancer fand es das sexy ja ich auch ich finde auch die neue ulti ach die ist einfach nur ein bisschen nerviger und komplizierter dota neigt oft dazu in patches sachen unnötig zu verkomplizieren die andere war intuitiver und hat mindestens genauso viel bock gemacht so da ist es first blood extreme schafft es tatsächlich first blood zu holen felcons stand da nicht so richtig bereit für diese rotation haben früh vision aufgebaut wurden dann aber vom smog überrascht und ward wird was ist das ah der wurde vor gehittet damit er den schnell den einen kann oder so falls gleich ein sentry platziert wird irgendwas in die richtung naja und jetzt ist er denied sie wussten das ah sie haben ihn denied und haben noch gewartet weil sie wussten durch den kill dass sie den verraten haben also echt stark gespielt von extreme ne die mirana hat versucht mit leaps eine bounty zu klauen sollte nicht gelungen 3 an extreme gaming sollte nicht gelingen und das ist ein echt starker start für sie first blood nicht mal den obs verloren drei bounties das ist das was wir sehen wollen das ist das was wir sehen wollen genau das müssen sie schaffen sie müssen aus der landing stage raus kommen was auch möglich ist mit dem line up ohne herbe verluste eher mit einem kleinen vorteil und dann irgendwann der kranken aggrowelle von falcons im midgame widerstehen ja der text entschuldigung das wird mir noch ein paar mal passieren wahrscheinlich wird 19 schmetterling naja jetzt wurde auf jeden fall nicht gepickt andré macht glaube ich jetzt wenig sinn noch über den helden zu reden ich glaube nicht dass man ihn noch oft sieht zurzeit der bloodmust bloodseeker ich finde den gar nicht so schlecht aber ich weiß auch nicht genau wie stark er wirklich momentan ist ist auf jeden fall nicht einer der top helden ich hätte gesagt nein ich hätte gesagt es wäre hier nicht bloodseeker sondern morphling anstelle von luna wenn man einen anderen helden picken will aber der burst ist halt gefährlich gegen ihn und ich glaube dass duna der beste pick war den sie machen konnten luna ist auch wirklich meta und wirklich wirklich stark gerade mit dem ck last pick bei falcons gibt schon kill potenzial allgemein hier auf den lanes also ich gehe davon aus dass das blutig weiter geht nach dem first blood und auch für das extreme gaming die ein oder andere erfolgreiche aktion gelingt es wird schon gekämpft sie spielen schon recht aggressiv ah sie spielen willow mit send und venomancer unten mit der luna was nicht wirklich was in ihrer landing stage stärke ändert timber ist mitte damit habe ich nicht so richtig gerechnet ich dachte eher dass sie den razer wieder mitte stellen aber der steht unten und damit wird er dieses mal wahrscheinlich auch static link mehr skillen und mehr fokussieren ist der armar razer dieses mal und nicht der marine razer vielleicht spielt der einen besseren timber ähm als armar ich weiß gerade gar nicht spielt nicht armar auch voll gern timber ich meine die mögen die alle guckt euch die icons an die lieben alle diese helden die spielen nicht ganz viel sind komfort picks und beides geht also timber mitte ist absolut legit kann mit der chain auch sehr bequem weg kommen wenn die das profit anfängt ihn auszusaugen also die laning stage gefällt mir bisher immer noch ganz gut für extreme nicht nur jetzt was die ersten ereignisse angeht sondern auch was ihre helden komposition angeht und eine sache ist auch dass der timber natürlich in der mitte ein recht freies game hat die death profit allerdings ebenfalls die wird niemals gegen den sterben oder wirklich rausgesaugt werden das ist auch schwierig gegen die death profit so allgemein also die werden alle jetzt einfach farmen und oi und vielleicht kommen auf den sidelines die kiss sehr gerne allerdings das sind ja ganz neue töne die ich von dir hören darf du bist bist du der der gute der liebe bruder geworden oder so ist gerade der liebe bruder online zwillingsbruder engelsgleich ein pango verneiner schönes ding ja danke für die spende und fürs weitere ausfüllen des spendenziels ich hoffe du hast heute spaß im stream vor allen dingen music light und du und crazy powell ich hoffe ihr drei habt ganz viel spaß im stream der rest ist mir scheiß egal stimmt jekyll and hyde ja perfektes beispiel für das was ich eigentlich sagen wollte oh ist das ist das hadriax es ist der einzig wahre der teufelshafte hadriax warum heißt du jetzt mg das ist doch komisch früher war alles besser damals als du hadriax warst hast du mir noch besser gefallen dein bart sah besser aus deine augen haben noch feuer gehabt ach ja jetzt kommt die große pause die müssen wir leider abwarten kann jetzt nichts tun ähm oh reason oha jetzt aber hier es steht wahrscheinlich in den voraussetzungen dass sie schreiben müssen warum sie pausieren und die antwort ist lag ich habe auch das gefühl dieses ein grund nennen das macht schon eigentlich sinn damit die leute nicht einfach so leger pausieren aber andererseits kannst du auch immer egal warum du pausierst auch wenn es taktisch ist oder irgendwas geschummelt werden soll was ich hier nicht glaube aber ne ähm kannst du irgendwas schreiben du kannst immer lag schreiben ja hat gespiked ja meine maus hat grad komisch geruckelt naja ich musste auf toilette ich habe keine ahnung für was mg steht aber ich freue mich mal wieder was von hadriax zu hören hallo auch an dich mein schnuckelchen hatte mich gerade gefreut dass ich jetzt aufgeholt habe bis ich live bin habe aufgeholt habe ich live bin bei dem spiel und gleich pause achso aber immerhin bist du jetzt bei uns wir können die pause gemeinsam verbringen max ist das nicht schön vielleicht ist das auch nicht so schön ist so bei google henry manche verknüpfungen haben auch ärgerliche nachteile ah das steht für deinen namen wahrscheinlich ich kenne ja deinen namen darauf hätte ich auch kommen können ey ich bin so dumm ah ja ja ist bitter gelaufen ich weiß genau was du meinst ging mir auch schon auf ein paar plattformen so gerade discord hat mich da genervt bisschen anders als hier geregelt mit denen aber die haben auch was bei den namen geändert was für mich störend war also dann lieber hadriax ist ja nicht so schlimm solange du dir den tundra avatar beibehältst weiß ich wer du bist eigentlich auch so ich hatte es tatsächlich noch im kopf wegen der krone die hatte ich verraten obwohl ich muss sagen ich glaube nur die hätte nicht gereicht hättest du den avatar nicht gehabt ist das doof wirst du wirklich habe ich es richtig verstanden wirst du automatisch getaggt dann wenn die buchstaben verwendet werden oder meinst du was anderes wenn das so ist ist ja richtig doof nee der razer kriegt nicht so viel ähm ich meine army ist ein guter spieler so a b hat er ein range held mit relativ viel movement speed static link ist nicht unnervig für den luna weil die hat nicht so viel range aber es gibt schlimmeres ja als den luna dagegen zu sein und er hat halt einen tiny support ist mir lieb der wartet eher bis er mal kombot und tötet hoffentlich was aber supportet nicht allzu krass was lastits angeht weil er vom venu gesont wird und venu ist ein starker zoner sieht man auch hier blood grenade alles drauf oben ist auch schon die mirana gestorben und unten gleich vielleicht amma hammer nein die knight oh krit ist so gut zurzeit warum ist er so gut der war doch bei eg scheiße oh die knight mit dem hohen auto attack damage die y hat noch ein steak hat noch ein gale sie kriegen den kill die y kriegt den lastit unglücklich für extreme der eine wird die knight den anderen kriegt nicht die duna ähm zum glück für sie so komisch das klingt ist der venu aber noch gestorben mhm die xp gehen dahingehend an die luna und er kommt zurück mit vollem leben und mana die rotation von falkens hat sich also nicht so krass ausgezahlt naja ey 3-1 für sie ist doch nicht schlecht sie haben einen lading sage vorteil wenn auch nur einen nicht allzu großen und äh die death prophet hat richtig viel in der mitte gefarmt mehr als ich dachte sogar hat den tower geholt dagegen kann der timber allerdings auch nichts machen ne also er kann sie nicht davon abhalten den tower einzureißen mit ihrem ersten exorcism und das hat sie wirklich gut gemacht das muss schon vorgearbeitet worden sein davor also die death prophet macht eine mega performance genauso wie die kamera mal wieder und ähm der die luna kriegt halt auch sehr sehr viel selbst der cent hat ein gutes spiel extreme gewinnt die lading stage da kommt der hoofstorm da kommt das double edge und bam ey gesolot darf nicht passieren ist aber passiert kommt noch ein tipp weil sie genau wissen dass geht das versaut hat und ja der letzte auto tech muss max damage gewesen sein das war sehr 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 knapp und ich glaube dann hätte er flower gemacht danach er hat einfach nicht damit gerechnet dass ihn der auto tech tötet und ehrlich gesagt ich auch nicht ich habe auch nicht gedacht dass es ihn tötet hallo lieber max ich denke er kommt nach dem turnier montag ab 18 uhr auf twitch tv slash henryo 90 ein dotar patch warteraum bei dem wir gemeinsam reden und vielleicht kommt er irgendwann nachts raus und vielleicht nicht da können wir darüber nochmal näher quatschen auch was wir da erwarten können und so bis dahin aber erstmal jeden tag live elite league in dieser zeit denke ich nicht dass der patch rauskommt ich habe von irgendwem gehört dass er gehört hat irgendeinen streamer dass er am samstag rauskommt schon der patch dann hätten wir das finale auf dem neuen patch was ich aber sehr komisch fände ich gehe davon aus dass das nach der elite league passiert oder zum ja großen finale dann am sonntag nach den spielen komm mal gucken wie läuft es mit legion commander spielst du sie noch ich glaube du hast das eine weile ganz gut durchgezogen ich hoffe es hat sich äh es hat sich gelohnt und das coaching hat funktioniert ist ja schon ein bisschen her jetzt manno geht down das ist natürlich jetzt nicht unbedingt etwas extrem erleben will aber es ist nur ein support naja sie farmen weiter fleißig sie haben echt viel farm also gerade die death profit ist so krass gefarmt ist ein absolutes free game scheinbar für sie gewesen was soll ein timber dagegen auch machen ich dachte halt er hat auch ein free game aber die differenz ist schon sehr sehr ausschlaggebend oben auch nochmal ein kill ramble maze into hoofstomp zu viel schaden für die mirana toss mit static link also der razer ist auf jeden fall komplett aus äh der der venno ist komplett ausgesaugt aber mit stampede fast gerettet worden überlebt nicht guter versuch jetzt haben sie den cooldown investiert aber falcons hat auch den timber noch abgezogen der nicht mehr nötig war waren wieder zu dritt unten derweil hat death profit freies geleitet mit dem top tower supported von zwei teammates wird der down gehen ja aber doch nicht ey das ist ein eine million dollar turnier in der endphase der playoffs und die haben den lange angekündigt die haben gesagt mitte april das ist perfektes timing du wartest das turnier ab und dann haust du den am montag dienstag raus sowas also ich glaube wir werden montag auf den patch gemeinsam warten auf twitch wenn nicht merken wir es ja weil ich die ganze zeit übers turnier live bin falls er rauskommt wird es natürlich total krass zum finale das stimmt schon oh das ist unbenannt ach das ist so das ist so toll ich fühle mich wieder als wäre es 1995 und wir hätten eine gute zeit mit einem sterni an der spree ja also ähm ich glaube nicht ich glaube nicht aber ihr habt recht Valve ist bekannt dafür komische dinge zu tun und nicht zu kehren ja um sich bei den teams richtig beliebt zu machen ja das stimmt vielleicht 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 habt ihr recht und dieses das können sie doch nicht machen als ob sie das tun ist genau das was es eigentlich wahrscheinlicher macht boah eigentlich ne solider damage mit dem timber aber der cent hat sich durchgetankt selbst ein cent hätte ich das nicht zugetraut weil halt timber mit whirling death und chakram auch für sohn helden sehr gefährlich sein kann hat hier aber gereicht er hat ne veil er hat ne veil fertig und ein bracer face boots movement speed alles am start team war schnell da verhältnis probieren es nochmal im smoke dive zu den tower aber extreme steht relativ stabil die willow hat noch volle leben und sie drehen das sogar marine muss jetzt abhauen aktiviert die chain wird da hinten irgendwie verwurzelt ne wurde beim chainen verwurzelt bleibt deshalb kurz stehen und xm kriegt den kill mit der wave zeitgleich ist der razer gestorben hier ups verkriegt nicht gut kurz warten so hier stirbt er gleich aber wie stirbt er da an der lane ah ja ja hier an der lane ist zu viel armee kommt vorbei hat ja auch schon ganz gut items mom ist fertig bam loose und beam gerade so bevor die y sterben kann geil gemacht ey extreme gaming jetzt kommt hier glaubt noch eine avalanche und ein tp zeitgleich oder irgendwas in die richtung passiert hier jetzt ist er gestunnt drei leute rauf da ist die avalanche er tp nicht hat noch cool da und er läuft weiter wird verfolgt wird verfolgt ich denke der kommt ziemlich weit noch oh bramble hat ihn erwischt das war halt so ein bisschen die frage ne aber nur ein route danach läuft er erfolgreich durch uuuuuh tot hat es noch probiert mit der flower knapp nicht gereicht xms level 4 crypt swarms erweisen sich als zu stark ey leute extreme gaming dominiert die laning stage richtig hart richtig richtig gut also ich hätte nie gedacht dass sie so ne laning stage gegen felkens von all den teams hinlegen jetzt haben sie echt ne gute chance weil sie einfach so weit vorne schon sind und dieses krasse gefährliche timing was ich bei felkens gesehen habe erstmal total ausbleiben wird die luna hat komplett space die wird die ganze zeit farmen und da kommt kein unaufhaltbarer timber mit einem razer zusammen die einfach rein rennen und ein chaos knight mit seinem armlet der alles zerstört während wenn sie diese items fertig haben hat extreme viel mehr um zu antworten was kauft denn die death profit irgendetwas kommt gerade was ist es denn feines ein witchblade witchblade death profit sieht man auch nicht immer ist sehr schnell fertig geworden auch ames farm ne mega krass jasha gleich da 1500 gold mehr als der ck der hat immer noch nicht sein armlet felkens wieder am angreifen die wissen halt weil sie ein schlaues team sind mit viel game read dass sie die aggressoren sein müssen und sie probieren es weiter zu forcieren auch wenn es nicht gut läuft müssen auch da ablassen keine chance die luna zu ganken zu gut gedeckt vom venomancer und der dark willow oben farmt cent geduldig weiter ganz gemütlich muss nicht mal runter zum helfen hätte auch noch immerhin eine stampede um zu retten die stampede ist ja auch sehr nice für extremaries gefühl razer geht bkb merkt um seine situation ist eine schlaue wahl jetzt nach ein paar value items wie race bands bkb zu kaufen um relevant in den kämpfen zu sein möglichst schnell und ck wird gegankt ah er hat bedlam auf den cent gecastet aber der schaden war nicht so hoch ganz interessant da unten spannend dankeschön ah stampede nochmal benutzt um weg zu kommen marine wird geführt sie kommen raus extreme kriegt diesmal keinen kill da oben aber sie sterben auch selber nicht immerhin das ich hoffe schon dass sie gewinnen gerade würde es nochmal richtig spannend machen oh amar gezwungen ulti zu benutzen das ist nicht der kampf den er haben will und lucent beam bricht sein tp ab armee kommt noch an und das ist auch geiles positioning von der luna gewesen ja sie farmt da eh in der nähe aber wär sie ein bisschen weiter unten gewesen wär sie nicht ready to go gewesen wär sie nicht hingelaufen dann hätten sie diesen kill nicht bekommen amar wäre mit dem tp weg gewesen aber war natürlich nicht eine situation in der er kämpfen wollte er hat sich eher notgedrungen mit ulti und allem gewehrt 10 zu 3 5000 gold vorteil für extreme gaming 24 prozent mehr gold 20 prozent mehr xp ey es ist der schmetterling ich glaub du hast den kranksten extreme gaming boost gespendet den ich hier gesehen hab mhm was meinst du beim einkaufen oh zifte ist da alter was geht zifte cool viel erfolg beim comeback ey ich drück die daumen was den patch angeht vielleicht wird er ja nice dann kannst du ja ein bisschen zocken mhm wenn du nicht drüber reden willst auch kein problem harriaks ich war jetzt nur neugierig weil beim einkaufen gehen ja oft wenig dinge schief oder man kauft halt produkte ein vielleicht ist man sauer wenn man nicht so eine perfekte wahl getroffen hat oder so ich mag das falkenslein aber auch mehr weiss auch nicht was du da gemacht hast also oder mein echt also ich mein den draft bei den spielern mag ich tatsächlich die falkensspieler gerne ähm zumindest einige aber extreme gaming kenn ich auch nicht wirklich gut ich kenn halt armee aber armee gönnt man's schon also armee ist auch ne traurige figur irgendwo in dota finde ich das ist eine geschichte die in dota noch aussteht und die noch nicht geschrieben wurde ja armee ewiger zweiter platz müsste eigentlich noch mal revidiert werden ha kriegt dann bestimmt irgendwie das letzte ti das letzte ti gewinnter 300.000 euro dollar preis pool wurde immer zweiter wenn es um 15 bis 40 millionen ging naja auf jeden fall danke xoul beste leben so zimmer hat noch ein kill gesammelt die gecken von falkens sind verhalten vorsichtig verschreckt angst erfüllt und all das berechtigterweise äh da ja danke mhm probieren es jetzt mit einer mirana ulti einer drei mann avalanche einem toss initiate aber das hat er den cent getroffen der vorne stand und nicht einen der squishy supports der rennt raus marine geht rein ey macht richtig schaden gerade so raus kommen die hoodwink extreme gaming kontert das dahingehend erfolgreich kümmern sich erst um den timmer verfolgen jetzt geht er und wenn die jumps knapp zu wenig schaden machen die zünglein an der waage nicht fürs unterlegen eine team in die richtige richtung ausschlagen dann ist so ein kampf schnell vorbei und das ist die qualität von falkens die dafür sorgt dass hier der rest rauskommt gerade so der ck und der rest eben auch dass sie dann nicht trotzdem noch versuchen zu forcieren weil sie wären da komplett untergegangen nachdem sie initial keine kills gekriegt haben selbst die willow hat ja überlebt das profit ulti läuft gleich aus exorcism ist fast vorüber extreme gaming gegen snaking steht er wartet er schießt ein arrow er wird nicht gejumped und ich denke das war richtig von dem send oh ok er hatte nochmal mega bock ich glaube es war ok da zu warten ich hätte sie sehen ja nicht alle von ähm falkens es hätte geklappt aber sie sehen nicht alle und wenn dann vor der base also ist ja nur eine mirana die hat lieb wenn sie schnell ist kommt sie eh weg weil hofsomaten animation sind jetzt am tower das ist das richtige sie sind am tower sie haben nur kein bettlamm mehr naja das ist voll kraftbar guck mal das ist kein cooldown 30 sekunden ne schon nice mit dem sand bedlam zusammen wurde auch ein bisschen gebufft ne ich glaube hält eine halbe sekunde länger oder so vergräften fliegen toss guter toss steht weit drin ohne egis wohlgemerkt armee kein egis kommt da nicht raus stirbt einfach oder vier der vier der vier macht nochmal richtig scheinen der ist tot also die luna stirbt aber krasser vier dass da extreme gaming überhaupt noch zwei kills gemacht hat ähm bevor sie die luna verlieren mussten das war ehrlich gesagt zu aufmüpfig fand ich high ground ist grad stark wir hatten das thema letztes mal und sie sind zwar überlegen aber roche war völlig frei die map war völlig frei es gab noch zwei tier 2 tower die sie einreißen können sie wollten mit der luna den tower bekommen und dann hier die gläfen bouncen lassen weil die schon ordentlich items hat aber das war sehr früh es war sehr aggro und das hat falcons sofort mit dem tiny bestraft ein sind nochmal mit einem blauen auge davon gekommen also glück und unglück für extreme gaming die luna ist zwar mehr wert als die beiden supports aber es hätte deutlich schlechter laufen können terrorize von der willow mega geil platziert und auch allgemein haben sie dann schön sich zurückgezogen bei extreme und erkannt dass es doch ein bisschen zu viel des guten war ich verstehe nicht ganz warum sie sich nicht auf die anderen objectives konzentrieren machen sie jetzt glaube ich eher drücken in der mitte den tier 2 ein was mir gut gefällt ist dass sie ihren vorteil volle kanne ausspielen also merkt man gar nichts von verlegenem vorsichtstotas hier nicht elephant gaming sondern da wird schon angegriffen wir sind auch sehr früh im spiel oh army der smoke von falcons sitzt sie finden sie sind alle unsichtbar da kommt das dagger vom tiny der toss in die horde der burst und alles army rennt mit stampede einfach raus es gab nicht genug stunts sie hatten keins follow up kein arrow oder so jetzt ist extreme gaming natürlich da timber ist schon mal down cursed crown stunt snaking nach seinem lieb zwei fallen was ist da passiert sie hat keine bkb ich will das nochmal erwähnen sie hat keine bkb leute gucken wir auf die mirana und auf den chaos knight sie sehen sie sie haben vorbereitungszeit der ck ist nicht da ok man hat arrow cooldown oh ist das scheiße gelaufen oh und jetzt die stampeden da sind noch die illus und da müsste der arrow das ist fast nicht möglich sie versucht es noch nach dem leap merkt es wird nichts mehr dreht um und stirbt am ende dafür oh einer fehlt der andere hat drei sekunden arrow cooldown tiny springt sehr schnell rauf weil er dieses diesem snack nicht widerstehen kann und army lebt vom cent gerettet von der eigenen item qualität und auch von ein bisschen glück beziehungsweise minimalen fehlern bei falkens da wird sich der ck hart in den pferde erspeisen dass er nicht dabei war und da wird falkens sich richtig ärgern weil die mirana wenn sie da arrow hat ist sie luna tot es war ein absolut geiler nisch vor allem dadurch dass die luna davor schon mal gestorben ist hätten sie die perfekt zweimal rausgenommen ihr spiel richtig heftig geschwächt und auch die rotation hat einen kranken game reader so zu laufen mit dem smoke in dem timing wo sie die stacks farmt ähm ja jetzt stimmt auch noch ihr chaos knight der sich zu weit vorgetraut hat und falkens übernimmt wirklich endgültig kontrolle zwar gehört ihnen noch keine lane aber der eine luna verlust ist mehr als kompensiert uiuiuiuiui und ich finde die line up auch in game jetzt wo ich so sehe nach wie vor gar nicht so krass ich finde sie spielen es einfach sehr sehr gut es ist jetzt auch nicht schlecht der cent funktioniert extrem gut die dashboard funktioniert viel besser als ich dachte die hat agga witchblade aber die haben einfach die laning stage so gestompt dass sie auf grundlage dieses tempos immer weitermachen immer weitermachen das auch gut machen und ähm falkens dazu noch ein bisschen unglücklich in der kombination sehen wir ein resultat was echt zu überraschen weil es 94 prozent siegwahrscheinlichkeit 30 prozent mehr gold 25 prozent mehr xp bei extreme warum sie nicht roche machen verstehe ich nicht sie haben kein so gutes roche line up aber mit der luna sollte es eigentlich klar gehen den zu holen vielleicht wollen sie nicht gegen falkens am roche bit kämpfen aber auch das wäre eigentlich in ordnung und eges auf luna würde ihnen jetzt so richtig gut tun einen moment ich muss niesen ja ich kenne sie doch alle in naja xing kenne ich auch stimmt xing ist ja auch schon und alle hase aber halt in game eher ich kenne jetzt zwischenmenschlich nicht so krass ich habe kein bild im kopf wenn ich an xing denke bei army halt schon erst gab es keinen nacken dann was achso du meinst beim einkaufen dann im nächsten nur mit knochen und dann um den ganzen noch die krone aufzusetzen gab es keinen sommer speed blackberry kaltgestellt wichtig im getränkemarkt der blankhauer klingt furchtbar mein beileid dass du deine lieblingsprodukte nicht bekommen hast oder die deiner begierde besser gesagt klang für mich auch sehr wie kite mike was du grad geschrieben hast hast grad einen kleinen kite mike hervorgeholt darf ich wahrscheinlich nicht sagen ist ein sakrileg sag du musst ihm nicht sagen dass ich das erzählt habe wenn er es nicht erfährt dann schlachtet er es nicht aus du schlachtest heute auch nichts aus du hast dein fleisch nicht bekommen der bot hat einfach henry bot einfach random max angesprochen einfach so richtig richtig entlarvt so jetzt holen sie endlich roche ist natürlich ein nicest timing ne guckt euch das an manta pike gleich das schad das schad können sie super angenehm noch fahren bevor es dann richtig losgeht dieses agernems witchblade kommt mir illegal früh vor auf der prophet der cent geht bkb auch was was man nicht so oft sieht ich hätte gedacht er finnisch schnell ne schiefers aber warum nicht ey bkb ist richtig gut gegen felkons holt soll er sich doch ne bkb holen ich denk halt es ist besser wenn er viel tankt und irgendwann kannst du ihn noch ignorieren er macht halt nicht so kranken schaden aber er macht schon damit avalanche toss in die horde das überlebt er nicht niemals gegen timber es geht da ne snake king kriegt den last dann klaut er noch den last aber viel wert war der xxs vor seiner bkb vor dem großen timing von extreme gaming holen sich felkons den einen wichtigen kill ey sie killen den core sie kriegen nochmal luft zum atmen sie verzögern diese bkb genialer kill wirklich richtig richtig stark aber wird es extreme allzu lang den wind aus den segeln nehmen ich bezweifle ist doch sehr sehr stark noch mal so ein whisper gefunden für tiny nun wartet vielleicht noch 10 sekunden dass der cent halbwegs zurück ist aber spätestens dann ey da geht es los und der wird seine bkb schon kriegen fehlt ja nicht mehr viel 170 verkauft seinen ring vielleicht kann man ihm eine bounty sammeln felkons jetzt auch weil der cent tot ist ein bisschen weiter vorne ne auch weil hier hier reingepusht wird deshalb wissen sie die top lane ist halbwegs frei von gegnern und extreme stehen am tower wohlgemerkt bevor der cent zurückkommen kann einfach zu viert sie forcieren das fortify weil er sonst fallen würde und cent farmt knallhart im jungle seine bkb fertig ist ihm alles egal hat sein ring verkauft und wer weil wird die luna wieder reingeworfen in die base kommt nochmal raus durch die pike die pike hilft ihr natürlich enorm krit im fokus jetzt wird er in die base gedivet gehen sie weiter kommt das follow up so ein bisschen sing es rein aber sofort wieder raus bereut seine idee und stirbt der cent ist auf halber strecke fast geschafft die gläfen bounce und dadurch kann felkons da nicht mehr so gut kämpfen krank gemacht von extreme dazu viert auf naiwan zu marschieren zweites fortify raus cent jetzt da buyback auf der willow so aggressiv gespielt tippet auf den outpost kommen noch nicht darüber hinweg dass der cent einfach ein camp gefarmt hat oh nein es ist passiert oder nee doch nicht nur lex der bug ist nicht eingetreten dass wir das spiel beendet bekommen ähm eine lane ist also weg ey extreme ist kurz vor spiel zu gewinnen tatsächlich lane ist weg keine verluste außer eine willow die buyback hat luna macht fleißig weiter sie haben noch zweieinhalb minuten auf dem eges also sie waren auch schnell mit dem projekt weil sie eben vor dem cent hoch gegangen sind sie geht jetzt linkens interessante wahl gegen static link wahrscheinlich ist es primär gegen static link und natürlich auch gegen chaos bolt nicht schlecht ansonsten sehe ich jetzt hier nicht wirklich einen grund für hätte ich nicht mit gerechnet aber gerade was razer angeht kann ich mich schon hinter stellen es wäre ja stehen und auch nicht mehr raus müssen und so smog von extreme sie positionieren sich armad zeigt sich schon mal spekulieren auf den stomp er kommt dran er trifft ihn aber ziemlich tief in der gegnerbase armee mit der pike nach oben bkb von mal ist gezündet sie gehen einfach oder ja 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 der tiny tost nicht zurück aber reality wirft jetzt auch xxs die bkb benutzt nicht zu tief rein eigentlich nur bkb ist getradet im endeffekt armee hat noch eges eine minute 40 so viel zeit und nächste high ground also wenn sie vorne sind spielen sie echt so geil aggressiv macht mega spaß beim zusehen ist schon unterhaltsam wie extreme gaming das macht großer kampf luna überlebt tiny down cent hat auch überlebt und armee verliert jetzt sein eges was er definitiv auch wollte mal der aggan ist der timber für tankiness double kill für den venomancer triple kill die sterben hinten alle an der base gucken uns gleich noch mal an aber jetzt erst mal vorne die verteidigung die feld ist noch aufbildet sie haben nämlich beibecks der tiny wieder in die mage genommen nach seinem jump stirbt abermals durch die glaifen geht gerade so dauernd endlich fällt der venomancer und endlich muss ich extrem zurück ziehen sie haben ja auch ihre profit kurz davor verloren und das ist ein wichtiger kill warte mal warte mal warte mal sie beibecken der wenn du beibeck die luna bleibt knallhart stehen die armee ist wirklich entfesselt wie der seinen helden hier ausspielt und seine seine mut und seine dominanz zahlen sich komplett aus in dem game bisher er darf es nicht übertreiben er muss vorsichtig bleiben er zieht sich zurück bevor die meliwax fällt dreht dann aber wieder um aggan ist von timber läuft gleich aus muss also weg und da bauen sie wieder die gleben da bauen sie ohne die des profits ist ihnen egal so viele teams hätten sich hier zurückgezogen aber nicht extreme gaming nächste lane geht down sie haben keine antwort auf diese 19.000 gold besitzende luna mit ihrer linkens sie haben einfach keine antwort und ich will noch mal einmal schauen was der venomancer da mit der backline von extreme gaming veranstaltet hat das ist ja eine absolute frechheit gewesen hier steht da ganz unschuld ich habe doch nichts gemacht mit meiner ulti ich bin doch gar nicht so schlimm aber schon zu spät verdammt noch mal so da hat er sich schon verwendet hier sind die beiden hier kriegt er den kill auf krit vorne ja okay jetzt haut der rest ab und amma stirbt an der seuche bonk dann geht er nicht noch ein hier armlet oh ich habe mich gewundert er hat armlet getoggt oh das ist ja auch richtig scheiße gelaufen das hat nicht so irritiert poison touch ist noch drauf jetzt kommt der toggle uiuiui das darfst du dir ja auch nicht angucken das darf er seiner familie nicht erzählen was hier passiert ist eieieie stark gemacht auf jeden fall von extreme wie sie diese melee wags noch bekommen hier an dem punkt werden so viele gegangen sie bleiben da holen sich die wrecks luna kann nicht sterben marine kann es nicht aufhalten snaking ebenfalls nicht du bist sogar noch auf ihr eigenes leben achten skater musste bei becken danach also wir haben ck bei beck und ein tiny bei beck führenden benno bei beck und natürlich noch in der lane verloren und alles na also fiasco für felkens das wird in der dritte runde gehen sehr sehr nice und das mit so einem doch eher spannenden line-up der wenn du jetzt nicht der der große star des kampfes mit seinem triple kill hat ein paar einfach durch die dots random bekommen und dann halt diesen sk da noch hinten gelegt ja ich habe schon über die bkb geredet also ist nicht schlecht hier und er kann halt rein jumpen immer auch sehr tief auch in die base vor allem und macht da bkb und kommt noch raus das sind diese tiefen initials wenn du vorne bist die dir helfen außerdem wenn du die bkb kaufst hast du für relativ wenig gold sehr viel impact für die nächste zeit mit der 9 und 8 sekunden duration als ein aggressives manöver aber ich hätte schivas auch nicht schlecht gefunden und andere items sie mehr sustain geben dass er die spells einfach tankt ich fand die entscheidung mit der bkb hier durchaus interessant und auch gut so letzter t2 fällt vielleicht auch gleich die letzte lane auch interessant in zweieinhalb minuten ist roche wieder da zumindest kann er dann respawn und extreme ist das völlig egal die stellen sich da wieder hin weil sie wissen es klappt weil sie wissen es gibt keine buybacks mehr bei felkens weil sie wissen timber darf nicht sowas machen dafür einfach nicht stirbt sofort also das profit hat mich hier echt geflasht ich nicht mit gerechnet dass sie so eine performance liefern dass der held so ausrastet in dem game which played habe ich auch nicht mit gerechnet das item bild scheint richtig gut zu sein der schaden von ihr ist enorm hoch dann diese which played attacks immer mit agernemes prox eine wählen force ganz viel value eine plate meld ist so ein effizientes item bild was kosten nutzen verhältnis angeht hilft ja aber nix sie ist tot kein buyback schlechtes held im spiel so ich glaube das war's extreme stammt noch mal rein mit dem send die gläfen bei uns noch warte mal marines agar hat sich durchgetankt und sie töten erfolgreich den venomancer tiny hat gelaggt was natürlich scheiße gelaufen ist aber unabhängig davon hat felkens gerade doch noch mal das schicksal in allerletzter möglichkeit abgewendet ich ging davon aus dass die luna mit ihren gläfen nach dem hoofstomp vom centaurin mindestens noch einen tötet und sie dann den high ground brechen aber dem war nicht so gerade der timber hat sich durchgetankt agar ist auch wirklich stark nach seinem buyback da und über dieses dritte buyback schaffen sie es jetzt zwei zu töten drei zu töten vier zu töten fragezeichen tötet armee einfach alle anderen nein nur ein dann stirbt er xxs allein auf weiter flur da kann er nichts mehr machen keine chance den werden sie durchkeiten skita darf nur nicht das armlet toggeln dann ist alles gut fünf mann team wipe für ein die back vom timber in dieser spielphase viel mehr als falcon sich jemals erträumen konnte sie haben noch ein tier 3 verloren aber schaut euch den swingern an gold und xp wow comeback fragezeichen ich glaube nicht ich glaube nicht aber schon ein richtig nicer kampf ein mini comeback würde ich es nennen roche ist halt auch noch nicht da das ist dahingehend auch gut für extreme dass sie so früh angegriffen haben weil wenn sie selber nicht die ganze zeit warten wollen dann lieber nicht kurz vor dem respawn angreifen das profit lebt wieder holt sich die xp rune damit die nicht geklaut werden kann jetzt kauft die luna ein butterfly es gibt auch bkb ne die linken ist ihre defensive antwort gewesen wegen static link als wichtig und jetzt gibt's butterfly klappt ja also der impact ist enorm das ist armes runde 926 schaut euch das gold an also klar hat felkens keinen der auch nur anhärend zu schnell farmt aber trotzdem ist das beeindruckend viel an differenz der ck hat auch nicht das beste game kalk malte ansteckend ja du kannst es natürlich auch formulieren ein ritual ich finde ihn zu süß ich glaube ich kenne den aber ich verstehe dich ich habe ein paar getränke die ich auch einfach trinke weil es sich eingebürgert hat und dann brauche ich den geschmack mal zum beispiel leitungswasser ah doppelt scannen also beide teams scannen mal nix wird erwischt es geht jetzt um roche das ist ein relativ später respawn eine minute 20 noch wer wird ihn kriegen extreme oder falcons 1 für extreme 2 für falcons die wetten sind eröffnet traut sich jemand jemand die 2 zu tippen glaubt jemand daran dass falcons dieses rosch egis bekommt ich nicht meine stimme ist die 1 ich würde sagen extreme holt es und dann das game aber ich kann mir vorstellen dass falcons contesten weil sie glauben eine egis luna können sie nicht von der letzten lane abhalten und können sie auch eigentlich nicht der tower ist schon vorgeschwächt der geht dann dahin reißt den ein lässt die gläfen bouncen und dann war's das oh do that to go traut sich direkt mit der 2 sie müssen finde ich sie müssen schon sie wissen nicht genau wann er respawn aber es wird langsam allerhöchste eisenbahn da mal aus der basis zu kommen sie haben natürlich versucht davor die lanes ein bisschen raus zu pushen ist schwierige situation machen sie es echt nicht verteidigen sie nur high ground noch ist er nicht respawn noch könnten sie es schaffen na sie gehen schon raus beide 2 egis in unserer modernen welt könnte das sogar neues game design werden am ende sind alle glücklich wir sind alle gewinner wir haben alle egis und jeder ist sehr besonders alles individuell außer mir so roch ist da angriff verfolgt und sie haben es echt gut getan perfekt mit dem smoke oder der mirana ulti und dem angriff besser gesagt er fliegt er trifft irgendwas auch egal aber sie lassen kurz ab und ja jetzt ist der kampf um roch eröffnet xxs mit der bkb vorne drin findet niemanden der follow up rein kriegt und stirbt muss bkb benutzen läuft weiter hinterher und jetzt es geht da an der dass sie müssen die börsen das ist ihr wichtigstes ziel die darf keinen langen kampf kriegen und sie börsen sie ohne buyback felkens also zu fünft arme steht noch drin der nächste halbgott geliebt sich durch am arm mit lebensproblem aber der link sitzt der link sitzt er sitzt sie saugen sie gewinnen oh gott oh nein oh gott oh shit leute das spiel ist gedreht und ich sag euch auch warum weil extreme sich entschieden hat nach dem misslungenen initiate und der bkb investition vom cent weiter vorzulaufen sie haben sich rein locken lassen in den todeskreis von falcons und dann ist es passiert dann haben sie die des profit verloren bevor sie einen richtigen kampf haben kann keine bkb nur eine große in der rente tankiness aber amt mit dem timber und allem drum und dran hat der schaden gereicht die supports von extreme kamen schnell genug ran hatten nicht den impact den sie haben sollten und wenn die des profit so früh stirbt dann kippt es dann ist die luna noch mächtig aber alleine stirbt auch und so ist es passiert max onkel ihr hattet alle recht ihr krassen zukunftsvisionäre not under to go glaube ich der hat eher geraten es war alles ein bait du weißt doch wie es hier läuft das folgt alles einem festen drehbuch adriax wenn ich lobe kriegen sie aufs maul das ist immer der gleiche müll vorhin habe ich mal kurz mich getraut arme ein bisschen zu loben direkt aufs maul bekommen jetzt habe ich extreme gaming als team gelobt und ihr seht was passiert was ein comeback also das war gerade das große comeback dieser kampf gigantisches manöver von ihnen war wie extrem den kanten versaut haben und natürlich da gehört auch die das element dazu dass felgings da alles richtig gemacht hat was focus gameplay angeht vor allem sind immer auf die richtige person gesprungen und haben es auch noch hingekriegt positioning hat gestimmt der bait hat gestimmt alles hat gestimmt das timing am rosspitt so zu stehen und extreme dazu zu bringen ist da zu verlassen wo sie ihn schon angriffen haben wo er fast down geht war mega nice ja und jetzt haben sie dinge plötzlich haben sie items gita hat farm ich weiß gar nicht warum aber er hat viel mehr als die nicht viel mehr aber er hat mehr als die des profit klar hat die luna noch am meisten aber naja naja immerhin hat sie butterfly jetzt fertig also ihr gold ist auch voll ausgenutzt sie ist immer noch der stärkste held hier im game ich verstehe nicht warum sie kein start hat ich gebe kurz davor zu sagen arme hat einfach schad vergessen weil ich bin der meinung dass mit den items die sie schon hat ein chart für 1300 schnell gekauft ist und immer es wert ist das da für ein jump ahja felkens erwischt noch mal einen und zwar den kleinen armen venomancer boah was haben wir gerade gesehen mega unterhaltsam ist spannendes spiel auf jeden fall hat agganims das wird ein chaos in den teamfights ja für die luna wahrscheinlich ach ne warte mal aggan ist macht der illus von dem eigenen jeder verbündete naja razer tiny es geht so ne warum hat der agga hier geholt es ist nicht schlecht auf chaos night aber ich sehe auch keinen direkten grund mit den illus seines teams wahrscheinlich fürs chaos extreme hat nicht so viel aoe um da den durchblick zu behalten in einem chaotischen kampf ja razer einfach bkw into refresher kann man auch mal machen mit chart halt geht jetzt noch man da heiliger ja ja so ist wieder echt ausgeglichen was gold und xp angeht und falcons hat egis ja ihnen fehlen zwei lanes das ist jetzt ihr großer nachteil und ich glaube ihre buybacks sahen lange sehr schlecht aus jetzt ist gerade sind die cooldowns gerade abgelaufen also auch da geht wieder was smoke von beiden teams fünf gegen fünf in der mitte fair in square ja sieht so aus es ist große duelle in der mitte army positioniert sich neu xxs stammt rein eklips ist raus army steht drin trifft nicht so richtig was noch wird der ck gekitet findet nicht so ganz sein ziel aber die y wird wohl fallen bevor extreme gaming sich da zurückziehen kann waren etwas unentschieden wie viel sie wollen oder nicht wollen exorcism ist auch raus wenn falcons hier disengagen haben sie danach den vorteil dass kein exorcism am start ist und sie haben natürlich immer noch egis oh sie wollen aber noch mal rein werden dafür selber gestunnt der hat egis der ck wenn sie auf den over committen und er fällt könnte es danach trotzdem gedreht werden egis ist weg felgen ist entsprechend drin wollen es jetzt drehen aber finden nicht so ganz den winkel das ist ein fresher von hammer bleibt also am center an saugt und saugt und tötet ihn er fällt noch ist okay extreme gaming kann den beibecken haben sie jetzt auch gemacht es sind fünf gegen fünf egis ist raus die illus vom agger sind gleich weg durch die gläfen der luna da helfen die natürlich enorm curse crown na dega sehr mobil der timber noch eine bramble maze trifft auch nicht extreme auf der jagd falcons rennen einer ist schon raus tippet armee probiert es hat aber kein dega oder sowas marine wieder gedeggert ach man ey die kommen alle weg so was wirklich wirklich gut also das können die einfach haben zwei helden getötet können jetzt nicht um ihre base kümmern aber die base ist in bedrängnis nur sie sind halt zu fünft sie haben ihr egis okay verkauft mussten eh zurück demnächst und jetzt ist extreme wieder in der bringt schuld allerdings wenn sie einen kampf gewinnen naja und die beibecks noch abwehren dann ist das spiel wahrscheinlich vorbei weil sie mega quips kriegen vielleicht kriegen sie schnell den tower oder so und hauen dann ab ist alles sehr gefährlich für beide teams mutiger angriff nennen wir es mal so echt mutiger angriff von extreme finde ich da so hoch zu gehen aber es hat ja schon geklappt und sie hat endlich das schad die luna schon eine zeit mit seinem agganims der timber source war ein guter kauf hier aber langsam ganz langsam fällt der tower mit den illus mit den auto attacks und so weiter und so fort sie können es gar nicht erwarten noch ein paar geister noch ein paar auto attacks jetzt die mirana ulti noch ist der tower da ist immer noch da ein geist noch bing nein reicht nicht 15 leben das war's glaube ich extreme muss die top lane verteidigen würde ich tippen vielleicht ignorieren sie es auch es sind zwei cutters also nehmen schon einiges an schaden in kauf wenn sie es ignorieren und hier den schwitzkasten aufrechterhalten der schnell gelöst werden kann wie gesagt extreme gaming ist ja ready to go da die sind zu fünf die haben bei becks zur verfügung drei von fünf da kommt der angriff ne sind wieder nur illus tower fällt jetzt endlich jump vom tiny toss den wenn du rein stirbt natürlich sofort dafür und wenn du lebt mit glimmer ne doch nicht marine committed holt ihn sich aktiviert bkb bei beck auf dem tiny vier gegen fünf fällt in der überzahl trauen sich aber nicht noch weiter zu chasen ich glaube es ist okay nicht allzu weit zu jagen weil xxs ist bereit der stompt jetzt sogar noch mal rein geht auf den high ground trifft aber nur timber der hat agganims aktiv das tank der auf jeden fall weg xxs gezwungen stampede zu benutzen um rauszukommen army setzt die glefen ein wirft sie durch butterfly ist natürlich hier sehr sehr stark xm vorne drin tank 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 könnt aber wieder sterben und stirbt letzter crit von skeeter hat gereicht und jetzt ist die große flucht eröffnet extreme gaming muss hier raus tp und bkb vom sand tp im schatten von der willow wird nicht mehr abgebrochen ganz ganz wichtig für sie glaube ich dass die willow rauskommt und vor allem damit noch zeit schindet damit die luna weglaufen kann weil die hat sich zurückgezogen während der bkb send raus tp ist also tower ist weg zwei gebäude sind übrig noch lange nicht gewonnen für extreme gaming und falcons macht es ihnen so schwer sie haben nur noch ein buyback aber dem rest fehlt nur gold also extreme gaming weiß nicht dass falcons nur einen buyback hat und sie selber haben natürlich auch in die buyback kiste greifen müssen luna hat bald ihres was natürlich sehr 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 wichtig ist und alles was extreme weiß ist dass der tiny cooldown hat und bei ihnen fehlt natürlich das weiß falcons des cent und der venomancer brosch in einer guten minute am start bkb finde ich ist die absolut richtige wahl die das braucht unbedingt diese bkb sie kommt sonst in den kämpfen nicht mehr klar geht das schaden ist schon ordentlich aber nicht nur sein dass einfach ein team projekt gemeinsam death profit zu töten und es klappt ja razer macht ordentlich mit dem fresher das geht ganz gut auf und mein eindruck ist dass extreme eigentlich ziemlich gut scaled so von ihren helden auch gegen das was falcons haben und auch gegen ihre item wahl also ich glaube die luna braucht einfach noch eine bkb aber sie kauft als dass es jetzt kann da ich hätte erwartet dass sie eine bkb kauft oh das war wieder hier die tolle agganims ulti von ck aber sie haben nichts allzu großes vor wie mir scheint laufen nur ein bisschen weit aktuell keiner buyback obwohl nur 1 2 cooldown herrschen 3 cooldowns herrschen das ist selten bei 40 minuten auf pro level auf jeden fall onkel xol oh wir haben willow kill verpasst ich meine weil das spiel grad so intensiv ist will ich das nicht gucken wir nochmal rauf das war ein tormenter ne ja tormenter liegt sie ha wie stark der ist bing naja gut schad geht dafür an xm aber 40 sekunden ist die willow down das könnte noch richtig nerven hier das schad mit dem 4 sowas überrascht immer sehr weil man nicht damit gerechnet man sieht das nicht so richtig irgendein kleiner mini strahl und dann triggert das nach drei sekunden und du rennst weg und bist abgefuckt davon natürlich wandelt das falcons in den draht das tier 2 um sie haben auch noch 25 sekunden zeit aber ist nur ein support die kann auch buybacken theoretisch sie wissen ja nicht wie viel gold die hat nächster lag es scheint hier viele lag probleme zu geben das gute ist wir spielen einfach ein bisschen vor aber nicht zu viel aber nicht zu viel einmal noch okay hey wosch in zweieinhalb minuten langer respawn das ist es also armes item bild er kommt zum zuschlagen auch ohne bkb der macht schon ordentlich der mitsch und die greifen sind elementar gegen den chaos night und seine elus aber ich glaube echt dass eine bkb auch nicht schlecht gewesen wäre immerhin hat er dadurch auch krit das ist nicht nur diese kann der fähigkeit die ihr bekommt mit seinen lucent beams sondern der krit sollte sich auch ordentlich auszahlen trotzdem spannend dass man selbst im richtig späten spiel als letztes item dann offenbar lieber kanda kauft anstatt daedalus oder sowas wenn man kritten will hätte ich jetzt nicht mehr erwartet unbedingt aber ja lucent beam macht natürlich damit echt schaden der smoke ist sehr nah am timba aber timba ist das ziel was sie nicht wollen also wirklich jeder außer der timba würde ich sagen überall die elus schon nervig gibt auch viel vision gibt viel info muss man sich immer drum kümmern lanes pushen rein das hilft natürlich auch falcons ein bisschen zu stabilisieren dass sie einfach zwei lands weniger haben da doch jetzt einen jump auf den timba oder was der auf jeden fall easy rauskommt vielleicht hat er einfach schnell agger gedrückt und die haben gehofft der ist zu langsam oder so naja auf jeden fall ist jetzt bkb auf cooldown für den cent was für falcons schon reichen könnte um entweder einen kampf zu nehmen oder rosch zu holen sie gucken auch aber rosch ist ein später respawn der spawnt erst nachdem die bkb von extreme gaming wieder da ist also sehr sehr spät spielt glaube ich eher extrem in die hände in der situation auch weil jetzt falcons unten wartet und in anführungszeichen zeit verschwendet und extreme gaming in der zeit pushen kann und dieser push ist unangenehm für falcons sehr sehr unangenehm der throne liegt brach hier sind keine tier 4s mehr da steht nix mehr die creeps können überall rein rein hier ist kein tower mehr also wenn die das einmal nicht ordentlich stabilisiert bekommen und das ist so bitter für sie sie warten sie wollen den kriegen aber sie kriegen einfach das eges nicht und natürlich hofft extreme gaming darauf aber sie erwarten auch jede sekunde das eben rosch fällt und falcons dann zurück tpn mitten im eges ist wirklich grad ein bisschen so ein glücks ding die einen pushen und hoffen es dauert lang und die anderen hoffen dass rosch kommt und es dauert zu lang falcons muss zurück bevor sie rosch holen können smoken eine sache extreme weiß gerade nicht was die machen weil sie nicht wissen ob eges gleich geholt wird oder nicht weil es eben noch nicht keine anzeige gibt also sie ahnen eventuell nicht dass sie hier alle stehen die los pushen schon rein wenn jetzt aufgehalten jetzt wissen sie wissen und es sind richtig gute nachrichten sie wissen sie mussten zurück sie mussten verteidigen und sie konnten sich nicht um roche kümmern und sie machen das play ich wollte gerade sagen absolut geiles play sie gehen alle zum roche pit mit dem outpost radian vorteil tp eine minute noch bis er wechselt locker genug zeit und und falcons war zurückgezwungen muss die lanes raus pushen die sind auch krass und schlau und wissen ey das macht extrem jetzt wir gehen mal direkt in die richtung anstatt hier weiter uns rauszutrauen oder so und versuchen noch zu contesten aber ich glaube sie sind zu langsam ich glaube es war einfach zu perfekt vom timing ja es war einfach zu gut timba pusht noch ein bisschen in die mitte will auch noch dazu alles egal eges geht eine armee boah luck aber auch stark gespielt schönes manöver von ihnen ah scan deckt sie auf vielleicht weiß bescheid wollen sie rein kämpfen outpost manöver warte mal wenn sie die jetzt so halb gar hier erwischen ja tun sie avalanche xm kriegt bkw raus channels jetzt überlebt er überlebt er sieht nicht so oh gott oh gott er ist gestorben aber ich aber hier oh gott ey dieses game er ist gestorben aber wirklich auf dem allerletzten millimeter irgendwas an schaden wurde noch hier weiter übersetzt er hat ja bkb an das ist vielleicht noch ein minimaler hauch magic damage gewesen irgendein auto tag der da noch durchgeprockt ist ich weiß es nicht naja bitter für extreme toller kill für falcons aber auch gar nicht so viel wert der respawn ist nur noch 50 sekunden lang überraschend wenig die ist erst level 21 und sie haben halt dieses eges schon alle anderen haben sich mit dem mit dem twin geld gerettet das ist auch so geil wie die alle weg gerannt sind wäre die avalanche ein tick früher gekommen und hätte noch einen mehr abgebrochen und sie hätten da zwei getötet ja dann hätten sie vielleicht die des profit nicht bekommen wegen tp channeling neotux freut mich ja total mike ist extrem spannend sehr sehr geile partie und danach kommt ja noch liquid auf uns zu naja danke für die likes falls ihr liked buyback ist jetzt auf jeden fall das relevanteste natürlich hat die luna nach wie vor das meiste gold jetzt sind so bei den supports aus ja die radiant supports sind eine ecke ärmer irgendwas wichtiges ein divine oder so refresher shard und eges für die luna kanda das macht sinn äh ich meine parasma das macht sinn weil sie rich blade hat schon slot effizient ja standard kram will noch ein value lotus orb raus ballern das ist nicht schlecht standard kram kein agger auf der willow standard kram standard kram auch eigentlich standard kram platzhorn wird sich ganz gut machen hier mit dem agger funktioniert aber hat nichts spannendes jetzt dazu addiert bkb dagger alles schön aber nichts krasses wäser ebenso ja sind eigentlich relativ langweilige items würde ich sagen es gibt jetzt kein fettes geiles divine oder irgendwas macht doch nicht so sinn bei falcons haben keine divine helden luna wenn dann aber ich glaube luna hat ein zu stabiles spiel um jetzt ein divine riskieren zu müssen ist auch nicht so abhängig davon ich hätte sie mal phantom assassin bei falcons gepickt dann hätten wir jetzt eins muss man schon henry mit omnineight sehen wenn man die weinen sehen will so ist es halt das sind die regeln heutzutage seltsame situation weil extrem high ground verteidigt obwohl sie des eges besitzen jetzt pusht oben rein da kommt die starke wave es muss aufgehalten werden das heißt extrem weiß dass falcons gehen muss und deshalb gehen sie raus um leute zu erwischen und es klappt auch die mirana wird noch mal geforscht liebt noch mal weicht sehr sehr gut aus heftig gerettet die hätte da sterben müssen kritz force und danach der leap alles geschafft sonst hätte der silencer die ganze getroffen felkens jetzt selber im manöver geiler angriff der wenn du war zu weit weg von seinem team wird als erstes gefunden ist fast down ist jetzt down cent will helfen stammt rein steht ziemlich alleine da jetzt oh 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 was ist das das willow mit stampede rennt schnell raus alles klar auch exempel weg zu kommen ist im static link wird überleben durch sein tp aber sing wahrscheinlich nicht mehr und natürlich hat jetzt auch am 134 damage gesammelt hat sein level 20 ice of the storm bald ist er 25 zwei supports sind down alles in der egeszeit von extreme es ist so geil fang spielt wirklich richtig richtig gut seit einiger zeit hier in dem game buyback forciert hätte gedacht die willow wartet noch ein tick aber muss sie eigentlich nicht sie hätte ihr höchstwahrscheinlich sowieso beibecken müssen und da wenn du nicht zeitgleich beibecken kann gibt es auch keinen krassen überraschungseffekt den sie machen können er hat ja auch dieses schadner mit dem latent toxicity das heißt dann kann auch durch bkb und so ist eine eigene sehr eigene fähigkeit also sobald es dispelt wird wird der gegner betäubt ganz ganz spezielle mechanik gleich 50 minuten rum zehn minuten sind wir noch von den tier 5 entfernt naja könnte sein dass wir die nicht mehr sehen aber muss auch nicht immer unbedingt sein ich finde eher die spielqualität muss stimmen und das tut sie garantiert wir sind bei 50 50 buybacks mittlerweile alle bei falcons da riesen nachteil für extreme wie gesagt das weiß falcons jetzt nicht was die gold bestände angeht aber wenn jetzt ein kampf gewonnen wird von falcons ist das spiel direkt vorbei bei extreme nichts dagegen tun kann oh die weine auf der luna ist geplant jetzt jetzt ist egis weg naja mit egis wäre die weine schon nice aber sie hat auch zeitgleich ziemliche slot probleme sie müsste dann ich weiß nicht ey sie müsste eigentlich die travels austauschen sie hat die feder das gibt ihr bewegungsbonus also man kann die travels austauschen und nur noch situativ verwenden aber dann hätte ich da ein swift blink eher gesehen die weine würde natürlich auch sehr viel schaden machen gerade mit den kits und so jump von falcons auf den high ground sehr mutig aber ihr timber ist tanky wie sau der kann sich sowas schon trauen flammenwerfer alles am start läuft nochmal raus interessant dass er kein agger kauft mit refresher und allem ah static link raubt angriffstempo das ist ja sehr spannend ich kenne eher das doppelt plasma fällt aber warum nicht ne leute damit slown und dann auch das angriffstempo die ganze zeit haben also im angriff slown das ist ja schon sehr sehr geil es kauft der basher er kauft basher hat dann den static link attack speed von der luna oder so und basht alle mit seinen range weil es ist ja völlig exotisch moin netrunner ist ein bisschen ne pat situation habe ich das gefühl weil die teams sind so ein wenig ja am austarieren wie sie die situation lösen sollen extrem mit krassen objective vorteilen falcons mit map control vorteilen ich hätte echt gedacht in der spielstufe gewinnt das extreme line up ziemlich sicher wegen der luna aber dem ist nicht so tiny hat ja keine core items deshalb meine ich das obwohl er so ganz langsam so ein bisschen naja es ist schon nicht so ist eher survivability und utility ah ja der razer macht viel und chaos night irgendwie auch und es reicht nicht ganz bei extreme es kann aber jede sekunde soweit sein dass es doch mal reicht und sie wenigstens die mega creeps haben mittlerweile wären mega creeps noch nicht mal die entscheidung aber es wäre natürlich immer noch ziemlich gut für sie vor allem weil der throw und brach liegt hallo shivas hat den aufgedeckt ey die kombo ne der schaden mit dem agar und allem mit dem flame thrower macht ein solo kill auf die y und der hat nichts um rauszukommen der hat auch keine items der will hat gar nichts der hat ein glimmer und eine solar quest wir sind bei 52 minuten da unten ist er 9000 gold die beiden supports von xp haben einfach überhaupt nichts das ist echt interessant wie arm die sind ja großer angriff von skater solo kill mehr oder weniger wow kein buyback auf der willow marine geht auch rein tankt aber durch macht vor allem space damit der ck rauskommt und da stehen sie forcieren den buyback schicken sich an die erste racks des spiels nach 52 minuten auf dieser seite einzureißen und extreme wirkt irgendwie ohnmächtig die stehen da so rum und denken ist gerade unsere willow an der fountain gedeift worden kurz bevor wir das spiel gewonnen haben kurz nachdem wir das spiel gewinnen sollten lane ist down so schnell kann es gehen und fake es geht Kontrolle im game, Kontrolle im teamfight verhalten sie wissen ums rush timing sie ziehen sich zurück und irgendwie passiert dann nicht mehr viel auf anderer seite genau genommen gar nichts ich kann nicht fassen dass sie die dafür nicht punished haben dass er damit durchgekommen ist total skurril aber er weiß natürlich dass die willow buyback cooldown hat sonst hätte er es nicht gemacht ja 33.000 sind es jetzt schon ich meine so viel gold ist es nicht mehr bei 53 minuten aber es ist auch nicht wenig also es ist schon noch ein signifikanter ein relevanter vorteil den felkens sich goldtechnisch rausgearbeitet haben und in den letzten minuten hat extreme auch alles dafür getan dass es genauso läuft muss man mal ehrlich und hart sagen luna ist sehr vorsichtig die haben nie buyback irgendwie auf den kurs obwohl sie cooldowns nicht haben kaufen immer alles farben ganz viel kaufen es wieder divine ist da also mit divine ist natürlich für eine luna auch das buyback eher semi relevant aber da hätte ich auch persönlich das swift den swift blink nice gefunden swift blink und buyback fände ich geiler als ein divine swift blink ist aber auch sehr teuer mit dem divine haben sie jetzt sehr viel schaden sehr sehr viel die gläfen werden ziemlich schnell mit den ck illus kurzen prozess machen können aber wenn sie es verliert wird es ganz schwierig und sorgt vielleicht dafür dass sie sogar noch vorsichtiger spielen was ihnen jetzt sowieso immer mal wieder zum verhängnis wurde und bei falkens ja einfach late game equipment wind waker auf tiny wird ziemlich nervig für extreme roche ist da das gefühl heute wird roche immer nur auf radiant seite getötet diesmal hat er noch 10 sekunden um hoch zu kommen aber ich glaube das schafft er auch nicht mehr oder na ich glaube nicht weil er muss dann noch loslaufen und so ja sie haben ja ziemlich früh gestumpt da kommt vielleicht noch ein besäbel oh die elus die elus ja sie haben ihn hier bekommen also falkens kriegt roche und zeigt gleich die mitte und extreme läuft nach oben contesten nicht roche verteidigen nicht ihre lane die fällt einfach und wofür ägis ist doch schon weg falkens geht jetzt einfach in die base und kann da verteidigen willst du high ground gegen ägis rennen ganz seltsames play oder sie warten sie lauern oh sie sehen snaking der traut sich raus der baitet aber auch ein bisschen weicht mit lieb allem aus und schon ist die idee irgendwie absolut nicht zielführend sie haben creeps in der eigenen basis bot lane hat rein gepusht die tier 4s werden angegriffen planen sie sowas seltsames wie nur auf die fountain zu springen kann ich mir nicht vorstellen es gibt noch fortify sie sind ja auch dann oben unterwegs jetzt also da steht nur eine lane davor die sie dann eher einreißen wollen ja im endeffekt merken sie bringt gar nichts komisch sehr komisch haben sie wieder gehofft dass roche später spawnt oder so aber dann hätten sie ja früher umdrehen können sie drehen immer noch nicht um äh ok die ist weg und was machen sie sie stehen da rum hä keine tier 5s sie warten ist ja lustig wenn sie so das spiel verlieren die bleiben jetzt da einfach ich mein felkens weiß wo sie sind sonst wären sie ja würden sie ja in der base verteidigen Smokken raus beziehungsweise mirana ult es würde sinn machen für feld glaube ich wenn sie einfach die lane ein bisschen weiter pushen sie haben jetzt schon so viel erfolg da raus gezogen sie haben eine gratis lane bekommen X-WM hat nicht gefarmt mittlerweile ist der vorsprung bei 44.000 und das Aegis auf dem CK ist nice ist ein goodie aber ist auch nicht so krass also gerade auf dem chaos night nicht 75 sekunden cool dann noch Phantasm ja und sie machen es auch genauso sie pushen die lanes rein und dann verteidigen sie und X-WM verlässt den Wald nicht immer noch nicht die nächsten Waves sind unterwegs unten pusht rein Mitte pusht rein sie bleiben stoisch oben warten auf ihren Moment warten auf die eine Gelegenheit die einfach nicht zu kommen scheint nächste Phantasm nächste Illu Armee jetzt kommen sie da hoch jetzt sind sie am Angriff finden ein paar Illusionen und achte auf die Base unten wird es langsam kompliziert für sie da läuft jetzt die Wave auf die T4s zu das wird erneuter Gebäudeschaden werden X-WM Gaming lässt sich nicht arrow'n Snake King schafft es rauszukommen Marine ist drin mit allem solo die Y mal wieder ganz entspannt bevor es überhaupt los geht Armee macht wie fast schon alles ist im Static Link ist im Static Link der Attack Speed von Amar ist viel zu hoch der Kampf ist komplett durch sie haben aber auch sehr 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 lange gewartet um dann da gewiped zu werden oh Amar fast down fast down nicht down ey dieser Attack Link Attack Speed äh Steal auf dem Link tja bin ein bisschen sprachlos ja Lays haben sie absolut krasses Spiel aber das ja hab ich jetzt auch gar nicht verstanden sie haben sich ja nicht mal taktisch in eine gute Position da gebracht gegen Aegis Lineup irgendwie vor der Basis rum gewartet halbe Base sich einreißen lassen jetzt hat die Luna buybacked haben natürlich den Teamfight haushoch verloren Double Damage Chaos Knight ein Ronin ja und so ist es plötzlich die letzte Lane von Extreme Gaming die Gefahr läuft zu fallen ein buyback auf Profit eins auf Cent gibt es auch noch die Illus pushen überall rein Fortify forciert das ist schon mal weg Initiativiert Versuch von Crit der merkt das war zu tief probiert rauszukommen hat ja Wind Waker ne oh jetzt macht's geht er ihn nach und er findet sein Ziel Dashboard wird nach dem Buyback rausgeschmettert die holen die ganze Zeit Solo Kills überall so pervers gut und Arme kommt grad so raus die Static Link Reichweite gefühlt 8000 Einheiten aber ja er kommt raus hat kein Divine mehr wer hat eigentlich das Divine ah ja das gibt er das ist aber auch so viel Schaden gegen die Death Prophet Throne fällt und äh jetzt kommt nochmal ne Antwort Extreme Gaming springt auf den CK der hat immer noch Aegis stirbt da nicht mal kriegt nochmal was raus jetzt aber Cent musste dafür rein und wird dafür wahrscheinlich mit seinem Leben zahlen dass er Aegis Gold hat oh holt noch nen Kill Mirana muss ebenfalls buybacken er selber hat keins nachdem er fällt ja jetzt sind Extreme nur noch zu dritt GG Fountain fällt das Ding ist durch super nice gemacht mit dem Aga vom CK aber aber hä oh hier guck mal Tip Me Clowns was für ein Arsch GG Easy Amar ist aber auch ist aber auch leider so ich find den auch ziemlich unsympathisch die tippen gerne mal so dieses Bindering auch Extreme hat ihn ja vorhin getippt aber ja so bei der ein Mann von Klasse der tippt der macht sich ein bisschen lustig aber wenn er dann ähm gewinnt und schon gewonnen hat und das Spiel vorbei ist dann bohrt er nicht nochmal rein in die Wunde das macht er nicht ähm ja ich weiß nicht was Extreme da am Ende gemacht hat ähm aber es war es war nicht zielführend sehr schade war bis dahin ein geiles Game auf einer etwas faden und fahlen Note mit einem schlechten Beigeschmack wurde es beendet aber das insgesamt deutlich stärkere Team hat hier gewonnen in die Serie und ich freu mich darauf Falcons im nächsten äh im nächsten Upper Bracket Spiel dann zu sehen lass mich kurz die Overlays einrichten so ähm und dies das Ergebnis tragen wir auch noch ein bisschen Musik anmachen als nächstes kommt die letzte Serie des Tages mit Liquid gegen Azuray freu ich mich schon sehr drauf ähm seid bereit ich check gleich wie lange wir warten müssen ähm durch unseren Delay vielleicht nicht ganz so lang aber erstmal hier Bracket Updaten Text Updaten so 2-0 für Falcons sie werden dann gegen Liquid oder Azuray spielen je nachdem wer da gewinnt und Matchergebnis 2-0 das zweite 2-0 heute aber wieder unterhaltsame Spiele dabei gewesen Pause sagt Elite League Pause sagt gar nix die reden vielleicht geht's gleich weiter wird man sehen das hat jetzt länger gedauert als die letzte wahrscheinlich ist offizielle Startzeit 20 Uhr ich glaube so ist das ja also naja der Venno hatte ja auch seine Momente später wurde er ein bisschen useless aber das ist auch so bei Venno ich fand einfach wirklich irgendwie ab so einem gewissen Punkt ihr Decision Making total fragwürdig aber Falcons halt auch genau im Gegenteil extrem gut und dieser eine Hold auf der Top Lane der war schon krass der war schon krass einen Moment Ihr könnt die das ist ja einfach das ist ja die 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 So. Ja. So. Schmetterling, mal gucken. Mal gucken. Sie sind ja jetzt noch im Lower Bracket. Also, Extreme Gaming wird gegen Quest antreten müssen. Morgen. Ja, schieb das jetzt mal nicht auf den Venno. Das Ding war doch durch. Hätten sie es einfach effizienter zu Ende gespielt, hätte sich keiner beschwert. Du hast recht mit der Schwäche des Helden, was das angeht. Ist das typische Venno-Problem. Aber sie haben deswegen ihren Decision-Making verloren im Late Game und ihren Plays und Falcons Spielstärke. Nicht wegen diesem spezifischen Helden. Krass, wie dominant sie aber waren mit dem Line-Up. Ich glaube, sie haben auch ein bisschen gelackt und sie hatten eine sehr gute Laning-Stage und dann haben sie richtig geiles Aggro-Dota bewiesen. Also, da haben sie wirklich schön forciert, aber ab so einem gewissen Punkt wurde es dann seltsam. Okay, Dota to go, bis dann. Natürlich, Zerschmetterling. Ah, gar kein Problem. Ah, nee, wir müssen doch warten. Schlechte Nachrichten. Es sind wieder 19 Minuten jetzt noch. Also, Zeit für ein Päuschen. Dann esse ich noch und danach sind wir endlich bei Liquid King As A Ray. Ophelia, ich brauche dich. Ich brauche jetzt jemanden zum Reden, sonst schweige ich euch an. Ja, ich habe noch ein Brot, ein bisschen Gemüse. Sollte reichen für die Stream-Dauer. Ich kann danach noch Essen machen. Hm. Sollte reichen für die Stream-Dauer. Das findet er schön, der Henry-Bot. Dass du ihm sowas schreibst. Oh Mann, ey. War so ein geiles Spiel. Selbst hätte hätte Falcons das noch gedreht und hätten sie gewonnen. Aber später im Spiel wäre Extreme ein bisschen anders vom Spielstil gewesen, hätte ich es mega gefeiert. Es war nur so schade, dass es dann so so komisch geendet ist. Aber Respekt an Falcons, was sie da für Solo-Kills geholt haben. Wie sie einfach reingedivt sind, aber kontrolliert reingedivt sind. Support getötet haben und rauskamen mit Aghanims auf Timber oder mit BKB oder so. Hey, Moppel. Wann ist dein Umzug nochmal genau? Mal renne ich dieses Wochenende. Aber ich lasse dich auch gerne lauschen. Ich will gar nicht nerven. Viel Erfolg weiterhin, was das Thema angeht. Kriegst du schon alles gewuppt. Kriegst du schon alles gewollt. Ah, Mittwoch bis Samstag. Nächste Woche. Mhm. Okay. Jetzt seid ihr so bei Streichvorbereitungen. Ja, hast du dir genau das Patch-Timing ausgesucht. Ganz schlimm. Obwohl ich denke, wie gesagt, ich denke, der Patch kommt Montag raus. Wenn du mal Bock auf Unterhaltung dazwischen hast, check Fallout aus. Ich habe die erste Folge gesehen und fand es richtig geil. Auf Amazon. Weiß gerade aber nicht, ob du Prime hast. Der Smiley ist schon geil, ey. So, halten wir mal fest, Moppy hat was zu tun. Ophelia ist nicht da. Okay, ich brauche jemand anderes. Enhaya, wie geht es dir so? Ja, ja, mach lieber erstmal den Kram. Ja, ich bin ganz vorsetzig. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber die lassen sich wieder, musst du den neuen Charakter mal ausdenken oder was? Ey, geht da los. Ich schicke dir nachher sexy Bildchen. Okay. Acht Minuten noch. Ich weiß nicht genau, wie viele Chancen Ezra hat. Ich wollte da sowieso mal kurz gucken. Bei Liquidpedia. Lass mich mal checken. Wie die so performt haben. Weil ich hab von denen nicht viel mitbekommen. Ich will mal kurz ihre Stärke einschätzen. Also es sind Chinesen. Es sind diese FY-Facebeeren. Die sind ja richtig gut. Aber wie gut sind sie gerade? Ich muss kurz mich ablenken und durchatmen. Also sie sind Gruppenzweiter geworden. Ah, ja klar. Weil Upper Bracket nur Gruppenerste gegen Gruppenzweiter immer ist. Extreme war auch Gruppenzweiter. Gegen Gruppenersten Falcons. Also Ezra war das zweitstärkste Team in ihrer Gruppe. Gegen Liquid, die Gruppengewinner. Allerdings kommt Ezra aus dem Falcons Ding. Also sind die vielleicht echt nicht. Die sind nicht zu unterschätzen. Die sind richtig gut. Das ist mein Resümee. Die sind richtig gut. Die haben in den Tiebreakern Quest und G2 IG besiegt. Und davor haben sie, sie haben mal, sie haben 1-1 gegen OG. Sie haben mal gegen Spirit verloren, gegen Entity gewonnen, gegen Heroic gewonnen. Gegen Falcons haben sie verloren. 2-0. Das ist schon mal eine interessante Info. Äh, sie haben gegen Quest gewonnen. Also das meiste haben sie gewonnen. Die sind auf jeden Fall stark. Aber gehen als Gruppenzweiter hier rein und Liquid eben als Gruppenerste. Und ich drücke schon Liquid die Daumen. Ich würde mir wünschen, dass sie weit kommen in dem Tunnel. Ich mag das Team. Ähm, und ja. Bin gespannt, wie das gleich läuft. Ach, okay, du kannst wieder... Das finde ich irgendwie gut, aber irgendwie auch so ein bisschen... Hat so ein bisschen einen faden Beigeschmack, weil man dann vielleicht den Tod nicht mehr so fürchtet. Zumindest nicht den regulären, weißt du denn, Haya? Mir ist Liquid auch lieber. Da hat man wegen BSJ irgendwie mehr Bezug zu. Wieso wegen BSJ? Ich habe gar keinen Bezug wegen BSJ zu denen. Ich check das gerade nicht. Vielleicht kenne ich da was nicht. Aber ja, Liquid mag ich auf jeden Fall. Ich meine, es wird jetzt garantiert episch. Eine titanische Startgebühr von Lederlust und deshalb ist die Sache geklärt. Also wir können schon mal davon ausgehen, dass episch wird. Er darf dann noch entscheiden, wer am Ende gewinnt. Ich habe hier alles schon bereit, was meine WhatsApp-Kontakte angeht. Ich habe hier alles schon bereit, was meine WhatsApp-Kontakte angeht. Schön, oder? Hüpfige Hülle. Das Geilste ist, regen sich immer alle drüber auf. Wo ist denn das? Hier. Die ist hier an der Seite nicht ganz dran. Ah, ist auch von vorne wunderschön. Hier ist die nicht ganz dran, weil ich dann eine Hülle über der Kamera habe. Und dadurch passt die nicht mehr. Also so eine Schutzfolie. Aber die Kamera ist eh schon gerissen. Insofern ist die eigentlich auch egal. Aber ich will nicht, dass es noch mehr kaputt geht. Eigentlich ist das gar nicht so... ...in so einem schlechten Zustand. Das ist einfach nur die Hülle, die gerissen ist. Und ich bin zu faul, da eine neue zu besorgen. Wenn ich die abziehe, ist der Bildschirm völlig intakt. Aber ja, so macht es nicht allzu viel her. Ist kein Model in meinen Händen. Ich mag es trotzdem. Ach so, das war mir nicht so klar, dass der da mit denen so heftig zusammenarbeitet. Habe ich nichts von gemerkt. Bin da, glaube ich, auch nicht so sehr in der Szene. Interessant. Ich fühle mich jetzt ganz einsam hier ohne Essen. Irgendwie nimmt mir das die Sicherheit. Meine Snack-Ups, die nennt es, tut weh. Aber ich habe vor dem Stream-Event hier ordentlich eingekauft. Ich war bei Lidl und bin ausgerastet. Irgendwie für 70 Euro eingekauft. Und war wirklich reines, knallhartes Essen. Massen an Essen. Ich könnte hier bei der Zombie-Apokalypse wahrscheinlich drei Monate überleben. Also, stellt euch lieber gut mit mir. Man weiß nie, wann das Endzeit-Szenario eintritt. Und liked den verdammten Stream-Eerschweine. Aber das kann nur sein, Zerschmetterling. Jaja. Ich meine, diese Zusammenarbeit könnte schon sein. Für mich sind Teams halt nicht so Entitäten, die ich kennenlerne über irgendwelche mit denen kooperierenden Leute. Zum Beispiel Gorg C hat ja viel mit OG gemacht. Aber deshalb bin ich jetzt nicht dadurch an OG näher rangewachsen oder sowas. Ich lerne die halt eher in den Turnieren kennen, die Teams, glaube ich. Und ich kenne die Spieler, manche schon ziemlich lang. Entweder visuell, von Interviews, von Spielen, in denen ich sogar mal war früher. Von der Geschichte, die sie so mit ihren Teams vereinen. Was sie so gemacht haben. Welchen Klubs sie beigetreten sind. Welche Werte sie zumindest nach außen hin vertreten. Und daraus baut sich dann bei manchen Teams so ein Bild, weil ich die schon recht gut kenne. Und bei anderen ein schwammigeres Bild. So, 2.30 Minuten, also 2 Minuten 30 noch. Dann können wir die ziemlich schnell in den Draft rein. Ich tippe mal, da geht es dann bald los. Das läuft zügig. Die sind aber noch nicht in der Arena, ist mir aufgefallen. Ich habe den Verdacht, dass das aber noch passiert. Ist ja immerhin hier ein Tier 1, eine Million Dollar Turnier. Wenn die Finals dann stattfinden. Weiß ich aber nicht. Vielleicht haben sie auch gar keine Arena. Ist ja eine League. Das ist eine Elite-League. Vielleicht ist das nur das große Finale dieser Liga. Und das wird nie in der Arena ausgetragen. Weil das wäre auch viel teurer. Anderer Aufwand. Solange der Preispool stimmt, ist mir das alles egal. Okay, Moppe. Das ist jetzt wirklich unter der Gürtellinie. Was sehe ich denn an? Eine Brezel, die hätte ich jetzt gern. Eine Hütchenkeule hätte ich gern. Oh, so geile Pfannkuchen mit zerlaufener Butter. Ein Stück saftige Pizza. Ein Sandwich. Ramennudeln. Oh. Oh, vor allem noch eine Kollektion. Willst du jetzt noch, dass ich bei Kite Mike das Essen im Discord angucke oder was? Um mich zu finishen. Für den letzten Schlag in die Magengrube. Dann renne ich hier irgendwann raus und unterbreche die letzte Serie. Wisst ihr, was jetzt mal schön wäre? Ein 2 zu 1, oder? Wir hatten 2 mal 2 zu 0. Heute Morgen, als ich noch nicht live war, ging auch IG gegen Gladiators 2 zu 0 aus. Also jetzt mal so ein schönes 2 zu 1. Was geil ist, es gibt noch ein bisschen europäische Vertretung. Tundra ist ja ausgeschieden. Aber wir haben Gaming Gladiators noch. Die sind weitergekommen. Und wir haben natürlich Liquid. Das findet morgen um 14 Uhr statt. Das sehen wir also. Das ist unser erstes Spiel morgen. Geil. Gladiators gegen Liquid oder Azuray wird morgen unser erstes Spiel. Da freue ich mich richtig drauf. Und das da war davor. Extreme gegen Quest verpassen wir. Wir gucken Gladiators gegen Liquid oder Azuray. Und dann gucken wir Falcons gegen Liquid oder Azuray. Und dann gucken wir noch Gladiators oder Azuray oder Liquid gegen Extreme oder Quest. Wisst ihr Bescheid? Guten Abend, Captain Gabriel. Ja, ich habe es auch zu Hause parat, Moppel. Nicht alles davon, aber ich habe Essen. Das Problem ist, ich habe zwar sehr viel eingekauft und sehr massiv, aber eher so Sachen, die man kochen muss, die dann sehr viel Nährwerte haben, wo man sehr satt von wird. Und viel Essen, was ich jetzt nicht mal eben hier mir hinlegen kann. Stimmt nicht ganz. Ich habe tatsächlich so zwei, die sind eigentlich nicht das gesündeste, aber für sowas wie Streams ganz gut geeignet, so zwei Fooddrinks geholt. Da gibt es eine Billigversion bei Lidl für 2,50 Euro pro 500ml. Da sind 35 Gramm Protein drin und irgendwie ganz viel ungesunde Öl- und Laktosescheiße und dazu halt mehrere Nährstoffe reingepumpt. So ein bisschen Y-Food-Verarsche. Aber zweckerfüllend für solche Momente. Und die kann ich dann schön mir hier hinstellen. Aber ich wollte mir aufheben von morgen und übermorgen. Ich habe nämlich zwei. Und heute hatte ich die Zeit, mir noch ein bisschen Brot und so zu schmieren. Also eigentlich hast du recht. Wenn es hart auf hart kommt, habe ich was im Kühlschrank. Es ist nicht wie sonst. Sonst jammer ich ja immer. Ach, ich habe kein Essen. Ich weiß ja nicht. Mir geht es so schlecht. Nicht heute. Heute bin ich der mit dem Essen. Aber trotzdem hast du mich gerade geärgert damit. Guten Abend, Pete. Ey. Er ist absolut gesund. Aber du kriegst halt schnell und effizient ein bisschen was in deinen Körper gepumpt. Weißt du, Käpt'n Gabriel? Und ich habe einen ziemlich stabilen Magen. Ist mir alles egal. Ich hau das einfach rein und hab Spaß. Oh, Zerschmetterling. Nee, komm. Du hast doch vorhin dich schon im Zuge deiner Spende so nett dazu geäußert. Und hast gesagt, schön, dass es kein Pango gibt. Lass uns doch gemeinsam auf den Pango-Hate-Train aufsteigen. Und zusammen die Daumen drücken, dass er nicht kommt. Lass uns doch heute ein Team vertreten. Die Anti-Pango-Fraktion. Wähle mich, wenn du gegen was bist. Sowas generiert eh mehr Stimmen. Wähle mich nicht, weil ich konstruktive Änderungsvorschläge habe. Wähle mich, weil ich andere blöd finde und mit dem Finger auf sie zeige. Das kann so nicht sein. Das ist mein Programm. Mein Programm ist, dass du scheiße bist, Pangolier. Du bist scheiße. Sei dabei. Lass dich mitreißen. Vom Hass. Das ist fies, Moppel. Unglaublich, dass es den immer noch gibt. Kann ich gut verstehen, Zerschmetterling. Ich würde das genauso machen wie du. Und dass du ihn langsam auch genug gesehen hast, kann ich auch verstehen. Das ist so surreal, wie er immer wieder genervt wird. Und immer wieder trotzdem noch zu stark ist. Weil sein Spell-Kit einfach zu viel Damage macht. Und zu wenig kostet dafür. Und du deshalb die ganze Zeit schon am Anfang in der Landing-Stage rausspammst. Wie so ein Berserker. Und das ist wirklich ein Held, der vom Design einfach so stark ist. Dass sie Schwierigkeiten haben, den klein zu kriegen. Oder balanciert zu kriegen. Und sie lieben ihn auch irgendwie. Sie lieben ihn auch irgendwie, habe ich das Gefühl. Im Hause gelben. Immer wenn er nämlich doch mal zu schwach ist. Wird er sofort wieder in den Olymp erhoben. Sofort. Und dann gibt es diesen Alert. Und alle hassen es. Achso, apropos. Können wir uns schon den Warf angucken? Da ist ja eine Live-Anzeige. Noch wird geredet. Ich würde es aber mal machen. Ich glaube, wir kommen schon rein. Wir müssen natürlich noch Ingame kurz warten. Ihr kennt das Programm vielleicht mittlerweile. Schaut mal, wie schön ich auch den Loading-Screen angeglichen habe. Ach, das sieht zu gut aus. Keiner hat gesagt, dass mein Overlay toll ist, obwohl ich gefragt habe. Ich habe nach Lob gebettelt. Und keiner ist darauf eingegangen. Ich meinte, sieht es nicht schön aus? Ich finde es schön. Stille. Absolute Stille. Ah, wir sehen doch noch nichts. Wir müssen kurz warten. Ey, ja klar. Schokolade ist, ähm... Ich meine, ich weiß da auch was drin ist. Ich weiß auch bei diesen Drinks was drin ist. Und da sind auch Sachen drin, die was bringen. Aber, ähm... Schokolade kann auch recht gesund sein. Gerade so eine 70, 80-prozentige paar Stücke oder so. Ich esse ganz gern zum Beispiel auch Kakao-Nips, ähm... Zum Frühstück. Die ich dann in so eine Quark-Haferflocken-Kombination haue. In so eine Skier-Haferflocken-Kombination. Danke, Pilzchen. Das fühlt sich jetzt auch nicht mehr richtig an. Jetzt will ich es auch nicht mehr hören. Nicht nach dem zweiten Mal fragen und dann auch noch so verniedlicht. Ja, bist ein ganzartiger. Nee. Aber cool, dass du noch immer noch da bist. Du wirst schon seit Anbeginn der Zeit hier im Stream. Oder du bist jetzt zurückgekommen. Ich glaube, Pango hat einfach zu viel. Und vor allem extrem vielfältige Kontrollen. Richtig. Deswegen wird er immer wieder gepickt. Auch, ja. Ähm... Das Problem ist, die Cooldowns sind zu gering. Der Schaden, den er damit macht, ist zu krass. Und natürlich, die Kontroll hier später reinbringt. Diese ganze Kombination ist einfach schwer zu balancieren. Sie mussten seine Fähigkeiten, glaube ich, weiß ich nicht... Zehn, elf, zwölf Mal balancen. Damit er nicht mehr die ganze Zeit gepickt wird. Und selbst jetzt ist der in Pubs noch erfolgreich. Selbst jetzt funktioniert der noch. Was haben wir denn hier? Ein echter Draft. Erste Runde. Wir wissen also noch nicht, wie sich das Pick- und Strategie technisch entwickeln wird. Aber jetzt ist es Zeit, das zu kalibrieren. Ich hoffe auf lustige, coole Sachen. Ich würde sehr gerne noch mal einen Klink sehen. Aber ich denke, der Traum bleibt aus. Das weiß ich, Pilzchen. Und das glaube ich dir sofort zu nennen ist. Ich weiß auch, dass du vorhin ja schon Hallo gesagt hast, als es losging. Amar ist wirklich unsympathisch. Komplett richtig, André. Warte mal. Bist du live? Bist du gerade hier bei mir? Oder guckst du das Ende von dem Spiel noch? Aber ich fand das auch absolut unnötig. Weil das nicht mehr Funny Banter ist, wie das davor. Was auch ein bisschen in der Szene etabliert ist. Sondern, ja. Irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, so ein In-die-Verlierer-Wunde bohren und sich besonders cool fühlen. Der ist auch jung. Aber ich kenne den auch ein bisschen vom Gesprächen, weil der öfters mit Gorg gestreamt hat. Und zusammen haben die Spieler geguckt und da fand ich den auch echt unsympathisch. Rein zwischenmenschlich. Hätte ich mir den jetzt nicht im Discord geben müssen. Aber so ist es. Der ist ein absolut genialer Dota-Spieler, ne? Ein richtig, richtig, richtig genialer Dota-Spieler. Heißt ja nicht, dass der zwischenmenschlich ein toller Mensch für uns sein muss. Hey, jo. Ja, also richtig lecker war die Runde gerade. Guck mal, ich gehe für dich kurz in den Warteraum. Schaust du mal hier. Liquid, äh, Erfältnis gegen Extreme Gaming Spiel 2. Kann ich dir ans Herz legen. Das war schon ein geiles Ding. Und bei Tundra gegen Crest weiß ich gerade nicht mehr, welche von den beiden. Da war aber auch eins ziemlich unterhaltsam. Also war schon ein gutes dabei bisher. Und jetzt kommt mein Favorit für den Abend. Beziehungsweise für den ganzen Tag. Liquid gegen Azuray. Upper Bracket. Platz 1 gegen Platz 2. Unser Lieblings-Europa-Team. Insania, 33, Nisha, Boxy und Micke gönnen sich eine Runde gegen absolut krasse Chinesen mit FY als Käpt'n. Und Ko, Ori, Lu. Hat er sich nicht umbenannt? Der hieß doch nicht schon immer Bach oder ist das ein anderer? Ich kenne den nicht. Wer ist denn von den FY, äh, warte mal, äh, wer ist denn von den Facebeeren? Ist Bach Facebeeren? Ich glaube. Ja, das ist Bach. Ähm, ja, ja, das ist Facebeeren. Aber wir nennen ihn ab jetzt aber Bach. Der hat sich einfach umbenannt. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Razer gegen Batrider. Bisher. Wärts schon nice beim Zusehen. Razer habe ich mich echt satt gesehen. Ich gucke dem eh nicht so super gern zu. Auch wenn er den weißen Turm von Minas Tirith auf der Brust hat, ähm, ist er nicht mein absoluter Sympath. Und er ist echt stark. Also in den Spielen gerade hat er mir schon in anderen Händen aber trotzdem wirklich gut gefallen. Also, ich glaube ein schlauer First Pick, auch wenn er mir nicht gefällt, fast, passt thematisch und farblich sehr gut zu ihrem Logo und ihren Bannern. Hey Torben, willkommen zurück. Tiny gab es übrigens auch schon, Pete. Tiny war schon hier. Ich muss noch was antworten. Team Liquid's turn to Ban. Wir haben die riesige Ban-Phase. Azur-Rays verursprungen, beziehungsweise hinter uns gelassen. Dragon Knight, ja, ja, warum nicht, ne? Ja, warum nicht? Na gut, na okay, ich lasse es ihnen durchgehen. Ich hoffe auch, dass Liquid das macht, äh, Lace. Was ist dein Liebling zum Zuschauen? Du meinst helden-technisch? Ah, gibt ein paar, die ich sehr gerne sehe. Kommt auch ein bisschen auf die Spielsituation, aufs Meta und so weiter an. Und ob der Held dann in einer lustigen oder coolen Position gespielt wird. Ich, ich kann da mich gar nicht so krass festlegen. Pango Band, ja, ja, herrlich. Herrlich. Warum denn ein negatives Smiley, Max? Warum denn so traurig? Ach, nee, ey, oh, Tiny haben wir jetzt schon oft gesehen. Ja, Dragon Knight ist okay, ist okay. Ist ruhig daheim. Jetzt muss aber hier nochmal was, jetzt muss nochmal was Spritziges kommen, ja? Was Erfrischendes, was Überraschendes, was Lustiges. Was kann Azuray jetzt picken? Okay, wenn ihr euch einen aussuchen dürftet, den ihr noch seht heute. Welcher Held wäre das? Habt ihr einen Favoriten? Habt ihr einen Helden, den ihr jetzt richtig, richtig gerne heute sehen würdet? Vielleicht habt ihr ihn auch schon gesehen, aber was wäre der, der jetzt gepickt werden würde, wenn ihr wählen dürftet? Nicht was Draft Intelligenz angeht, sondern wirklich nur zum Zuschauen. Her, von der Unterhaltung her. Bristle, ey, Moppel, alter. Ich bitte dich. Ja, Zeus war ganz cool vorhin. Ach, krass, dass du den als erstes wählen würdest. Droh. Okay, Zeus- oder Droh-Gameplay, entscheidet euch. Eins von beiden mache ich. Okay, wir müssen es patchabhängig machen, je nachdem, wer da cool geändert wird, ne? Ist jetzt gerade schlechtes Timing, sonst hätte ich es tatsächlich gemacht. Zwar jetzt hier versteckt, aber ich hätte es gemacht. Bristle, ja, Bristle muss man sich nicht geben, das ist lame. Hast du ein Alter? Ach, das hatte ich schon. Pangolair hatte ich schon. Tinker, Invo, Omni-Night, MK. Monkey King haben wir heute auch noch nicht gesehen, stimmt. Omni-Night, das wäre halt geil mit Schad und so, aber ich glaube, wenn die Omni-Night spielen, dann wahrscheinlich nicht so, ne? Aber wer weiß, den sieht man gerade eh nicht. Die neue Ulti ist zu schwach. Invoker, hm, ja. Wir haben leider keinen Topsen-Invoker heute erlebt, ne? Ja, MK, wenn, dann Carry. Das kann ich nachvollziehen. Also ich finde auch Core, MK, unterhaltsamer, gerade Hard-Carrier in der Mitte. Aber so spannend finde ich MK nicht. Na, na, es geht so. Also Venomancer muss ich mir wirklich nicht geben. Die haben wirklich, die haben jetzt einfach Razortiny Venomancer gepickt. Kotzt euch der Draft von Ezra auch hart an? Ich will einfach nur noch, dass Liquid gewinnt jetzt. Team Liquid, turn to pick. Ach. Hat jemand Lust, das zu kommentieren und nicht chillen ein bisschen? Und kommen danach wieder, wenn die lustige Helden picken? Wer meldet sich an? Ich packe euch in den Discord-Channel, gehe selber rein, mute mich. Mach hier die Kameraführung an und dann übernimmt das einfach einer von euch. Das stimmt, die Turks. Spectre hätte ich auch mal wieder Bock. Bane. Ich meine, ja, toll. Es sind auch so lame Lineups schon wieder, ey. Urg. Du willst gegen beides nicht spielen, aber gar nicht. Darkseer haben wir auch schon gesehen, mehrfach. Ich finde, Darkseer kann unterhaltsam sein. Der Spitzkopf ist schon lustig, aber, aber ja, naja. Es ist echt, es ist echt sehr langweilig bisher. Die letzten Pics können es noch retten. Kommentieren nur die Bat. Ey, das ist echt eine gute Idee. Auf die Bat habe ich schon Bock. Also einfach die Batrider verfolgen. Die macht ja auch immer Action, fliegt überall rum. Holt Stacks, spammt Napalm, zündet Lassos. Nice. Batrider Cast sind wir dabei. Rest ignorieren. Oh, so eine Scheiße. Aber sie haben ja noch zwei Pics. Auf jeder Seite. Wahrscheinlich wird jetzt das coolste aller Zeiten gewandt. Anti-Mate oder so. Anti-Mate würde ich voll gerne sehen. Oh, Phantom Assassin würde ich auch gerne sehen. Sehen wir nicht, aber da ist ein, hätte ich auch Bock drauf gehabt. Ein Rikki würde ich sau gerne sehen. Auf Rikki hätte ich Lust. Warum will ich eigentlich immer sowas sehen? Bounty Hunter würde ich gerne sehen. Wieso bin ich so ein Charakterschwein und mag diese Helden lieber? Underlord finde ich langweilig. So Sachen mache ich nicht so. Ein Void Spirit würde ich gerne sehen. Ein Storm Spirit würde ich gerne sehen. Ehrlich gesagt, ich hätte auch gerne ein Face das Void gesehen, aber nein. Meepo würde ich auch gerne sehen, klar. Ja, hast recht. Ist gar nicht so eine krasse Wissenschaft, Internetzer Schmetterling. Oh, oh, ich sehe gerade. Wir könnten hier mit Liquid gegen Azuray zu Primetime vielleicht mal wieder die 100 Viewer knacken. Wir hatten jetzt die ganze Zeit so 95, 90. Und jetzt gerade bei 97. Drei fehlen noch. Immerhin. Immerhin. Ist ja jetzt schon eine Weile her. Also ein paar sind meinem Ruf gefolgt und gucken wieder zu. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Danke dafür. Terrorblade-Bahn, ja. Okay. Naja. Wäre jetzt auch ein Held, den ich durchaus unterhaltsam gefunden hätte, weil wir ihn auch noch nicht gesehen haben bisher. Schade, dass Morphling immer weggebannt wird. Der ist auch sehr lustig beim Zuschauen, finde ich. Kunkka übrigens auch einer, der mir Spaß macht, obwohl der später für sehr viel Chaos sorgt mit dem Aga und dem Shard und so. Und die Torrents sind so random, dass sie mir nicht ganz so gefallen. Also Wasserpack-Kunkka bin ich kein großer Fan, auch wenn es Spaß macht zu spielen. Doom noch gebannt. Doom hätte ich tatsächlich auch ganz lustig gefunden. Und jetzt wird's spannend. Ezrae ist letzter Pick. Können sie für mich das Line-Up nochmal retten? Kann es sympathisch werden. Danke, Sebastian. Team Liquids, Zeit für Pick. Oh. Aber egal, wir sind ja für Liquid. Jetzt Liquid, komm. Jairo ist okay, versteht mich nicht falsch, aber ist nicht die Rettung für das Line-Up, was meinen Unterhaltungswert angeht. Also Note für mich, für Azuray, ihr dürft auch gerne benoten. Azuray kriegt das Line-Up unterhaltungstechnisch von mir die Note 4. Tatsächlich. Ich glaube, im Hinblick darauf, dass wir alles da auch schon gesehen haben, eher 4-. Eine 4- bei Azuray. Wie sehen eure Noten aus? Ja, L-Pick. Echt so. Okay, jetzt Liquid, komm, komm, komm. Dragon Knight und Bat. Also vor allen Dingen Bat finde ich schon mal sympathischer. Dragon Knight ist okay. Luna halt satt gesehen, aber na gut. Bane ist auch so okay, würde ich sagen. Also bei denen ist jetzt schon keine 4-. Bei denen ist jetzt schon eine 4+, ungefähr. Vielleicht eine 3-, vielleicht eine 4+. Aber der letzte Pick, sie lassen sich Zeit zu überlegen. Auf was hat Henry am meisten Lust? Wie können wir ihm eine Freude bereiten? Ich bin nicht vom Hocker gerissen, aber es ist absolut nichts, worüber man sich beschweren darf. Ein Pack macht echt Spaß. Für mich insgesamt Liquid-Line-Up Note 3. Note 3 gegen Note 4-. Ich bin fast gewillt, ihnen eine 3+, zu geben sogar. 3, 3+, sowas in die Richtung. Also gar kein Vergleich. Kompletter Outdoor-Aft. Liquid hat gewonnen. In meinem Herzen sind sie jetzt schon Sieger. Oh, das ist aber ein sehr positiv Scorb. Ja, Tiny kann lustig sein. Da gebe ich dir recht. Gerade mit den Toss und so. Aber nee, das ist nicht ein Line-Up, was mir gefällt. Ich finde Razer, Venomans und Darks hier alle ganz furchtbar. Und auch Tiny habe ich jetzt schon oft genug gesehen. Vielleicht wird es ja ein Core-Tiny. Das finde ich dann immer noch ein bisschen besser. Aber sieht hier nicht so aus. Das ist ein Support-Tiny. Ich mag Razer. Pff, ich mag Razer. Was muss ich mir anhören? Also, das ist ja Blasphemie. Leider müssen wir gleich Ingame nochmal pausieren. Ich warne euch schon mal vor. Was ist das eigentlich für ein Vieh, auf dem die Batrider reitet? Was soll das sein? Eine Glühwürmchen-Motte oder so. Outdoor-Aft der Herzen. Ist es denn ein tatsächlicher Outdoor-Aft in irgendeine Richtung? Ich glaube nicht. Sieht eigentlich für beide Teams machbar aus. Sind beides recht starke Line-Ups. Und naja, Darkseer wird Core spielen. Razer wird Core spielen. Okay. Du hast recht. Es kann sein, dass der Gyro supportet. Aber ich denke mal... Also ich hätte jetzt eher den Tiny in der Support-Rolle gesehen. Und den Gyro als Last-Pick, als Carries. Glaube ich deutlich wahrscheinlicher. Nicht darauf geachtet, wer wen spielt da. Du spielst Graf-Razer oder du spielst Graf-Razer? So, 10 Minuten, Leute. Dann geht's ins Game. Können wir mal gucken. So. Gyro Core. Support Tiny. Support Venomancer. Offlane, Darkseer. Razer Core. Und hier auch keine Überraschungen. Boxy und Insania machen die Supports natürlich mit Bat und Bane. Ist nicht das Line-Up, was ich erhofft hab mir. Die Teams werden mich vielleicht trotzdem verzaubern. Gerade bei Liquid hoffe ich drauf. Und meistens sind die Drafts eh ab der zweiten Runde spannender, finde ich. Oh, da haben wir schon die 100 Viewer. Dankeschön, Dankeschön. Ich verscheuch sie gleich wieder mit einem Kuss. Und wir haben... Irgendwas wollte ich noch sagen. Es war mir sehr wichtig. Hab's vergessen. Egal. Achso, ja, Darkseer, Paul. Ja, ähm, Darkseer ist Core. Immer. Das ist kein Support. Darkseer spielst du Offlane. Und meistens mit einer guten Kombination, was Iron Shell angeht. Die Option haben sie hier durchaus. Sie könnten den Tiny mit dem Darkseer zusammenstellen. Und den Venom Mancer mit dem Jiabo. Also, das werden sie wahrscheinlich auch machen. Einziger Nachteil, Doppelmelee. Da bin ich meist nicht so Fan von. Aber mit Darkseer kann man's echt machen. Gerade mit Darkseer Tiny. Und wir haben heute auch schon Doppelmelee-Lanes gesehen. Die haben manchmal ganz okay funktioniert. Also, ja. Äh, das wird so sein. So werden sie's machen. Und bei Liquid ist einfach ein sehr solides, gutes Standard-Lineup. Die einzige kleine, überraschendere Komponente ist vielleicht die Batrider. Die sie sehr hoch priorisieren. Die sie first picked haben. Nicht drauf geachtet, ob die Teams, die sonst heute immer gebannt haben. Ich glaub aber nicht. Eventuell eine Liquid-Spezialität. Ich finde ja gerade erst in das Turnier rein. Werden wir noch kennenlernen. Ähm, Batrider-Support ist schon krass. Also, die hat den Vorteil, dass sie relativ schnell Farm aufholen kann. Also, auch als Support. Ziemlich weit entfernten, für andere nicht zu kriegenden Farm von der Map grast. Mit Firefly im Gegnerwald und so. Und, dass sie halt mit Napalm gute Lane-Präsenz hat. Außerdem ist Lasso einfach so ein starker Spell, dass du damit immer einen gefährlichen Initiate darstellst. Und diese Aufgabe nicht immer an deine Cores übergeben musst. Hm. Liquid hat aber nicht nur Lasso als Initiate. Sondern auch Dragontail. Der Dragon Knight wird garantiert einen Dagger kaufen. Eventuell also die Bat nicht. Kann mir vorstellen, dass die hier gerade als Support eine Drum oder so kauft. Boots of Bearing. Vielleicht eine BKB. Spätandegger. Irgendwie so. Ähm, Liquid's Gameplan ist natürlich, die Luna hochzufarmen und sie Flash farmen zu lassen. Und Azuray hält mit dem Gyro dagegen. Und der Rest kämpft so drumherum. Dieses 4 Protect 1 ist schon wieder ziemlich etabliert. Aktuell, wie mir scheint. Ich glaube, ich gehe mal noch mal kurz auf Toilette. Ist jetzt gerade gutes Timing. Gebt mir eine Sekunde. Bin gleich zurück. Und wir starten dann natürlich auch in einigen Minuten ins Game. Also, auf eine gute Partie. Bis gleich. Und wir starten dann natürlich. Und wir starten dann natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Check's grad nicht Hau ab jetzt, Moppel Ach so, ah, Christoph hat was geschrieben Aha Welche Items, ach, jetzt macht alles Sinn Mein Fehler, Paul Welche Items geht Darkseer als Core? Sorry, bin echt überraschend, oder? Das, was benötigt wird, Mecker, Schievers, etc. Doch, das sind Core-Items Also, das ist ein Offlaner Und ein Offlaner baut oft Items Die relativ viel kosten, die sich Supports nicht so schnell leisten können Und die das Team unterstützen Gerade in Teamfights Also, gerade jemand, der wie Darkseer viel tanken kann Und zu dem die Items passen Der baut dann eben Sustain Wie ein Mecker oder Greaves dann daraus Ähm, ne Pipe Gerne auch mal ein Dagger Um irgendwo reinzuspringen Und vorne Space zu machen Also, es ist so ein Utility Frontline-Kämpfer Kein Flashfarmer Kein Hardcarry Aber auf jeden Fall ein Core Du kennst meine Meinung zum Stuhl Ich denke, jedes Mal, wenn ich sie bin, schnell an dich Du Sau, ey Hallo, Hanna Herzlich willkommen Also, Mecker können auch Supports kaufen, Paul Aber auch durchaus Offlaner Nach vier Minuten Genau, der soll das Midgame ein bisschen machen So kann man es auch sagen Das war schneller formuliert, als ich sie gekriegt habe Kann man eigentlich auch fast da rein in der Zeit, ne Das bringt da auch nichts, irgendwie rumzugammeln, aber Da haben wir zumindest einen coolen Text Insofern Ja, Daumen drücken für Liquid Einfach Daumen drücken Razor hat sich bisher schon als sehr stark rausgestellt Also, das macht mir Sorgen Die Lanes von Azoray sind ekelhaft Also, die Pics sind eh ekelhaft wie Sau, ne Aber schaut euch das mal auf den Lanes an Wahrscheinlich Tiny Darkseer Dann Venomancer Gyro Und ein Razor Mitte Davon gehe ich aus, dass sie so spielen Das ist nicht sehr angenehm Nicht unbedingt, dass sie jetzt Liquid schwache Lanes hat Aber Ja, wird schon schief gehen, oder? Alles gut Aber nicht in der Landing Stage, Paul BKB ist so ein Mittel gegen Azoray Es geht so Später dann natürlich, wenn man BKBs kauft Ist nicht gut gegen Razor Also gegen Static Link und den ganzen anderen Kram Ähm Es ist okay-isch Flag Cannon haut dich natürlich trotzdem Der Side Gunner Die Wall kann trotzdem nerven Und Venom auch, aber Es ist zumindest Es ist zumindest gut gegen einiges anderes Was sie haben Und Dagger sind vor allen Dingen gefährlich Also Man muss trotzdem auf sowas wie Puck Vielleicht einen Dagger kaufen Da muss man nicht unbedingt Aber ich kann mir vorstellen, dass sie es machen Ist halt fies gegen Venomans Awards Und gegen Venom im allgemeinen Dagger zu spielen Bad Riders gleiche Thema Kann mir auch, wie gesagt, vorstellen Dass sie das nicht macht Dragon Knight wird bestimmt einen Dagger kaufen Liquid hat allgemein recht Viele Daggerhelden Dafür, dass sie gegen den Venom stehen Kann man sich schon Ein wenig Sorgen machen Aber ich mach mir vor allem Sorgen Um die Laning Stage Ich kenn jetzt auch Azorways spielerische Qualitäten nicht Ähm Also ich kenn ein paar von den Spielern Ich weiß, dass sie absolut Top-Niveau spielen Aber Ich weiß nicht, wie gut sie genau gerade sind Ich hab ihre Games nicht gesehen Platz 2 in der Gruppenphase Spricht natürlich für sich Und das war ja eine doppelte Gruppenphase Wir sind hier schon In einem kleinen Playoff-Event nur noch Mh Also da wurden bereits Viele, viele Teams eliminiert So Noch Noch zwei Minuten, Leute Nicht mal ganz Und dann Fangen wir an Ich kann dich schon mal vorbereiten Gleich geht's los Mekloski, hey Ähm Jo, auf ein gutes Spiel Weil wir müssen zerschmetterlingen Wir sind dazu verpflichtet Äh Die haben aber auch gar kein DotaTV integriert Sonst würden wir es in Echtzeit gucken Normalerweise ist in DotaTV mehr Delay Filane Sonntag Best of Five Beides korrekt Snoopy Heute Das als letzte Serie Danach seht ihr auch nochmal Die Playoffs in der Übersicht Dann Samstag Weitere Playoff-Action Turnier geht in die finale Phase Wieder 14 Uhr Start Und bis Irgendwann spätnachts Und dann Sonntag 15 Uhr Start Lower Bracket-Finale Und ich Dann so 18 Uhr Beginnt dann Das Grand Final Best of Five Auf den Sonntag Schöne Zeiten eigentlich Ich bin Zu der ganzen Zeit live Ähm Morgen geht's aber schon Nicht 14 Uhr eigentlich los Sondern ein bisschen früher Das erste Spiel nehme ich nicht mit Dann halt alle Und Sonntag Lower Bracket Und Grand Final Das ist das einzige was da läuft Los geht's Ihr habt's geschafft Danke fürs Abwarten Und viel Spaß Mit Liquid Gegen Aziray Let's go Liquid Guckt mal Das ist der Old Chap Den ich sehen will Hier ist auch kein Armada Bei Gute Face Bieren Und es gibt ein Leck Toller Anfang Freut mich sehr Scheiße Warte mal Der Leck bedeutet Ich kann Vorsprung Weil den hab ich vorhin In der Zeitrechnung Nicht mit einberechnet Deshalb haben wir so lange gewartet Deshalb war die Zeit So wenig fortgeschritten Es gab am Anfang Eine lange Pause Ah jetzt macht das alles Sinn Ich bin schon bewundert Wenn es so lange dauert Das war zu viel So lass mich kurz was checken Ja perfekt Können direkt weiter gucken Nice Ja dann sollten wir gleich mal Nigma anrufen Moppe Wie hat GG gespielt? Gladiators haben sehr dominant Heute Morgen gewonnen Und wir werden sie dann Morgen im ersten Spiel Um 14 Uhr Direkt betrachten dürfen Da kämpfen sie gegen Extreme Gaming Und Army Na stimmt doch Ah ne Ne sie kämpfen gegen Liquid Oder Azuray So was Sie kämpfen dann Gegen den Verlierer Von der Serie morgen Hoffentlich ist es Azuray Und nicht Liquid Weil dann würden die ganzen Europäer Rausknallen Wenn Liquid jetzt weiterkommt Dann haben wir ein schönes Duell Mit Azuray Gegen Gladiators Gladiators haben nämlich Einen krassen Run scheinbar Die wirkten echt dominant In der ersten Lower Bracket Runde Heute Ka-Ching Da fehlt noch eine Da ist sie Oh Azuray hat gewartet Müssen wir uns Sorgen machen Müssen wir uns Sorgen machen Jetzt noch die gefährliche Laning Stage Mit Azurays Starken Helden Für diese Phase Flack kennen Alles raus Schön den Farm kontrollieren Ein Startschock Für Den Gruppenersten Liquid Haben ein tolles Turnier Bisher gespielt Das ist die erwartete Lane Mit Tiny und Darkseer Wieder so eine Lane Die denke ich Ein bisschen Level braucht Ich glaube genau bei der Habe ich das schon mal Heute gesagt Ich finde das so süß Das Set von Tiny Gerade wenn er noch klein ist Hier Guckt mal Und kleine Murmel Wenn die drei sind Werden sie stärker Aber vor allem wenn sie Vier und Fünf sind Sind sie ziemlich mächtig Weil Avalanche Toss Ist natürlich eine krasse Kombo Die pro Level immer heftiger wird Und ein Shell auf zwei Plus Surge dazu Fängt dann irgendwann an Richtig gefährlich zu werden Kannst du doppel Einen Shell vorbereiten Avalanche Toss Benutzen Und wenn einer dann Da drin steht Und nicht weglaufen kann Dann stirbt er recht schnell Es kann der Luna passieren Ist es glaube ich auch mal Genau gegen die Lane heute Bei anderen Teams Aber da Wurden auch Die Doppelmilis Hart bestraft Weil sie sich Zu früh Überschätzt haben Könnte sein Dass das hier nicht passiert Mit Eraser Funktioniert auch wieder Ganz gut Wie bisher jedes Spiel Noch ist früh Aber Einen gewohnten Gang Nimmt es Was seine Lastets angeht Hey Paul Nix da Wir sind doch hier Die Liquid Brigade Kannst du nicht dagegen stellen Andere Meinung Werden nicht akzeptiert Hares von Bane und Luna In Kombination Beide ranged Ist natürlich anstrengend Für Ezra's Helden Aber das Killpotential Ist hoch Bei ihnen Oh das Killpotential Ist hoch Überall meine ich damit Außer in der Mitte Und wenn die beiden Level 4 sind Da unten Wird die Luna Wird die Luna glaube ich Einfach sterben Wenn sie nicht Extrem vorsichtig spielt Wüsste jetzt nicht Was dagegen tun soll Na gut Nightmare Eventuell reicht es dann Obwohl die können sich auch Aufdecken Was sehe ich da unten Sie kämpfen um die Flower Liquid kriegt sie Sehr gut für Mikkel War das ein Vakuum Ich glaube er hat ein Vakuum gemisst Ja er hat Oh 60 Sekunden Cooldown Das war super für sie Sie kriegen die Blume Und er hat Vakuum gemisst Um den Bane zurückzuziehen Ich denke nämlich Der hätte sonst direkt Fette Probleme gekriegt Wäre wahrscheinlich sogar gestorben Eieiei Sehr sehr nice Willkommen zurück Shai Irgendwas wollte ich dich vorhin fragen Als du gegangen bist Aber ich weiß nicht mehr War es irgendwas zu dem Was du geschrieben hast Ich meine ich habe auch gefragt Aber du warst schon weg Egal Ist die Ruhe vor dem Sturm Da kommt der erste Angriff Venomans oder Dragon Knight Dragon Knight auf jeden Fall zu tanky Unten auch sehr spannend Ja Cool Cool Danke Können wir hochgehen Aber ist nichts passiert Im Endeffekt Keiner gestorben Unten Der Angriff auf den Bane Ja Einshell Toss Brainsap hat nochmal gut was Ist das Ist das eine computergesteuerte Den kriegen sie tatsächlich Hätte ich nicht gedacht Dass sie durch den Dragon Knight Durchkommen Brainsap hat hier nochmal gut was gemacht Aber sie waren halt geduldig Mit Vakuum Es ist zum Glück nur der Bane Und nicht die Luna Der jetzt der Kombination Aus Doppel-Einshell Avalanche und Toss Zum Opfer fällt Aber ja Da kann er sich nicht durchdenken Und die Luna muss auch aufpassen Tatsächlich Oh er geht weiter ran Er bleibt an ihr dran Einshell Macht Schaden Macht mehr Schaden Macht mehr Schaden Oh scheiße Mit den Boots Und da läuft es aus Yikes Hier der Dragon Knight Kill auch beeindruckend 4-0 Für Azuray Oh oh Da haben sie In der Landing Stage Zugeschlagen Wie reagiert Liquid darauf Wir gucken mal aufs Vermögen Gyro hat Sehr viel Gold Darksy natürlich auch Weil sie die Lanes gewinnen Und weil sie Kills machen Und der Razor in der Mitte Hat auch mehr Als der Puck Also zur Zeit Sieht so aus Als würde Azuray Jede einzelne Lane Für sich entscheiden Ah stimmt Vielleicht hatte ich das Ähm noch im Kopf Aber das weiß ich noch Dass wir darüber geredet haben Mit Schach Ich glaube ich habe einfach vergessen Dass ich eine Antwort bekommen habe Und wir darüber noch Äh gequatscht haben Hast du gewonnen Ist ja das Wichtigste Hast du dein Dein Elo gesteigert Ne ich hoffe Das ist eine gute Zeit Und ein geruhsamer Abend Jetzt Der Bane schleicht sich Gerade an den Razor an Ich will mal kurz reinschauen Ob da was funktioniert Ja Ah der wird zwei Banes Reicht nicht Auch nicht mit Nightmare Ich glaube es reicht nicht Der hat Fairy Fire Zwei Magic One Six Und vor allen Dingen Infused Rainrobs Das ist nicht genug Oh oh Micke unten Doppel Ein Shell Sie laufen Sie laufen Da kommt die Avalanche Da kommt der Toss Genauso getimt Dass er danach nicht TPen kann oder sowas Hätte eh cooldown gehabt Und stirbt Kann danach TPen Nach dem Respawn Natürlich bitter Wenn man schon sowas Als einen Vorteil sehen muss Und Box Die stirbt auch noch Durch die einen Shells Sie sind zu dritt hier Sie töten den Tiny Ich glaube nicht Dass der Bane den Darkseer Killen kann Und so Das ist ein 2 zu 1 Trade für das Team Was nur zwei Leute da hatte Während die Gegner In der Überzahl mit drei waren 6 zu 1 21% Gold mehr Ist natürlich Prozentual Sehr viel Der direkte Unterschied Ist noch nicht so hoch Weil wir früh im Spiel sind Trotzdem ist es Kein schlechter Vorteil Für 6 Minuten 17% jetzt noch 9% XP Und ihr merkt auch Der Druck ist zu hoch Sie kommen nicht mehr Richtig auf die Lanes Dragon Knight Wird rausgesorgen Das ist ein Dragon Knight Level 5 Mit Level 2 Dragonsplatt Avalanche Toss Parage Ist ja unglaublich Die killen den Die killen den einfach Ist richtig beeindruckend Die spielen es auch gut Gyrocopter 3.300 Gold Luna 2.600 2.500 Wir sind bei Knapp 7 Minuten Nisha hält gegen in der Mitte Aber das ist auch das einzige Was noch irgendwie zu funktionieren scheint Sie kriegen ihre eigene XP-Rune Das sind die kleinen Dinge im Leben Über die man sich freuen muss Bach hat die XP-Rune auch geholt Also die Position 3 von Ezra Ist bald Level 6 Könnte aber einen der Supports Leiden lassen Weil derjenige Den nicht gekriegt hat Ich glaube der Venno Ist dem zum Opfer gefallen Venno ist Level 4 Und ein bisschen Ah Tiny auch Wahrscheinlich hat der Venno Sogar die XP bekommen Also ja Vielleicht ein etwas späteres Level 6 Für dann Tiny Aber so schlimm ist das ja auch nicht Der braucht nicht unbedingt Level 6 Der lebt von Avalanche Toss Und nicht von seiner Ulti Einer der Supports Die in die Richtung Nicht so funktionieren Wie typisch Ah Dreamcall In die Shared Versuch Ah guter Silence Noch auf Tiny Aber jetzt kann er Avalanche machen Ori überlebt garantiert Und Liquids Support der da kam War nicht stark genug Weil Ezra einfach auch reagiert haben Unterm Tower stehen Gerade überlegen sind Und das Rest ist Geschichte Die Luna unten braucht eine Mom Und muss dann Aufholarbeit leisten Das ist ja durchaus möglich für sie Morbid Mask hat sie schon mal Kampf um einen Rune Spot Der Was? Keine Rune gespawnt hat? Ah Regen ging an Nisha Ne Das war davor Hier ist die Haste Die Haste ist top gespawnt Und entsprechend kriegt er so Weil sie Uri Ist der glückliche Rezipient Nisha muss sich die Bottle Am Tower nachfüllen lassen Vom Bane Bedrider oben am Farm Und irgendwie auch am Fliehen Wurde erwischt Tief in gegnerischen Gefilden Das meinte ich mit dem Man kann aggressiv mit ihr farmen Eigentlich kann sie das gut Nicht gegen den Haste Racer Dafür nicht Dark Glück Aha Er hat sogar getimt Aber irgendwie haben die Die Tannenzapfen sehr sehr spät angegriffen Die haben wirklich sich Zeit gelassen Da wurde er ungeduldig Und so gelingt der Bad Daddy Night Das war dann insgesamt schon richtig nice Er hat gefarmt Er hat Space gemacht Er hat ihn dahin geforciert Er hat die Haste Duration Ähm ja Rausgeholt aus dem Racer Damit er sie nicht anderweitig mehr verwenden kann Und Ist denied worden Stark Kleine Pause Bedrider Muss ich erstmal auf diese Leistung ausruhen Insgesamt sieht es natürlich echt nicht gut aus Die Laning Stage Lief Ähnlich wie man es erwarten konnte Vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer Jetzt ist die Frage Ob Liquid Nach Auflösung dieser So ein bisschen ins Spiel finden kann Und ich bin da noch optimistisch Der Dragon Knight Farmt So gut er kann Auch wenn Venno da stört Die Luna wird bald Mom haben Ist auch Zumindest auf Höhe vom Darkseer Mh Triwit natürlich wieder Crystallis Into Arganims Ja Paket Witchblade Alles ganz normal Doppel Racer Power Tread Stagger Ist auch zu erwarten gewesen Trotzdem Wenn er gegen den Venno spielt Halte ich es für die richtige Wahl 2-0 Ja Ah nice Gratulation War nur Training Ich kenne mich da nicht so aus Ich dachte Es war auch eher scherzhaft Ich wusste gar nicht Dass du es so Professionell schon spielst Dass du halt Trainingsspiele Und auch Punktespiele hast Ähm Aber gut Wenn du sagst Du gehst zum Sport Dann klingt das schon nach Verein Und so ein Schachverein Der hat ja auch den Anspruch Dass man ein bisschen was probiert Also nice Gratulation zum 2-0 Deiner Smoke Sieht gefährlich aus Vor allen Dingen Wenn sie ja Die Luna erwischen Und die Venno Die hat getroffen Avalanche Toss auch Wall noch rauf Ganz ehrlich Ich glaube die wäre auch Ohne die Wall gestorben Die hatten sie so am Wickel Ezra macht das echt toll Tolle Spell Usage Die Macht von Tiny Wird abermals bewiesener Auch wenn Venno Initial Den ersten Spell gesetzt hat Und es klappt Gefühlt alles für sie Vor allem weil sie Auch die Helden töten Wo es weh tut Es ist kein so ein Spiel Wo Ezra die ganze Zeit Support Kills sammelt Während Liquid die Cores farm Das ist ein Spiel Wo sie Core Kills sammeln Während ihre Cores farm Immer noch 1000 Gold Differenz Zwischen den Luna Und dem Gyro Auch wenn sie Gleich auch mit dem Darkseer bleibt Das konnte der Tod Nicht mehr verhindern Nicht mehr Sollte nochmal wegkommen Gerade mit dem Dream Call Zusammen War das ziemlich gut gespielt Jetzt Follow up Von 33 Dragontail Sein Autotex Und ein Flame Rack Nach Boxes TP Ist das Schicksal Vom Razor besiegelt Interessant dass er nicht Noch reingesprungen ist Für XP Range oder sowas Vielleicht hat er auch so bekommen Und ist damit schneller in der Base Dass es nicht tut Aber wichtig für sie Ganz wichtig Ein Lebenszeichen von Liquid Ich glaube ja auch durchaus dran Dass sie sich jetzt in dieser Phase Stabilisieren könnten Der Mikkel Kill Hat mich da ein bisschen Vorsichtiger machen Werden lassen Aber dieser über Zogene Razor Dive Bei dem er im Endeffekt Mit seinem Vorhaben Gescheitert ist Der sah schon besser aus Wenn man für Liquid ist Und Dragon Knight Schafft es im Endeffekt Jetzt auch da vorne Da oben Die Camps zu farmen Wenn er hat Abgelassen Kümmert sich um andere Auch wenn er aggressiv steht Und gegnerischen Farm holt Ist es geil Dass der Dragon Knight Da oben auf seine Kosten kommt Keeps bekommt Keine XP teilen muss Mit einem Gegner Und sich seinem Dagger nähert Ah auf dem Level Aber das ist ja trotzdem schon Gut es ist vielleicht nicht Profi Niveau So meinst du auch nicht Aber es ist halt so dieses Spaßige Level Bei dem man aber Was kann Und ein bisschen weiß Was man tut Und sich auch mal misst Mit den Leuten in der Nähe Eigentlich eine Art Wie Sport treiben Echt sehr viel Spaß machen kann Und die ich mir auch Zum Beispiel von Muay Thai Schräg Schräg Boxen wünschen würde Das will mir aber Nicht so ganz gelingen Hier in Berlin In meinem Herzen Shai Bist du Schach Grandmaster Mit einem Elo von 3000 Kommt schon Liquid Das ist noch nicht durch Noch lange nicht Luna kann das aufholen Puck und Dragon Knight Sind auch okay dabei Und der Razor Hat nicht mehr so viel Der Tod hat ihn echt gekostet Ne Es ist kein schneller Farmer Er braucht irgendwann Den Teamfight Oder die Kills Oder so Geht auf ein Orchid Was ich ehrlich gesagt Für eine schlaue Wahl halte Könnte den Puck zerstören Könnte sogar auch mal Die Bat Oder den Bane Situativ zerstören Die Items sitzen Crystal ist es da Und Er hat erst den Point Booster Vor dem Blade of Elequity geholt Hm Das wird es jetzt als nächstes geben Halbes Agar am Start Tower fällt Er steht da irgendwie Und lauert auf Auf was Auf die XP-Rune Die in 20 Sekunden spawnt Scheinbar Er hat natürlich auch Lust Auf die Ja es könnte zu tief sein Dragon Knight steht bereit Um es zu verteidigen Könnte aber auch angegriffen werden Wenn er sich zu weit vortraut Spannende Situation Auf der anderen Seite Steht Insania bereit Um die gegnerische XP-Rune Zu klauen Liquid kriegt beide XP-Runen Er probiert nicht oben zu kontesten Und geht nicht nach unten Zack Doppel-XP-Rune für Liquid Hammerplay Das ist auf jeden Fall Mindestens so viel wert Wie ein Kill Ich würde sagen Das ist auf Level Von einem Core-Kill Das du beide XP-Runen Kriegst bei 14 Minuten Super für sie Checkt mal mal Die Gesamt-XP jetzt Schaut euch den Den Graph an Bam Absolut ausgeglichen Wie das was XP angeht Die Welt liegt dir jetzt zu Füßen Hallo Velox Der König ist zurück Ja Ja Lass es nicht Kaltmalk hören Oder wie Harderjax vorhin schon wieder treffend gesagt hast Kaltmarte Äh Kaltmarte Sondern Ja Sag es im Stillen Ich bin der König Und dann bestätige ich dich leise Ja Das bist du Alles gut Ich mag dich auch Ich mag Puck Aber Ich fand den alten ein bisschen cooler Mit Dagger und Jules und so Der Witchblade Park ist halt so eine neuere Aggressivere Variante Die nicht ganz so mobil ist Und nicht so jumpy Ist er natürlich immer noch Aber du weißt was ich meine Und mehr rausbrettert Äh sag mal Kann der mal sterben Mein Gott Wie lange ich warten musste Um mich von Dragon Knight zu verabschieden Das war wie so ein unangenehmes Date Was eine Stunde zu lang ging Mit Dings Oh bitte Oh FaceShift FaceShift Ne Einfach ne Ja und so kommt das Das nach ein bisschen Hoffnungsschimmer Also wer direkt mal Puck und Dragon Knight tötet Aber mal Skills da findet Wo es weh tut Ich denk mal Du hast Feierabend jetzt Ne Vlogs Wieso im Stillen Wenn ich's auch in die Welt schreien kann Versteck mich doch nicht Kalk Malte hat ausgenäht Oh Das sind große Worte Weil er nicht da ist Das ist ein großer Worte Die ihr bestimmt nie hört Also ja na klar Auf jeden Fall Ey du Ich mochte den noch nie Ich mochte dich schon immer Ein bisschen lieber Wenn jetzt hier Kalk Malte weg Würde ich vielleicht das Gegenteil sagen Vielleicht aber auch nicht Wahrscheinlich Natürlich nicht Was für ein Quatsch Kalk Malte Ich komm darauf Ich komm darauf Einmal nicht klar Kalk Malte Okay Okay hier läuft Konzentrieren Also Was ist denn da so passiert Gar nichts Völlig egal Ezraway ist nämlich vorne Das interessiert uns also nicht Das waren die XP-Runen hier Die bauen so einen kleinen Berg Ja Also wenn er das nachsieht Dann hab ich ein echtes Problem Torben Muss man schon sagen Dann wird er mich Knechten Zu Recht Wie ist der Pöbel verdient Der aufmuckt Oh Silence läuft aus Vakuum umgechained Er kriegt noch Illusionry Hop Und Shift raus Aber stirbt danach Zu viel Movement Speed Auf Ori Surge Macht's ganz einfach Hätten sie auch so bekommen Ja Pack kommt da nicht weg Pack kommt da nicht weg 0-2-1 hat er Er geht Jules Das ist ziemlich defensiv Die Wahl Muss er hier einfach machen scheinbar Immer wieder geschnappt Kommt einfach nicht raus Und hat halt auch kein Decker Das ist so das Ding Die alten Pucks haben Decker gekauft Die neuen Pucks kaufen Witchblade und verrecken dann Trotzdem ist das Itembild Modern und gut Versteht mich da nicht falsch Aber er ist nicht mehr So der Juke Master Wie früher Ach ist frei Hab ich falsch verstanden Aber noch shoppen Ein paar Gläser Wein Mit Nachbarn getrunken Und jetzt bin ich wieder zurück Um dem Stress Die königliche Präsenz zu verleihen Dem Stream Da war was davor Das konnte ich nicht lesen Dem Stream meinst du Ja Das ehrt mich Lieber V-Logs Klingt wie Eine gute Zeit Ein Klopo ist mir Welches Kalk Können wir das Ich schneide das einfach raus Aus dem Video Das darf er niemals sehen Hallo Kevin Ja ja er muss Die Jules gehen jetzt Das ist halt die defensive Variante Aber Es ist richtig was er kauft Das ist halt Nur für mich beim Zusehen Nicht ganz so unterhaltsam Wie der frühere Pack Trotzdem macht der Held Spaß Leider läuft es nicht so gut für ihn Das läuft allgemein Für Liquid einfach nicht Sie haben jetzt Aegis Eingebüßt Da konnten sie auch nichts gegen tun Weil sie ein gutes Team sind Haben sie immer noch Rein prozentual Nicht so krasse Nachteile Die holen viel Farm von der Map Wo es eben geht Und die Luna Farmt dagegen Aber du willst In dieser Spielphase Nicht 2000 Gold weniger Als ein Gyro haben Auf gar keinen Fall Gyro ist kein langsamer Farmer Aber du bist Farmkönigin Mit der BKB können sie kämpfen BKB und Shard im Optimalfall Ich glaube dass Azuray schneller sein wird Die haben halt Aga und Crystalis schon fertig Die BKB von Gyro ist auch bald da Und sie haben jetzt Aegis auf ihm Die BKB wird das Aegis dann einfach Ganz bequem ablösen danach Es greift alles Wie gut geölte Zahnräder ineinander Für Azuray Liquid ist noch nicht In den Playoffs Im Main Event angekommen Sie leiden Sie strugglen Sie brauchen eure Energie Schickt ihnen jetzt Ein Bisschen Genki-Dama-Kraft Mit dem Herz der Karten Mit der Kraft des Geistes Müssten wir sie unterstützen Weil Sonst Sieht es so aus Als gäbe es hier Kein Comeback mehr Die Verlieren grad zu viel Wisst ihr Nicht nur eine Bat Sondern auch ein Tier 2 in der Mitte Es scheint Als könnten sie sich nicht wehren Gerade jetzt mit dem Aegis Trifft das auch zu Sie kommen gegen diesen Gyro In dem Moment hier nicht an Und der Push Von einem Sidegunner Gyro Ist in dieser Spielstufe Auch ziemlich schnell Ja Deshalb probieren sie es selber Wollen Splitpushen Gehen auf eine andere Lane Aber Azuray spielt Lehrbuch Dota TP in dem richtigen Moment Zurück Holen sich den einen Der zu lange bleibt In dem Fall den Dragon Knight Und Lassen trotzdem nicht ab Was Druck angeht Die Luna hat zeitgleich Die Top Lane gepressured Und der Tower In der Mitte war ja eh schon gefallen Und so kommt es Dass sie immer noch 3 Minuten Aegis Zeit haben Und es steht nur noch Ein äußeres Gebäude Auf Seiten von Liquid Und das mit einem 20 Minuten Timing Dagger of Boxy Wundert mich Ich hätte gedacht Dass die Bad hier ein bisschen Mehr Value kauft Anstatt ein Dagger zu rushen Einfach auch Wegen dem Venomance Aber auch weil sie Support ist Und ich das Item Mit Movement Speed Und so ganz gern hab Sie hat ein bisschen Movement Speed Und mit dem Dagger Wird sie vielleicht Auch das nice Lassung Mal landen können Um irgendjemanden In die eigene Team In die eigene Gruppe Zu ziehen Aber Da gibt es ein Vakuum Was verhindern kann Die hat ja noch lange Keine BKB oder so Eine Späße Da gibt es ein Gale Was sie slowen kann Da gibt es so vieles Da gibt es so vieles Es muss echt sitzen Das Lassung muss perfekt Getimed sein Und dafür hat der Support Der ist nicht so schnell Farmt 2000 Gold ausgegeben Und ja Ist natürlich auch eine Macht Von der Batrider Dass sie so viel farmen kann Ihr seht sie hat mehr Als die anderen Supports Auch typisch Aber Die Investition könnte Sich sehr auszahlen Oder sich sehr bestraft machen Mit Forstaff ist es ein bisschen Leichter Da kann sie randeggern Und direkt wegziehen Bevor Gegner sie Aufhalten können Zumindest im Optimalfall Was hat denn der Darkseer Er hat keinen Dagger Aber er geht Dagger Wenn der Dagger hat Wird Lassung noch schwieriger Als auf alle Die nicht Darkseer sind Aber er hat Greaves Und er hat Greaves Und Aghanims fertig Ey Boah Er hat Normal Punch Und Greaves Und dann noch Das Dagger bald Und was kommt hier Kein Daedalus Ähm Sondern ein Satanic Da ist auch Ah ne Kommt ja die BKB Sag mir nicht Die ist schon fertig Die BKB Er hat andere Sachen gequeued Ich glaub die ist schon fertig Boah ist der gefarmt Aber sein Kurier Wurde gesnipet Also darauf müssen sie Jetzt ein bisschen warten Die löst das Aegis Trotzdem Timing technisch ab Ist ein bisschen ruhiger geworden Ezra hat nicht noch weiter gemacht Ich dachte das tun sie Aber sie haben jetzt auch Alle Gebäude eingerissen Top ist ja auch noch gefallen Also sie wollen nicht Highgorn denke ich mal Könnten sie aber schon Also muss man mal gucken Ich denke hätte Lu Die BKB fertig bekommen Wäre der Kurier nicht gesnipet worden Dann wären sie Highgorn Vergangen jetzt Ob sie es ohne machen Wahrscheinlich eher nicht Eine Minute ist auch zu wenig Nisha kommt hier weg Ja das war's Aegis Zeit ist vorbei Aber ihnen gehört die ganze Map Liquid ist gezwungen Irgendwo in Ecken zu farmen Die verstecken sich Wie Gollum Können aber noch zurückkommen Können auf jeden Fall Noch zurückkommen In das Spiel denke ich Jetzt ein Smoke Ein kleiner Ausfall Kurz vor Aegis ablaufen Wollen sie ein Timing treffen Versuchen sie Mit dem Lasso Ori entkommt Ist im Indus gewesen oder so Und läuft jetzt Boxi hinterher Der schnell umgedreht hat Aber nicht schnell genug Nach dem Dagger Welches sich bisher Gar nicht auszahlt Wurde er Umgelegt Ohne was reißen zu können Oben ist der Dragon Knight Übrigens erwischt worden Von Zweien Und da die schon so stark sind Wird er da auch nicht rauskommen Hallo da oben Da oben stirbt er Danke Ich mag das doch Gewalt anzugucken Ja okay Zwei Leute sind tot Könnt ihr jetzt doch nochmal Den Highground Für Azuray öffnen 40 Sekunden haben sie Zeit Bis zum Dragon Knight Blue steht schon da Jetzt ist der Kurier da Muss aber noch fliegen Eges ist Überstanden Sag mal das mal so Hey Philipp Äh jo Schön dass du da bist Hallo an dich Und auf noch einen schönen Kleinen Restabend So lange ist es nicht mehr Aber wir haben noch mindestens Eine Partie Nach dieser für euch Und ich bin ja morgen direkt Ab 14 Uhr wieder zurück Azuray spielt das so schön Ich kann nicht sauer sein Wenn die das gewinnen Aber das Lineup Torben Und du darfst doch nicht vergessen Wir mögen sie nicht Wir mögen doch Liquid Nein du hast schon recht Es ist echt schön Auch das sowas Solche Aktionen Gegen den Park wohlgemerkt Der ein bisschen Glipschig ist Schönes Bay Usage Gutes Timing Guter Ort Einfach krass Muss alles noch Bevor der Darkseer Dagger hat Dann wird es noch gefährlicher Also Liquid probiert In Ecken zu farmen Scheitert damit weitgehend Oh 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 Okay Alles klar Ich glaube das war eine Panik BKB Vielleicht war die auch Missklickt Aber eventuell hat er Angst bekommen Schon in der Wende Ulti gewesen Wusste nicht wer da noch so ist Das war die erste Das war die erste Eigentlich ist das das erste Große Timing von der Luna Sie benutzt sie einfach In die Base laufen BKB Zumindest Boxi kommt raus Das war ein gutes TP Also ihr merkt wie Liquid spielt Die probieren nur noch Irgendwo auf Lanes Niki rumzulaufen Ein bisschen raus zu pushen Weg zu kommen Oder irgendwann dafür zu sterben Aber davor zumindest ein bisschen Farm generiert zu haben Keine Allüren In eigenen Teamfeld zu starten Keine Allüren Die Map regulär zu spielen Vielleicht wenn Roche wieder da ist Vielleicht davor mit dem Fünf Mann Smog Ich weiß es nicht Aber da wurde auch schon Der nächste entdeckt Jetzt ist es der Dragon Knight Der mit dieser Aktion Auf die Flucht gehen muss Und die Flucht wird auch nicht So lange gehen Weil Tiny und Darkseer Sind einfach ein super Team Die hier schon seit längerer Zeit Erfolgreich Gegner jagen Lasso Force Death Auf den Gyro Er hat kein Aegis mehr Fiends Grip Und Liquid schlägt zu Liquid eins der krassesten Teams Wenn sie hinten liegen Das ist eins der Teams Die wie kein anderes wissen Wie man das spielt Der Dragon Knight Hat da nicht mal Viel Zeit geschunden Aber er hat erfolgreich Abgelenkt Lou will zu viel Lou geht hier nach vorne Und dieser Go bringt ihn um Sie checken das oben Zwei sind eigentlich auch Fragwürdig ehrlich gesagt Vom Gyro Er hat halt den Venno hinter Banned sich dadurch in Sicherheit Und der Smog hat ihn überrascht Aber trotzdem War ihm klar Es sind maximal drei Und er geht auf die Gegnerbase zu Gibt sehr sehr viel Gold Der Umstand Dass die Bat Den Lasted bekommen hat Ist auf keinen Fall gut Für Liquid Aber es ist wie es ist Jetzt kommt halt dann Glimmer Cape schneller Die Luna hätte diesen Lasted gebraucht Meiner Meinung nach Geht Dragonlance Für eine Pike Okay ja Ich würde eher die Philactory fühlen Als die Dragonlance Hier glaube ich Aber beides okay Wichtig ist vor allen Dingen Dass die Luna Jetzt was bekommt Demnächst was Neues Die muss ihre Stärke fördern Und deshalb die Entscheidung Ein kleines Value Item zu kaufen Wird zum BKB TP gezwungen Also auch da erwischt Zumindest kommt sie raus Ja die BKB wurde jetzt Zweimal auf die Art und Weise Verwendet Aber zumindest kommt sie Damit raus Da kann man uns Noch mal aufatmen Weil wenn die jetzt stirbt Roche in 20 Sekunden Frühestens da Wahrscheinlich etwas später Drei Kills hat Liquid In 26 Minuten sammeln dürfen Ist nicht so viel Und Oris Solo Tormenta Projekt Hat scheinbar nicht geklappt Hätte gedacht er schafft es Er auch Aber ziemlich viel abgelassen Vielleicht kann er besser einschätzen Als ich Dass es nicht geht Vielleicht ist auch sein Eye of the Storm Abgelaufen Ja Luna Mit sehr gutem Game Read Es wäre Es wäre ihr Tod gewesen Hätte sie den Ancient Noch zu Ende gefarmt Sie ist schneller als ihre Illus Aber Vielleicht wäre es nicht ganz Ihr Tod gewesen Es wäre knapp geworden Gut da wegzugehen Liquid Speed wieder sehr verteilt Ihr seht das auf der Minimap Weicht aus Farmed Spots Die Wards von Azuray Sind aber sehr gefährlich Decken fast alle Rotationen auf Stehen genau in der Map Hälfte rum In der Liquid sich aufhalten muss Und Roche Wird garantiert an Azuray gehen Ich kann mir nicht vorstellen Dass Liquid überhaupt probiert Da noch hinzukommen Vielleicht kriegen sie aber was Sie wissen wahrscheinlich Dass Azuray gerade Roche machen Und können In der Mitte ein bisschen pushen Den Tier 1 einreißen Das ist jetzt gerade passiert Die ein oder andere Wave skippen Bisschen weiter farmen Sich neuen Items nähern Also es ist noch okay Wir haben Dagger Manta Auf dem Dragon Knight Also keine BKB hier Sondern es wird jetzt direkt Manta Es wird jetzt direkt Aghanims geben Noch nach dem Manta Weil wenn du Manta mit Dragon Knight hast Willst du natürlich möglichst schnell In Aghanims Die Kombination ist super stark Schon mit dem Manta Sollte sich sein Farmspeed erhöhen Und es hilft ihm auch Beim Streetpushen Und Kämpfen ausweichen Das wird ein Kill werden Keine Ahnung warum wir jetzt da gucken Das ist hier auf jeden Fall ein Kill Boxy kommt da nicht weg Aber es ist in Ordnung Es ist nur ein Support Der die ganze Zeit genervt hat Und rausgepusht hat Wie so eine kleine Stechmücke Oh Nisha Dagger noch rausbekommen Face Shift Oh Oh die Ulti fliegt hinterher Trifft Dragon Knight Ah deshalb hat er die erwischt Ich dachte schon Wie hat er da noch Den Pack mit getroffen Also Ulti fliegt hinterher Zwingt den Dragon Knight Zum TP Aber keiner von Liquid stirbt Das ist doch ganz schick Der Bane vielleicht noch Darkseer Flankiert ihn hier Ne Lässt ab Hat er noch nicht mehr gesehen Micke unten Wird auch rauskommen Dragon Knights ist fertig Pike sogar auch schon bald Ist noch relativ nah dran Ist noch eine Luna Aber trotzdem Für die Spielsituation Nicht schlecht Das nächste Eges ging An Ezra Das dürfen wir nicht vergessen Also 3 Minuten 40 Haben sie das jetzt noch Außerdem gab es diesmal Oben drauf Einen Cheese Den der Razor genommen hat Mega guter Cheese Träger Oh da war ein Lasso Lasso Forstaff Auf den Tiny FY kommt denke ich Nicht mehr raus Nein Der wurde gecheased Ne Wir haben ihm einen Cheese Gegeben Er überlebt das trotzdem nicht Zu stark die T4 Tower noch Und gut geholt von Liquid Buyback of Bane Hat es gebraucht Der hat den Gyro Eingeschläfert Und das müsste Ezra Zum Rückzug bringen Eges Zeit Die verloren geht Geht Liquid raus 33 kommt zumindest mal Von Razor TP weg Aber jetzt könnten sie raus Weil einige weg TPen Und sie haben die oben gesehen Sie trauen sich auch raus Erwischen aber niemanden Der Venno wäre lecker gewesen Ja, ja So läuft es hier Bei der Bedrider Vlogs Oh, sogar hier 127 Wir haben die 100 Easy geknackt Ich hätte euch mehr Vertrauen sollen, Leute Ey, es ist wie immer Ich bin chronischer Unterschätzer Was meine Community angeht Der kommt wieder weg, ey Geil Kurz vor der Avalanche So nice Ey, sie machen es schon stark, ne Die Eges Zeit läuft aus Jetzt nicht Das Liquid sich total Ins Spiel zurückkämpfen Und ganz viele Vorteile rausschlagen Aber sie überleben Sie überleben Und sie kriegen ein bisschen Farm Sie kriegen ein bisschen Items Und die Spielphase ändert sich Aber Nisha Aber Nisha Bitte, bitte, bitte Nisha Komm schon Raus da Ja Ja, ja, ja Boxy überlebt noch zu lang Deshalb müssen sie von dem Pack ablassen Boxy lebt immer noch Boxy, absoluter Gott Die Königs Fledermaus Die hat gedeckert Die hat noch gedeckert Der interessiert mich nicht Die hat gedeckert Oh, auch dem ist sie ausgewichen Das ist jetzt schon Mega Space Glimmer Cape Vakuum ist sie auch ausgewichen Sie ist allem ausgewichen Sie fliegt von dannen Es ist so wunderschön Ich werde jetzt selber führen Kurz Ähm Ogre Ex Hat sie vielleicht sogar verwendet Aber weiß ich jetzt gerade nicht Hätte hier auf jeden Fall gut geholfen Immer mit der Peitsche im Wechsel Es reicht's Es reicht ihnen Sie gehen jetzt einfach hoch Und ganz ehrlich Das ist auch das, was sie machen müssen Sie müssen Einfach die Objectives fokussen Ihre Gangs waren stark Ihre Versuche waren gut Weil sie haben immer wieder Helden von Liquid erfolgreich aufgespürt Aber wenn die so entfleuchen Dann gehst du einfach auf den Highground Und genau das tun sie hier Keine Abwehr Versuche von Liquid Ist auch korrekt Sie können um die Rax hier nicht kämpfen Das wäre genau das Was Es away in die Karten spielen würde In 40 Sekunden ist Aegis weg Zumindest haben die Plays und die Versuche Von Liquid dazu geführt Dass nicht zwei Lanes fallen Aber sie verlieren eben Neben der einen Toplane Auch den Tormenter Und das tut schon weh Die BAT sagt Guck mal Ich weiß wo sie sind Nämlich da Jetzt kommen die TPs zurück Aber Liquid steht relativ sicher Wir haben das Aghanims Fertig auf dem Pack Wir haben Bald eine BKW auf der BAT Raider Bald war optimistisch formuliert Dauert noch Aber das ist das nächste Projekt Luna, Philectory und Pyke fertig Einige Items sind also Durchaus fertiggestellt worden Da ist das Agar auf dem Dragon Knight Noch nicht ganz Ich revidiere Aber in 150 Gold Für den nächsten Kampf Wird er also Agamanta haben So viel ist es nicht Muss man ehrlich sagen So viel ist es nicht Was sie haben Es ist okay Aber es ist nicht so viel Interessant sind die XP Sie haben genauso viel XP Wie Azuray mittlerweile Durch den ganzen Split Push Das sieht man gerne Goldtechnisch Tut es schon noch weh Weil Azuray einfach Eine ganze Ecke mehr hat Und viel mehr Objectives geholt Natürlich auch etwas mehr Farmen können Ohne Aegis ist der Jairo Immer noch tötbar Aber Satanic BKB und so Machen es schwer Das Lasto möchte ich nochmal Genießen von vorne herein Weil das sieht ziemlich gut aus Mit dem Smoke Und da kommt der Jump Bing Rausgezogen Schneller 4-Step Uri denkt das sofort Schaffe ich nicht Aber Vakuum Wall Auf drei Leute Und Normal Punch Das ist gutes Setup Jetzt will natürlich Der Raiders auch nochmal wissen Liquid disengaged erfolgreich Der Rest von Azuray Hat diese Gelegenheit Nicht so kommen sehen Wie der Darkseer Stand noch nicht perfekt bereit Hat noch ein bisschen gebraucht Wenn Dark Hall dann und so drin ist Und der Jairo reinflaggt Ist es vorbei Alles Die Welt geht unter Nicht passiert Aufatmen für Liquid 21 zu 5 Ja Das stimmt Nisha war einige Zeit Der beste Spieler Zumindest in der Mitte Die Dragon Knight Agaillus Scannen Pushen Nerven Angenehm Für Liquid Dass sie das jetzt endlich haben Und Boxy ist last los Ich muss schon sagen Er kriegt die Dagger raus Gerade mit Smog und so Kümmern dich ja auch Wenn du Wards nicht Und sorgt immer wieder Für schöne Aktionen Der Tiny Ist dem glaube ich Jetzt zwei oder dreimal Zum Opfer gefallen Micke hat Schad Er geht Kanda Alles noch Naja ist nicht ganz Standard das Item Build Aber naja Doch eigentlich schon Eigentlich schon Gibt es immer so leichte Variationen Die Pike kann man austauschen Das sieht schon okay aus Die letzte Luna hat mal Kein Kanda gebaut Das ist stark Ich mag es ganz gern Wenn sie die Mom Einfach auseinander bauen Im späteren Spiel Ich finde Mom im Late nicht so geil Und daraus dann Butterfly und Satanic Basteln In dem Fall In dem Fall jetzt hier Wäre es glaube ich nicht drin gewesen Einfach von Der Menge an Gold Die die Luna farmen kann Zu eingeschränkt Kanda ist jetzt da Also Sie hat alle Slots Equipped Und jetzt kommt das Satanic aus der Mom Was auch definitiv Richtig ist als nächstes Reicht es Reicht es Gegen diesen Gyro Irgendwie sehe ich es nicht Interessant ne Spätes Change in Yasha Ich denke Das hat er genommen Weil es Ihm Status Resistenz gibt Und die ist gut gegen Liquid Aber er ist vor allem Full Equipped Mit einer Vindicators X Obendrauf Ein Monster Da vorne In einem kleinen Hubschrauber Etwas In einem Fliehwarty Es wird geraucht Aber nicht zur Pause Die sind hier voll am Arbeiten Wen werden sie finden Oh Gerade stand Er ist ganz kurz Ein bisschen gefährlich Aber jetzt sind sie Zusammengeschlossen Ich hoffe Dass Liquid dann nicht angreift Oh Boxy lauert Er will das Last So es wird nichts Er deckert ne Ja ne Doch er hat gedegert Er ist rausgedegert Alles okay Entwarnung Entwarnung Das war die richtige Entscheidung Von der Bat Zu disengagen Roche in 20 Sekunden Entsprechend Sind sie auch Gerade auf dem Weg Nach oben Bei Aziray Um ihn Auf Dyerseite Abzuschlachten XP Rune Geht an Liquid Ja Not bad Die vielleicht auch Immerhin was kleines Während Roche geholt wird 6 Sekunden 5 Sekunden Gleich sehen sie Ein bisschen unglücklich Für FY Aber ich Denke die warten Jetzt sowieso Ah ne Da kommt ein TP Sie TPen runter Gleich wird der Roche entdeckt Unten der Angriff Auf die Bat Kann beibecken Ich glaube nicht Dass sie es machen werden Weil Liquid nicht um Roche kämpfen will Also jetzt ist er entdeckt Jetzt wissen sie es Mjölnir jetzt Mit Witchblade Und dann natürlich auch Mit Warte mal Hä Ach da ist es Mit den FaceShift Auto-Attacks Und vor allem Ich bin ein Idiot Das Arganims Von Puck Ist mittlerweile anders Ist nicht Das Dreamcoil Zauberimmunität Beim Break durchträgt Sondern das Dreamcoil Auto-Attacks macht Mit 90% Von Pucks Angriffstempo Ich dachte das wäre ein 25er Talent Das habe ich gerade noch gesucht Also der Mjölnir Erhöht sein Angriffstempo Und dadurch wird im Dreamcoil Alles angegriffen Das Arganims Ist sehr sehr geil hier Wenn du auf Auto-Attack Witchblade Pack Gehst Ja Da habe ich vorhin Das alte noch im Kopf gehabt Mein Fehler Leute Ich denke nicht Dass ihr mir verzeihen könnt Das war es Aber war schön War eine schöne Zeit Habe zwei Spiele Safelane verloren Ich verstehe Random Supports Nicht als leidenschaftlicher Supports Spieler Nein du hast einen anderen Fehler gemacht Du hast während meines Livestreams gezockt Das bringt immer Pech Tut mir leid Tux Du bist Opfer Vom Algorithmus geworden Vor allen Dingen Ich muss nochmal einkaufen Und dann hat er heimlich Gezockt Die Sau Finde ich aber irgendwie geil Ah ne ne Quatsch Das hast du alles In den anderen geschrieben Macht gar keinen Sinn Sonst Ja ja Also du wolltest Du wolltest jetzt Du brauchst noch was Für den Frust Oder Du brauchst jetzt was Ach ne Schokolade Ist du nicht Du brauchst einfach ein Snack Kann ich verstehen Tut er kann sehr frustrierend sein Guter Lasso Versuch Wurde aber gestunnt Und muss deshalb raus Jetzt ist er hier eigentlich Okay positioniert Aber der Dragon Dem ist es egal Snipe den Venno raus Da haben wir es wieder Der Venno im etwas späteren Spiel Stirbt wie eine kleine Fliege Wie eine Schmeißfliege Oh wie bitter Das war die letzte Millisekunde Und da steht er jetzt Da steht er jetzt rum Er muss tanken Er muss Er kann Er tut Glimmer Cape Und Flug Und Force Und ja Puh Ach ich freu mich Sie halten Sie halten den Highground Trotz Wall Investition Trotz Doppelchieß Trotz Aegis Und trotz gescheitertem Lasso Vorbei Mit dir Wir machen Schluss Das können wir dir nicht Verzeihen Ach scheiße ey Scheiße Ich hab Vlogs verloren Ich hab alle verloren Mein Leben macht keinen Sinn mehr Eis ist geil ja Eis ist ein sehr gutes Nervenfutter Wenn sowas passiert Ich hab noch ein Magnum Mit Karamell Ey Tux hol mal ein Eis Und wir essen zusammen In der Pause eins Okay Bist du dabei Ich hab nämlich auch Mega Bock auf ein Eis ey Eine Pause hab ich mindestens noch Hoffentlich mehr Falls Liquid jetzt hier verliert Möchte ich dass er danach Zwei gewinnen Zweite Lane Kurz davor Den Tower zu verlieren Da ist er weg St. Beam hilft da nicht viel Nicht mal mit Kanda Ihr müsst was machen Macht was Wie lange Eges noch Zwei Minuten Keine Chance Ey und jetzt hat er auch noch Lotus Orb Get me out Die Lane ist weg Die Lane ist sowas von weg Der Sight Gunner macht kurz Einen Prozess Und so cool das jetzt aussah Mit der Verteidigung So schlecht läuft das jetzt Wall hat ja auch nicht viel Cooler Und ne Ist gleich wieder da In 5 Sekunden Und gegen Eges Und zwei Käse Ist schwierig Dafür fehlt ihnen glaube ich Die High Ground Verteidigungsfähigkeit Eigentlich haben sie nur so Lasso als Counter Initiate Aber nicht die Helden Die wirklich mega nice Nige Wand verteidigen Nur noch eine Lane Bleibt übrig Die in der Mitte Was auch eher schlecht ist Weil damit müssen sie Immer zwei Lanes verteidigen Die ziemlich weit von Entfernt sind Oh da ist es Ich wollte gerade sagen Warum steht der da Der ist irgendwas schief gegangen Er verliert Eges War es ein Bait Sie kommt natürlich Alle um ihn zu beschützen Vielleicht wollte er es auch verlieren War es ein Bait Yo Queasy Danke nochmal Zweite Spende Wer ist denn Valerie Walle Erklär dich Queasy Grüße an Valerie Auch von mir Meine Lieblingsperson Im ganzen Leben Ah sie halten sich noch Aber sie haben nur das Eges bekommen Sie haben jetzt keinen weiteren verloren Der Dragon Knight ist auch noch rausgekommen Aber ihnen fehlt der Damage Ihnen fehlt die Power Das Eges hatte halt noch ein bisschen Zeit Also ich glaube es war jetzt nicht so geil Für Azuray Es war eher gut für Liquid Reicht nicht Reicht absolut nicht Wir brauchen hier Kills für sie Und sie haben auch viele Ultis investiert Er hat den Mühlen hier Macht mit Dreamcoil schon Schaden Ist alles nicht genug Wie mir scheint Der Dragon Knight geht auch auf Mit dem Item Build Also mir gefällt wie Liquid Spielt sie sind einfach nur super weit hinten Und Azuray macht es gut Sie leisten sich keine groben Schnitzer Sie spielen es langsam Sie spielen es trotzdem aggressiv Nutzen ihre Timings Und gehen dann zurück Wenn man zurückgehen sollte Der Push hier War echt stark gespielt von ihnen Auch wenn es am Anfang Ein bisschen holprig wurde Jo Passiert Ist doch okay Dann bist du jetzt etwas ausgeruht Ja ey Tux pennt auch immer zu mir ein Und Punk und so Das ist Henry Das ist die Stimme Ich rede doch immer Total aufgeweckt Und So laut Hab ich das Gefühl Irgendwie schmeichelt es mir Dass man dazu einschlafen kann Aber Auch wenn andere das Vielleicht nicht als Kompliment Sehen würden Ich tue es Äh Aber Ich weiß nicht Es kommt mir vor Als wäre ich eher So ein So ein Clowniger Redner Wir haben kein einzelne Und ich kein Gefrierschrank Muss einen Ganzen Eimer holen Der kühlt lange genug Das check ich überhaupt nicht Aber muss ich ja auch nicht Oha Jetzt geht es nochmal los Liquid mit dem Ausfallversuch Sie haben ihn Sie haben den Jaiwo Sie haben ihn ohne Buyback Und sie haben ihn ohne Aegis Und jetzt haben sie alle Double Kill Triple Kill Bringt sie alle um Ja Ist das geil Mh Die auch noch Schau mal da Was wollen sie denn machen Ihr kommt doch niemals weg FY ist down Oh die Lucent Beams machen so viel Schaden Mit Kanda Manta gegen Orchid Kein Problem Und auch nochmal Den Razor reingebated Der hat cheese Der hat vieles Der tötet ihn Der tötet ihn Die Darks hier Und der Razor Die wehren sich nochmal Die machen nochmal richtig viel frisch Von Liquid Scheiße Noch ein Normal Punch später Ist das halbe Lineup Down und die andere Hälfte Ebenfalls hat aber Buybacked Was ein gigantischer Riesenkampf Der erst so geil für Liquid aussah Und dann plötzlich Probleme gekriegt hat Nein Das Highlands vernichten Das Highlands für den Park Face Shift Nein Nicht rausbekommen Ganz ganz knapp Nicht rausbekommen Aber Mick ist zurück Hat ja Buyback Uri lebt Wieder Könnte aber auch sterben Eigentlich schon ein geiler Kampf Für Liquid oder Also wenn man es gesamt betrachtet Aber alles nochmal schwieriger geworden Und Darks hier nervt so hart Jetzt vielleicht gleich nicht mehr Lotus Orb kam erst nach Dem Lucent Beam Wurde aufgehalten Ist im Napalm Firefly ist da Mach die Wall Mach die Normal Punch Das war zu viel Das überlebt er nicht Kann der Razor dafür die Luna töten Er kann Er kann die Illus von der Luna Und ich glaube es nicht Der Darks hier lebt noch Der Darks hier hat volle Leben Der hatte noch cheese ne Oh nein ey Es sah doch so toll aus Aber anyway Zu mächtig Wir spulen zurück Uff Ich wünsche dir dabei Viel Erfolg beim Einschlafen Ich hoffe es gelingt dir Vlogs Demnächst Ja irgendwie freut es mich Turben Ja das kann sein Das ist auch ein bisschen Daran liegt Tux voll Ach man ey Ist noch nicht vorbei Glaube ich Ich glaube ich Bin nicht sicher Die Luna hat kein Buyback Oh Ist es Kopium Der Go auf den Gyro War so nice Hier kommt er Kommt wir gehen nochmal zurück In eine heile Welt In der alles in Ordnung ist Ähm Ich weiß nicht wer am Ende die Weihnacht Wir schauen es uns gleich nochmal an Das Kanda Divine Hat halt schon echt Schaden gemacht Mit den Beans ne Da das Dagger War erstmal krass Vom Darkseer Deshalb denkt man Shit Sie sind am Arsch Aber jetzt kommt dieses Lasso Zieht den Gyro raus Und mit dem Divine Gut dass du es nochmal erwähnt hast Weil ich habe es gar nicht so richtig realisiert Ich habe nur ihren Schaden bemerkt Äh Kriegen sie die Den Gyro Für den Dragonite Was ein super Trade ist Weil sie bekommen auch sofort noch den Venu Und hier Eigentlich auch den Darkseer Und alles ist toll Und jetzt kommt dieses Doppel Buyback Und Liquid probiert es trotzdem weiter Und ihr habt das gemerkt Als ich kommentiert habe Ich dachte auch Das ist die richtige Entscheidung Das Problem ist Die haben den Outpost Teleportieren hier hin Aber ich dachte dennoch Geil holt sie euch Tötet sie Nur jetzt durch das Outpost TP Kommen die relativ schnell zurück Und der Tiny lebt auch einfach lang Ne Mit seinen Mules noch und so Dann kommt Uri Dreht es nochmal Die Käse werden auch noch wichtig Bach ist drin Und Bach macht richtig Action Wie sie die Luna da rausholen Ne Mit dem Cheese noch und allem So stark von Azuray gespielt Eigentlich von beiden Teams Mega mega stark gespielt Das Neid mehr auf den Darkseer Vereitelt auch nicht mehr Was kommen muss Und zwar Seinen großen Angriff Und seinen nächsten Normal Punch Oh zu früh gehittet Aber jetzt reicht es trotzdem Ja Aber da war kein Käse mehr Ne jetzt Oder doch Doch er hat den noch Er hat den noch Er hat den noch Und er benutzt ihn hier hinten Und das ist dann wirklich Der Sargnagel für den Kampf Weil Liquid hat sich durch Einen Cheese schon Eigentlich erfolgreich durchgekämpft Da verlieren sie ganz knapp ihren Pack Aber durch ihre eigenen Beibeg Stabilisieren sie Das haben wir alles gesehen Und jetzt so bitter Diese letzte krasse Sequenz Wo Uri weit weit weg kommt Er hat übrigens hier an dem Punkt Das Divine auch Was es noch schwieriger macht Gegen ihn Und sie probieren es zurück zu holen Und sie versuchen noch Irgendwelche Kills zu holen Und der Cheese auf dem Darkseer Ich glaube sie haben ihn an dem Punkt Gar nicht mehr auf dem Schirm Die Wall ist halt wieder da Die Wall vernichtet Die Luna Deshalb hat sie auch so viel Schaden genommen Weil der Razor an dem Punkt Das Divine hat Deshalb ist sie so schnell Ich dachte es wären vor allen Dingen Die Wall Illus Waren sie auch Aber es war auch dieser Razor Ja Und der Darkseer Überlebt das auch noch Der Darkseer stirbt nicht mal Bei dem ganzen Projekt Und das ist so ziemlich Das Schlimmste Weil hier wurde es kurz knapp Und ich ging davon aus Dass zumindest er Im Lasso verreckt Und er verreckt nicht Und kriegt ihn gerade so raus Den Cheese Und ja Ähm Das ist einfach Echt echt knapp gewesen Aber es war Zu viel an Power Die Ezra zu bieten hatte Es war einfach Zu viel an Power So Luna hat kein Buyback Razor lebt Mitten im Divine Der Dragon Knight Ist jetzt wie Spawned Er hat sich das alles Angucken müssen Der ist am Anfang Vom Kampf gestorben Zusammen mit der Mit dem Gyro Und hat sich alles Anschauen müssen Genau wie der auch Der Rest hat es Unter sich ausgemacht Noch schlimmer wäre Wenn Divine Auf dem Gyro wäre Aber das sind alles Jetzt nur noch Kinkerlitzchen Ist nicht wirklich relevant Razor ist gleich dabei 80 Sekunden Sollten zu lang sein Ich glaube nicht Dass die Luna Nochmal Das Licht der Welt Erblicken wird Zumindest nicht in diesem Spiel Es gibt noch eine Runde Mindestens noch eine Liquid ist noch nicht Aus dem Upper Bracket raus Er steht jetzt gleich 1-0 für Azoray Und dann gucken wir Ob sie ein Comeback Liefern können War ein sehr geiles Spiel Schon wieder hier Macht schon Spaß Beim Zusehen Gut verteidigt bisher Bach ist down Kein Buyback Sie haben jetzt 4 Haben sie Dreamcoil Natürlich Der respawnt ja jetzt erst Sie haben Dreamcoil hat Buyback Für die letzte Sekunde Für die letzte Sekunde Buyback Um nochmal Dreamcoil zu machen Das war glaube ich Die richtige Entscheidung Aber es war egal Divine ist zu stark Und die Fountain fällt In sich zusammen GG Sie waren zu weit hinten Zu schnell Liquid hat noch viel Gutes Dota gezeigt Aber Azoray Ein bisschen zu kontrolliert Ein bisschen zu mächtig Und eine zu krasse Laning Stage gehabt Sie dürfen nicht so hart In der Laning Stage Untergehen glaube ich Und ich denke Ich denke Wir müssen mal langsam Über nachdenken Razor zu bannen Oder wie seht ihr das Also Razor Ist Ein ganz großer Frechdachs Tux Wie sieht dein Eisstand aus Ich hab's vorhin nicht mehr So ganz gecheckt Was du meinst Mit deinem Eimer und so Du hast wahrscheinlich Noch gar nichts geholt Wenn du ein Eis hättest Würde ich mich auf jeden Fall Anschließen Möchte noch jemand Mit uns ein Eis genießen Bevor es gleich weiter geht Wir haben nicht viel Zeit Valerie ist meine Freundin Ah Und sie ist sauer Dass ich lieber dich schaue Als mit ihr was zu machen Ey ähm Ich sollte jetzt sagen Hey das ist deine Freundin Du solltest sie vorziehen Aber ich find's voll geil Dass du hier bist Valerie ist nett Und sie hat einen schönen Namen Toller Mensch Wirklich großartig Also grundsympathisch Von oben bis unten Ich finde Die perfekte Freundin Für dich Queasy Paul Gratulation zu dieser tollen Persönlichkeit Die bei dir ist Und die Dir erlaubt Und die es gut heißt Dass du mir regelmäßig zusiehst Weil sie weiß Du möchtest dich weiterbilden In Dota Der Lebensessenz für euch beide Wie geht's dir eigentlich gerade? Wie ist so deine Phase Queasy? Ähm Ist ganz okay Bei dir? Nice Vlog Schließ dich mir an Und äh Tux Es ist wirklich so gut Tux Es ist wirklich schlimm mit mir Klingt auch nicht schlecht Torben Also Äh Habe ich das jetzt richtig verstanden Dass ich mir mein Magnum holen kann Ich glaube ja Zum Glück kein ekliges Blueberry mehr Bin immer noch traurig Ähm Sondern ein schönes Karamell Magnum Das beste ist eh Magnum Mandel Ist ein Klassiker Aber ist lecker Oh Gott So Ich geh schon mal In den Draft Vielleicht macht's sogar Sinn Wartet mal Ich glaube es macht Sinn Wenn wir in der Pause Ingame Wenn ich 10 Minuten warte Das Eis snacken Wisst ihr? Dass wir kurz den Draft angucken Das hab ich alle gebatet Machen wir's so Weil dann können wir den hier Noch schön live verfolgen Na was haben wir da? Doom Lashrack Wisp Tiny Finde ich schon mal Sehr geil bei Liquid Auch von Lashrack hab ich Bock Und ich find den momentan Ziemlich stark Leider nicht mit Wisp In Kombination Egal Lashrack Geile Wahl Doom Hab ich super Lust drauf Wurde letztes Mal gebannt Jetzt haben sie ihn direkt Am Anfang gedraftet Ezra haut ne Wisp-Kombo raus Könnte Wisp Tiny werden Könnte auch Wisp Was anderes werden Und sie picken Nen weiteren Grundsympathen Nämlich Zeus Zeus Mitte mit Auto-Attack Schon nochmal genießen Also jetzt schon Die Lineups Richtig cool Ich hoff wirklich Dass Liquid gewinnen Sniper leider gebannt Der hätte noch gefehlt Auf den hätte ich auch Lust gehabt Guck mir auch gern zu TA wieder gebannt Pango raus Ach wir leben in einer Schönen heilen Welt Ich sag's Ich sag's Wie es ist Eine Batrider Ja Warum eigentlich nicht Die war schon nice Und letztes Mal haben sie sie First Phase Drafted First Picked Sogar es war First Pick Also ist durchgekommen Wurde nicht gebannt Also Finde ich nice Finde ich gut Sie haben ihren Doom Sie haben ihre Batrider Da wird Ezraway auf jeden Fall Linkens brauchen Zeus ist finde ich Nicht der allerbeste Linkensheld Kann aber sein Dass er sie hier kauft Tiny sehe ich es nicht Wisp kauft sowas nicht Dafür hat er nicht die Kohle Aber Kors die sie jetzt noch besorgen Sollten Linkens Träger sein Meiner Meinung nach Ja Wisp mit Witchdog Wär natürlich saugeil Ich weiß gar nicht Ob das gerade noch funktioniert Und ob da was geändert wurde Ich meine jeder möchte Vlogs als Fan Insofern es könnte sie verlocken Ein Patsch wäre auch lustig Ja stimmt Patsch wenn er ist Aber Patsch Ist unwahrscheinlich So ein schöner Co-A-Patsch Mit Arganemes Wash Chips Tüte Was sagst du dazu Kann ich dir damit Den Mund wässrig machen Noch ein Pick hier gleich Vor den nächsten Bands Also auf jeder Seite noch einer Ist okay Ist nicht schlimm Dann wirst du halt nachher leiden Wenn sie verlieren Ich finde den Draft echt ganz nice Von Liquid Ich mag halt auch Lashrack zur Zeit Wirklich gerne Mit Bloodstone Dagger Mal gucken Shivas BKB Irgendwie so ein Kram Crystal Maiden Ey komm Tor Guck dir doch mal Liquid's Lineup an Ein Doom Ein Lash Eine Bat Und eine Maiden Das kann man nur lieben Sehr sehr viel AOE Magic Damage Irgendwie ne Firefly Freezing Field Crystal Nova Lashrack in Gänze Doom mit seinem Feuerfeld Jeder einzelne Held Von denen macht AOE Magic Damage Die meisten über Zeit Eigentlich alle über Zeit Aber primär da halt Bad Lash und Doom So ein bisschen Sein Scotch Das macht halt nicht so viel Schaden Aber hält eine Weile Freezing Field Man vielleicht mal in Aktion sehen Aber ist seltener Und nicht so Nicht so safe Trotzdem Die fahren alle das gleiche Programm Es ist eine neue Strategie Die ausgeheckt wurde Ganz viel Flächenschaden Ja Und Ezra reagiert Und jetzt habe ich ein Problem Weil das finde ich auch geil Den wünsche ich mir schon lange mal Wieder in einem Pro Match Zum angucken Und ich verpasse ihn immer Anti Mage Einer meiner Lieblingshelden Zum Zusehen Eieiei Jetzt wird es schwierig Das ist ja ein absolutes Premium Game Für mich Oh es ist lecker Ich will trotzdem Dass Liquid gewinnt Damit wir noch mehr sehen können Anti Mage ist hier Ein sehr sehr krasser Pick Ich habe von Linkens geredet Warum nicht einfach einen Helden picken Der eine Linkens im Spellkit hat Und sogar die Sachen noch zurückwirft Damage Block Ist saugefährlich für Doom Ist saugefährlich für Lasso Von Batrider Er muss es gut spielen Aber ey Sind Prost Dazu hat er Mit seiner Ulti Das Potential Dem Lashrack Unglaublichen Schaden zu machen Und alle die in seinem Umfeld stehen Und ein Teamfight alleine zu gewinnen Und er hat Magic Resistance Gegen den ganzen Magic Damage Den Liquid hat Das ist ein perfektes Anti Mage Spiel Aber wenn er nicht schnell genug ist Kann er auch mal gelastet werden Gedummt werden Und einfach sterben Und der Doom könnte Arganims kaufen Was einem Anti Mage schon wehtut Das ist aber dann eher Im späteren Spiel Diskussionswürdig Ich kaufe zu viel Eis Lasst es euch schmecken Irgendwas an der Art Wie du redest Ist komisch geworden Bist du eistrunken? Aber Ich werde jetzt gleich Mein Eis holen Oder vielleicht doch nicht Ich hab nämlich richtig Hunger Schon wieder bekommen Ich glaube ich esse doch Ich greife doch zurück Auf diesen Notfall Protein Foodshake da Und sauf den Kram Und statt mein Eis zu essen Das esse ich dann Nach dem Stream Zur nächsten Folge Fallout Eigentlich will ich Fallout Mit meiner Freundin gucken Aber ich kann es glaube ich nicht Ich kann es glaube ich nicht Ich kann nicht widerstehen Hi David Palim Palim Yo Dodo Dodo Was geht Dodo Das ist der Hit Och Ne Viper Fies gedraftet oder Von Azuray Jetzt die Viper Und den Anti-Mage Ist irgendwie gemein Wisp Und Tiny Support Sehr stark Überzeugen mich zur Zeit Zeus Anti-Mage Viper Tri-Core Haben Stun-Probleme oder Also ich find's schon gemein Wie sie draften Und Viper ist auch Ganz schön gut gegen Liquids Kram So potenziell Aber sie haben Wirklich Stun-Probleme Und Liquids Helden Müssen disabled werden Und kontrolliert werden Irgendwer muss Freezing Field abbrechen Das kannst du zumindest Mit einem Lightning Bolt machen Aber außer einer Avalanche Sehe ich da nicht viel anderes Ja dich Dodo Ey ich find's saugeil Ich hab's vorhin schon mal empfohlen Ich hab nur eine Folge Bisher geguckt Und ich war halt schon Ja eher skeptisch Wegen Rings of Power Und so von Amazon Und wegen Wheel of Time Aber Ich fand's richtig nice Sau unterhaltsam Schön den Ton Vom Universum getroffen Visuell stark gemacht Schauspielerisch Absolut Solide Ich war Ich war sehr Sehr Angetan Von der ersten Folge Und Werd es als unterhaltsames Cooles Gut gemachtes Popcorn Kino Jetzt weiter genießen Also ja Hat mir echt gefallen Empfehlungen des Hauses Leute Guckt euch Heute an Henry wird scheiße Vlogs ist noch da Ich dachte du schläfst schon Verdammt Ja schau auf jeden Fall rein Vlogs Sag mir wie du es gefunden hast Ich würde gern mit euch Ein bisschen über Fallout reden Ähm Ohne zu spoilern natürlich Aber so im Allgemeinen Haben wir noch zwei Tage Zeit Also schaut Der einzig wahre Dodrian Wer kennt ihn nicht Dodos hat ja eigentlich schon lange ausgestorben Er ist der letzte seiner Art Passt doch zum Retro-Flair Oh und ein Witchdog wäre es echt gewesen Habe ich gar nicht gelesen Aber eine Windranger ist auch saugeil Ey Windranger mit einem meiner Lieblings-Arkanas Aber einfach nur Windranger Habe ich super Lust drauf Oh ja es ist aber wirklich Also Liquids Lineup Bitte Leute Bitte Da hat man Bock Da will man mehr sehen Und dann auch noch gegen so einen geilen Anti-Mage Der oft für coole spannende Spiele sorgt Und immer Split-Pusht Und diesen Grad finden muss Zwischen Split-Push und Kämpfen Und dann hat er auch noch Potenzial Den Läschschrack und alles Um ihn herum platzen zu lassen Mann das wird geil Ich freue mich so Pause Wir müssen jetzt zehn Minuten warten Und ich mache uns Musik an Gleich geht's los Holt euch eure Snacks Wir snacken vielleicht ein letztes Mal gemeinsam Zumindest für diesen Tag Ja leider schon Crazy Kann ich nicht verhindern Einen Moment Mину Ja Das war alles Amen. So. Schaut mal hier, Leute. Food in the Bottle. Total gesund. Also jetzt natürlich komplett eine vollwertige Mahlzeit, wie das so ist. Und Nutri-Score A ist vielleicht auch so, dass da was geändert wurde, die Drinks jetzt besser kalibriert werden, was diesen Nutri-Score angeht, der eh Quatsch ist, aber egal, und da ein E hinkommt, aber dass sie noch zwei Jahre oder sowas den A draufhalten können, um alte Verpackungen noch verwenden zu dürfen. Klingt irgendwie wie deutsche fiese Lobbyarbeit. Ich kenne mich aber nicht aus. Sind ja nur vage Vermutungen von mir, dass es so ist. Also genießen wir jetzt diesen hochwertigen, gesunden Superdrink, bei dem man sich keine Sorgen machen muss und den man jeden Tag anstatt jeder Mahlzeit essen kann. Trinken kann, Entschuldigung. Das geht schnell bei der Verwechslung, weil es sich so ähnlich ist. Also wir trinken schrägstrich essen jetzt eigentlich eine gesunde, ausgewogene, große Mahlzeit für nur zwei Euro noch was. Boah, ist der widerlich. Mein Gott, ist das eklig. Huah! Warum habe ich Berry genommen? Ich habe auch Schoko. Ich wusste schon, Schoko schmeckt eh besser. Huah! Zucker 50%. Ui, 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 ui. Ja, die gute Pizza Margherita Nutri-Score B. Der Nutri-Score. Absoluter Fan bin ich davon. Nee, wirklich einer der größten Betrügereien, die es so gibt. Ich glaube echt, dass da mächtige Essens- und Marketing-Lobbys die Finger im Spiel haben. Man kann sowas nicht so schlecht gestalten sonst. Dass es sich, dass die Produkte nur untereinander vergleicht und sowas. Anstatt wirklich einen Indikator für Gesundheit zu liefern. Egal. Anderes Thema. Wollen wir nicht so lange drüber reden. Ich möchte sagen, ich kann es nicht empfehlen, was den Geschmack angeht. Ich finde, es schmeckt sehr chemisch. Vielleicht schmeckt das auch, Leute. Das ist diese Kunst-Erdbeere. Hm. Hm. Ich glaube nicht, dass es jemandem schmeckt. Aber man kann es halt trinken und es ist viel Kram drin. Milcheiweiß. Bisschen Kokosnuss-Extrakt. Nicht so schlecht. Und dann natürlich so ein paar Vitamine beigelegt. Püree, Himbeerpüree, Erdbeerpulver, Vitamine, Mineralstoffe, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Chrom. Ist nicht Mangan. Gar nicht so geilen Mengen. Egal. Ich trink's trotzdem. Ey, 100 pro Dodo. Und wo Nestle seine Finger im Spiel hat, da haben alle Angst. Du wirst, glaube ich, direkt umgebracht. Mit gesamter Familien, mit gesamten Familienstammbaum, wenn du irgendwas Falsches sagst. Ey, kann ich mitgehen, Torben. Ich hab's jetzt einmal probiert. Boah. Der Schoko wird bestimmt besser. Denn Schoko kann man bei sowas besser trinken, find ich. Bei so Sachen. Aber bei Proteinpulver, mit, äh, ich trink immer Proteinpulver mit Hafermilch, äh, nach dem Sport. Und da trink ich immer, da nehm ich immer das Neutrale, tatsächlich. Nicht mal Vanille, sondern geschmacksfrei, neutral, wie auch immer das dann heißt. Was das Proteinpulver angeht. Und das find ich sehr angenehm zu trinken. Schmeckt halt nach nicht viel. Ist geil. Auch nicht so süß. Ähm, wie sieht's denn aus? Ich geb uns mal ein Zeitfenster. Wie lange wir noch warten müssen? Gar nicht mehr so lang. Nur noch. Warte mal. Äh, ja, so fünfeinhalb Minuten. Kriegen wir hin, oder? Fünfeinhalb Minuten. Dann geht's los. Ja, es ist so ein Lidl-Drink. Die haben dieses Marketing von, äh, Y-Food übernommen. Food in der Bottle. Da hab ich ja grad gesagt. Ist halt so Kram drin. Ich will's eigentlich nicht bewerben, aber ich fürs Lust haben, wollte drüber reden. Es eignet sich jetzt für die Situation ganz gut als kleinen Notfall, weil ich hab echt nochmal Hunger bekommen, obwohl ich viel gegessen hab. Mhm. Kann ich auch irgendwie verstehen. Also, es gibt einige, die darauf ein bisschen stehen, aber der schmeckt nochmal ein bisschen ekliger als die normale Version. Grad bei dem chemischen Bananengeschmack hab ich's auch ein bisschen. Geilen Titel hast du dir selber gegeben, Dodo. Finde ich super. Geschmacklich? Bestimmt. Keine Ahnung, wie das. Grad bei Kaffee gibt's ja auch vor allem sowas, ne? Und sowas ist halt geschickt gemacht. Die schmecken gut. Die sind so designt, dass sie einen gewissen Zweck erfüllen. Die werben extrem gut damit und übertreiben in der Werbung auch das, was sie eigentlich leisten. Und haben eine Formel, die zeitgleich ziemlich günstig ist. Also, sie sparen an vielem, sind trotzdem zweckerfüllend, zu einem Grad, haben eine gute Formel, was den Geschmack angeht. Und voila. Kombiniert mit einem sehr aggressiven, schlauen Marketing und auch ein bisschen im nicht verlogenen, aber im irreführenden Marketing, hast du so eine Balance dann, die dir einfach die Kohle in unserer modernen Welt einbringt. Also, warum machen wir es nicht? Ich bin voll faul und kenne mich mit sowas nicht aus. Und wenn ich es machen würde, wäre mein Produkt viel schlechter und zeitgleich teurer. Ja, aber wirst du von drei Eiern abends satt? Ich nicht. Aber ich kombiniere die Eier dann ganz gerne mit irgendeinem Vollkornbrot oder so. Diese Kombination esse ich allgemein sehr gern. Bisschen Paprika anbraten mit Rührei, Paprikapulver, Salz, Pfeffer, bisschen Käse drüber, dann Butter auf Vollkornbrotscheiben schmieren, Rührei oben drauf, vielleicht noch ein paar Cocktailtomaten und Gürkchen beilegen. Sowas finde ich sehr lecker. Esse ich oft zum Frühstück. Und dann so Skier mit Haferflocken, Kakao-Nips, Apfel, Banane, Leinöl. So diese Kombination ist ein geiles Frühstück, finde ich. Ja, kann ich gut verstehen, Tux. Mach ich auch. Ich trinke auch Proteinshakes zur Ergänzung. Finde ich auch angenehm, aber ich trinke halt Proteinshakes mit einem relativ natürlichen Proteinpulver mit ordentlichem Aminosäurenprofil und dann halt ne Hafermilch oder so in Kombination. Ja, sind sie nicht, Velox. Ist einfach gut vermarktet. Oder, ich finde es nicht gut, ich finde es eher ein bisschen verwerflich, aber geschickt vermarktet. aus einer finanziellen Sicht gut vermarktet. So, warte mal, sieben, ja, eine Minute, dann können wir rein. Wahrscheinlich Velox. Ah ja, dann natürlich schon. Nice. Ich meine, Eiersettingen auch ganz gut. Ich dachte jetzt nur nicht für eine richtige Hauptmahlzeit, aber, das sehe ich dann schon, dann reicht es. Na ja, ich habe das Gefühl, das hat keinen so großen Mehrwert, die sie in den Gameplays, habe ich auch manchmal gemacht, hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie jetzt viel ausgemacht hätte. und das ist natürlich ohne Facecam ein bisschen angenehmer, weil es die Hürde nicht so hoch zu streamen, weil man ein bisschen entspannter da chillen kann, man muss sie nicht anmachen, man muss die Lichter nicht anmachen, man muss nicht gucken, ob man gerade halbwegs vertretbar aussieht, sondern man kann einfach irgendwie zocken. Deshalb, das ist der Hauptgrund, das ist einfach angenehmer. Hätte ich das Gefühl, die hat da einen großen Mehrwert, würde ich es aber machen. Wir gehen ins Game. Liquid gegen Aserway. Boah, ich habe schon ein bisschen Bauchweh. Okay, Tux, ist der. Ja, das mag ich auch gar nicht. Ich schlafe auch super schlecht mit Hunger. Ich bin voll der Abendesser. Soll man manchmal, soll man nicht, direkt vorm Schlafen fressen, aber bin ich sehr prädestiniert für. Das nehme ich dir jetzt aber persönlich, Turben. Ich finde zum Beispiel hier in so einem Streams, wäre es voll lame ohne Facecam, oder? Wie geht es euch da? Man könnte das natürlich trotzdem machen, aber ich finde, hier ist es ein ergänzendes Element, was irgendwie Sinn macht, weil wir auch miteinander quatschen und so. So kommt es mir zumindest vor. Aber Turben würde sie vielleicht auch hier nicht vermissen. Mein Herz. Mein Herz, Turben. Warum leuchtet mein Handy die ganze Zeit? Ich kriege nicht mal Nachrichten. Das ist voll der Scheiß. Was für geile Lineups, oder? Antimagos gegen Leschrak, Windranger, Bad, Doom. Ey, es wird so krass mit den Spellblocks. Oder auch denen, die nicht gelingen, mit den Mana Voids. Aber auch mit Liquids ganzem AOE-Damage, der da übertrieben reinknallen kann. Sie haben die Magic Resistance, sie haben ein bisschen Antworten gepickt, aber trotzdem müsste bei Liquids so viel Potenzial, was den Magic Damage angeht, herrschen. Wer braucht die Pipe eigentlich bei Ezrae? Weil die brauchen sie bestimmt die Viper. Also wenn die Viper nicht Pipe geht, dann friss ich einen Besen. Ja, finde ich auch, Turm. Finde ich auch. Ja, genau, das habe ich auch gehört, Dodo und Dodo. Und ich bin gerade abends so ein kleiner Kohlehydrate- Fanatiker. Kohlenhydrate am Abend liebe ich. Will ich direkt rein spachteln. Ah ja, danke schön. Das hier meinst du, Zack. Perfekt Skeletor. Musst mich manchmal auf hinweisen heute. Nico hat übrigens wohl noch Subscribes, habe ich gar nicht gesehen. Danke dafür. Danke fürs Abo. Hört er bestimmt nicht mehr, aber egal. Also ein Offlane Doom, ne, müsste schon unangenehm für Anti-Mage sein. Er hat mit Whisp genug Sustain, aber der Doom kann auch über Devourer noch was Nettes finden. Was hat er denn hier? Das sind nur die kleinen Geister. Ich glaube, die sind nicht so nice. Er kann den Slower nehmen, hat er auch gemacht. Äh, ja. Ah, naja, naja. Er hat halt keinen Infernal Blade, sondern er macht Devour, Scourged Earth. Deshalb könnte besser sein, der kleine Gnoll wäre geil, der mit dem Movement Speed. Den mag ich auch im späten Spiel. Der Herr mit dem Kelch. Wisst ihr, wen ich mein? Echter Conditieux. Schnelle kleine Koboldbeine hat er. Die Hass-Avalanche. Hör auf, mich anzureifen. Auch so schön, dass wir Helden, dass wir ein Matchup haben, wo ich wirklich die Drafts mag. Weil das ist ausgeblieben und ich hatte mich langsam übersättigt an Lunas und Razors. Razor wurde gebannt, oder? Ich glaube, der wurde ganz früh gebannt. Ich hab's gerade nicht mehr genau im Kopf. Hat einer darauf geachtet? Weiß mal wieder keiner. Ja, das auf jeden Fall. Ich werde dadurch nicht dick oder sowas. Obwohl sich mein Stopfwechsel auch geändert hat. Also, wenn ich gar keinen Sport machen würde, würde ich wahrscheinlich leicht ansetzen, wenn ich abends immer rein futter. Aber nee, das kann ich mir schon gönnen. Was das angeht, ich glaube halt, das ist einfach nicht so gut für den Körper, wie du es schon vorhin beschrieben hast. Wäre da gebannt. Danke, Chipshüte. Big Brain. Hab mal überlegt, mit Doom sein E zu maxen in der Lane. Was sagst du dazu? Ich find's gar nicht so schlecht. Ich find, Infernal Blade auf der Lane fühlt sich echt stark an. Und man kann das auch spielen. Ich hab das auch schon gesehen. Ich hab's auch einmal gemacht und ich fand's gut. Irgendwie machen's relativ wenige und deshalb bin ich da so verhalten. Und man hat ja heute leider so ein bisschen in Dota dieses Niveau erreicht, wo man alles, was nicht Meta ist, direkt verteufelt. Aber ich find echt, Infernal Blade gegen den Melee Core vor allem ist ziemlich nice auf der Lane. Du spammst es raus, du skillst natürlich auch Devourer, du skillst meistens Scorched Earths auf 1, Devourer auf 1 und dann Infernal Blade auf 3. Gegen die richtigen Helden kann das voll reinhauen. Ey, dankeschön Skeletor für die Spende. Danke euch allen nochmal für den Support an diesem doch jetzt schon fortgeschrittenen Tag. Sehr, sehr cool. Freut mich echt. Und cool auch, dass ihr dabei seid, dass ihr zuseht. Startgebühr ist getätigt, jetzt kann es gut werden. Ist ja auch noch kein First Blood gefallen, die haben noch drauf gewartet. Also ja, ich bin Fan von Infernal Blade. Gegen die richtigen Helden auf der Lane mit Doom. Kann man machen. Schöner Powershot, trifft 2 Creeps, finisht sie und auch noch die Viper. Leider hat es für den Range Creep nicht mehr gereicht. Das ist auch eine Safe Lane Windranger. Das ist einfach so geil. Hat viele Last Hits bereits gesammelt. Vermögenstechnisch gleichauf mit dem Leshrack aus dem gleichen Team. Also Liquid's Laning Stage sieht deutlich besser aus als letzte Runde. Das kann man jetzt schon sagen. War ich jetzt, habe ich es jetzt wieder gejinxt? War ich zu unvorsichtig? Hätte ich es nicht sagen dürfen? Ich hätte meine Schnauze halten sollen. Ich fühle mich jetzt sicher wegen dem Liquid Loose von Skeletta. Ja, die drehen das Ganze. Mit der Blood Grenade und mit Scorched Earth. Sie wussten schon, dass er dahinter seid. Deshalb sind sie dem Risp nicht direkt weiter hinterher gelaufen. Hat also nicht für den Kill gereicht, aber sie leben und alles ist gut. Und die Windranger farmt fleißig weiter. Kann die Viper auch nicht so viel machen. Die war geschickt gedraftet, die Windranger, weil sie wahrscheinlich damit gerechnet haben, dass das eine Viper offlane wird, die dann Pipe kauft und so gegen den ganzen Magic Damage. Und haben sich überlegt, was kann man gegen eine Viper stellen? Ein typischer Carry geht unter. Vor allem ist sie ja nicht mal alleine, sondern auch ein Tiny dabei. Die Viper. Und wenn du da irgendeinen Melee-Typen hinstellst, wird es schwierig. Selbst für eine Luna oder so wird es schwierig. Die war eh gebannt, glaube ich, an dem Punkt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und Windranger kommt sehr gut gegen eine Viper. Klar, weil sie Windrun hat gegen die Foyce and Attacks und weil sie gute Range hat. Gute Laning-Präsenz. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Overpower of Anti-Mage ist aber auch eine Arschloch. Oh, Orb of Venom, Overpower. Und dann ist die Bat nicht da. Sie haben es so gut gemacht. Und dann war sie einmal nicht da, wo der Flame Break wichtig war. Einmal nicht da. Und sie killen direkt ihn. Und warum ist denn Aziray eigentlich so gut? Gehen wir mal aufs Vermögen. Lashrack hat das meiste. Jetzt kommt wegen dem First Blood der Anti-Mage-Schleider dazu. Und danach erst die Farm-Maschine Windranger. Viper hat richtig Probleme. Geht voll unter, kriegt alles weg, die Knight. Das ist das Gute. Der Nachteil an Windranger, deshalb spielt man sie nicht immer safe lane, obwohl sie so stark auf der Lane ist, ist natürlich, dass sie nicht so scaled wie ein anderer hat. Carrie und Orr nicht so schnell farmt. Die muss mit Fokus-Feuer-Kills machen. Kann aber schöne Solo-Kills holen. Bis ins Late-Game. Oh Gott! Ey! Ist das ein Pech? Oh, ist das ein Pech. Das war auch krass gemacht von Aziray. Sehr kalkuliert, aber es war auch wirklich Pech. Auch noch das lingernde Edict. Das hört nicht auf, wenn du stirbst. Oh! Ey, der Wisp und der Zeus hatten beide, weiß ich nicht, 40 HP. Und das ist ja so ein Konglomerat. Also der Wisp hält den Zeus am Leben und alles baut ineinander. Wenn die da, wenn die sterben, sterben sie instant zusammen. Das war ein Mühe. Ein Tick. Und Nisha macht den Double-Kill. Zumindest noch mit dem Edict einen Kill. Der Shackle sitzt und die Viper ist tot. Aber die Viper ist ein gefundenes Fressen und hat auch nicht die stärkste Laning-Stage-Phase. Sie haben keinen Stun mehr für den. Tolles TP. Der Lash hat noch keinen Stun geskillt. So, haben wir wieder angegriffen. Bad ist natürlich jetzt unten gewesen. Das war eine große Rotation. Immerhin die 3 erwischt. Ist in Ordnung. Aber es hätte noch besser werden können. Die letzten Aktionen sind insgesamt eher in Richtung Aziray gegangen, habe ich das Gefühl. Ausgeglichen, was Gold und XP angeht. Große Win-Wahrscheinlichkeits-Vorteil für Aziray. Davon lassen wir uns nicht beirren. Die Spielsituation selber ist ganz okay. Ich glaube halt, dass der Anti-Made schon ein krasser Konter ist. Wenn du es schaffst, den Spellblock richtig gut zu verwenden. Und natürlich auch Mana-Beut. Ich glaube, du kannst es wirklich überall safe machen. Solange es in die Lane halbwegs passt. Solange du gegen irgendeinen Melee-Core stehst, der auch von Infernal Blade getroffen wird und damit auch ein bisschen Probleme hat. Du kannst es machen und probieren, wie es sich anfühlt. Ich denke auch, in Dota sollte man mehr sowas machen dürfen, ohne dass Leute sich direkt beschweren. Vor allem, das ist echt kein Grief. Das ist voll in Ordnung, das mal zu probieren. Das ist ein okayer Spell für die Lane. Der kann gut funktionieren. Ah, danke Dom. Mit dem Razor. Oh, kleiner Jump. Aber jetzt kommt der Flame Break und die Blood Raid und alles andere. Und der Kill ist fast clean. Also, dass sie ihn kriegen, war klar. Aber er hat eben noch die Batrider mit in den Tod gezogen. Hat zumindest Thunder God's War dafür investieren müssen. 120 Sekunden Cooldown und sein Leben ist mehr wert als das vom Support. Trotzdem, den Kill, die XP nimmt man gerne mit. Doom geht mal kurz Space, ruht sich aus. Also, er hat die Wauer noch auf 1 geskillt. Also, er hat auch Infernal Blade auf 1 mittlerweile. Das ist ein okayes Skillbild. Und die Wauer nicht auf 2 machen ist halt wenig greedy, sagen wir es so. Ich hätte mir halt gewünscht, dass er irgendwie ein bisschen mehr Farm hat. Gerade Doom hat gerne Farm. Und farmt normalerweise auch durch die Bauer. Ziemlich schnell, ziemlich viel. Ist so schade, dass er da gestorben ist. Mikkel, Imminitiate, Thunder Gods, nicht Thunder Gods, Lightning Bolt und dann Avalanche Toss. War zu viel. Der Mini-Stun und dadurch ist der Tiny angekommen. Nur Boots und es reicht. Diese Avalanche Toss Kombination, wo du dann ins Gegnerteam geworfen wirst, diese Art Support Tiny zu spielen, ist so stark. Funktioniert so gut hier in dem Turnier. Zumindest am heutigen Tage. Eschock ist auf jeden Fall tot. Mana Void hat keine Chance gegen ihn. Sogar noch der Lasted für Lou. Ich dachte erst kurz, er kriegt den nicht mehr. Boxy versucht wegzukommen. Doom kommt dazu. Sie könnten sogar noch mal drehen. Da ist es Doom. Aber nicht auf den Risp. Trotzdem ist es egal. Der kann nicht geheilt werden. Also Doom ist auch richtig nice auf den irgendein der getethered werden sollte. Also sie machen zwei Kills. Dafür öpfert sich die Batrider gerne. Und unten noch der Angriff von Micke auf FY. Solo-Kill über Focus Fire. So wie man es sehen will von der Windranger. Endlich gelingt da mal richtig was. Sie hatte noch nicht mal Javelin. Sie hat ihn ohne Javelin gelegt. Einfach weil sie Universal ist mit Nulli-Bracer-Kombination. Die Gloves finde ich sehr interessant, dass sie die zuerst kauft. Weil ich finde Javelin mit Focus Fire viel stärker. Die Gloves sind halt viel besser für die Auto-Tags. Aber bringen nix für Focus Fire. Ja, ein paar Kills. Aber davor hat auch Azaray einiges gerissen. Trotzdem, es geht in eine ganz gute Richtung jetzt aktuell. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Der Anti-Mage macht mir Sorgen. Der hat jetzt den nächsten relevanten Kill gemacht. Der hat nämlich nicht so viel Fama am Anfang bekommen. Der hat ein bisschen gestruggelt, ein bisschen Probleme gehabt. Jetzt hat er 54 Last-Hits und 2-0 und die beiden Kills waren Kurs. Smoke von Liquid. Sie wollen genau ihn abfangen. Sie wollen diesen Anti-Mage erwischen. Er ist im Tether. Er ist ein bisschen geschützt. Sie bereiten sich vor. Er sieht sie doch. Er sieht sie. Er hat Blink und er blinkt. Und Boxy schafft es nicht, ranzukommen. Hätte auch gar keinen Last-Hit. Aber Micke fängt ihn ab. Wartet mit dem Shackle. Ein Mind-Game. Er blinkt einfach. Er hat gar keinen Spellblock. Counter-Spell-Mind-Game. Übrigens nur einen Spellblock. Ah, gehen sie auf andere. Und die werden auch down gehen. Super Nova in der Spielstufe. Super kranker Schade. Und außerdem ist Liquid zu 5. Anti-Mage wird einfach nicht erwischt von ihnen. Ich hatte das Gefühl, sie hat mit Shackle gewartet. Einfach, weil sie dachte, da kommt jetzt jede Sekunde Counter-Spell raus. Aber da hätte sie es eigentlich auch angetäuscht, oder? Um es zu baiten. Keine Ahnung. Vielleicht war es doch irgendwie cool noch. Eyal. Sie haben zwei Leute getötet. Sie haben oben erfolgreich Druck gemacht. Tower ist down. Haben viel committed, aber Anti-Mage auch beschäftigt. Der konnte nicht farm. FY hat gefahren. Da kommt jetzt kein Dagger, oder? Nein, der hat viel zu wenig Gold dafür. Da kommt irgendwas anderes. Ähm. Und der... Ja, Whis war auch beschäftigt da oben. Ich glaube, die Viper hat ein bisschen gefarmt. Die probiert Aufholarbeit zu betreiben, aber Viper ist kein schneller Farmer, wenn sie nicht kämpfen kann. Ähm. Und sie... ist echt abgeschlagen. Vollkommen verkrüppelt. Die Bat hat bald mehr. Batrider Dagger wäre hier noch sehr nice. Ich glaube, mit Dagger wird es schwer, für den Anti-Mage-Counters weil immer gegen Lasto zu benutzen. Ja, Lace. Du siehst es auch hier oben. Es steht 1-0 für Azuray. Guck mal, ist so ein kleiner Punkt. Nächster Versuch. Da ist das Lasto. Diesmal ist sie 6. Into Split Earth. Schöner Magic-Damage. Er geht down, aber er wehrt sich noch ein bisschen. Hat Boxy noch auf den Zeus geworfen. Im Endeffekt reicht es auch für Lactory. Kann ihn töten. Nicht mal Thunder God's Rass. Kann ihn töten. Da sind die Raindrops gerade auf CD gegangen. Und haben ihm das Leben gerettet. Knappe Kiste. Anti-Mage kommt raus. Micke verfolgt ihn natürlich da immer. Versucht ihm beizukommen. Oh, der ist dort auch am Magic-Damage. Nisha sammelt die Kills. Liquid auf dem Vormarsch. Ganz anderes Game als letzte Runde. Da ist wieder Focus Fire raus. Double Kill für den Lashrack mit Javelin. Ist natürlich auch Focus Fire nochmal eine ganze Ecke stärker. Und Lou überlebt, aber Lou farmt nicht dabei. Er farmt immer noch okay, aber er farmt halt nicht die ganze Zeit hocheffizient, sondern überlegt in den Kämpfen dabei zu sein, weil er auf den Lashrack-Kill spekuliert. Liquid kann ich total verstehen. Ist auch ein leckerer kleiner Spekulatius, aber es büßt, sein Farmtempo büßt ein bisschen ein, gerade weil es im Endeffekt oft mal nicht gelingt. Er kommt raus, aber mehr auch nicht. Und das ist gut für Liquid. Weil noch ist die Battle Fury nicht da. Und ein bisschen dauert es auch noch. Muss natürlich schnell an die kommen, um seinen Farmspeed danach weiter zu erhöhen. Was Liquid machen muss, ist das Momentum vom Lashrack und von der Windranger umsetzen. Und Gebäude einreißen. Haben sie schon so halbwegs hingekriegt, aber es muss jetzt auch so weitergehen. Also, Liquids Uhr tickt so ein bisschen. Ist nicht ganz schlimm, ist nicht total eminent, aber es ist auch nicht ungefährlich, jetzt zu locker zu werden, nur weil man mal was tötet. Die sollten auf jeden Fall weitermachen. Und die Kämpfe funktionieren ja auch für sie. Zumindest sieht das alles aktuell ganz gut aus. Da war ein Shackle. Irgendwie geht die... Ich mach mal selber. Komm mal komische Wege. So, der war, glaub, gesheckelt. Jetzt Gelassot und Focus Fire. Das war's mit der Viper. Abermals. Die geht hier so unter in dem Game. Sie kriegen zwar eine Maiden, aber er ist nicht so wild. Viper hat 0,5. Bed ist immer noch dabei, sie einzuholen, was Farm angeht. Eine Invis. Die middle tower ist unter Attack. XP-Rune. Der Dagger von Tiny wird bald da sein. Anti-Mage Battle Fury auch. Der hat jetzt auch angefangen, einfach ziemlich viel zu farmen. Seit ein, zwei Minuten ist er nur noch im Wald und konzentriert sich darauf, das Item zu beenden. Mir wurde klar, dass er in den Teamfans keinen Snipe auf den Lash-Schrack mehr hinbekommt. Einmal hat er es geschafft, aber ist schon ein bisschen her. Ja, und der Lash-Schrack geht wie zu erwarten mal Bloodstone. Kaya hat er schon. Jetzt kommt Bloodstone und den besitzt er bald. Und wenn der Lash Bloodstone hat, dann sollte Liquid dieses Timing ausnutzen. Sie haben Melt-Strom. Ich finde auch Gleibnir gut auf der Windranger. Das ist hier so ein Mid-Game-Timing. Die wollen das nicht ins Late gehen lassen, das Game. Sie können vielleicht, sie haben keinen richtigen Hard-Carry, aber sie haben viel Late-Game-Value mit Doom, mit Lasso, also mit Batrider und so. Und auch eine Windranger kann nach Gleibnir und anderer Utility trotzdem Daedalus BKB kaufen und den Kram. Aber sie wollen nicht unbedingt ins Late-Game, gerade nicht gegen den AM. Heißt, ja, nach dem Bloodstone spätestens wird es auf weitere Objectives gehen oder Gank-Versuche von ihnen geben. Wen meinst du jetzt? Den Doom? Na ja, Doom geht halt gerne Shivas. Das ist einer der Helden, die noch Shivas waschen. Das macht Doom fast immer. Und dann erst später Dagger oder so. Andere Helden gehen noch schnell mal Dagger. Ist es üblich, allgemein, öfters mal. Meistens kaufst du so ein kleines Item. Ein Echo-Saver auf einem Slada und dann Dagger wäre zum Beispiel so ein Ding. Das musst du nicht machen, aber sowas ist recht typisch. Aber wenn du ein Item vor dem Dagger kaufst mit so einem Helden, dann sollte es eher klein sein. Ein Ex kauft manchmal eine Blade-Mail vor dem Dagger. Ja, solche Items. Doom kauft aber nochmal was anderes. Doom kauft wirklich ein Shivas. Also ein Shivas ist deutlich teurer. Es kostet 5100 Gold, weil das Item so extrem geil mit Doom synergiert. Und ja, eine schnelle Shivas ist nice. FY. Angriffen. Außerdem haben die ja so viel AOE-Damage, also auch sein Team passt perfekt zu einer Shivas. Das war vor dem Dagger, ne? Ne, war es nicht. Er hat seinen Dagger. Na gut. Ist auch nicht so wertvoll, der Kill. Ey, kennt ihr noch Heroes? Eine Frage. Kennt ihr Heroes of Might and Magic und mochtet ihr das? Weil Georg hat mir ein richtig cooles Spiel gezeigt, was wir neulich zusammen gespielt haben. Das heißt Songs of Conquest. Ist so eine Art neues Heroes in Pixel Art. Sehr charmant gemacht. Hat echt Spaß gemacht, das mal so eine Runde zu spielen. Also ich kenne es nicht wirklich gut, aber es wirkte echt schön und hat mir richtig den alten Heroes-Flair gegeben. Auf eine coole Art und Weise. Ja, Thunder God's Rass. Ich meine, die Bad hat er bekommen, aber jetzt ist er gedoomt worden. Wird überleben. Muss aber raus. Starker Draft von Liquid irgendwie, ne? Das ist ein geiles Line-Up. Macht Spaß beim Zusehen. Ich hab ein bisschen Angst, dass es irgendwann kippt, wenn Ezraway lange durchhält und wenn Liquid nicht mehr Gebäude bekommen. Aber es ist schon alles okay. Also sie machen es echt stark. Der Lash hat fett Items. Sie finden die Winkel. Sie tüten immer wieder die Viper. Oh no. Da hat sie gedacht, sie kann Warden. Konnte sie aber gar nicht. War eine Lüge-Geschichte, die ihr da mitgeteilt wurde. Anti-Mage hat die Fury und farmt jetzt natürlich deutlich, deutlich schneller. Der wird sehr bald hier oben sein und nur noch ein bisschen vom Lash übertrumpft werden für die nächsten Minuten. Gebt dem jetzt noch zwei, drei Minuten und da ist das Manta fertig. Also 20 Minuten Manta wird knapp, ne? Wird ziemlich knapp. Er hat halt Orb of Corrosion und so. Also sein Timing ist nicht ganz so schnell, aber es ist auch wirklich nicht langsam. Also ich sag mal, ist schon machbar in 20 Minuten das Manta zusammen zu kriegen mit der Fury. Vielleicht ein Tick länger braucht. Da werden wir sehen. Ah, kennst du das, Velox? Und hast viel damit gespielt? Ey, ich hab dieses Frosch-Volk gespielt. Hat voll Spaß gemacht. Ich fand's auch geil, dass die KI nicht so schwach war. Die waren auf mittlerer Schwierigkeit und ich hatte echt ein bisschen Probleme. Die haben mich voll platt gemacht erst mal. Und wir haben ein bisschen Glückssache, aber trotzdem. Voll schönes Spiel. Nächster guter Kampf für Liquid. Sind natürlich auch im Vormarsch, wollen mehr. Anti-Mage kümmert sich nicht drum, farmt weiter. Wisp ist aufgedeckt. Wisp wird gesehen. Will noch Tether und weicht sogar dem Stun aus vom Lash. Also macht hier jetzt schon extrem guten Space. Anti-Mage hat es direkt verkrümelt über das Twin Gate, farmt jetzt woanders. Am Ende stirbt er, aber hat sein Leben noch ein wenig verkaufen können. 17,8. Sie sammeln weiter Kills. Anti-Mage unten wird jetzt von der Windranger gejagt. So ein bisschen, ne? Der blinkt auch schon in ihre Richtung aus Versehen. Yasha hat er gleich. Da ist es. Sie wissen, wo er ist. Oder zumindest fast. Er muss blinken. Wenn er blinkt, haben sie ihn. Er blinkt nicht. Aber sie sehen ihn, glaube ich. Das wird spannend. Das wird spannend. Ah, nochmal der Blink. Ey, diese Kamera-Führung. Bruder! Und Glapenir. Und abgewartet. Und ja, durch den Counterspelle konnte sie nicht mehr shacklen. Muss selber raus. Ganz Azuray war bereit. Einer schon mal down. Shackle latcht nicht. Windrun in eins. Und, oh! Immerhin nochmal Windrun. Immerhin noch ein bisschen Space machen. Das Team wird ihr nicht helfen. Das war's. Lou mit dem Killing Spree. Gut gedreht. Glapenir. Into Shackle ist halt schwer, weil im Root kann er Counterspelle drücken. Hat er dann gemacht. Und ja. Aber selbst hätten sie ihn da gesheckelt. Ganz ehrlich. Die waren zu bereit. Wisp Mobility über Relocate. Gute Nacht, Velox. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Einen guten Schlaf. Und ich freue mich drauf, dich wiederzusehen. Spätestens dann zum Sonntag. Vielleicht auch morgen. Das wäre schön. Samstag ist immer ein bisschen kleinere Runde. Da freue ich mich, wenn du Zeit finden solltest. Ansonsten gerne Sonntag zum großen Finale. Das wird sehr geil. Ah. Normalen Angriff hier. Aber das war zu aufmüpfig vom Tiny. Und jetzt erwischen sie auch noch den Zeus. Tolles Lasso. Nach dem Flameback hat ihn sich vor die eigene Schnauze geschoben und eingesperrt. Hammer. Genau das haben sie gebraucht nach den Problemen da auf der Botlane. Genau das. Der T2 ist weg. Fortify ist forciert und Bloodstone Dagger auf Flash bei 20 Minuten kann sich einfach sehen lassen. Focus Fire. Gut platziert. Wieder auf Leute, bei denen es öfters mal klappt. Aber es klappt doch nicht. Es klappt doch nicht. Sie stirbt. Der Sustain war zu viel. Der Tether, das Overpower. Dann kommt plötzlich der Anti-Mage vorbei, der echt gut spielt. Finde ich. In der richtigen Zeit am richtigen Ort. Das macht doch so Spaß an dem Helden beim Zusehen. Also sie kriegen die Windranger. Sie verlieren ihre Viper im Endeffekt trotzdem noch. Aber da musste ganz Liquid helfen und die Windranger ist davor schon gestorben. Das sind so Momente, wo ich mir noch Sorgen mache. Aber allgemein haben sie das Tempo, was sie wollten mit dem Line-Up. Der Anti-Mage darf halt nicht fertig werden. Sein Manta ist jetzt gleich da. 21 Minuten. Timing. Was okay ist, aber auch nicht heraushaltend. Das ist ehrlich gesagt, wenn ich gucke und sehe 200 Lastits und 3-0 etwas langsamer, als ich gedacht hätte. Vielleicht liegt es am Op-Off Korrosion. Vielleicht hat es auch andere Gründe. Also hätte ich die Stats nur gesehen, hätte ich gedacht, das ist ein 19-Minuten-Manta oder so. Weiß ich nicht. Er hat es. Und jetzt wird er langsam stark. Er wird langsam stark. Er wird immer gefährlicher. Nur noch zwei äußere Türme stehen. Oh, Twin Gate. Er ist hier reingelaufen. Da könnte fast der Anti-Mage den Kill holen. Die ist alleine. Er hat eine Safety-Bubble. Das würdest du bestimmt retten. Ja, mit Manta. Der springt an den Lashrack ran. Haut den viermal. Macht Mana Void. Wenn der im richtigen Moment reinjumpt und Lashrack schon Mana ausgegeben hat und Bloodstone kurz braucht, um es hochzuregenerieren, fällt er. Also auch der Lash. Aber der Lash hat Items. Der kann kaufen und er kauft das Richtige. Oh, ist genau das, was ich wollte. Er kauft eine BKB. Weil das kann ihn davor schützen. Dagger, BKB, Bloodstone. Der springt rein. Nicht mal der Anti-Mage kann dagegen was tun. Der Rest vom Team sollte die Control dafür haben. Dagger und Glimmer. Das ist ganz gut. Gleibny haben sie ja auch auf der Windranger. Die geht auch BKB, was ich für richtig halte. Der Doom geht auch BKB, was ich auch für richtig halte. Dieses BKB-Rushing gibt ihnen so viel Value und Power in der Phase, in der sie das Spiel gewinnen wollen. Hat der Power-Short nicht getroffen. Den schenke ich dir, Boxy. Hier, nimm dir den Kill. Also. 22 Minuten. Tormenta ist down. Den können sie nicht mehr holen. Aber. Das Shard hat AR bekommen. Der Wisp. Aber sie kriegen die Gebäude. Und sie können auch ihren eigenen Tormenta machen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Versucht, äh, Azur Raiders? Gegen den Shiva's Doom? Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Und jetzt sehen sie Boxy. Der könnte schneller sterben. Alter, der kriegt den Ward gerade so. Da wird er noch geglimmert. Hat sich selber geglimmert. Uh. Gefährlich. Tod. Gedoomt? Noch nicht. Abgebrochen. Doomt er ja nicht? Er will den Wisp doomen. Er hat den Wisp gedoomt. Er hat den Wisp gedoomt. Und jetzt haben sie beide. Stark gemacht von 33. Er hat zweimal abgebrochen. Das hat garantiert, dass sie beide Kills bekommen. Und Lu muss wieder gehen. So ein taktisches Spiel immer mit Anti-Mage. Gerade solche harten Runden, ne? Muss immer den prekärsten Situationen ausweichen, einschätzen, wann er auch rein muss. Weil es gibt den Moment, wo du rein musst. Und wann es nicht geht. Da ging es, denke ich, nicht. Also es ist der Mitte Tower. Also es ist die nächste Wave. Also es ist weiterer Split Push. Er geht auch Arganims als nächstes. Ziemlich stark. Damit kann er, ähm, Anti-Mage Illusionen auf Gegner blinken lassen, die dann da stehen und die nerven. Radiant or Scam. Dann wird schon eingekreist, der Wald. Also die Maiden riecht mal wieder, wo der AM sich so rumtreibt. Und er hat den Lashrack demnächst. Obwohl, bisschen Differenz ist noch. BKB kommt jetzt. Also damit können sie eigentlich noch mehr ballern. Liquid hat das so gut gemacht. Oh, trifft. Trifft auch. Shackle war cool. Wurde davor schon benutzt. Hoofstomp into Infernal Blade ist natürlich eine geile kleine Stunt Chain, weil das kannst du nicht aufhalten mit Counterspell. Dann noch Infernal Blade ist es dann lang genug, dass Shackle Setup kommen kann. Hoofstomp ist hier genau die richtige Wahl, denke ich. Also Warstomp heißt es. Der Kriegsstampfer. Komisch, nur dass das Deutsch ist und der Rest nicht. Naja. Dota halt. So, sie kriegen Rosh. Und es ist so geil, dass sie genau wissen, was sie allein hat will. Und ihre Spielidee versuchen umzusetzen, ne. Was ist immer leichter gesagt als getan, aber sie machen das konsequent mit einem Wahnsinnstempo. Konsequent mit einem Wahnsinnstempo. Sie holen Aegis, sie holen den letzten Tower, der wird jetzt schon gepinkt. Sie haben die richtige Itemization mit den ganzen BKB-Rushs, die gerade folgen. WR hat ihre, Lash hat ihre, der Doom baut noch dran, aber hat Dagger Shivas, was auch nice ist, hat Dagger vorgezogen. Sie holen die ganzen Objectives. Die Uhr tickt weiter, Anti-Mage, Arganims wird bald da sein. Spätestens dann wird er ein richtiges Problem für sie. Aber noch hat er es halt nicht. Noch hat er es nicht. Und der Highgorn könnte durch Edict auch ziemlich leiden, aber er hat den nächsten Towers gepusht. Jetzt ist er schon am Tier 2 auf der Top-Lane, aber bald müssen sie zurück, zumindest in Teilen, weil der Tier 3, den wollen sie natürlich nicht fallen lassen. Was ist in der Mitte passiert? Da finden sogar Liquid den Tiny, der mit Yules noch sein Ableben rauszügeln kann, aber mehr auch nicht. Gibt Zeit für Lou. Forciert noch ein Fortify. Dagger von Lash, hm, damit geben sie ihre Aggression auf. Er zeigt sich auch direkt. Lou wird, glaube ich, rauskommen. Keine Chance für den Lash-Racken beizukommen. Er kann natürlich die Creeps farmen, aber Azurway kann durchatmen. Sie leben für einen weiteren Tag. Die Base bleibt intakt. Der Split-Push funktioniert. Und Anti-Mage ist nur noch 100 Gold von seinem Arganims entfernt. und nur noch 1000 vom Lash-Racken. Vielleicht später mit Arganims to go. Mag sie, hey. Sehr geiles Spiel gerade. Das geht. Hm. Sie suchen natürlich den nächsten Angriffswinkel. Immer noch Aegis am Start. Drei Minuten sind übrig. Das geht schon. Das ist noch einiges an Zeit. Damit kann man eine Lane-Pressure an. Am liebsten möchten sie natürlich einen Kill, bevor sie Eiground gehen. Es bleibt immer diese fiese Gefahr, dass der Anti-Mage reingeht und sie explodieren lässt. Aber durch das Aegis auf dem Lash und die ganzen BKBs müsste es eigentlich möglich sein. Die Aga Elu hat das Lasso gebetet. 70 Sekunden Cooldown. Das entschleunigt sie extrem. Und das Aegis verliert direkt an Wert. Der Anti-Mage-Mann Diffu als nächstes. Die Wahl verstehe ich tatsächlich jetzt gerade, während ich es gesagt habe. Ich wollte sagen, verstehe ich nicht. Wegen dem Aga Nims. Damit ist der Mana-Dway noch höher gegen den Lashrad, wenn er die Illus raufschickt und auch sich selber mit Manta. Schon ganz nice. Er hat gerade Manta-Cooldown. Er hat Manta-Cooldown. Er ist down. Was ist jetzt passiert? Das war eigentlich alles so krass kalkuliert von ihm die ganze Zeit. Und irgendwas passiert, dass er seine Cooldowns verschätzt. Also Manta hat er davor schon verwendet. Oh, wie krass. Liquid kriegt den Kill. Er geht runter. Hier wird er angegriffen. Er wird getroffen. Macht jetzt Counterspell. Ja, und stirbt durch den Mini-Shackle und Focus-Fire in der Blink-Animation, weil er Manta-Cooldown hat und dadurch Gleiton ja nicht purgen konnte. Uri, stirbt nicht. Ganz knapp. Kommt nochmal raus mit dem TP. Aber sie haben den wichtigen Kill. Endlich. Das erste Mal. Sie haben Loot das erste Mal im Spiel erwischt. Ordentlich Kohle an Micke. Das ist natürlich richtig geil. Focus-Fire ist auch fies für einen Anti-Mage. Also Windranger war echt eine gute Wahl hier. Aber nicht nur das. Guck mal, wie er kritzelt. Wir müssen da hin. Aber nicht nur das. Sie haben halt auch einfach jetzt mal den Farm-Speed von ihm. Ein wenig einschränken können. Und er ändert seinen Plan. Es wird nicht mehr das Defu. Nicht die ganz aggressive Ich-Drain-Alles-Mana-Variante. Oder ich hatte mich verguckt und er hatte was anderes vor. Schon vorhin. Aber ich glaube, das war so geplant. Sondern er will jetzt Skadi. Skadi. Ja, ist auch gut, ne? Gegen Bloodstone und so. Ist auch gut. Denke ich. Es synergiert auch schön mit dem Aghanims. Aber ich hätte dann eher ich hätte, glaube ich, eher Butterfly erwartet. Oder wohl Abyssel. Abyssel wäre wahrscheinlich gut gewesen, ne? Obwohl er braucht doch irgendwie MKB. Er braucht vieles. Das ist schwer. Das Item-Mail ist schwer einzuschätzen für ihn. Aber Bett ist gestorben. Also Azuray hat einen kleinen Gank hier gestartet. Kleiner Überraschungsangriff. Ist nett. Ist nett. Aegis wird gleich auslaufen. Eine Minute haben sie noch. Sie haben es nicht geschafft, Highgorn zu gehen mit dem Aegis. Auch der Anti-Mage-Kill hat nicht dafür gesorgt, dass sie da irgendwie raufrennen. Also das ist schon ein Erfolgsding für Azuray. Und so weit halten sie Anti-Mage mit so einem kleinen Killow nicht auf. Also der ist jetzt schon wieder fleißig dabei, Kohle zu scheffeln. Ich liebe Anti-Mage-Sander. Ich finde das so geil, weil es auch schwierig ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Es ist eine fiese Art zu spielen. Aber es ist echt spaßig. Beim Zusehen und beim Selbermachen. Nur beim Dagegenspielen ist es absolut scheiße. Aber das tun wir gerade nicht. Linken das hätte ich auch gesehen. Tatsächlich. BKB könnte ich mir auch vorstellen. Aber ist beides ganz gut auf ihm. Du hast recht. Ich denke beides ist ziemlich gut. Aber Skadi, das ist halt echt, du kannst fast alles kaufen. Kannst Skadi kaufen. Kannst ein bisschen kaufen. Was ist mit Schad? Nee, das macht er nicht. Lash hat mir so gefallen vom Pick. Bisher geht er auch komplett auf. 11, 2. Gleich das nächste dicke Item. Weiß nicht, was das hier wird gerade. Ist es Octacore? Er hat ja Bloodstone schon. Ja, ist Octacore. Genau. Aber macht das Sinn? Es ist Hex bestimmt, oder? Es ist eher Hex. Das macht glaube ich keinen Sinn. Octacore, das wäre komisch. Er kauft einen Hex. Würde ich mal tippen. Ich hätte erwartet, dass er Kaya Sage kauft. Einfach, dass er das Sage dazu holt. Ja, Mann. Absoluter mieser Müll, das Aganem. Saugeil. Ich muss auch sagen, ich mochte den Anti-Mage ohne Aganems etwas lieber, als es es noch nicht gab. Das war noch so ein bisschen mehr Basic. Jetzt ist es halt schon sehr abgedrehter Müll, der da passiert. Aber es ist schon auch geil, gerade wenn man zusieht. Ja, Bifescher, Doppel-BKB, vielleicht. Ist nicht so der beste Bifescher-Träger, weil sie in den Space keinen Cooldown haben. BKB, Doom, alles nochmal aufgehauen, nachdem eigentlich der Doom ja angegriffen wurde. Zeus ist Anderbo gestorben, Micke hat den gesolot. Nächster Shackle von Micke. Nächster Kill, Fragezeichen, ich denke noch nicht. Ja, Toss Avalanche und Anti-Mage ist da dran. Der hat da von hinten das Feld aufgerollt. Wohlt sich den Ersten, forciert die BKB, hittet weiter, Micke kommt nicht mehr raus, aber der Whisp auch nicht. Kommt der nicht mehr raus? Kommt der nicht mehr raus? Nein. Da ist der Mana-Void, aber das wollte Lou natürlich nicht unbedingt so machen. Hat jetzt alle verloren, außer sind im Viper. Lauert noch, guckt noch. Kein Mana-Void mehr, aber noch ein Fragment. Blinkt selber rein, ohne das Aganems. Jetzt macht er da das Aganems hin. Die Hits hauen rein, aber hat nicht gereicht. Leshrack, TP draus. Er ist gestorben. Oh Gott, der Leshrack stirbt am Ende noch. Wow. Egal. Ich möchte den Kampf nochmal sehen, weil die Kameraflugung war unter einer Sauer. Ich will den Soy-Skill auch noch sehen. Da auch, wo sehen wir uns jetzt mehr drauf. Spannender Kampf. Gar nicht mehr so schlecht für Azuray, ne? Hier holst du den. Hier holst du den. Blaybnear, Focus Fire und jetzt der Shackle. War zwar nur ein Ministern, aber ist egal. Er kommt auch nicht mehr raus. War sogar relativ knapp. Gar nicht so perfekt gemacht von Micke. Hier war Anti-Mage unterwegs. Das meinte ich mit Aufrollen, ne? Verfolgt den Doom. Der macht echt noch gut Space. Kitet ein bisschen die Illus. Weiß natürlich auch nicht, wer der echt ist. Stirbt. Hat der Doom eh verwendet. Das war ja schon vorhin bei den Links hier so. Ja. Und das haben wir ja gesehen. Wie Micke dann noch gegen alles irgendwie rauskommt. Wie der Leshrack voll reingeht mit seinem ganzen Damage. Den Whisp legt. Das Lasso auf den Tiny. Der stirbt auch direkt. Mana Void musste so den Kill sichern, aber dass sie die Viper auch noch, dass sie den Leshrack noch kriegen, ist halt krass. Weil ich dachte, der kommt jetzt hier raus. Aber Viper Strike killt ihn tatsächlich in der Base. Er hat noch einen Fairyfire gekauft. Ich wollte gerade sagen, er kann vielleicht Fairyfire kaufen. Es hat nicht gereicht. Er hat glaube ich nicht gedacht, dass er stirbt, wenn er rauskommt. Habe ich auch nicht gedacht. Schaut euch das an. Richtig ordentlicher Swing für sie. Und AM lebt noch. Jetzt kriegen sie sogar die Crystal Maiden. Wir müssen uns Sorgen machen. Wir müssen uns große Sorgen machen. Das ist Lower Bracket. Ne, das ist Upper Bracket. Aber dann müsste Liquid gegen Gladiators spielen, wenn sie hier verlieren. Und dann hätten wir die blöde Lage, dass eins der beiden Teams auf jeden Fall morgen um 14 Uhr ausscheidet. Anti-Mage und Lashrack jetzt gleich auf vom Farm. Der Kampf ist da teilweise so gut aus für Liquid. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass es dann so schlecht ist. Der Godlike-Streak von Nisha einfach. Bach hat 1200 Gold bekommen und der Rest noch 730. 2000 Gold hat der Lashrack denen gegeben. Mit diesem knappen Tod. Sehr geistesgegenwärtiges Aghanims auch nochmal von dem Anti-Mage, der davor sich dagegen entschieden hat, das auf jemanden, der weggelaufen ist, zu benutzen. Er ist selber hinterher geblinkt. Dadurch konnte er es überhaupt erst machen. Das war wirklich ein bitterer Tod und die Weipe hat wieder Farm. Nur deshalb. Sie kriegen das Shard. Es geht an Tiny, also den Tormenter von Liquid. Liquid jetzt nur noch ein bisschen Gold vorne. Ihr seht, das ist von 76% Windwahrscheinlichkeit runter. Jetzt sogar 54% für Azuray. Vorteile an Gold und XP sind nur noch marginal und alles steht wieder komplett auf der Kippe und das ist ja so ein Tempo-Lineup. Nicht, dass die jetzt total schwach sind plötzlich, aber diesen ganz krassen Schwung, dieses Midgame-Aggro-Ding, was zu erwarten war, das ist jetzt langsam ausgebrannt und wir gucken und sehen, Azuray hat einige abbekommen, aber die Base steht noch. Also Liquid muss es jetzt schaffen. Oder zumindest demnächst. Roche schon zwei Minuten da. Sie entscheiden sich sogar für einen Angriff vor dem Roche gegen Smoke von Azuray. Beide sind gesmoked, beide treffen hier aufeinander. Bach wird aufgedeckt, Lincoln ist geprockt. Noch kein Doom verwendet oder so. Er Ogre zielt raus, Nisha geht dafür aber rein. Lasso ist jetzt auch da, Lincoln war ja schon weg. Und Viper sogar gedoomt, ey. Alles auf die Viper und sie wurde rausgetessert. Gerettet vom Wisp, steht jetzt da hinten. Powershot, klippt nochmal den Tiny, hat seinen Dagger. Na, das war eh auf Pooldown. Sie rennen. Liquid merkt, das ist kein guter Kampf mehr. War es auch nicht. Nachdem sie ihr Doom-Ziel nicht töten konnten, mussten sie raus. Ei, 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 ei. Das wird gefährlich. Ihr merkt es, ne? Sie sind nicht mehr so aufhaltbar. Sie schaffen es irgendwie nicht mehr, da ranzukommen. Eternal Shroud, Linkens, Dragonlance. Auf der Viper. Wir wissen ja, wie krass die Linkens ist. Selbst eine Viper kann das kaufen. Auch der Toys geht jetzt Linkens. Das sind nicht die Helden, die es unbedingt kaufen möchten. Aber es geht schon halt, ne? Und hier ist es einfach zu gut, um es nicht zu machen. Und wenn du mehrere Linkens hast, wird es auch immer besser. Die können die aufeinander zaubern. Es gibt mehrere Instanzen an Spellblock, damit die Gegner nicht bequem einmal Spellblock aktivieren können und dann Doomen können und so. Ist auch mega, das auf einen Anti-Mage zu casten. Der hat jetzt wieder Diffo gequeuet. Sein Skadi ist fertig. Oh, es kippt. Es kippt gerade sehr. Es kippt gerade sehr. Was Liquid noch hat, ist, das Spiel ist noch nicht so weit fortgeschritten. Sie haben hier ihr Hex auf Nische. Sie haben ihre Triple BKB und sie haben auf dem Doom bald den Octa-Core. Also das ist schon noch ziemlich viel Power. Aber langsam wird es knapp. Langsam wird es knapp. Jetzt kommt auch noch Roche. Wenn der Anti-Mage Eges hat, dann wird es ganz, ganz schwierig. Das gilt es zu verhindern. Ah, sie warten. Gehen jetzt nach oben, positionieren sich und Liquid steht hier mit der Haste. Ist immer noch auf der Jagd. Ist immer noch am Suchen. Wird aber nichts finden. Warum? Weil Ezra natürlich am Rochebitt sind. Natürlich sind sie da am Rochebitt. Oder? Oder auch nicht. Uri traut sich raus. Boxi wird nicht gesehen von ihm. Der steht perfekt. Er findet ihn. Er lastet ihn. Er forstet ihn aus dem Tether und da sind sie bereit. Geiler Kill. Richtig nice. Haben sie gelesen. Kriegen sie den Kill? Oh, bitte tötet ihn endlich. Na also. Auch noch ein Stun auf die Viper. Linken ist geprockt. Kein weiteres Follow-Up, weil hinten der Anti-Mage steht. Anti-Mage hat noch niemanden bekommen. Teleportiert sich raus. Blinkt weg. Zoys Buyback. Thundergård's Ross. Deckt alle auf. Jetzt weiß Ezraway zumindest mal, wo Liquid sind und sie wollen kämpfen nach dem Buyback. Das Jules gegen den Lash. Kommt Follow-Up. Ja, Avalanche ist da. Aber der Schaden, den er macht mit Bloodstone zusammen, gibt es ihm noch Sustain. Ordentlicher Output. Tiny Feld. Der hat keinen Buyback. Der kann nicht zurück. Bisher 2-0. Aber der Rest ist am Strugglen. 33. PKB-TB kommt raus. Selbst Mana-Void reicht da nicht. Halber Schaden und der PKB. Nice. Sehr, sehr gut gemacht von ihnen. Aber es kann sein, dass sie dafür Roche aufgeben müssen. Obwohl, Unterzahlposition für Ezraway. Nur das Tempo haben sie gerade. Die heilen ja schon. Die kommen bald wieder. Naja, sie haben hier nicht den Outpost, ne? Den hat Ezraway. Sie springen direkt rein. Krasser Beat von Ezraway. Sie sind in der Unterzahl. Sie wissen aber, der Doom braucht zu lang. Der ist gerade STP'd. Der Rest zieht sich zurück. Die haben wenig Leben. Die haben alles committed. Wir schaffen das. Und der Call ist korrekt. Also, was bekommen sie? Sie bekommen Aegis für einen Tiny-Verlust und einen Buyback of Toys und dessen Ableben. Ist super für sie, denke ich. Ich glaube, der Deal ist komplett nice. Leider. Ah, schade, schade. Es war ein geiler Gang hier. Aber das Aegis so zu verlieren. In dieser wichtigen, wichtigen Schlüsselphase, in denen sie Ezraway auf keinen Fall weitere 5 Minuten geben wollen. Er hat auch sein Diffu. Jetzt Gold. Ja, das deckt. Falls ihr euch das gefragt habt. Und oh. Er geht rein mit dem Aegis. Mikke ist schon komplett am Arsch. Hat aber Aghanem. Es geht nochmal in. Es kriegt ein Fokusfeier, glaube ich, raus. Auf irgendwen auf den Risp. Irgendwas stirbt irgendwie. Sie kriegen ein paar Kills. Schon ganz nice. Uri hat ja auch keinen Buyback. Nur die Bat ist bisher gestorben. Und er ist im Doom. Er ist im Shackle. Er ist in allem. Sie sollten ihn eigentlich kurz leben lassen. Sie sollten sich um Bach kümmern, während er nichts machen kann. Fokussiert Bach. Er wird schon gepinkt. Nein, sie haben sein Aegis geprockt. Aber egal. Es gibt ihnen trotzdem genug Zeit. Und die meisten haben da schon auf die Viper geschlagen. Oh. Oh, der Frostbite. So nice. Hat seinen Blink unterbrochen. Jetzt ist aber noch mehr dazu gekommen. Tiny ist da. Vom Outpost. Oh, Mikke spielt das so herausragend. Nicht mal Warnaboy tötet ihn. Und jetzt noch der Gleipnir. Manta kontert es. Aber er tötet die Windranger nicht mehr. Die ist im Invis. Im Aga geht sogar noch hinterher. Und Fokusfeier ist wieder fertig. Es reicht nicht ganz. Noch ein Powershot. Nein. Aber egal. Trotzdem mega der geile Kampf für Liquid. Ins Aegis reingekämpft. Ultra, ultra gut. Sie haben vieles getötet. Ich war da sehr am Zweifeln. Aber richtig gut. Der Stoom war so stark auf den Anti-Match. Hier mit dem Tether. Hier sieht es echt noch nicht gut aus. Hier sieht es echt nicht gut aus. Aber Mikke kommt raus. Fokusfeier ist auf Wisp. Aber der hat Ghost-Zepter davor aktiviert. Das ist auch nicht gut. Aber dieser Part. Während wir oben geguckt haben. Dieser Part hat es gerettet. Der doppelte Stomp vom Doom. Und nach dem Counterspey. Perfekt. Bevor er was machen kann. Das Doom auf dem Anti-Match. Dadurch hilft er nicht. Derweil haben die oben den Space. Die haben die Zeit. Und der Doom überlebt ja sogar noch. Und oben der Zoe-Swag. Der Whisp-Wag. Perfekter Fokus. Windranger. Übelst krass in dem Kampf gewesen. So einen kranken Space gemacht. Das Aga hat sich extrem ausgezahlt. Damit haben sie irgendwie auch nicht gerechnet. Dann dieser Frostbite hier. Ja. Und der Rest ist Geschichte. Tiny kann nicht mehr helfen. Der ganze AOE-Magic-Damage macht ihm Probleme. Und die Verfolgungsjagd gegen Lou. Die nicht mehr zu einem Kill führt. Aber insgesamt ist es natürlich ein mega leiser Kampf. Auch weil Micke bis zuletzt überlebt. Okay. Perfekt. Das haben wir gebraucht. Genau den Kampf haben wir gebraucht. Auch wenn wir einen sehr, sehr langen Dothar-Abend wollen. Und den wollen wir. Buyback-Situation. Sieht so aus. Relativ mager natürlich. Mittlerweile bei Azuray. Gerade was Cooldowns angeht. Liquid fehlt dann nur Gold. Grafik schnell zurück in ihre Richtung. Wir sind wieder bei unseren allseits beliebten 75% Siegwahrscheinlichkeit für Liquid. Aegis ist Geschichte. Müssen wir uns keine Gedanken mehr drüber machen. Lou spielt echt einen guten Anti-Mage, finde ich. Also sehr nice zum Ansehen. Aber er muss wieder super vorsichtig jetzt sein. Und er ist erst einmal gestorben. Er ist ein absoluter Dorn in Liquids Auge. Und auch hier trauen sie sich nicht auf den High Gorn zu gehen. Aber sie sind immer noch in der Lage, diese Kämpfe zu gewinnen. Und jetzt haben sie halt auch wieder einen okayen Gold- und XP-Vorteil. Jetzt geht da wieder was in die Richtung. Sie haben ordentliche Items. Sie haben vier BKBs mittlerweile. Anti-Mage mit dem Diffu. Da kann er halt Disperser mittlerweile draus bauen. Sonst würde er das Late-Game nicht machen. Und Disperser ist richtig geil, auch gegen Liquid. Das wird noch schwerer, ihn zu bekommen. Ist halt sehr High-Level, das ordentlich zu spielen mit all seinen Mechaniken. Aber das kriegt er hin. Ja, Anti-Mage ist Arschloch. Ich sag doch, Anti-Mage ist geil beim Zusehen. Ist nicht umsonst so, dass einer meiner Lieblingshelden beim Zusehen ist. Der macht gute Spiele. Wir sind bei 38 Minuten und das ist jetzt schon, obwohl wir geile Games heute hatten. Das Unterhaltsamste von allen, finde ich zumindest. Das Line-Up ist übelst unterhaltsam. Das Spiel ist übelst unterhaltsam. Dota ist hoch vom Level. Sie kriegen diese Base nicht geknackt. Das macht mich so wahnsinnig. Sie haben nicht mal eine Lane. Ist der Lash 25, 24? Dann kriegt er auf 25, wenn er möchte, die Bonus-Explosion auf Edict. Das ist auch interessant. Pulse Nova löst Lightning Storm aus. Jedes Mal? Ist das nicht total abartig? Oder stelle ich mir das irgendwie falsch vor? Da ist so ein I, aber ich gucke mal hier. Lightning Storm trifft alle zwei Sekunden einen zufälligen Gegner im Radius. Ach so. Okay. Alle zwei Sekunden einmal Lightning Storm. Einen zufälligen Gegner. Er nimmt die Elite-Explosion. Oh, lass so. Alles drauf. Whisp ist down. Hat aber Buyback. Oh, Ori, der hat keinen Buyback. Ist gehext. Sie haben ihn. Sie haben sie da oben erwischt. Diese Gangster oben rein. Die sind immer so nice. Die sind so geil. Das ist so schön. Hat keinen Buyback. Und sie wissen es. Ich glaube, sie wissen es. Der Zeus hat drei Minuten Cooldown. Das ist es doch. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ach, da gibt es ja noch einen Anti-Mage, der genau im richtigen Moment unten Split pusht und die Windranger nach unten forciert. Trotzdem pusht Nisha. Hat eine Schildruhne und hat zumindest ein Fortify bekommen. Ah, er wartet, er hofft. Aber nein. Zu schlau. Der Anti-Mage ist zu schlau. Doom ist auch dahin, um ihn eventuell zu töten. Aber Anti-Mage hat erfolgreich Split pusht. Und jetzt sind sie nur noch zu dritt in der Mitte. Müssen ablassen. Lou ist da. Hat sich seinem Team angeschlossen. Überzahlposition durch. Seine Manöver forciert. Liquid rennt. Zum Glück sind sie da rausgekommen. Ziemlich gefährlich. Buyback nämlich auf dem Whisp. Zwar ein starker Angriff. Ein starkes Ding. Starke Verteidigung von Anti-Mage. Und seinem Team an diesem Punkt. Aber Fortify ist auf Cooldown. Sie kriegen keine Kills. Storm wird gleich wieder leben. Das ist ihnen damit gelungen. Und sie haben unten auch ein bisschen Schaden gemacht. Also der Anti-Mage halt mit seinen ganzen Illus. Auch hier sind es Illus, die pushen. Yo, dankeschön, Alter. Voll nice. Oh, wir müssen nochmal zurück. Das überschneidet sich jetzt. Ich will euch nicht ablenken. Wir wollen den Kampf sehen. Gleich geht es richtig ab. Sehr, sehr cool von dir, Mann. Danke. Gerne, gerne. Da kommt der Jump. Sie kriegen den Tiny. Müssen aber viel committen. Der wurde nochmal ordentlich geheilt. Ich glaube, der Whispert im Schieß stirbt. Hat Buyback. Das war sehr viel Commitment. Wenn sie rauskommen, ist gut. Aber wenn nicht, dann nicht. Und ich bin fast ein bisschen überrascht, dass AR da nicht mehr Follow-Up geleistet hat. Weil der kann ja Buybacken, Instant TPen. Und dann gibt es den großen Angriff. Vielleicht waren sie nicht ganz so bereit. Vielleicht ist es auch schwer. Liquid hat halt so viel Damage und so viel AOE. Ey, dankeschön, der Fuchs. Ich dachte, jetzt kommt der Mega-Kampf. Aber dem war nicht so. Freut mich, dass es dir Spaß macht. Und ja, du hast das Spendenziel gesprengt. Ist dir klar, ne? Das ist eine große, große Leistung, finde ich. Die mir sehr hilft. Also, ja. Hat mich echt gefreut gerade. Hoffentlich packt das Liquid. Dann kann ich dir und den anderen zumindest noch ein Spiel liefern, was eventuell sogar eine ähnliche Qualität hat. Die beiden Teams geben das ja durchaus her, wie man hier sieht. Okay, das sind ganz viele Fragmente. Aber das ist der echte. Und er blinkt nach unten. Er hat den Braten gehochen. Er will ins Twingate. Er kommt nicht ins Twingate. Sie brechen es ab. Gleich kommt Split Earth. Sie warten. Er ist ewig verwurzelt. Er ist ewig gestunt. Und sie haben ihn. Der ist down. Sie investieren noch Doom, weil er einfach so gut spielt, dass sie ein bisschen sicher gehen wollen. Aber sie hatten ihn da. Sie hatten ihn da. Der blinkt in das Twingate. Und dann die Maiden deckt es auf über Crystal Nova. Äh, über Frostbite. Über Crystal Nova. Und dann macht sie Frostbite. Ich habe das Gefühl, das dauert ewig. Dauert ja auch drei Sekunden, ne? Hammer Kill. Der Anti-Match hat Buyback. Aber sie haben ihn endlich wieder erwischt. Sie wussten, er macht hier diese Fragmente rein. Sind direkt hinten herangesprungen. Haben ihn gezwungen, nach unten zu blinken, weil wenn er nach da geht, ist er tot. Das war schon ein geiles Manöver von ihm. Aber dann waren sie trotzdem zu viele und zu wach und zu mobil. Die ganzen Dagger, der ganze Movement Speed, der Travels 2, der Doom, ne? Eine Ogre Seal und Dagger. Der ist so schnell überall, wo er möchte. Sie werden jetzt versuchen, dieses Buyback zu forcieren. Und das wird ihnen, denke ich, gelingen. Da ist es. Anti-Mage-Buyback. Wie geht Liquid damit um? Fokus-Fire wird, ja, aufgegeben, indem sie rausgehen, weil sie wissen, AM ist zurück. Das Skadi stresst natürlich den Lash. Der ist zu BKB gezwungen, zum Bloodstone, wird geslowt. Der kriegt so einen Schaden. Anti-Mage committed. Und sie werden den Lashrack sterben lassen. Keine Chance, ihn zu retten. Da hat man nochmal die Macht von so einem Anti-Mage gesehen, wenn er wirklich Items besitzt im späten Spiel. Gerade gegen was für Lashrack. Mikke ist im Invis. Ich kann das nicht fassen. Der kommt raus. Der Whisper hat kein Dust. Der Whisper hat kein Dust. Wow. Ey, da können wir wirklich drei Kreuze machen. Und dass Mikke da überlebt auf dem Level, gegen den Relocate, ist super, super, super unwahrscheinlich. Das passiert ein von zehn Malen vielleicht. Also, er kommt raus. Nur der Lash geht down fürs Buyback vom Anti-Mage. Die kriegen wieder die Base nicht. Es bleibt eine schwierige Situation. Es bleibt ein hartes, hartes Spiel. Für beide Teams natürlich. Wir sind jetzt schon bei 43 Minuten. Und Anti-Mage wird stärker und stärker. Mikke probiert so ein bisschen. Merkt aber, Scheißidee gewesen. Ist auch korrekt. Natürlich ist Ezraway hier auf dem Vormarsch. Und natürlich ist Liquid ohne den Lashrack nicht in der Lage, dagegen zu kämpfen. Also, es heißt jetzt auszuweichen, die Kämpfe nicht zu suchen. Der Lash sollte vor dem Rosh spawnen. Und dementsprechend müssen sie da jetzt nicht groß committen. Sie müssen das Buyback des eigenen nicht ausgeben. Wenn sie jetzt um Rosh kämpfen und der Anti-Mage Buyback-Cooldown hat und ihn töten, dann ist das Spiel wahrscheinlich durch. Wir haben die Edict-Explosion. Die Base würde schmilzen. Ja, das ist eine gute Frage, warum es nicht Nihilism geht. Ich glaube, es liegt daran, dass sie haben Poison-Touch. Sie haben super viel Damage von Zeus, der Magic ist. Und Mana Void macht auch mehr Schaden, wenn du Nihilism anmachst. Also, Nihilism ist eher besser gegen so Illu-Helden wie einen Phantom-Lancer vielleicht. Gegen den ist er eh gut, aber trotzdem. Oder vielleicht gegen Chaos-Night. Gegen sowas ist Nihilism ziemlich nice. Gegen Anti-Mage ist es tricky. Der kann auch, der ist mobil, der macht dann eine Illu. Dann bist du gezwungen, es zu verwenden schon, weil die so nervt mit dem Diffu. Also, es ist nicht so optimal hier gegen die. Dann gibt es noch Avalanche-Toss. Aber ich mag Nihilism auch auf Lashrack in bestimmten Situationen. Das hier ist nicht die richtige. Sein Item-Bild ist absolut nice. Sogar den Overwhelming-Blink finde ich gut, weil ihm einfach Leben gibt, weil ihm mehr Sustain gibt. Das Hex ist absolut geil, die Wahl ist perfekt. BKB war Must-Buy. Kaya Sange würde ich halt machen für maximales Value mit dem Item-Build. Aber er denkt da gar nicht dran. Er will einen Windwaker. Und Windwaker dann vielleicht austauschen mit dem Kaya einfach. Und dann ist er wirklich schwer zu töten. Aber Windwaker ist natürlich teuer. Ich könnte da nicht widerstehen, wisst ihr? Ich würde schnell die ein bisschen Status-Resistenz holen für die 2000 Gold. Und die Stats und alles. Wasch ist da? Beide Teams klopfen schon an die Tür. Der weiß gar nicht, was hinblüht. Oh, was ist denn hier? Ist doch eine friedliche kleine Welt. Vor ihm tobt die Hölle. Wie außerhalb eines Fallout-Walls. Oh nein. Der hat aber Buyback. Beide haben Buyback. Krasser Kill. Schnell getötet den Doom. Er hat Buyback und er hat noch Ulti. Ah, Link ist gebrockt. Danach gelassen. Und der nimmt so viel Schaden, wenn das TP abgebrochen wird. Wird es nicht. Huh, die Bat überlebt. Der Doom ist da. Aber. Bach lebt auch noch. Und mit dem Wisp zusammen haut er echt krass rein. Der hat eine MKB. Der ist sehr tanky. Ist ein super geiles Item-Milk irgendwie. Link ist Eternal Shroud. Dragonlance. Und dann einfach eine MKB. Plötzlich musst du auch auf seine Autotecks achten. Du musst ihn töten. Aber er ist schwer zu töten. Eternal Shroud kommt mir auch richtig stark vor hier. Ist ja auch klar. Natürlich ist es mega gegen Liquid's Lineup. So, sie gehen rein. Du steht am Roche-Pit. Er hat ein bisschen gekauft. Er hat's. Oh, fuck. Ich glaube, ein bisschen ist eine gute Wahl. Ei, ei, ei. Er hat ein bisschen gekauft. Kann durch die BKB-Stunnen. Kann auch einfach bashen, wenn er ein bisschen Glück hat. Powershots fliegen. Sie jumpen. BKB auf Boxy. Er ist im Pit. Er bedrängt Roche zusammen mit Lash. Warum machen sie denn? Roche kümmert euch um die Gegner. Da oben. Micke macht's richtig. Er versucht, den Wisp zu töten. Er hat keinen Nullifier. Wisp überlebt. Aber er wird nicht lange genug. Und da ist es. Da ist die Ulti. Sie lässt den Lash explodieren. Der hat noch Buyback. Und sie kriegen Aegis. Kann direkt auf Micke teleportieren. Sie haben den Anti-Mage in der Mangel. Das ist es. Der hat kein Buyback. Und das war kalkuliert von ihnen. Das war so geil gemacht. Das war kalkuliert. Der Lashrak wusste, er kann nochmal zurück. Er wusste, der Anti-Mage kann das nicht. Er forciert das Mana Void. Sie sichern derweil Aegis. Und auch wenn Anti-Mage Lash kontert und auf dieser Art töten kann, wenn er zwei Leben hat, hat er dann trotzdem viel committet. Und plötzlich ist das Ding gelaufen. Das sollte es sein. Ich glaube nicht, dass Azuray das verteidigen kann. Absolut nice. Ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Einfach wegen dem Roche Pitman. Weil die sich die ganze Zeit um den Roche gekümmert haben. Anstatt da irgendwie AOE-Damage gemacht haben. Aber ich glaube, der Lash hat die Leute schon vertrieben. Und dadurch hätte es keinen Sinn gemacht, hinterher zu laufen und sich Ewigkeiten zu lassen. Dann lieber den Roche holen, zu akzeptieren, dass du vielleicht gegen Anti-Mage stirbst. Und kabumm. Oh, wir sind alle raus. Ich meine, das Ding ist eh durch. Ähm. Okay. Spannende Sequenz gewesen. Auch nice von Windwender den Risp zu töten. Der hätte fast noch überlebt, man. Hat er aber nicht. Ich glaube, der ist dann final sogar am Lash-Away gestürmt. Irgendwie so. Der ist ja dann in die Richtung getessert. Ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Aber es geht, glaube ich, gleich weiter. So. Go. Interessant, ne? Dass sie jetzt wirklich das noch versuchen. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da jetzt noch viel passiert. Wir gehen auf den Buyback-Status. Drei Minuten Cooldown. Ja, das stimmt. Aber du, es ist halt schwer, ihn zu treffen. Die haben Linkens und sie haben Counterspell. Aber ja, richtig. Doom ist ja nice dagegen. Ich habe auch vermutet, dass er vielleicht Aghanims geht und dann einfach immer raufspringt mit Warstomp auf den Anti-Mage. Es ist halt schwer, weil er diese Shards hat. Anti-Mage ist da echt tricky. Auch für den Spieler selber wohlgemerkt. Interessant, dass sie auf die Lanes gehen. Wieso gehen sie nicht auf die Tower? Sie wissen, dass der Tiny kein Buyback hat. So, jetzt machen sie es. Sie sind an den T4s. Jetzt kommt das Fortify. Ah, noch 50 Sekunden bis zum AM. Noch 50 Sekunden. Die MKB wird reingeforst und gelasso-t. Was für ein Play von der Bait. Hat ihn einfach Force-Lasso geforst und rausgetessert. Ein Tower ist weg. Edict-Explosionen sind am knallen. Misha springt rein. Wird gesilenced. Geht einfach mit Nova nach vorne. Ist alles schon aktiviert. Macht PKB an. Und das ist ein 3 gegen 5. Das können sie nicht gewinnen. Doom auf den Zeus. Alles geht down. Aber einiges hat noch Buyback. Und Zeus lebt noch. Rennt nach vorne. Will unbedingt sterben. Sie ignorieren ihn, weil er so nicht zaubern kann. Er hat noch Autotecks. Jetzt kann er endlich Buybacken. Ist egal. Der Schaden ist zu hoch. Das Edict macht zu viel. Nice, dass sie es noch ausgespielt haben am Ende. Aber da war nichts mehr möglich. Und wir haben eine dritte Runde. Es geht heute noch ein bisschen weiter. Geil. Liquid gegen Azuray. Ist noch nicht durch. Nach 48 Minuten gewinnen sie einen richtigen Krimi. Und schlagen Anti-Mage. Froh Lockett. Er ist besiegt. Geil. Wir gehen gleich ins nächste Spiel. Also zumindest in den Draft. Ah ja, warte. Musik anmachen macht noch keinen Sinn. Das machen wir dann nachher. Eine Sekunde, dann sind wir drin. Ich muss hier auch mal irgendwie Einträge machen. Das machen glaube ich kurz. Bevor ich das vergesse. 1-1 steht es jetzt. Muss ja alles in Richtigkeit haben. 1-1. Finale kommt gleich auf uns zu. Das letzte Spiel des Tages. Möchte noch mal ganz kurz sagen. Falls du es noch hörst. Danke abermals der Fuchs für die krasse Spende. Und dass du es entspannt findest hier zuzuschauen. Hammer. Dass du so supportet hast. Und diese Runde hat hoffentlich zu unterhalten gewusst. Für dich und für alle anderen. Und die nächste schließt sich dem an. Da bin ich irgendwie jetzt schon sicher. Ich hab's im Gefühl. Ist ja auch klar nach der Partie. Geiles Ding. Ja. Noch ein Spiel für die Rage. Zum Glück. Ich hätte jetzt auch ungern das Heft hingelegt. Kann man nix machen. Nö. Nö. Kommt von Herzen Christoph. Aber ja. Nice von dir. Und Abend gerettet. Freut mich zu lesen. Weil der ist ja jetzt tatsächlich wirklich bis in die späten Stunden ausgefüllt. Wenn man Lust auf gutes Dota hat. Und ist ja nicht immer der Fall. Manchmal gehen so Serien dann auch schnell vorbei. Heute haben wir mal Glück gehabt. Wer macht's jetzt? Liquid oder Azuray? Scheint echt ein ausgeglichenes Duell zu sein zwischen den beiden. Checken wir schon mal den Draft ab. Den können wir uns angucken. Ja, würde ich auch sagen. Adoptat to go. Oh, wir sind auch ganz am Anfang vom Draft. Ah, die haben sich eine Weile Zeit gelassen dazwischen. Deshalb. Tempo erhöht keinen Magieschaden mehr. Was? Verstehe ich gerade nicht, was du meinst. Tempo? 5 Sekunden remaining. Azure Rays turn to pick. Neomaxi. Ach so, erhöht den Magiesch... Ah, Tempo? Leshrax Tempo? Du meinst vielleicht Nihilism? Ah, das kann sein. Aber trotzdem wäre es aus den genannten Gründen hier nicht das Beste, weil du bist halt nur immun gegen die Autotecks. Was nice ist, verstehe mich nicht falsch. Aber ganz viele Tools von Azure Rays funktionieren trotzdem noch, auch wenn die vielleicht nicht Amp Damage machen. Und dann sind das Dinge, die man aufzählen kann, weil die halt durchgehen durch den Nihilism. Trotzdem interessant. Ich dachte, er kriegt noch ein bisschen Amp rein. Vielleicht war das auch nie so. Keine Ahnung. Ich bin für Liquid. Ich auch. Du glaubst, Aya holt das. Ah, spannend. Vor allem, weil ja jetzt Liquid das so ein bisschen knapp umgedreht hat. Aber wenn man es insgesamt betrachtet, kann man auch argumentieren, dass Azure Rays eine Runde deutlicher gewonnen hat. Und Liquid eine gerade so. Hm. Sniper First Pick, ey, es wird einfach nur noch. Heute ist der beste Luttertag. Ich sag's euch. Leute. Sniper First Pick und ich seh grad, wir hatten auch in dem, ähm, in dem Spiel gerade einmal 150 Zuschauer. Also, Hammer. Nach so langer Zeit. Voll geil. Toys, ey, Toys nehm ich noch mal mit. Toys macht mir immer noch Spaß. Und Sniper hat noch gefehlt, oder? Sniper haben wir heute noch mal sehen wollen. Ja, das war was für Dodo. Hm. Ist echt so, Torben, total. Killt den Sniper. Oh mein Gott, sie haben Sniper. Immer rauf, immer rauf. Ja, mal sehen, was sie gegen den Draften, ne. Irgendein Gap Close natürlich. Aber welche Art, welchen Weg sie da gehen, wird interessant zu sehen. Risp ist raus, das find ich ganz angenehm. Den hätt ich mir nicht nochmal geben müssen. Ne Bett, von der werden wir auch befreit. Kunkka wird oft früh gebannt, ne. Haben wir leider nicht sehen dürfen heute. Zum Glück ist Pango direkt weggehauen worden. Zum Glück. Los, weg damit. Ah. Slada. Slada ist anstrengend für einen Sniper. Sehr anstrengend. Und ziemlich viable. Aber oft ist es auch gut, gegen Sniper was zu haben, was nochmal eine andere Form von Gap Close hat, als ein Dagger Träger. Finde ich. Zum Beispiel Stormsbird. Stormsbird ist momentan eher schwach, deshalb glaube ich nicht, dass sie es machen. Aber Stormsbird ist ein sehr guter Sniper-Konter. Oder Spectre. Ja, Spectre, Stormsbird wären zweijenigen, die ich mir sehr wünschen würde. Ich glaube jetzt nicht wirklich an sie, aber sie sind beide gut gegen Sniper. Ja, Storm ist gut gegen Sniper. Nicht unbedingt am Anfang in der Mitte, aber ab alles danach ist er gut gegen Sniper. Ähm, ja, der wird halt auch schnell gebannt, Dodo. Und ja, Sniper ist so ein Held. Du kannst ihn countern mit sowas wie Storm, ja, aber Storm ist grad nicht so beliebt. Und auch wenn du anderen Gap Close pickst, so richtig final countern kannst du den halt nicht. Der stellt sich in die Mitte, steht weit hinten, macht die ganze Zeit Outdoor-Attacks. Wenn du ihm näher kommst, haut er dich. Manchmal hat er noch einen Teammate, der ihn beschützt, wenn du auf dem Papier trotzdem gewinnen solltest. Das ist kein so ein Held, den du so richtig abhalten kannst. Der wird nicht umsonst so gerne in Pubs einfach in die Mitte gestellt und gezockt. Der funktioniert fast immer relativ gut, würde ich sagen. Außerdem kann man Sniper heutzutage mit Philectory Aga spielen. Und diese Art von Sniper ist eher so ein Utility-Nerv-Sniper, der im Mid-Game mit Assassinate übelst reinballert. Und die ganze Zeit alles aus 3000 Range behakt. Und was willst du dagegen denn picken? Das wird immer anstrengend. Und ich glaub, die gingen davon aus, dass er gebannt wird, wenn sie ihn nicht früh picken. Also ich erwarte, es wird entweder ein Philectory Aga im Sniper in der Mitte. Oder es wird ein Auto-Attack-Damage-Sniper in der Mitte. Oder ein Hybrid, das halte ich für am wahrscheinlichsten. Oder, also Syphilectory kauft und so, aber auch eine Dragonlance und vielleicht später noch, keine Ahnung, andere Auto-Attack-Damage-Items. Oder es wird ein Support-Sniper. Aber Support-Sniper, der Schrapnel benutzt am Anfang und dann Aga-Nims kauft, hm, hm, ist schon ein bisschen, bisschen griefy, oder? Ist so ein bisschen papp und selbst da nicht wirklich geil. Vench hat Swap. Vench ist auch was, was gefährlich für Sniper ist. Weil sie starkes Long-Range-Repositioning hat. Vor allen Dingen, wenn Swap Level 2 oder 3 ist. Und sie Dagger kaufen sollte. Sie könnte auch Aga-Nims-Shard kaufen. Ähm, aber sie wird auf jeden Fall probieren, den Sniper manchmal reinzuswappen. Trotzdem komischer Support. Also hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass Liquid eine Vench picken. Muss ich sagen, bin ich noch nicht so ganz überzeugt von. Und wie geht's euch damit? Ja, Packer ist nicht schlecht gegen Sniper, wenn er ihn erwischt. Also würde ich sagen, ist ganz nice. Hm. Jaja, nee, so läuft das nicht, äh, Dodo. So läuft das nicht. Das ist ganz anders hier. Hm. Ähnlich wieder bei euch. Oh, Lion. Es ist voll nice, oder? Elder Titan, okay. Aber Lion? Also wir sehen echt nochmal einiges, was wir noch nicht erleben durften. Oh, was ist das hier? 10 Sekunden remaining. 5 Sekunden remaining. Ich spiel Mensch auch ganz gern, ja. Lion, ich hab immer den Traum bei Support Lion, dass der zufällig ganz viel Finger-of-Death-Kills bekommt. Und dann am Ende mit Aga-Nims total Spaß hat. Die Wahrheit ist, der rusht ein Dagger und wird komplett für Dagger-Hacks benutzt. Also Instant Disable. Mit Earthspike. Mir ist manchmal nicht so ganz klar, warum Lion Shaman vorgezogen wird. Aber ich glaube, es liegt daran, dass es Schad von Lion eine gewisse Art von Utility gibt, die sehr gut sein kann in solchen Pro-Matches. Dass er seine BKB dann praktisch da drin aktiv hat, das durchchannelt. Hm, und... Ja, sein Kit ist halt krasser Disable und sehr, sehr Support-lastig. Ist nicht so greedy wie ein Shaman, der mit Wards auch noch Impact haben will und pushen will und so. Emma ist leider auch nicht so stark, Philip Rage. Ist auch nicht der krasseste Held momentan. Ja, aber Mensch ist momentan nicht die stärkste Torben und sie verfolgt keinen eigenen Gameplan in ihrem Line-Up. Außer sie picken jetzt noch eine Luna oder so. Hm. Darkseer finde ich ganz gut. Zumindest als Pick. Clockwork freut mich, weil er Spaß macht. Darkseer, okay. Äh. Clock Darkseer Lane ist natürlich legendär. Ne? El Classico. Die Venge werden sie dann mit irgendwas auf die Safe Lane stellen, was sie sich aufheben. Und Zeus steht Mitte. Ich finde den Azuray-Draft ziemlich gefährlich, tatsächlich. Ich finde auch den von Liquid durchaus unangenehm. Also der ist schon stark. Versteht mich nicht falsch. Aber sie haben nur einen richtigen Stun. Oh, oh. Und Azuray pickt einen Faceless und das ist richtig schlau. Oh, das ist so schlau. Ich sag euch mal, warum ich das so mag. Erster Grund, ihr Late-Game ist damit ultra stark. Das bringt Liquid in die Bredouille, dass wenn sie einen klassischen Hard-Carry picken, dass sie wissen, der kommt im Late-Game trotzdem nicht an. Gegen einen Faceless-Fold und einen Sniper. Also krasses Late-Game. Dann, Chronos 4 synergiert perfekt mit einem Sniper. Der reinschießen kann von Weiterentfernung. Und mit Elder Titan und mit Laien. Also Hammer synergetisch. Kommt noch dazu. Dazu haben sie einen fetten AOE-Teamfight-Control-Spell. Den haben zwar Laien und Elder Titan zu einem gewissen Grad, aber noch nicht so extrem wie einen Void. Und das ist alles, was einen Sniper liebt und was sie auch jetzt noch dazu picken können. Einen anderen Helden, der das auch mag. Einziger Nachteil, sie sind zwar sehr stark im Late, sind aber ein bisschen greedy vielleicht. Und dieser Nachteil wird, finde ich, auch etwas kompensiert, weil ihre Verteidigung so gut ist. Elder Titan ist sehr gut im Verteidigen von Objectives. Und Laien ist auch ein eher aufopfernder Support. Auch mehr als zum Beispiel ein Shaman. Und kann so eine Hard-Carry, die sehr greedy sind, ganz gut übers Mid-Game tragen, wenn es halbwegs läuft. Die Gefahr bleibt bestehen, dass Liquid zu viel Tempo aufbauen. Aber ihr Line-Up ist noch nicht so darauf ausgelegt, dass sie komplett drüber fahren. Nicht wie letztes Mal zumindest. Also ich finde den Pick sehr schlau, tatsächlich. Und ich hoffe trotzdem, dass Liquid das machen. Die Wall ist auch so semi-gefährlich für den Void. Da gibt es Schlimmeres, wie Luna zum Beispiel, die dem zum Opfer fallen kann. Und von der Illus kreiert werden können. Und Natural Order ist auch geil mit dem ganzen Physical Damage von Faceless und Sniper. Da muss Liquid jetzt echt einen schlauen Last-Pick machen, finde ich. Ja, Schad ist nice. Auf Wensch. Und Clockwork leidet auch unter Chronos 4. Der kann da sehr schlecht reinhucken. Der Stunt ihn zwar mit dem Hook, aber nur ganz kurz natürlich und bleibt dann vorne kleben an der Chrono. Kann ihn nicht gut aufhalten. Swap ist nice gegen Chrono. Die Wensch, wenn die nicht in der Chrono ist, kann immer jemand rausgeswappt werden. Das ist so ein Konter, den sie haben, wenn man so will. Aber ist auch nicht so leicht. Es hat am Anfang nicht so viel Reichweite. Wensch ist nicht so mobil. Der kann auch gucken, dass er die miterwischt. Also, ich finde es echt leider ziemlich solide gemacht von Azuray. Nur könnte es sich als Too Greedy herausstellen, meine Idee für Liquid wäre, dass sie jetzt einen Last-Pick machen, der nicht in diese Richtung geht. Wir farmen dagegen an, sondern in die Richtung, wir benutzen das, was wir schon haben, geben dem noch mehr Tempo, noch mehr Power und probieren es ähnlich wie gerade schon im Mid-Game sehr, sehr krass an uns zu reißen und vielleicht sogar schon zu gewinnen. Azuray's turn to pick. Alch wäre sowas, ne? Alch könnte sehr schnell farmen, deutlich schneller als die beiden und würde dann Mid-Game mit einer schnellen BKB und einem Radiance oder so zusammen mit seinem Team loslaufen können. Und er ist ganz gut gegen Faceless Void und, also okay, und er ist, ähm, er ist jemand, der einen Sniper vielleicht mal erreicht. Sie haben eh den Clock als Gap Close gewählt gegen Sniper. Über den wollte ich eigentlich noch reden, aber ist auch so ein Ding mit Hookshot. Ich finde Clock persönlich nicht ganz so geil gegen Sniper oft, weil der Hookshot muss halt treffen, sonst stehst du da. Und er kann gut Pike kaufen auf Sniper, um aus den Cogs zu kommen. Aber du kannst ihn hooken, du kannst ihn dann mit den Cogs bouncen und dann ist der Rest ja auch dran auf dem Level. So, und sie picken noch einen Cent, weil sie wissen, sie müssen aufs Mid-Game achten, weil sie wissen, sie brauchen jemanden, der ganz viel tankt, der vorne mitsteht und weil es dann einfach stark ist momentan. Stampede ist der Hammer, gibt auch dem Sniper Mobilität, lässt ihn noch mehr wegkommen und er ist durchgekommen. Im Last Pick noch einen Cent, absolut geil. Also, ich finde, Azuray hat das sehr stark gedraftet, muss ich gestehen. Zwei Milisupports, ne, ein Milisupport, ja. Es ist wirklich gut. Das ist so balanciertes Line-Up, auf fast allen Bereichen. Leichte Cooldown-Abhängigkeit, aber das geht noch. Der Philactory-Sniper würde funktionieren, der Auto-Attack-Sniper würde funktionieren. Ich finde den Philactory besser fast noch, weil er mit Assassinate in die Krone immer machen kann. Schnell, oder auch davor und so. Und, oh, da kommt's, da ist es, der Mid-Game-Bruiser. Sie picken den legendären Mikkepatsch. Und sie mussten sowas picken. Und ich finde es gut, weil sie gemerkt haben, sie sind, ich glaube das, ja, ich glaube, sie haben gemerkt, sie sind in dem Draft in der Situation manövriert worden, die scheiße ist. Sie können jetzt nicht regulärs machen, sie müssen also was picken, was Mid-Game-Tempo macht. Ähnlich wie auch Pajers vorgeschlagener Alchi. Patsch braucht sein Aghanims-Timing, er hat einen Dagger, er hat einen Aghanims, dann rennt er los, dann macht er Rot an. Wenn du ihn in Kronos kriegst, du Damage trotzdem da drin. Wenn du ihn nicht töten kannst, tötet er alles von dir. Er ist nicht so rüstungsabhängig gegen den Natural Order, er hat einen großen AP-Pool. Mikke spielt Patsch super gern. Wir wollten alle heute unbedingt einen Patsch sehen. Und damit ist der Traum perfekt. Und die letzten Lineups machen auch richtig Spaß. Und Liquid hat, finde ich, jetzt auch wieder eine Chance. Der Hook ist auch gut gegen Kronos. Ich glaube, Ezra hat nicht an den gedacht. Ich auch nicht. Aber das ist der beste Pick jetzt im Rückblick, der mir zumindest einfällt, wenn ich über ihn aktiv nachdenke. Super schlau gelöst von Liquid. Hammer. Ah, es ist zu prägt, das habe ich nicht gesehen. Hätte es gelesen, hätte ich das auf jeden Fall befürwortet. Ja, Storm Mitte wäre ganz gut gegen Sniper. Also nicht in der Mitte, aber danach. Ja, ist krass, tut er die Armor Reaction. Genau, Patsch 1 mit Argonims. Es war eine Weile halbwegs viable und Mikke spielt einen sehr, 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 sehr guten Patsch und auch sehr gerne Core Patsch. Aber es ist ein Risiko. Sie gehen hier, sie setzen hier alles auf eine Karte, nur sie waren schon ausmanövriert. Sie hatten noch diesen Weg, also musste sie voll auf den Committen. Ich denke, das war die richtige Entscheidung. Ja, sehr, sehr guter Patsch. Sehr, sehr guter Patsch-Spieler. Ich bin gerade irritiert, dass er das Bronze-Wappen hat nur und nicht irgendwie einen Giga Grandmaster. Aber Mikke spielt einen super Patsch. Also ich weiß, dass der den oft gespielt hat schon. Sehr, sehr oft und auch sehr erfolgreich. Der wird euch gefallen, der Patsch. Kann ich fast garantieren. Aber die Uhr tickt für Liquid und das ist ein gefährlicher Dwarf, gegen den sie spielen. Der Patsch löst echt viel. Also der ist wirklich, der gibt ihnen ein Fenster, der gibt ihnen einen Weg, den ich jetzt sehe, wie sie das Spiel zumindest potenziell gewinnen können. Ob sie es gewinnen, ist natürlich nochmal was anderes. Aber zumindest, ja, ist es so ein erleichternder Befreiungsschlag gewesen, der auch noch einen Helden integriert, der voll Spaß macht. Also ne, Patsch wurde sich ja schon vorhin gewünscht. Werden wir gleich sehen. Ja, Clock ist ganz gut gegen Sniper. Habe ich gerade drüber geredet mir online. Problem ist bei dem, dass wenn er den Hook nicht trifft, ist es nicht so nice und der Sniper kann gut Pike dagegen kaufen, dass die Cox ihn nicht einsperren. Aber wenn er trifft und ihn mit Cox zurückbounst oder sein Team schon in der Nähe ist, was auf dem Niveau meist gegeben ist, dann ist richtig nice. Also Clock kann man gut gegen Sniper machen. Klappt aber, es klappt, es klappt, ist ein guter Konter, aber es ist nicht ganz so geil wie ein paar andere Konter, finde ich. Ich spiele viel Clock und ich kenne auch Sniper ganz gut. Ja, das ist Absicht, Moppe. Leider müssen wir jetzt kurz einen Delay einrichten. Ja, kommt ein bisschen dann auf die Spielsituation an, Maxi. Wenn der Patsch ein krankes Game hat, dann geht es auch noch nach 40 Minuten. Aber wenn es ausgeglichen läuft, sagen wir mal, bei 40 Minuten am Liquid und Ezraway gleich viel Gold, gleich viel XP und beide haben gleich viele Türme eingerissen, dann denke ich, ist es fast verloren. Und Highgorn wird auch schwer gegen Sniper und Void. Sie müssen ein bisschen um den Chrono-Cooldown rumspielen. Sie müssen irgendwie die Chrono-Baiten, denjenigen rausswappen, Schrägstrich raushucken. Ja, und dann Resetten, neu angreifen und sie müssen natürlich in der Laning-Stage schon Tempo aufbauen und vor allem dann später im Mid-Game, wenn der Patsch so früh wie möglich, Agar Nims hat und Dagger, einfach reingehen und hoffen, dass es reicht. Ich glaube, sein Item-Bild wird so in Richtung Dagger, Agar, Eternal Shroud gehen, aber naja, obwohl, es gibt nur Line für, nee, Eternal Shroud ist es hier nicht. Ich weiß noch nicht, was er sonst kauft. BKB vielleicht? Das fände ich so schlecht. Schwer zu sagen. Mom! Wenig Building Damage auf Liquid. Ja, da hast du recht. Und dazu noch High-Ground-Präsenz von einem Sniper und im Void mit Elder Titan, der ja auch gut im Verteidigen ist und eigentlich sind die alle ganz gut im Verteidigen von denen. Also ja, Building Damage ist echt nicht so hoch. Das fehlt ihnen ganz klar im Line-Up, aber sie mussten so was wie Patsch picken, glaube ich. Eigentlich wäre jetzt in so ein Line-Up eine Luna gekommen, dass, dann wären sie outdoor-haftet gewesen, rein taktisch. Sie können es nicht früh genug zumachen, sie können es nicht spät gewinnen. Nicht wirklich. Mhm. Sie hätten fluchen können, mit der Luna ganz schnell zu farmen und einfach ein Item als früher unaufhaltbar zu werden oder so. Aber ja, also der Push fehlt ihnen so ein bisschen. Sogar ziemlich. Ist echt ein auffällig schwaches Push-Line-Up, sieht man selten. Aber es würde wahrscheinlich noch gehen. Es kommt wirklich einfach darauf an, wie dominant sie sind, wie viel Tempo sie aufbauen. Sie müssen Kills machen, die ersten Tower sollten kein Problem sein und dann wird's zäher. Wir schauen einfach, was der Putsch sich angelt, oder? Wir gucken einfach, was er so an der Route hat, heute. Ja, genau. Absolut Payer. Das wird auch so ein Ding. Wahrscheinlich werden irgendwann mal alle HP-Balken von Ezraway sinken und wenn die auf 0 gehen, toll, und wenn sie gerade so nicht auf 0 gehen, ein Mekka gezündet wird, drei Leute knapp rauskommen und einer noch ein Spell reinballert, und dann Liquid anfängt, sich zurückzuziehen und zu sterben, dann plötzlich, pui, dann komplette Vernichtung. Es wird, ähm, es wird so ähnlich sein wie letztes Spiel. Da war das bei Liquid auch so, dass, äh, so eine knappe, knappe Waage zwischen alles bricht bei den Gegnern zusammen oder du brichst zusammen, ne? Ah, okay, also zum Sport komm ich heute schon mal nicht. Vielleicht schaffe ich das morgen, weil es hat nur bis 12 auf. Wenn ich stream's um 11 vorbei, sind, dann passt es, aber dadurch, dass die auch immer warten, bis die nächste Serie anfängt, müsste dafür die letzte Serie kurz sein. Und die letzte war jetzt mit Abstand unsere längste. Aber das war's sowas von wert. Denkst du, äh, der Darkseer, wär der Darkseer ein Slada geworden. Und Darkseer ist schon auch richtig, richtig stark. Der hat heute, hat heute extrem nice funktioniert. Ich find trotzdem, mit Terrorize, heißt das so, also der Venge minus Armor und dann so Slada, grad auch gegen die Gegner, hätte auch sehr nice den Sniper jagen können. Hätte mit Aghanim's schönen Sustain gehabt, wär tanky. Schwierig, den in der Krone zu töten. Ähm, ja, ich hätte es Slada auch gut gefunden, auf jeden Fall. Hey Mola, oh, ein politisches Kabarett bei deinen Eltern. Was hast du für geile Eltern? Der Stream läuft immer noch, um den Tag ausklingen zu lassen. Ja, auf jeden Fall Mola, wir sind hier bis zu Endes. Äh, cool, dass du nochmal reingeschleudert hast. Mach den guten Abend noch. Ein Spielchen haben wir gleich noch vor uns. Und dann ist Schlafenszeit für alle. Oh, die Musik entspannt mich grad richtig hart. Wie lang geht denn der Stream schon? Und wie viele Stunden sind wir hier schon am Start? Neun oder so? Ja, hoffen wir mal auf eine gute Laning Stage für Liquid. Das Ding ist, die Laning Stages, ich guck mal kurz, wie lange wir noch haben. Einen Moment. Fünf Minuten. Okay, gleich geht's los. Drei Minuten. Äh, die Laning Stage, das Ding ist, ist gar nicht so geil für Liquid. Also, ihr Mid-Game ist recht mächtig. Sie müssen's halt so spielen, ne, mit dem Patsch jetzt. Und auch allgemein. Aber die Laning Stage ist, also, Elder Titan, Lion, mit Cent und Void. Also, die Void-Lane ist vielleicht nicht die allerkrasseste. Ich glaub, die Void-Lane könnte strugglen. Ja? Weil Void jetzt nicht so der starke Laner ist. Aber, hm, so, Cent, Elder Titan, zusammen, ist schon richtig stark. Gerade gegen Melee-Helden. Weiß nicht, ob der Patsch dagegen ankommt, ehrlich gesagt. Wird der nicht zerschmettert? Vielleicht nicht. Vielleicht schon. Ich glaube nicht, dass er, dass er da so ein gutes Ding hat. Also, meine Prediction ist, Bot-Lane besser für Azuray, Top-Lane besser für Liquid und Mitte, Zeus gegen Sniper. Ich glaub, der Sniper wird da fein sein. Also, Sniper spielt ganz gern gegen den Zeus. Kein Problem, der Zeus pusht mit Arc-Lightning rein, du kriegst die ganzen Last-Hits, du stehst bequem rum. Wenn er, ähm, over-committed und zu nah an dich ran will, weil er dich nicht wirklich harassen kann wegen deiner Range, dann hittest du ihn einfach mit, ähm, mit deinen Auto-Tags. Das Match-Up ist super für Azuray. Also, ich glaub, die Landing-Stage geht eher in Richtung Azuray oder ausgeglichen. Aber ja, mal sehen, vielleicht, äh, stimmt das auch überhaupt nicht. Ähm, 6, ähm, noch ein bisschen. 50-50 Game sehe ich nicht so. Ich würd sagen, 70-30 für Azuray. Aber ich freu mich, dass Liquid diese 30% hat, weil vor dem Putsch-Pick hatten sie für mich kein Out, also keinen Weg. Außerdem möchte ich, dass Liquid gewinnt. Also komm, 50-50, wir machen 50-50. Ja, würd ich auch sagen, wurde ja vorhin schon gefragt, ist Sniper-First-Pick nicht schwierig wegen Counterpicks? Du kannst allgemein Counter gegen Sniper picken, die nerven, aber auch nicht davon aufhalten, ein okayes Spiel zu haben. Und in der Mitte kannst du ihn eigentlich nicht wirklich countern. Also du kannst Helden picken, die gegen farmen, du kannst Helden picken, die mithalten, aber Sniper's Ziel ist gar nicht, dich zu töten. Sniper's Ziel ist einfach, sein Spiel auf, aufzuziehen und was willst du da machen? Du kriegst es nicht. Ich glaube, es gibt einen Counter in der Mitte gegen ihn und zwar ihn zergangken. Aber Gangs in die Mitte sind nicht mehr so modern und funktionieren nicht mehr so gut wie früher. Aber ihn richtig hart wegganken ist wahrscheinlich die Möglichkeit. Sniper wird vernichtet, indem er immer wieder angegriffen wird. Zum Beispiel ein Spiritbreaker, der dauernd reinchargt oder so ein Scheiß. Ja, aber der ist ja kein schlechter Auto-Attacker, Dota2Go. Das ist wie zu sagen, Sniper-Countern ist besser spielen, als der Spieler, der Sniper spielt. Wenn beide gleich gut Last hätten, gibt es wenige, die bei einem Sniper jetzt immer ihn out zu essen, zumindest deutlich. Der hat eine sehr gute Animation, die ist fast instant da und wenn er richtige Items kauft, ist er ein Schaden zumindest moderat. Und er hat Headshot. Daumen auf Anschlag für Liquid. Gut zusammengefasst, wir können jetzt ins Game. Los geht's. Ich mach die Mucke aus und dann erwartet uns ein allerletztes Abenteuer. Bis morgen um 14 Uhr. Dann geht's weiter. Also dann. Viel Glück, Liquid. Ich drück die Daumen. Es wird schwierig. Es wird ein gefährliches Spiel. Das ist ein bisschen Wombat. Zoe Sulti ist gut gegen Sniper, weil sie ihn aufdeckt. Das auf jeden Fall. Zoe Sulti ist super, aber das ist ja nicht in der Mitte am Anfang. Gegeben. So was wie Hook ist tatsächlich auch nicht schlecht gegen Sniper. Im Early Game vor allem auch. Also Putsch gegen Sniper, da muss der Sniper halt aufpassen, dass er nicht irgendwann stirbt. Aber selbst wenn er stirbt, wird er Last Hits kriegen. Okay. Könnte da schon was passieren? Weiß ich nicht genau. Jetzt kommt der Smog von Azuray. Kleiner Vorteil für sie an der Stelle. Liquid hat ihren investiert. Oh, sie haben aber schon den Void gebrochen. Der Rest ist noch nicht aufgedeckt. Einmal Ringelreihe um die Bäume. Ja, wusste ich, aber alles Absicht. Ah, scheiße. Scheiße. Macht die Augen zu, Leute. Nicht hingucken. Muten. Wegschalten. Alles gut, alles gut. Ich sag euch, wenn ihr wieder einschalten könnt. Ruhig. Entspannen. Alles okay. Wartet noch, wartet noch. Kurz warten, kurz warten. Ihr müsst noch sieben Sekunden durchhalten. Dann dürft ihr wieder die Augen öffnen. Gleich haben wir es. Streckt euch nochmal. Die Welt ist in Ordnung. Ihr seht weiße Strände hinter einer rasch aufgehenden Sonne. So, ihr könnt gucken. Alles gut. Bounties sind ausgeglichen. Scheiße. Bounties sind drei an Azuray gegangen. Es ist bitter gelaufen, aber es ist okay. Ansonsten alles fein. Wir gehen schnell auf die Last Hits, dann sieht man das auch nicht. So. Alle haben noch null. Für den Sniper kommt da nix. Der benutzt nur seinen Kurier aus Spaß. Der Mike putt den, weil er sonst nix zu tun hat. Hey, danke nochmal, Skeletor. Oh ja, danke, danke. Overlay nicht vergessen und let's go Liquid, die zweite. Ey, du musst mich, ey, das ist unglaublich. Wie Skeletor mich immer von dem Text rettet. Let's go Liquid, die zweite. Danke für den Fünfermann. Ja, alles gut, Christoph Wuchs. Weiß auch nicht. Ich glaube, er war kurz weg, aber jetzt können wir einfach schauen. Da unten wurde es auch schon knapp, aber für beide Seiten. FY und Insania mussten aufpassen. Micke muss Last Hits sammeln. Der hat hier großes Gewicht auf seinen speckigen Ekelschultern. Also du hast sogar einen Fuchs als Avatar. Das ist ja hier sehr stilgerecht. Oh, oh, ein Kill. Nice. Ah, nee, doch nicht nice. Also, er hat einen Kill gemacht, aber es ist nicht schlimm, weil er war kein First Blood. Alles okay. Kein Problem. Die Runde gibt's kein First Blood. Es hilft sich hoch. Leider überlebt der Elder Titan auch noch. Also da oben, die Lane, hab ich echt erwartet, dass Liquid besser da steht und auch, ach so, die haben's auch gewechselt. Das ist der Elder Titan oben und nicht der Line. Trotzdem hab ich erwartet, dass die besser stehen, dass er keinen Kill da macht gegen die beiden. Es ist ein Elder Titan und er hat's gut gespielt. Was für ein Hook von Götterpatsch, Micke und es ist egal. Es ist egal. Oh mein Gott. Oh Gott. Aber er überlebt. Nein, er überlebt nicht. Der letzte Auto Attack. Ach Gott, meine Güte. Insania macht zwar auch den Kill, aber es ist genau der Kill, den du nicht willst. Auf den Support, nachdem dein Carry schon tot ist und nicht mal mehr die XP bekommt und Line auch mit Luck, ne? Gerade so den Patsch getötet. Yikes. 3-1 jetzt für Azuray. Starker Einstand in die Laning Stage von ihnen. Vor allem auch die Top-Lan mit dem Elder Titan. Es geht mir nicht aus dem Kopf, wie er den einen verprügelt hat und dann einfach weggelaufen ist. Sollte trotzdem noch hier Probleme geben. Ein Shell ist wirklich nice gegen den Faces Void. Das Schaden über Zeit ist nicht so angenehm zum Refreshen und er ist melee. Musst du mal ran an, ne, Creeps. In der Mitte, Nisha. Ja, ist halt gegen den Sniper. Das Matchup ist kein Problem für den Sniper. Also klar, kriegt er zuerst auch was, aber kannst du ihn halt nicht aufhalten. Von Sniper. Also Sniper kannst, du kannst Sniper nicht davon aufhalten, Sniper-Sachen zu machen. So, mein Sprachzentrum setzt langsam aus. Wir atmen durch. Es passiert gerade gar nichts mehr. Gehen wir aufs Vermögen, weil schon so viele Kills gefallen sind. Oh, der Sniper hat aber viel. Naja, egal. Kleiner Zufall. Darunter reihen sich dann alle so ungefähr gleich an. Oh, wisst ihr noch, vorhin hat es zwar nicht so richtig geklappt am Ende, aber der Hook war schon geil von Mikko, oder? Wie er ihn da rausgeangelt hat. Max Range. Nur um dafür zu sterben. weil Centauri da steht und Cent einfach so ein krasser Lainer ist. Geht viele Lastets aktuell. Der Pudge hat das zweitmeiste Gold im Spiel. Sieht man doch gerne. Ich, selbst wenn sie es nicht schaffen, ich würde mich so freuen, wenn der Pudge ein geiles Game hat. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn sie es tatsächlich irgendwie hinkriegen. Also wenn sie mit dem Line-Up einen Sieg davon tragen, dann ist machbar, aber Respekt von mir. Also das wäre schon schön. Ah, oben Kill gefallen. Jetzt ist es passiert. Die Top-Lane erweist sich als ein bisschen zu stark für den Faces Void. Clockwork und Darkseer sind eine nice Kombination, gerade mit ein paar Leveln. Und so fällt der Elder Titan. Kann nicht mehr das tun, was er vorhin tun konnte. Und der Faces Void kriegt minimal Farmprobleme vielleicht, wird man sehen. Ja, denke ich. Und ich denke, der nächste Patch kommt am Montag. Das wäre so meine Vermutung. Direkt nach dem Turnier. Werde da auch auf Twitch einen Patch-Waterraum machen. 18-0. Hoofstorm, Double Edge auf beide. Schönen Schaden gemacht. Wird hier wohl auch nicht mehr gepullt oder so. Die QPF läuft jetzt zu ihnen. Mick hat noch einiges an Tango's, aber kriegt auch richtig Schaden. FY, ich erinnere mich, gerade so vage. Spielt einen sehr, sehr guten Line. Ich meine, den schon oft auf Line gesehen zu haben und auch ziemlich erfolgreich. Das sieht nicht gut aus für den Toys. Das sieht gar nicht gut aus, ja. Das schafft er nicht. Ah, die Magic One Charges und noch Fabry Fire und er hat sich verschätzt. Er hat verschätzt. Das Sniper ist einfach ein kleines Arschloch, Mann. Du denkst, du bist squishy, du bist klein, du machst nichts, wenn ich an dir dran bin. Der stand nicht mal gut, der Sniper. Alles egal, er macht einfach Headshot an, also Take Aim an, Headshot hat jeden Hit, hat ein paar Stats, hat Gloves für den Attack Speed, drückt Magic Wand, den man gegen Toys halt hat und sein Fairy Fire und deine ganzen Nukes verpuffen. Solo-Kill. Und unten legen sie auch einfach mal bequem zu dritt alles mit einer Support-Rotation vom Elder Titan. Holen sie sich den Putsch und die Venge. 6-2 jetzt für Ezra Ray. Nur der Void. Was war das für ein seltsamer Grafikfehler? Der Void hat noch Time Walk. Er schafft das nicht. Vakuum war perfekt getimt. Er hat zu lange gewartet. Es ist auch gegen Battery ist heute schwierig, das rauszubekommen. Also ja, geil. Sehr, sehr geil. Ein Kill auf den Void. Die eine Lane gewinnen sie, aber die beiden anderen verlieren sie. Es war ein bisschen wie zu erwarten. Nur der Solo-Kill in der Mitte hätte echt nicht sein müssen. Wenn ihr mich fragt. Ah, kommt da der Hook? Ja, pff. Das Aim von Micke, Alter. Also meine Putsches hooken nicht so. Wenn ich hooke, ich hätte da irgendwie einen Hügel-Troll erwischt. Ich hätte natürlich den Sand an mich rangezogen und wäre auch noch gestorben. Ah, ein Sandler könnte trotzdem noch verrecken, aber es hat schon viel Zeit gekostet. Macht noch den Stun. Noch eine Wave. Und jetzt stirbt er. Noch ein Hook sogar von Micke da. Aber die sind zu tanky, die beiden. Weder Sand noch Elder Titan können gegen ihn dort in der Situation sterben, wenn er alleine steht. und Support bleibt aus. Der andere Support bleibt oben, um dem Void beizukommen. Das verstehe ich auch. Der will halt mit dem Darkseer zusammenarbeiten. Sie opfern Lou gerade sehr. Also sie opfern Lou und helfen ihm erst, wenn er gedeift wird. Hat Liquid einen Schritt zu viel gewagt. Es sieht danach aus. Ori ist da. Box ist schon mal tot. Und er hat die Ulti gegen 33. Oh! Die Ulti vom Toys. Hätte fast den Void getötet. Das wäre richtig nice gewesen. Aber es ist der Double-Kill für den Sniper. Und der Void überlebt. Und sie sind einen Tick zu weit gegangen. Selbst da oben. Also sie haben ihn geopfert, aber nur in der allgemeinen Lane, weil der Support der Elder Titan wusste, er kann jetzt nichts mehr gegen Darkseer Clock machen. Sobald der Faces dann in dem Tower läuft und sie die Möglichkeit sehen, holen sie sich die Kills und schützen ihn. Das ist extrem gut gemacht. Ähm. Liquid verliert die Laning Stage. 16 Gold. 16% Gold und 5% XP. Differenz sind es schon. Und der Sniper hat ein Mega-Game. Sieht richtig gut aus. Guckt euch das an. Blackout für Liquidity ist fertig. Wir sind bei sieben Minuten. Der hat Magic Wand, Race Band, Power Trits und gleich eine Dragonlance. Sieben Minuten. Void wird weiter bedrängt. Kann mit Time Warck kaum was resetten von einem Shell. Aber Liquid muss irgendwie weiß ich nicht andere Sachen langsam machen. Sie können den da nicht reindiven. Das funktioniert einfach nicht. Micke ist Level 5. Hat 0,2. 35 Last Hits, Boots und ein Ham of Iron Will. Tanki ist er aber nicht so viel mehr und ein Cent ist einfach kein Ziel für den Hook. Weiß nicht, was die Eventstätte machen sollen. Mehr. Auch nach dem Hook nicht. Ja, auf jeden Fall, Parierre. Boots hat noch Batteries heute rausbekommen, aber er ist allein gegen 4. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie irgendwie den Elder Titan noch mit in den Tod reißen, aber Sonargolds war es, hatte eh noch 20 Sekunden Cooldown und ich glaube, der Schaden hätte knapp nicht gereicht. Ihr merkt, meine Stimme wird belegt. Ich werde traurig. Das ist nicht der Start, den ich mir gewünscht habe. Ich habe, ist aber ein bisschen der Start, den ich erwartet habe. Ui hat sogar noch ein Neutral bekommen. Ich glaube, Dragonlance ist fertig. Können wir mal machen. Eine Dragonlance, Neutral, Power-Treats, Race-Bands, Level 8. Alles ganz entspannt. 4, 0 und 57 Last Hits auf Pro-Level. Und da kommt der Stunt vom Lion, perfekt betimed. Take Aim, ist aktiv. Ding, 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 donk, tot. Xenia probiert noch wegzukommen. Es gibt immer noch ein Assassinate, es gibt eine Blood Grenade, es gibt ein Schrapnel. Oh, aber er muss aufpassen, er ist in die Wall gelaufen und er gibt es dran. Sie packen ihn in die Cocks, das Surge mit dem Movement Speed und das Einstellen und alles progt und sie kriegen den Kill bevor sie selber fallen. 33 mit dem Lasted, jetzt die 3-Mann-Crono, aber irgendwie was eine doofe Idee. Der Lion stirbt in der Crono am Rod und der Hook, oh, 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 seine erste Crono geht ins Leere, aber viel wichtiger, sie töten den Sniper. Bevor sie selber sterben, da sind die ja am Ende nicht mehr gestorben, aber dadurch hat er auch kein XP mehr gekriegt. Sehr, 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 sehr wertvoller Kill. Ganz, 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 ganz krass, Klatsch, fürs Ende der Laning Stage hat sich Liquid doch nochmal ein bisschen besser verkauft als ich erwartet hätte. Darkseer damit jetzt relativ reich, hat bald Mekka. Wenn der Mekka hat und der Patsch mit dabei ist, dann ist er schon tanky, ne? Schon gefährlich. Er geht direkt Aga auch schon vor dem Dagger. Ich glaube, weil es hier so wahnsinnig wichtig ist. Also heiße ich gut, das Aga zu rushen. Läuft jetzt erstmal in den Tower, wird gestompt, wird rufsam, wo ist der Support? Er ist nicht da. Der Sniper kommt einfach. Guck mal, wie lange der überlebt. Jetzt noch Thunder God Trash, die TPs kommen einfach zu spät. Mekka lebt immer noch. Ey, Mekka spielt es so gut, aber es kam einfach niemand. Team? Team? Wo seid ihr? Es gab ein TP auf Darkseer, scheinbar. Seltsam. Toller Versuch, Glock. Ist zu spät rein. Hat gemerkt, er sollte da helfen. Hat geholfen. Hat nichts mehr gebracht, weil sie vereinzelt reinging. Ich glaube, sie haben einfach nicht damit gerechnet, wie teuer Mekka sein Leben verkauft. Wenn man mal hier guckt, hier ist 5 Sekunden Cooldown. Also ihr merkt schon, er hätte da easy Zeit gehabt, der Clock. Er sieht auch alles. Guck mal, jetzt kann er tippen. Jetzt kann er schon tippen. Darkseer auch. Ah, Darkseer ist oben am Kämpfen. Muss man fairerweise sagen. Sie haben ja den Void gekillt. Ah, schade. Der Clock hat sich darauf konzentriert, wollte da den Kill mitsichern. Deshalb war er abgelenkt. Ist nice, dass sie den Void gekillt haben. Muss man schon sagen. Aber sie verlieren 2 und der Sniper wäre halt down gegangen. Sie hatten den Sniper wahrscheinlich getötet und wahrscheinlich wäre der Putsch weggekommen. Irgendwie sowas. Wären da 2 TPs gekommen. Egal. Ist schwierig zu machen. Vom Clock her, weil er da oben eben guckt. Vielleicht überschätze ich auch, sein Impact wäre er früh gekommen. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das wäre genau, was sie gebraucht hätten. Der Clock synergiert da richtig gut in der Situation. Okay. Immerhin ist auch Void gestorben. Es hat ja geklappt mit dem Thunder God's Rast und so, den hier zu finishen. Dachte, sie haben das für den Putsch gemacht. Also es ist ein Trade. 7% Gold, 6% XP, aber die Win-Wahrscheinlichkeit ist so hoch in Richtung Azuray, weil sie halt das Light Game haben. So, wieder der Putsch und wieder down. 5 von Azuray. Disablen ihn durch, töten ihn, Finish mit Finger of Death. Kein Support von Liquid. Oh, 1-4. 1-4 auf Putsch. Das wenigste Gold von allen Kors. Der Fels ist übrigens auch am Arsch, ne? Beide Hard-Carries leiden wie Sau. Aber Azuray hat noch einen Sniper und Azuray hat das Late Game. Putsch braucht viel schneller, viel mehr, um hier Tempo zu machen. Wem geht's gut von Liquid? Dem Darkseer. Der kann ein bisschen was machen. Keine Frage. Er kann, äh, ein Aghanims kaufen vielleicht. Er kann Dagger kaufen. Er ist jetzt natürlich eher auf Mech und Sustain gegangen. Die wollen Teamfights haben und da kriegen sie vielleicht einen kleinen Wall. Ah, und Vakuum kam nicht mehr raus. Er kommt nochmal weg, aber nicht von dem. Nicht von Clockwork. Perfekter Hook. Toll gespielt vom Clock. Er ist in den Koks eingesperrt, aber nicht mit Hooks, sondern mit gutem Positioning und dann noch den Laien aus dem Wald gerissen. Da sehen wir ihn nochmal. Bricht sein TP ab. Uri, fleißig weiter am Farmen. Aber der Darkseer hat tatsächlich mittlerweile mehr Gold. Bei dem klappt echt alles. Auch dem Zeus geht's ganz gut. Zeus kann ja auch ein bisschen carryen, ne? Mit Autotech und Manta und so. Der ist durchaus etwas stärker im Late Game, als er es früher war, was das Thema angeht. Auch mit diesem prozentualen Hits dann hier, die ein Haiya mal erwähnt hatte. Auf Level 20. Trotzdem, ne? Die Prämisse bleibt, dass Liquid hier Tempo braucht, dass Liquid hier das Spiel dominieren möchte. Und ihr seht, wie aggressiv sie spielen. Oh, es wird so schwer gegen den Sniper. Oh, er wurde geswappt. Er hat ihn. Ich hab gar nicht gecheckt, dass er ihn da gesehen hat. Der Swap ist eine der Antworten, die sie besitzen. Oh, der Storm. Aber gerade noch vor der Krono. Sundergold hat was rausbekommen. Die Krono war so gut. Fast hätte sie den Sniper gerettet. Hook trifft nicht. Jetzt muss Micke ranlaufen. Nishak kommt raus mit dem Jump und Micke kommt zu gutem Timing rein. Tolles Vakuum. Tolles Dismember. Sie haben sie. Sie haben sie alle. Drei Leute von Azuray sind down. Lue eine Sekunde. Cooldown auf Time Walk. Kann es jetzt benutzen. Muss es nicht mal mehr machen. Wow, was ein Kampf. Der Swap, ey. Ich dachte, der Sniper steht vorsichtig genug. Stand er aber nicht. Der Hook trifft. Der andere nicht. Aber es gibt viele Skillshots bei Liquid. Und so wird auch FY fein. Ey, sie haben es geschafft. Sie haben, obwohl der Patsch nichts bekommen hat, diesen Tempo-Swing hingelegt. Sie haben den Sniper reingeswappt. Sie haben ihn gekillt. Das war auch sauknapp. Aber dass er mit der Ulti den Sniper finisht, bevor die Chrono kommt, hat den Kampf entschieden. Wenn die Chrono eine Millisekunde schneller ist oder der Zeus eine Millisekunde langsamer oder der Sniper den Nuke knapp überlebt, dann hittet er in die Chrono mit Tag Aim. Und da waren alle drin. Und dann stirbt erst der Zeus, dann stirbt alles andere. Da liegt überall Schrapnell. Selbst wenn dann irgendwie der Sniper am Ende fällt, ist es ein komplett anderer Kampf. Ganz, ganz, ganz knapp. Daumen drücken hat sich gelohnt. Man weiß es nicht, Big Daddy, wann er kommen soll. Mitte April. Aber ich denke, direkt nach dem Turnier am Montag ist er am wahrscheinlichsten. Ja, absolut am Zaubern. Und jetzt hat der Putsch plötzlich ein bisschen was, ne? Hat auch schon mal mehr als der Void, den sie erfolgreich klein gehalten haben. Sein Aga wird vieles ändern. Ich freue mich so aufs Aga vom Putsch. Es wird hier richtig, richtig schön sich anfühlen, denke ich. Es wird samt auf unseren Augen sein. Sehr spannend. Absolut. Aber ich glaube, es sieht immer noch ganz schön gut für Azuray aus. Trotzdem Kampf. Interessanterweise hier 66% für Liquid. Da gehe ich aber nicht mit. Der Vorteil ist nice und der Kampf war super. Aber ich würde maximal 50-50 sagen. Eher 55-60 für Azuray. Aber es war schon ein krasser Temposwing. Sie haben auch schon Gebäude eingerissen. Der Darkseer ist so stark. Hier geht Shivas jetzt. Interessanter Wahl. Gute Wahl. Sehr gute Wahl. Slowed, amplifiziert, Rot. Ist richtig nice hier, die Shivas. Macht total tanky, gibt auch Rüstung. Und, ähm, ist gut gegen Auto-Attacks. Also gut gegen Void und gegen Sniper. Liquid arbeitet sich hier auf ein wahnsinnig starkes Timing. Ähm, hinzu. Und Azurayim braucht Items und braucht mehr noch. Also der Sniper geht Auto-Attacks. Er hat sich gegen Flactory entschieden. Äh, dein Maelstrom ist gleich da. Hat jetzt aber länger gedauert, als ich erwartet habe. Gerade nach dem Traumstart. Und Patsch ist, wie von Zauberhand, fast dran an dem Sniper. Nächster Swap. Diesmal aber auf den Cent. Der ist Tanky. Das Member. Und er hat immer noch halbe Leben. Stunt jetzt die Venge. Die kommt auch nochmal raus. Und so ziehen alle Parteien halbwegs glücklich von Dunnen, dass sie nicht gestorben sind. Reicht, glaube ich, zumindest Azuray. Ihr könnt am nächsten Tower natürlich dem letzten Tier 1 der übrig ist. Das offensiv-sichtliche Objective. Danach könnte man da auch ein Tier 2 einreißen und eventuell in 5 Minuten den Tormenter contesten. Krasser Hook, ne? Geil gemacht. Erfolg kriegt er uns dann raus. Stirbt aber. Mickes Hook hat da nichts mehr. War da nicht mehr von Nöten. Hat geliebäugelt mit dem Projekt. Will natürlich auch nicht seinen Clock rausziehen. Nur noch 300 Gold. Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat, der Patsch. Keine Ahnung. Aber es ist halt der Mick-Gepatsch. Er hat auch 2 Kills mittlerweile. Also das war einfach dieser Kampf hier. Der war so, so, so gut für sie. Und auch so lucky, muss man echt sagen. Shivas ist gleich da. Wenn 33 Shivas hat, wird er in den Kämpfen immer dabei sein. 600 Gold fehlen noch. Warten Sie es ab oder kämpft Liquid. Ignorieren Sie den Umstand, dass gleich Ihr stärkster, das stärkste Item hat, was Sie bisher besitzen. Da ist es, das Aghanims. Oder? Warte mal, hat er es? Ja, er hat es. Müsste jetzt gleich kommen. Und danach gibt es natürlich das Dagger. Windlay ist für ein bisschen mehr Movement Speed. Okay, ist nur ein Value Item, ein kleines. Und nach dem Dagger bin ich gespannt. Ich glaube, er kauft BKB nach dem Dagger. Ja, Skybreak. Ich streame das ganze Turnier ab Playoffs. Ist auch lange her, dass ich sowas gemacht habe. Also ich bin dann morgen auch wieder ab 14 Uhr dabei. Es gibt nur einen Best of Three, aber den Rest stream ich. Also morgen auch ab 14 Uhr und dann zum Finale pünktlich mit dem Lower Bracket Finale 15 Uhr am Sonntag. Was hast du noch gefunden? Absolut, aber ich fand Liquid gegen Azuray Runde 1 noch krasser. Äh, Runde 2 meine ich. Spiel 2 gerade. Also das Matchup hier, das Duell gefällt mir doch am besten heute. So, sie haben Aghanims und sie haben Sheebas. Das ist es jetzt. Das ist Liquids großer Moment. Hier muss richtig was passieren. Sie zeichnen in der Map ein, sie wollen angreifen. Hier wird gleich der Void entdeckt. Ist kein so leichter Kill, aber er entdeckt ihn. Wird schon gepinkt. Darkseer ist unterwegs. Der Hook trifft. Ganz, ganz wichtig. Timewalk. Cooldown. 2 Sekunden. 1 Sekunde. Darkseer ist gleich da. Oh, war das knapp. Er wollte schon Vakuum machen. Es war noch eine letzte Battery Instanz, aber dann ist rausgekommen. Insane, er steht hier voll bereit. Ultra gut versteckt. Sie wissen natürlich, dass der Face es nicht alleine ist. As-A-Way möchte es drehen. Haben jetzt Bock. Aber müssen weiterhin vorsichtig sein. Liquid versammelt sich. Toys kommt. Putsch kommt. Bald greifen sie an. Ja, da ist die Wall raus. Aber, Mensch wurde hinten aufgespürt. Die wollte lauern. Putsch, Hook trifft nicht ausgewichen. Lu so geil gemacht. Vakuum kriegt trotzdem Chrono und Timewalk raus. Da ist die Kombination mit der Elderteid. Und er selber kann aber nicht hitten. Jetzt werden sie gestompt. Er musste halt mit Timewalk den Schaden resetten. Da kommt Assassinate. Oh, was ein Kill. Ori Double Kill. Zwei sind schon down. Mika alleine, aber mit dem Aga. Reicht es? Reicht es? Nein, es ist genau das. Es reicht knapp nicht. Keine Kills mehr. Nächstes Assassinate. Zack, ey. Scheiße. Gut gemacht, aber auch von As-A-Way. Krasse Teamfight-Control. Gerade von dem Boy. Das war so knapp alles. Oh, und der große Angriff. Der große Moment. Das große Timing. Es ist gescheitert. Fuck. Wie sie die Venge direkt aufgespürt haben, ne? Also beide Teams wissen ungefähr, was die anderen machen wollen, aber ich hab nicht gedacht, dass sie das checken. Haben sie vielleicht auch gar nicht. Ist irgendwie zufällig gelungen. Der Sniper stand so gut. Doch, guck mal. Hier wird schon, hier wird schon gepinkt. Ja, ja. Hier, das ist einfach, ja. Das ist einfach richtig bitter. Da steht sie komplett falsch. Kriegt nix raus. Der Hook trifft, wie er dem Ausweich, dem Hook. Kannst du nicht ausdenken. Der ganze Burst mit Vakuum reicht nicht. Ich weiß gar nicht, warum er nicht reicht. Mecha. Ultra, der krasse Juke. Chrono auf zwei. Gerade so raus. Timeworkt. Alles richtig, richtig bitter gelaufen. Das ist Aghanims Timing von dem Putsch wohlgemerkt. Und dann warten sie, dann haben sie die Geduld, dann stehen sie perfekt. Box, sie hat alles auf Cooldown. Es hat auch gerade so gereicht, äh, das Assassinate from Damage. Kriegt den Double Kill. Und Micke macht ja sogar noch was. Und selbst er überlebt und keiner weiß auch, wie er das überlebt. Das, ah, Mann, ey. Jetzt kommt noch die Rocket. Reicht nicht. Oh, das ist absolut, absolut furchtbar gewesen. Das war auch viel schlimmer, als ich erwartet habe. Ich hätte nie gedacht, dass sie keinen bekommen. Auf dem Papier ist die Line-Up jetzt so stark. Und das ist es auch. Sie haben ein Shiva-Starks hier, aber unten Agandems Putsch gegen so ein Line-Up in der Spielstufe mega stark, aber es war einfach zu tief. Der Sniper stand zu gut. Die Venge hat es komplett verkackt, da lang zu laufen. Die wurde getötet, ohne irgendeinen Impact zu haben. Da gab es keinen Swap gegen die Krono, da gab es gar nichts. Also, ähm, es ging alles schief. Dann hatten sie Pech obendrauf. Es ging wirklich alles schief. Ja, ja, auf jeden Fall, Skybreak. Es war wirklich alles schlecht. Auch die Position, es war der Untergang. Ha, 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 ha. Äh, nicht nur mehr Rot-Damage. Aga ist auch, äh, mehr AOE. Oder was meinst du? Meinst du wegen dem Shiva's? Shiva's erhöht, ähm, oder? Warte mal. Hä? Die Gegnern beim Zaubern für 16 Sekunden 15% Zusatzschaden und 200 Magie-Schaden zufügt und deren Bewegungstempo für 4 Sekunden und 40% verlangt. Heißt das jetzt, dass es Spell-Amp hat? Die Gegnern beim Zaubern 15% Zusatzschaden zufügt. Beim Zaubern. Wenn du zauberst und wenn sie zaubern. Ich dachte, das würde, ähm, erhöhen, würde dein Magic-Damage erhöhen gegen Gegner. So wie Vale halt. Bloß ein Upgrade davon. Ah, das ist ein bisschen anders. Äh, verstärkt bei getroffenen gegnerischen Helden den erlittenden Magie-Schaden. Ich dachte, das macht das. Ja, es ist schon das, ne? Es ist schon das. Es ist einfach eine Weiterentwicklung. Es ist nur anders geschrieben. Also, das erhöht den Rod-Damage. Apropos, was ist hier passiert? Oh, geil. Das gucke ich mir nochmal an. Ja, wir sind noch im Game. Ich habe die jetzt schon ein bisschen abgeschrieben. Das war ganz furchtbar vorhin zu sehen für mich. Wird gezaubert. Sehr guter Angriff. Stomp bricht erst am Ende das Member ab. Jetzt will er raus. Und da kommt der Hook. Nein, kommt er nicht. Was kommt da? Da kommt eine Rocket. Und der Hook. Da kommt der Hook. Oh. Hm. Und der Schaden. Noch ein Swap. Der war sehr ambitioniert. Kriegen sie es abgebrochen? Nein. Kriegen sie leider nicht. Er wollte es mit Cox abbrechen. Parchata, alles auf Cooldown. Ey, immerhin den Void getötet, oder? Immerhin den Void getötet. Nehme ich. Besser als Nisch. Der Darkseer ist nach wie vor ein absolutes Monster. Der hat jetzt gleich Greaves. Und auch der Zeus bleibt stark. Irgendwie hat Liquid geschafft, sich von diesem Kampf mehr zu erholen, als ich dachte. Ich habe echt erwartet, dass der Swing noch härter ist. Was hat ein Ori so? Vampire Fangs und BKB als Nächstes ist seine Wahl. Ja. Kann man schon gut bauen hier, die BKB. Kann sich viel besser noch hinstellen und einfach hitten, ohne dass sie ihn so easy töten können. Aber es gibt immer noch Swap und alles. Sie haben halt nicht so viel Schaden, der durch BKB geht. Nicht so viel Outdoor-Tags. Naja. Da hat er zu viel gewollt. Und Box hat den Streak. Also der Kill ist durchaus was wert für sie. Fieser Kill. Ist zwar nur ein Support-Kill, aber in dem Fall recht viel wert. Das öffnet also bei den Tormenter. Es gibt ihm ziemlich viel Gold und XP. Es nimmt Liquid. Spieltempo. Kaufst du BKB jetzt? Ah, ist noch nicht mal Stagger fertig. Ach, und danach geht... Warte mal, geht auch Shivas? Doppel-Shivas? Was haltet ihr denn von der Doppel-Shivas? Das stackt nicht, oder? Die beiden Actives. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das einer weiß. Ich bin relativ sicher, dass Doppel-Shivas nicht stackt. Das würde total OP sein, ähm, potenziell. Sonst würden das mehr Leute machen. Aber ich meine, es ist halt ein Active, der eine Dot legt, der eine Weile hält. Und dann kannst du es aneinanderreihen und so. Aber 16 Sekunden ist lang. Solltest du eigentlich nicht mehr als eine haben. Du kannst damit auch aufdecken. Das funktioniert in der Theorie für beide hier sehr gut gegen Azuray. So ist es nicht. Aber, hm. Ja, Mensch, geht agger. Ist auch geil. Ich meine, er freckt ja die ganze Zeit. Und dann kann er aus der Krono swappen und ist nicht so ein gutes Ziel selber. Also, das Agger macht schon Sinn. Braucht irgendwas Kleines davor. Das ist jetzt hier die Drum geworden. Wir haben einen Griefs, Shivas. Wir haben einen Okane-Soys. Also, dem geht es ziemlich gut. Der hat ordentlich Items. Und, ähm. Clock gefällt mir vom Spielstil sehr. Bisher, er macht einen guten Job. Die Eternal Shroud wird da noch helfen. Aber die Eternal Shroud irritiert mich auch ein bisschen. Ich bin nicht sicher, warum er die macht. Also, ich weiß, dass Lion und Elder Titan Magic Damage machen. Und tatsächlich, Cent, ah. Cent macht auch ziemlich viel Magic Damage. Das wird dann schon reichen im Kombo. Gegen Sniper und gegen Void hilft es halt nicht so sehr. Und die wird er öfters mal anspringen. Er hat auch eine Blade Mail. Blade Mail ist sehr gut auf Clock. Und vor allem auch sehr gut, ähm. Gegen Sniper und gegen Void. Eigentlich gegen alle von Ezra, okay. Tja, und der Patsch, äh, geht jetzt tatsächlich mit dem Hammer of Iron Will dann auch nochmal Vale. Vielleicht stacken Vale und Sheevas. Stimmt, Skywake. Ah, noch ein Swap. Ich glaub, da kommt er nicht mehr raus. Der Stunt fliegt und das war's. Immerhin. Immerhin mal den Elder Titan bekommen. Der hat auch dieses geile Set. Das benutze ich auch ganz gern. Auf Clock sieht ganz cool aus. Ich verstehe das nicht so ganz. deshalb sage ich mal nicht so viel dazu ich bin mir aber 90 prozent sicher dass liquid in der spielphase mit dem line up auf gar keinen fall leges abgeben sollte die wollen ja auch kämpfen ich denke das war ein gelungener sneak aber ich verstehe auch nicht warum liquid nicht aufs leges spekuliert hat sie haben nicht das beste ihres sein aber sie haben eins was ihn töten kann gerade mit mensch rave und ein paar auto text und so noch es geht schon es dauert ein bisschen vielleicht haben sie sich selber nicht getraut schwierig weil er hat ein krasses raus line up um da zu kämpfen aber das einfach so abzugeben vor dem sniper an egis spendieren mit seiner bkb ich glaube jetzt ist das timing voll weg was sie gerade noch hatten die zeit ist einfach vergangen ja sie haben noch mal den void kurz getötet haben sie haben teamfight verloren und seitdem gab es von liquid nicht mehr so viel aber ist das da das ist ein toter patsch ja leute es ist irgendwie es ist irgendwie einfach scheiße es ist alles scheiße er steht da die haben gerade egis geholt er stellt sich da alleine rein schwierig 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 bisschen hat sie es noch rausgezögert ihr ableben aber wenn sie sterben uns auch egal weil sie in die richtung läuft und das ist die richtung in die es dabei glaube ich laufen wollte gerade ach so ich dachte sie pushen machen sie gar nicht beteiligen sich noch mal auf der map er hat auch mittlerweile bkb mom melz rünnen alle ziemlich stark über das unten noch den laien gehuckt nettes kleines play die haben gesehen dass der rest woanders hin tippet haben es aus aber das ist so individuelle klasse das sind einzelaktionen weil die spieler was drauf haben das ist kein gameplan dem wirklich gefolgt wird der gameplan dem wurde hier gefolgt auch wenn er nicht geklappt hat und jetzt seitdem machen sie einfach nur so sie drücken knöpfe und versuchen kills zu holen gegen egis wird es ganz schwierig 33 ist halt mega stark macht hier mit der wall einiges an arbeit boxy fliegt rüber hat schad sie bouncen in älter zeiten zurück investieren sogar zeus ulti töten ihn vielleicht kriegen sie a schlau gemacht von sniper bkb tp war genau das richtige weil es könnte sein dass er hier zweimal stirbt wäre der patsch mit dem deck an der nähe gewesen hätte ihn weggehuckt ich hätte micke für immer gefeiert aber er findet lou feiere ich ihn trotzdem kommt der follow-up gleich ist es da das follow-up wird knapp also schaffen es nicht ganz der hook trifft nicht die manöver von lou sind aber auch echt gut ah schade schade guter versuch noch mal diesen angriff hier zu starten nicht so viel fünf hat er ein patsch läuft einfach nicht sie haben diesen kampf gebraucht und der war wenn er ein faktor anders gewesen wäre da hätten sie eigentlich so viel mehr reißen müssen aber sie haben den kampf halt nicht bekommen und seitdem seitdem sind sie irgendwie ohnmächtig wisst ihr was ich mein die wind wahrscheinlichkeit ist aber noch ausgeglichen was mir hoffnung macht und liquid hat durchaus noch ein bisschen xp und gold vorteil zu bieten vielleicht carried der zeus ist ja kann sein der macht schon noch eine weile einiges also so ist nicht vielleicht carried er uns und vielleicht wird der patch auch noch mal seinen moment haben es ist immer noch eine spielphase wir sind bei 26 minuten wo ein patch mit solchen items wenn der rein der gott und den korrekten winkel trifft theoretisch alles töten kann und dann hat er plötzlich nicht mehr fünf sondern zehn flash steaks und dann hat er 56 anstatt 26 ist level 18 bald ist mir da und dann wird fest das wird richtig stark wenn er mir hat und level 20 talent mit dem angustempo in der chronos 4 dann wird er in der chrono alles zerfetzen können was nicht gerettet wird ja zuerst fand relativ schnell das stimmt mit dem man da halt und damit chart ist gute farben maschine kannst halt hier schwierig auto attacken in dem spiel weil du gegen den boyd stehst der dich chronoen kann wenn du ran gehst und weil ein sniper viel mehr range hat als du wenn du zu nah rangehst schießt hätte ich auch ab also er kann theoretisch schon schaden machen in teamfights grad dann später noch mit ein zwei mehr items aber er geht nicht umsonst mehr aufs der mits als auf octa co agar nimmst und so weiter hat wieder wo heute sich danach die dinger gönnt aber einer zweist bekommen glaube ich schivas sind 1100 gold so taxi holt sich jetzt agar sogar vor dagger wie langsam sie spielen irgendwie finde ich jetzt gerade aber wieder gut da vor fand ich es schade dass es nicht geklappt hat aber es war richtig anzugreifen meiner meinung nach aber jetzt finde ich ganz gut weil wenn sie mit der brechstange los rennen in den sniper mit egis gehen sie einfach da und sie würden das verlieren deshalb warten sie und farmen sich zumindest ins nächste timing und farmen können sie ein hyperstone für mehr attack speed ich dachte er geht agar hätte ich eigentlich besser gefunden verstehe ich gerade nicht so ganz guck mal nachher wie es da aussieht bei ihm aber hätte ich besser gefunden clock geht auch agar ja overclocking doppelhook nice gute idee hier aber kappen jetzt richtig nice gegen er so ray hochschot ist halt so gut gegen sie ist da und starkes battery ist heute ebenfalls viele animationen von mir ist die nicht durchkommen sollen und dann geht er noch die da los fliegt ordentlich zu ja er geht moonshirt er hat sich anders überlegt oder kommt dann ne derzeit hat er noch nicht ja er geht moonshirt weiß ich nicht ich finde aus den grad genannten gründen ist sehr sehr risky weil die meist die gegner sind sehr gut darin leute die nah rankommen zu bestrafen und physical damage monster obendrein also ja er muss den space bekommen wenn micke vorne steht und dismembert und so dann macht er halt richtig schar mit seinen auto attacks aber so nimbus würde sich auch nicht schlecht machen und es wäre deutlich safer ja ist doppel ach nee warte wie war denn das du hast ja ich gucke es mir gleich an da kommen die auto text vom zeus jetzt kommt gleich die chrono trifft zwei aber einer wird rausgeswappt micke nämlich kein mana mehr auf flue tötet nur den clockwork line ist schon mal da und auf anderer seite wieder kommt der elder titan knapp raus auch ganz knapp mit smoke und allem assassinate tötet aber auch die menschen nicht ebenfalls lag auf der anderen seite der zeus mit seinen auto text vorne drinne stirbt in der sekunde an dem faceless ja und sie kriegen ihn nicht da und da ist der magic wand da ist der time walk der nation hat nicht getroffen aber ich glaube nicht dass die mensch da weg kommt mal sehen es gibt noch ein patch der in der nähe ist ja doch sie kommt weg das ging noch für liquid aber das war auch nicht was sie wollten also battery assault trifft alle gegner das ist genau wie ich dachte power coxer und clockworks angustempo das auch wie ich dachte orcid fair blablabla hookshot betäubt länger ach nee es betäubt nur noch länger es ist nicht doppelt ist früher war es halt so ein refresh da hatte man alles noch einmal jetzt sind alle gebufft und hookshot hat dadurch keinen doppelhook mehr betäubt länger und erhält einen erhöhten wirkungsradius aber das ist trotzdem einfach gut weil hookshot hier so gut ist also sehr nice den hookshot ein jetpack bewegt sich schneller wusste ich gar nicht genau nach einer weile wird er dann ich dachte er wird sogar gestimmt aber scheinbar nur ganz stark verlangsamt ist auch egal seine ganzen fähigkeiten sind gebufft das heißt das ist übrigens krank hier das vakuum auf den high ground und dann killen sie den obwohl fast der normal punch ihn runterschiebt und noch ein hook wieder auf den high ground micke mit den plays a ultra nice cox brechen ab und der hook zeigt gleich noch den anderen ohr wie geil das gespielt ist von liquid ja also die ganzen fähigkeiten die gehofft sind davon profitiert ihr hier schon battery ist holt ist nice hookshot ist nice noch ein normal punch den kriegen sie glaube ich auch noch ich schiebe was kommt das hat so viel spaß gemacht das will ich noch mal sehen dafür haben wir doch uns über den punch pick gefreut für solche sachen mussten sie wahrscheinlich davor will ich jetzt nicht noch mal sehen maxi dieser hook hier alle erst dieses vakuum meine ich dieses vakuum war so krass wie er noch tanzt um dem hook auszuweichen und dann das member normal punch der hook jetzt zack den nächsten gang die zwei mit den plays und das war auf alle die drei mit den places war auch so gut von dem clock elf der so rum zu fliegen mit dem schad ihn abzubrechen und ihn zu hocken garantiert ihn noch ein kill das war schon sehr sehr viel individuelle klasse liquid ist einfach echt so so gut manchmal rein spielerisch dass sie ganz viel noch mal ausgleichen wenn es vom gameplan nicht klappt 3 3 0 dieser kampf zumindest gibt es noch hoffnung ich glaube ja es gibt noch hoffnung zeus hat sein moon schad fertig oder ist es nur ein hyperstone erst willst du noch mehr haben ich dachte der wäre schon näher dran egal also schaden stimmt ich fände dann noch vielleicht eine pike ganz gut oder dann ist er zumindest ein bisschen mobiler und hat angriffsreichweite um nicht ganz so weit vorne stehen zu müssen schon eine interessante aggressive wahl sein farms wiederhöhlt sich auch und vor allen dingen er ist jetzt level 20 also er kann jetzt die sechs prozent nehmen und das ist schon geil da würde auch der cent schmelzen er hat's genommen sechs prozent lp als schaden mit arg lightning also es ist mega gefährlich es ist halt aber auch gefährliches zu spielen wenn es klappt dann klappt es und vielleicht scale damit liquid auch einfach besser ins late game wisst ihr was sie jetzt unbedingt brauchen weil mic carried es nicht mehr solo sie haben ihre doppel schiebers sie haben sie haben schon viel der clock hat bald agar auf jeden fall anders stimmt ja also das ding ist aber flares das hätte ich vielleicht davor sagen sollen ich habe gemeint dass agar ist gut auf ihm weil diese ganzen fähigkeiten die buffs bringen hier viel das habe ich deshalb gesagt weil eigentlich wenn man agar auf clock kauft kauft man es primär für die rocket eine weile lang war das total viable und es wurde immer so gespielt und dass das habe ich deshalb so ein bisschen übersprungen verbal weil das für mich der grund ist warum man es eigentlich kauft und ich dachte wow das agar hat echt viel value weil die anderen buffs sind hier auch sehr sehr relevant die triple rocket von agar nimmst ist unglaublich gutes scouting potenzial die hat kein cooldown und fliegt überall lang und du siehst alles deshalb ist es so beliebt ist auch gut mit hooks und skillshots und swaps ah schöner swap von avenge rettet den patch der kann sich jetzt noch mal neu justieren sie stirbt hat kein agar muss beibecken hookshot auf den sniper fokus auf ihnen ah blade mail bringt nichts er geht raus mit der bkb und der granate und auch thunder gods thunder gods was hat nicht geholfen aber sie sind trotzdem noch dran normal punch von darkseer und die autotecks von nisha sie sitzen sie schaffen es irgendwie haben sie es hingekriegt irgendwie kam keine krono den ganzen kampf und jetzt body blocken sie den darkseer 33 spielt sich die seele aus dem leib hat er ein bisschen übertrieben line ist auch gleich da sein team kommt aber woher es dann trifft lucky den patch und die chrono da ist sie jetzt ist der darkseer down nisha ist aber nicht in der chrono hittet noch ein bisschen benutzt arg lightnings micke auch am leben sie kommen raus in die freiheit zurück schönes man da ich glaube es hat dilation gedudged Fastção ist egal durch den巻 Nisha hatte es tollgespielt Das ist ein Kampf Das ist so ein geiles match-up So ein geiles match-up Irgendwional Mensch ist früh gestorben, aber Die autotecks sind ganz gut aufgegangen vom toys Das level 20 talent hat man gespürt und die chrono dass dies geschafft haben die chrono dass der void nicht den toys erwischt hat am anfang, war sehr sehr gut für sie Sie haben ja auch viele saves gegen die chrono Es ist nicht so leicht, die zu setzen. Also Liquid macht es echt kompliziert für Azuray. Langsam kommen wir in die Richtung, wo ich sagen würde, Azurays Lineup sollte echt stark sein. Aber wir sind auch noch nicht da. Wir sind erst bei 34 Minuten und wir dürfen nicht vergessen, der Zeus hat richtig viel Gold. Der hat das meiste Gold im Spiel. Der Darkseer hat übernatürlich viel Kohle. Also wir sind nicht in der Situation, wo sie goldtechnisch gleich auf sind. Und wir sind auch noch nicht zeittechnisch so weit fortgeschritten, dass Azuray klare Lineup-Vorteile hat bei gleichem Gold. Also wir können immer noch die Daumen drücken. Das Problem ist halt, dass Liquid, wie wir schon vermutet haben, wenig gepusht hat. Sie haben nicht so viel Gebäudeschaden. Und dass sie meistens, wenn sie Kämpfe so ein bisschen gewinnen wie jetzt gerade, sie nicht deutlich gewinnen und nicht so das Ganze umwandeln können. In einen fetten Push oder in einen Objective-Viroz, für den sie relativ lang brauchen mit dem Lineup. Also jetzt nicht mehr, weil er jetzt am Zeus stirbt. Genau, der Gewinner spielt gegen Falcons. Ja, Blademail ist zwar nicht schlecht hier, aber ich glaube, das da, das hatten wir, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich das will. Ich glaube, das da ist das Beste, was er machen kann. Eine BKB. Dann kann er reinspringen und wird nicht gestunt. Dann müssen sie ihn chrononen. Und der Rest hält ihn nicht auf. Und sie wollen ihn nicht chrononen. Das ist schon eine sehr, sehr gute Wahl. Jetzt die 9 Sekunden BKB. Vor allen Dingen, ihr Lineup ist ja ein Mid-Game-Lineup. Und wir entfernen uns so langsam. Sie haben noch ein paar Minuten. Sie kriegen jetzt auch den Roche endlich. Sie kriegen das Aegis. Dann springt der rein, hat einen 9 Sekunden BKB. Großes Timing nochmal für Liquid auf jeden Fall. Ezra im Smoke. Wollen das vereiteln, dass Aegis an die Gegner geht. Haben sie aber nicht geschafft. Zu langsam. Und auch der Zeus gibt noch BKB. Auch richtig schlau. Boah, daran habe ich gar nicht gedacht. Warum nicht auf Zeus eine BKB kaufen mit einer Moonshot danach? Dann kann er auch hitten. Zumindest besser. Er ist aber ein gutes Chrono-Ziel. Auch mit der BKB. Also der Faces sollte den Zeus chrononen. Das Problem ist, dass er gerettet werden kann. Von der Venge. Und tendenziell auch mal von Putsch. Da kommen die Rockets. Decken alles auf. Sind aber im Smoke. Außer der Elder Titan. Und da ist Thunder Gods. Und sie wissen, wo sie sind. Vakuum auf zwei. Ist da Wall rausgekommen? Nein. Keine Wall vom Darkseer. Chrono gibt es noch. Kein Hook-Treffer. Aber Hook-Shot-Treffer. Zumindest der Line. Buyback auch auf Darkseer. Ori will sich wehren. Aber gegen die BKB von Mikke kann seine eigene nicht viel machen. Er ist also dran. Und sie hitten ihn zu zweit. Kriegt noch eine Granate raus. Kriegt noch ein paar Schläge raus. Ist ganz allein. Wall ist jetzt eben aktiviert. Die, die vorher nicht rauskamen. Garantiert den Kill. Auf den Sniper, er wäre eh gestorben. Mikke leider auch nochmal verreckt. Elder Titan und Sand machen mehr Schaden, als man denken könnte. Guckt euch das an. Heiliger. Double Kill für die beiden. Oh oh. Und die Chrono. Die Chrono war ja noch gar nicht verwendet. Hier bricht sie dann auf Liquid da nieder. Was ein Chaos-Kampf. Boom. Oh nein, ey. Oh, ist die gut. Ist die gut. Er ist geduldig damit, ne? Schaut euch das mal an. Wie geduldig der Woid ist. Weil er weiß, dass die Saves halt am Anfang alle da sind. Allein das hier ist ja schon verrückt. Total verteilter Kampf gewesen. Hier kommt das Buyback. Aber der Woid kämpft da oben derweil gegen Nisha. Und Nisha Mantat. Verliert sein Aegis. Und beschäftigt sie halt lange. Das Problem ist, das bringt hier nicht genug. Weil die alles zerreißen. Und weil auch der Patsch, nachdem sie den Sniper mit viel Mühe töten, einfach verreckt. Ja, und dann kommt hier die Chrono. Spät, spät, spät. Ich will einmal noch eine Sache checken. Und zwar die Wensch nochmal. Weil die Wensch, finde ich, stirbt immer viel zu früh. Ah, die hat schon hier geswappt, ne? Hier. Ja, aber der Swap, ja. Ich verstehe warum. Aber im Endeffekt hat natürlich der Zeus den Swap gebraucht. Naja, dann steht sie da, Stunt den BKB-Tra, also den Laien mit Schad. Und stirbt einfach Kollateralschaden-mäßig. Ah, der Vensch-Bick geht nicht so oft für sie. Oh Gott, das war's nicht. Das war's nicht. So langsam. Ich hab noch Hoffnung geschürzt. Sie hatten Aegis, sie haben viele Saves, sie haben noch eine Mid-Game-Phase. Aber guckt euch an, wie stark dieser Void ist. Und der Sniper hat lange gelebt mit der BKB. Er ist gestorben und sah gut aus auf der Seite für Liquid. Den zu töten war geil, aber sie haben sogar noch Wall committed. Und der Darkseer am Anfang, ne? So zu sterben und dann beibecken zu wissen, hat ja auch bedeutet, dass er lange nicht im Kampf war. Sehr, sehr lange nicht. Das Aegis auf dem Zeus war eigentlich smart, weil er ist die Glass Cannon gewesen. Void und Sniper. Boah. Tötest du einen, macht der andere dich platt. Tja, und so ist Liquid ausgeschaltet. Zumindest für kurze Zeit. In zwei Sekunden kommt Event wieder, die macht's dann alleine. Ja, er hätte Putsch, er hätte Schieß benutzen können. Er hat den Burst unterschätzt. Das war keine Absicht. Er hat nicht gecheckt, wie viel Schaden ihm der Sand macht. Der hat auch Schad. Das ist heftiger Burst. Sand Burstet mehr, als man denkt. Der hat 4000 Leben. Der hat Kaya Sange für Amp. Er hat's einfach unterschätzt. Er wollte es knapp spielen und er hat's verkackt. Aber hätte er da, ich muss ehrlich sagen, hätte er da Cheese gemacht, es wäre besser gewesen. Und er hätte wahrscheinlich überlebt. Vielleicht wäre noch einer von Ezra gestorben. Und dafür wäre er dann gestorben. Aber insgesamt war der Kampf trotzdem nicht mehr so gut. Der Void wäre trotzdem gestorben. Der Zweist wäre trotzdem gestorben. Vielleicht hätte er was rausgehuckt. Ja, wer weiß. Das ist ja auch so, oh, Elrod, vielleicht unterschätzt sich auch, was er da noch für Impact gehabt hätte. Er wäre nicht gestorben. Er ist halt so echt blöd an der Seite einfach wegge... weg, äh, verreckt. Ah ja, die Käsereibe. Also seid vorsichtig mit sowas wie Megafail. Glaubt mir, sowas... Die wollen es halt knapp spielen. Es ist natürlich im Endeffekt... ...absolut scheiße gelaufen. Aber ich kann es auch verstehen, dass es mal zu spät rauskommt. Ich habe auch nicht gedacht, dass er davon stirbt, als ich es gesehen habe. Ich dachte auch, er lebt noch einen Tick länger, ehrlich gesagt. Aber bitter. Da würde er sich, da würde er sich ärgern. Ähm, und... Ja. Naja. Kann er verkaufen jetzt für 500. Ein paar Stufe 4 Items sind am Start. Voll die Nukes. Hm. Mir hat vor allen Dingen die Venge nicht gefallen. Das mit dem Käse ist scheiße. Versteht mich nicht falsch, aber die Venge gefällt mir einfach nicht in den Team-Tides. Hat sie ihr Aga? Immer noch nicht. Fehlt noch ein bisschen Gold für. Nur noch der Zeus hat genauso viel Kohle wie die Ligenerischen Kors. Noch ein Spiel nicht ganz vorbei. Muss man auch klar sagen. Noch hat Liquid ein paar Möglichkeiten, aber... Naja. Die Venge muss echt performen langsam. Die braucht den perfekten Swap aus der Krono oder den Initiate auf den Sniper. Am besten, bevor er BKW rausbekommt, ihn töten. Irgendwas in die Richtung. Selbst dann wird es schwierig. Weil dann klumpen sie, dann springt der Void drauf, macht Krono und trotzdem stirbt alles. Da ist Natural Order dabei. Das ist Level 24. Mega Items. Ja, jetzt ist gekippt, Christoph. Das, was du vorhin geschrieben hast, ist absolut korrekt, aber jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo Liquid eher noch dagegen halten muss, anstatt selber dominant zu sein. Aber es kann noch klappen. Es kann noch klappen. Stun, Dismember, kein Bash, kein Bash, aber gehext wurde. Irgendwie... Ah, Silence. Da war ein Silence. Ich glaube, Mindwaker-Hit war das von Lou. Damit haben sie das Member abgebrochen. Aber das Member macht trotzdem gut. Und ey, Natural Order fällt weg. Elder Titan Down, das ist die Chance. Liquid mit dem Vakuum und der Schiebers und dem Hookshot und dem Bounce. Und er hat PKB rausbekommen. Irgendwie dazwischen, ich weiß nicht wie. Sie nehmen trotzdem Erfolg auf. Defensive Krono und ein TP. Swap! Die Venge! Sie performt! Der Swap und das Surge und warum nicht den Putsch Surgen? Egal, nicht hinterfragen. Normal Punch, alles genug. Die Illu noch dadurch. Die Terror Wave Insania glänzt mal. Wow, der Swap. Ei, ei, ei. Geil! Da ist es. Sie erwischen sie auf falschem Puls. Sie kriegen den Elder Titan. Der Lion musste aufpassen, musste selber raus, weil er initial angegriffen wurde am Anfang von der Venge. Und Void kommt nicht weg, verschwendet seine Krono. Immer wieder schafft es Liquid irgendwie Magie herbeizuzaubern an Orten und an Stellen, wo eigentlich keiner herrschen sollte. Eigentlich sollte das so nicht gelingen. Vor allem nicht gegen Spieler auf dem Kaliber. Aber es gelingt ihm. Es gelingt ihm und der Void ist down. Ja, Darkseid spielt wirklich das Spiel seitens des Lebens. Also der Typ, der letzte Kampf hier war ein bisschen blöd. Der war schwierig und auch die Wall hier war Overcommit gegen Sniper. Aber sonst, ja. Das ist schon krass. Sie haben immer noch den Käse. Jetzt freuen wir uns nämlich, dass der Käse da ist. Le Fromage. Traumtest. Haben sie, sollten wir ihn mal unterziehen. Vielleicht auch in Sainia. Das war ja wirklich mal eine geile Aktion von der Venge hier. Ich meine, im Endeffekt war sie da und hat Swap gedrückt. Aber es war trotzdem toll. Das hat mich so gefreut, weil ich habe ihn da schon rauskommen sehen. Habe nicht auf die Venge geachtet. 20 Sekunden, dann lebt er wieder. Ist jetzt nicht so, dass sie da die Giga-Objectives rausgeholt haben. Aber immerhin, ein Türmchen ist gefallen. Es gibt ihnen Hoffnung, es gibt ihnen ein bisschen Gold. Der Void farmt nicht weiter. Ah, er hat diesen Quiver genommen. Er würde eher Mindbreaker einfach tragen. Muss er wissen. Oh, Hex für Darkseer ist absolut geil. Perfektes Late-Game-Item. Oh, er hat Kaya Sange. Das würde, hm, interessant, ne, Leute? Vielleicht will er auch Daggern und nach dem Dagger das reinziehen, anstatt für Cheese oder so. Aber das ist echt ein ernstes Lot-Problem und da würde ich dem Cheese fast lieber dann dem Darkseer einfach geben. Gibst du dem Darkseer und fertig ist die Laube. Kaya Sange, da würde ich nicht drauf verzichten wollen. Das gibt nochmal mehr Watch-Schaden. Also mit Chivas und Kaya Sange und so ist immer noch solider Damage. Oh, Micke, Vorsicht, 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 ganz ruhig jetzt. Jetzt gehen wir mal zurück, ne? Alles klar, also wir entspannen uns. Ich massiere euch auch alle, euch auch alle, wenn ihr verliert. Ich bin froh, dass ich diesen Food-Kram gesoffen habe und kein Eis gegessen habe. Das war ja jetzt echt nochmal ein richtiges Abenteuer. Alter, 23.50, 170 Zuschauer, Leute, was sind das für Zahlen? Das ist ja wie in alten Zeiten fast. Schläft bestimmt die Hälfte, aber nehme ich trotzdem mit. Sau geil. Oh, wer gewinnt das jetzt, ey? Ich will, dass das Liquid noch schafft. Sie können es ja noch schaffen, sie können es noch schaffen. Das ist so krass. Sie haben auch immer noch bei XP und Gold einen Gleichstand. Das wird wirklich mal jetzt ein Zeichen für mich. Jetzt lerne ich, wie stark Late-Game-Sus ist, weil das ist die Komponente, die ich nicht richtig einschätzen konnte und der geht ja auf Autotext. Mittlerweile bin ich ehrlich gesagt froh drum, weil wir wieder in einer anderen Spielphase sind mit BKB noch, an die ich nicht gedacht habe und Moonshub zusammen. Strahlt er zumindest eine Gefahr aus. Man muss ihm irgendwie beikommen. Vielleicht schaffen sie es ja, ihn aus der Kronoroste zu swappen und dann hittet er alles zu Brei. Und auch Micke, ne? 44 Minuten, ja, okay. Ist jetzt nicht mehr der Held, den du da unbedingt bald haben willst, aber es ist immer noch an der Grenze. Wir sind jetzt im Late-Game, ja, aber es ist noch so an der Grenze. Er hat ganz gute Items. Das Potenzial ist da, dass es vielleicht gerade so reicht. Ich glaube, der nächste Roche wird es aber entscheiden. Ich denke, wenn Azuray beim nächsten Roche gewinnt, dann kann Liquid das nicht mehr drehen. Wenn Liquid gewinnt, könnte ich vorstellen, dass Azuray den Highgorn trotzdem noch lange verteidigt und dann noch das Spiel noch gewinnen kann. Aber, ähm, ja, der Kampf selber wird auf jeden Fall superhart für Liquid. Ich glaube, sie gewinnen den nur noch, wenn sie sie outplayen. Muss ich auch klar an der Stelle sagen. Ich denke, dass Azuray mittlerweile an einem Punkt ist, wo ihr Line-Up stärker ist im 5 gegen 5. Aber da gibt es so viele Mechaniken, so viele Nuancen, so viele Playmöglichkeiten für Liquid. Wenn sie besser spielen als ihre Widersacher, könnte es noch reichen, glaube ich. Fliegen, die Rockets fliegen, sie geben Vision. Bosch kommt erst in anderthalb Minuten. Swap! Hex down! Alter, was ein Play. Und jetzt der Hook. Buyback auf Faceless. Respektieren sie's. Das müssten sie eigentlich. Ihnen ist geprockt. Sie müssten es respektieren. Hook! Er hockt ihn raus! Wie gut ist das gemacht? Ey, alter, Liquid spielt so gut gerade. Er hat auch den Schieß mittlerweile, der Clockwork. Haben sie abgegeben. Den kriegen sie aber nicht mehr weg. Jetzt haben sie den Darkseer erwischt. Oh, die Autotecks vom Zeus. Muss aber rausspringen. Blue ist drin mit der BKB. Sie kriegen doch noch ihren Kampf. Micke tankt gegen den Rest der Welt, aber auch nicht ewig. Das Late Game von Ezraway ist so stark. Der Damage ist so hoch. Da ist die Krone und da ist der Zeus ebenfalls tot. Nochmal geswappt. Die werden trotzdem alle sterben. Ich glaube nicht, dass er rauskommt. Oh, BKB-TB hat nichts gesagt. Kein Bash, kein Bash. Ja! Puh! Er musste sogar noch rumlaufen. Es gab ein Passing-Problem. Ey, irre. Irre, dass der Zeus da überlebt, aber ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Es fing so gut an, die ganze Auseinandersetzung. Was für ein Play von ihnen, den Zeust, äh, den Void da zu legen. Aber das Problem war danach. Sie wollten gehen, aber irgendwie sind sie doch nicht gegangen. Das ärgert mich schon richtig. Gerade, weil, ja, ich weiß, sie geben eventuell Roschoff, aber er ist noch nicht mal im Respawn. Der war krank, der Swap und dann direkt das Hex vom Dark Sea und alles. Der Hook war auch sau nice. Richtig gut. Und jetzt immer noch so nice. Tiny, Dankeschön. Piet mein ich. Der oberkrasse Late Game Leak Weed Booster. Vielen Dank. Ja, kam zu spät leider. Aber er hätte fast noch reingezogen. Der Hook und die Idee, jetzt zu gehen. Alles geil. Und irgendwie sieht es für mich nicht so aus, als würden sie es nicht schaffen. Er hat auch Dagger, der Darkseer. Ich weiß, der Line auch, aber trotzdem. Der ist noch abgebrochen. Der, hm, ich weiß nicht. Da kommt das Dagger, genau die richtige Idee von Micke. Alle laufen um ihr Leben und er Dagger nicht. Es ist einfach nur, dass der Darkseer nicht Dagger hat. Er Dagger nicht raus. Er Dagger hat nicht raus. Kreatin hat seine Wirkung, hat seine Wirkung nachgelassen. Er Dagger hat einfach nicht raus. Er wurde noch gegessen übrigens. Dadurch überlebt er hier. Das habe ich gar nicht mehr gesehen. Also Micke rettet ihn, aber dadurch committen sie. Das Problem ist, sie committen halt damit. Ja. Das ist das große Ding. Sie lassen sich auf den Kampf ein nach dem Face des Void Buyback, bevor sie ordentlich resetten können. Sterben alle hintereinander weg. Einfach nur, weil der Darkseer sich doch noch erwischen lässt und der Rest ist Geschichte. In so einem Kampf können sie es halt nicht gewinnen. Sie können es nur mit Outplays gewinnen. Sie machen einen Outplay, sie machen noch einen Outplay, sie retten ihren Clock und dann läuft er einfach und sagt, ach, ich gehe es entspannt an. Sie wissen ja, dass jetzt Ezraway unbedingt kämpfen will und herrennt. Deshalb ist ja auch Micke sofort rausgedeckert. Total krass, dass er das nicht gemacht hat. Oh Mann. Ich habe es wieder gejinxed. Sobald ich sowas sage, Dota2Go, ist es vorbei um den Spieler. Es ist dann direkt geschehen. Ey, Pete, nochmal danke für die Spende. Ich glaube, es wird nichts mehr, aber, ähm, ach, ich denke, das war die Aktion hier vielleicht, die uns dafür eingebracht wurde, bis sie dann nicht mehr so gut war zumindest. Ja, das ist schwierig, den Sniper zu finden, aber sie hätten ihn da nicht finden müssen, sie hätten einfach gehen können. Sie wären da raus gewesen. Der Roche wäre nicht schnell respawned, sie hätten sogar Glück gehabt in der Situation. Hätten da Rockets hinschicken können. Kein Buyback auf Void hätte, wenn sie ihn noch einmal hexen, ist er down. Übrigens noch einen Out haben sie, und zwar genau dieses. Der Faceless hat kein Aegis. Roche ist noch nicht da. Jetzt kommt er gleich und wahrscheinlich nehmen sie dann Aegis und ne, aber noch ist eine Situation, wo potenziell Liquid den Faceless Void hexen kann nach dem Swap und direkt tüten kann. Und dann hat er kein Buyback und das wissen sie. Das ist ihr Out in dem Game, würde ich zumindest sagen. Das heißt, sie müssen eigentlich den Rückzug vereiteln, aber das wird ganz, ganz schwer. Gibt es der Hookshot? Ne, er steht in der Base, er macht es nicht. Weil die gehen ja jetzt und versuchen zu TP'n und so. Ich dachte, vielleicht traut er sich, auch wenn sie erst zu dritt sind, irgendwie, irgendwas, irgendwo. Ne, keine Zukunft für Liquid. Agandems Blessing, Aegis, Schad, ah, gehen sie zu 5 zum Roche Pit? Schaffen sie das? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sieht nicht so aus, als würden sie es schaffen. Ach man ey, es ist auch schwer in so einer Spielsituation gegen das Line-Up. Es ist wirklich schwer, aber, ach man ey, ich sag nur, ach man ey, warum hat er nicht gedagert? Ich fühle mich, als würde ich das Turnier gerade verlieren. Ja, damit werden sie gegen Gladiators spielen morgen um 14 Uhr. Einmal noch aufbäumen. Moment, wir müssen zurückspulen, was ist da passiert? Es war, glaube ich, ein gefällter Hubschrott. Fuck. Ist aber ohne Overclocking gewesen. Ja, jetzt hat er Void des Aegis und jetzt müssen sie den Sniper kriegen. Jetzt müssen sie den Sniper kriegen und hexen. Und irgendwie schnell genug, dass die Krono nicht counter-initiated. Sie pushen. Angriff für Liquid. Jetzt geht's erst richtig los. Darauf haben sie gewartet. Sie haben es sich ein bisschen schwerer gemacht, als kleine Challenge. Jetzt geht's los. Eine Lane haben sie doch noch. Sniper muss gewinnen. Ekelhaft, sowas zu lesen. Tut weh. Ah, Lincoln ist auch perfekt. Lincoln ist perfekt für ihn. Genau das Richtige. Könnte er sogar, anstatt den Threads einfach nehmen. Er hat hier Aga, er hat Schad. Kann also gut timewocken. Das Aga, dem Spacing, haben sie auch dem Void gegeben. Okay. Bloodthorn finde ich auch nice mit den Crits und dem Moonshirt und so. Ich kette Hex noch mehr gefühlt. Vielleicht. Aber Bloodthorn macht mehr Damage. Absolute Dota to go. Das ist jetzt ganz schwierig. Gehen wir mal auf die Buybacks. Liquid könnte auch über Buybacks noch ein bisschen arbeiten. Sie haben fast vier Buybacks zur Verfügung. Das Zeus-Buyback ist so mittelgut, weil er nicht so mobil ist, aber kann schon reißen was. Das Clock-Buyback ist sehr gut, wegen Hookshot. Da sehe ich schon einiges an Potenzial. Mensch natürlich auch. Dann hat sie praktisch vier Leben. Sie kann auch in ihre Illu zurück Buybacken übrigens. Das kann sie auch machen, wenn die noch am Leben ist. Und, ja, Patch ist natürlich elementar, weil es streng genommen ja Hardcarry ist, wenn er sich jetzt langsam nicht mehr so anfühlt. Also, mittlerweile hat Azuray natürlich alles hier unter Kontrolle. Sie dürfen sich nur nicht outplayen lassen und Liquid ist so ein königliches Team, was sowas immer mal wieder hinkriegt. Ja, ja, ich weiß nicht. Also so ein Pick-Off. Der Sniper hat halt Buyback. Wenn sie den killen, sterben wahrscheinlich viele davon. Irgendwie müssen sie den Void eigentlich töten, aber der hat mit Aegis sein Buyback komplett ausgeglichen. Das läuft auch genau zeitgerecht ab. Und dann hat er wieder Buyback. Ihm fehlt gerade Kohle. Würde er bis dahin wahrscheinlich zusammen haben. Der hat auch Aghanims Blessing. Also hat ein Agha gekauft, der Sniper. Jetzt im späteren Spiel. Könnte noch Kanda holen. Plant Mail Pudge now. Du, ganz ehrlich, so langsam wäre es okay, weil Pudge einfach mit wenig Gold viel Value rausreißen muss. Aber die Item Builds von Azuray werden nicht durch Blade Mail gekontert. Viel zu tanky mit den Satanics. Und dazu kommt er als Hauptprobleme. Also er muss Blink upgraden. Es gibt keine bessere Möglichkeit, irgendwas hier zu machen. Aghanims Blessing ist zu teuer, um den Slot zu befreien für was anderes. Das einzig legitime Item ist jetzt ein Blink-Update für ihn. Ja, der Sand spielt auch sehr, sehr gut. Sand ist... Es gehört schon was dazu, diese Offliner zu spielen. Sieht simpel aus, aber du musst halt im richtigen Moment die richtigen Initiatives landen. Das ist ihm ehrlich gesagt hier finde ich nicht immer gelungen, aber sehr oft. Und es ist auch ein schwieriges Spiel dafür. Oh, oh, Vorsicht mein Kleiner. Vorsicht, Vorsicht. Den willst du nicht angreifen. Den Sand. Der kann ruhig mal reinleggern. Der hat 5500 Leben und einen Eternal Shroud. Plus Status Resistenz. Sie warten auf den Hook. Der High-Ground-Hook der Götter. Wen wollen sie wahrscheinlich? Hm, Sniper. Der hat keine Linkens. Ah doch, der Linkens rauf. Oh Gott, nicht den, nicht den. Gleiches sind Mega Creeps am Start für Azuray. Und Liquid stehen mit ihrem Mid-Game-Line-Up. Bisschen im Regen. Puh, sie haben echt gut dagegen gekämpft. Da kommt der Swap. PKB. Er hat eh noch Aegis. Einer ist schon tot, hat Buyback. Ah, sieht nicht so gut aus. Die Autotecks von Zeus. Mach ein bisschen was. Und Mikkel steht hinten drin, will die Backline bedrängen. Gleich läuft er eine BKB aus. Merkt schon, das reicht nicht. Wird jetzt gestand. Alles muss Buybacken. Wenn nix von Azuray stirbt, die Krono sitzt, tötet den Zeus. Auch der hat Buybacken. Jetzt haben alle Buybacken. Jetzt müssen sie den Kampf gewinnen. Schaffen sie es? Sieht nicht so aus. Da kommt der Cent rein. Aegis geht zwar down mit einer Burst-Kombination. Aber bisher noch keine anderen Verluste von Azuray. Sie sind noch zu 5. Liquid nochmal drin mit allem, was er hat. Mit Dismember und Co. Auf dem Zoll. Auf dem Void. Auf dem Void. Sie haben ihn. Sie haben ihn. Er hat keinen Buyback. Ich fasse es nicht. Aber gleich hat er. Ja, eine Minute erst. Irgendwie war da noch mehr Zeit dazwischen, als ich dachte. In einer Minute erst Buyback. Wenn sie die Zeit genommen haben, sie sind zu viert, die Gegner haben keinen Void, kriegen sie noch ein paar Kills? Boah, wie macht das Liquid immer? Aber sie sollten ja wahrscheinlich den Kampf trotzdem noch verlieren, ne? Descent. Durch die Autodex. Und Micah hat wieder das Member. Er wird sterben. Er wird sterben. Er hat noch ein bisschen Zeit geschunden. In der hat Ori den Darkseer getötet. Das sind die schlechten Nachrichten. Jetzt verfolgen sie ihn aber. Na, Double Kill. Trotzdem ist die Mensch noch dran. Die hat ja Aga. Kriegt den Swap. Gesilenced. Lotus schützt. Bounce zurück. Oh Gott. Oh nein. Es klappt nicht. Oh, so geil gespielt von Azuray. Aber auch nice gemacht von Liquid. Muss man echt sagen. Das war ein richtig guter letzter Aufbäumer. Den noch zu verfolgen war korrekt. Das Leben von Insane daher zu schenken gegen Assassinate. Um dann zu swappen war auch korrekt. Du musst es probieren. Es hat aber nicht gereicht. Es war zu wenig. Zu spät. Und, ähm. Auch geil gespielt. Diese Fluchtsequenz von Azuray Sniper und von dem, äh, von dem Support, der Lotus abgegeben hat und so. Ja, das war's für heute. Ähm. War schon ganz schön geil. Leider, leider hat Liquid am Ende verloren. Sie sind noch im Lower Bracket. Wir werden morgen das Drama dann sehen. Liquid gegen Gladiators. Man sieht nie den Endscreen übrigens. Ich kann euch den leider nicht zeigen. Scheinbar. Aber hat gut geklappt. Die Lobbys sind nie abgebrochen. Das hat mich gefreut. Wow. Vielen Dank, dass ihr so zahlreiche Schienen seid, dann echt. Und, ähm, dass ihr heute so lange mit mir geguckt habt. Vielen Dank auch für den Support. Ich update kurz noch die Overlays, damit wir eine schöne Übersicht bekommen. Wir haben alles gegeben, Leute. Mehr war nicht drin. Mehr war einfach nicht drin. Lasst mich den Text updaten mit einem 2 zu 1 für Azuray. Absolut geile Serie. Und ich zeige euch jetzt noch mal die Bracketsituation für morgen. Bevor ich den Chat lese. Also, so sieht das jetzt aus, ja? Und morgen dementsprechend. Wie wir wussten es. Ach, hier. So sieht das jetzt aus. Wir haben Falcons gegen Azuray. Liquid gegen Gladiators und Extreme Gaming gegen Quest. Extreme Gaming gegen Quest werde ich nicht gucken. Aber ab hier, morgen ab 14 Uhr, Liquid gegen Gladiators werden wir schauen. Dann werden wir Falcons gegen Azuray schauen. Also, Hammermatches. Und dann werden wir hier Liquid oder Gladiators gegen Extreme oder Quest schauen. Absolut Christoph, war ein Versuch. Ja, sie wollten es halt finishen, Dodo. Hätte ich auch nicht gedacht, Christoph, dass es genau so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Vor allem, Liquid hat echt gut noch dagegen gehalten. In der Weile. Ich mag Azur besonders, weil die echt nette Kerle sind. Das freut mich zu hören, ja? Ich finde auch, ich kenne nicht alle von denen, aber ich finde die auch ganz cool, die Spieler. Morgen wieder Falconskybrick. Oder Pilzchen? Gute Nacht an dich. Gute Nacht, Christoph. Danke nochmal. Ähm, Michael. Ah ja. Es lohnt sich absolut, ja. Also, gerade die allerletzte Serie jetzt. Liquid gegen Azuray. Kann ich dir richtig empfehlen. Ab zweitem Spiel der Oberhammer, fand ich. Und auch die Spiele davor, die Serien davor, waren sehr, sehr gut. Gab immer wieder nice games. Gute Nacht, Skeletter. Gute Nacht, Dodo Togo. Bubbles, ey. Was geht? Wir sind zu spät. Ich höre jetzt auf. Morgen geht es weiter. Hau rein, gute Nacht an dich. Auch dir danke, Zerschmetterling. Gute Nacht. Michael auch am Start gewesen. Gute Nacht, Michael. Ähm, ja. Danke für den Support. Danke fürs dabei gewesen sein. Danke für die Likes. Und, äh, vielleicht bis morgen. Vielleicht bis übermorgen. Auf weitere gute Spiele. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Stream. Ähm, Zeit fürs Bett. Tüdelü.